aus guten Werken heraus das ewige Leben verdienen. Das, was der Herr Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat, ist das, was sich am Ende retten wird. Amen. Wie ruhig der zugehört hat auf einmal, ne? Heftig, ne? Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich komme sofort wieder, ihr Wundervollen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich fand das gerade gut, dass er so ganz ruhig zugehört hat und sich das so angehört hat, ne? Ja, manchmal kommen Menschen hier rein, mit denen man auch normal reden kann, aber darunter gibt es dann auch diejenigen, die einfach nur so rumtrollen und einfach den ganzen Tag Blödsinn machen, ne? Ja, für die, die diese Menschen ganz auch nicht erreichen, da ist es denen völlig egal. Dankeschön. Aber darunter gibt es dann auch diejenigen, die wirklich offen für das Ganze sind. Deswegen müssen wir immer beten für diese Menschen, sie zu erreichen und ihre Herzen für den Herrn Jesus Christus zu gewinnen. Ja, da ist Gott, da ein Mächtige, der ins Fleisch gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und der Herr Jesus Christus ist der Wahrhaftige. Amen. Danke. Amen, 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 Amen. Ja. Guck mal, was hier weiter heißt in 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 27, ihr Lieben. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes, wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Guck dir das mal an. Ich rede davon und werde direkt hier bestätigt. Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, so wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als den treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Amen. Aber, ne? Wie lebendig das Wort Gottes ist. Wie inspiriert, ne? Der Herr, danke, und wie der Herr, wie der Herr Jesus Christus, man merkt so richtig, wie die voll heiligen Geistes sind, wenn du zum Beispiel Jakobusbrief liest oder die Briefe des Apostel Paulus, Petrus, Johannes, ne? Einfach nur so am Staunen über das Wort Gottes. Jedes Mal aufs Neuste, ne? Das ist das wahrhaftig inspirierte Wort Gottes. Nicht der Koran. Der Koran ist nicht das inspirierte Wort Gottes oder beziehungsweise das ewige Wort Gottes. Nein, der Koran hat gar nicht solche Passagen, die dir lebendige Hoffnung geben. Niemals! Da findest du keine lebendige Hoffnung drin. Niemals, nie und nimmer. Hallo, Armin, guten Morgen. Guten Morgen, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Ich hätte mal eine Frage. Was sagst du zu dem MCM Inside Report Home? Ehrlöger. Was willst du von sowas halten? Ich hab mir damals, sein Zeugnis war ja auf seinem Kanal, also im Internet, da hat er so eine Internetseite gehabt, da hat er sein Zeugnis da mehr oder weniger so für alle publik gemacht. Und da war ich sehr, sehr erstaunt und hab mir gedacht, was ist denn der Unterschied zwischen dir und Zeugen Jehovas? Genau, das hab ich mich nämlich gestern auch gefragt. Ich war nämlich in seinem Stream drin. Und klar, er kann, sag ich mal, gut reden und wirkt sehr, wie nennt man das? Er wirkt ja sehr professionell so nach außen. Aber ich hab sofort gespürt und gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist halt auch wieder, dass wir diesen Geister prüfen. Und ich hab sofort gemerkt, dass da einfach was nicht stimmt, weil er auch, also ich war total perplex, er hat ja dann auch gemeint, von wegen, wir sind alle, also die meisten Christen werden ja gesetzlos und dass man ja kein Schweinefleisch essen darf und was weiß ich was alles Mögliche. Das hab ich noch nie gehört. Es ist jetzt um Gnade, der versteht nicht, dass der Herr Jesus Christus gekommen ist, um uns Gnade anzubieten. So wie der Apostel Paulus das sagt, ein unverdientes Geschenk der Gnade. Und wir sollen nicht zurückgehen zum alten Bund, denn wir stehen im neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus. Nach Jeremia 31, 31 werde er einen neuen Bund mit den Heidenvölkern schließen. Und das ist das, wie der Herr Jesus Christus den Bund mit uns geschlossen hat. Wir stehen im neuen Bund, nicht im alten Bund. Und das ist ein sehr, sehr fataler Fehler, den man macht. Das sind so Sabbatianer. Und Judaisierer und alles Mögliche, die dann einfach Gesetz und Gnade mischen. Ja, die sind messianischen Christen dann eigentlich. Also Juden, die dann Christen geworden sind oder so. Aber ich sag mal so, natürlich müssen wir uns ja an die ganze Bibel halten, beziehungsweise auch das alte Testament lesen. Und dadurch, dass du ja diese Liebe zu Jesus eigentlich hast und zu deinem Nächsten, du siehst ja automatisch keine bösen Dinge, wie jetzt zum Beispiel Morden, ja. So wie in den Zehn Geboten oder so. Das ist ein bisschen Schweinefleisch. Das hat mich echt verduscht. Ich weiß, dass es nicht so gesinnt sein soll. Aber ich war total perplex, weil ich habe dann auch so Fragen gestellt, die ihm überhaupt nicht gefallen haben. Da hat er mich sofort rausblockiert. Da dachte ich mir auch so, was ist denn das? Also wo ist denn da seine Liebe in sich? Ja, der MCM, der ist ja sehr, sehr bereit, da seine Lehre mit Ach und Krach zu verteidigen und nicht da mehr oder weniger sich was sagt, das von den meisten Christen. Das ist das. Die meisten Christen glauben an das, was wirtschaftlich die Bibel ja lehrt, dass der Herr, also dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist es da keine Rangordnung gibt, sondern alle drei gleich sind. Ja, genau. Es gibt nicht nur der Vater ist der Allerhöchste, darunter ist dann Jesus ein kleinerer Gott und der Heilige Geist irgendwie so nur eine Kraft oder was. Nein. Der Vater ist der wahrhaftige Gott, der Sohn ist der wahrhaftige Gott und der Heilige Geist ist der wahrhaftige Gott. Sie alle drei teilen sich das gleiche Wesen. Sie sind im Wesen alle der gleich ewige Gott. Ja, das habe ich gestern auch so gesagt. Also wie gesagt, ich habe schon gemerkt, es waren riesige Unterschiede. Mir auch schon so, also irgendwie kann das nicht so ganz stimmen, weil so kenne ich das ja auch nicht. Und ich bin damals auf ihn gestoßen, dadurch ja auch mit dem YouTube, und ich bin damals auf ihn gestoßen, weil ich mich auch so mit dem Islam auseinandergesetzt habe. Also nicht, weil ich daran glaube, sondern einfach, weil ich viele muslimische Freunde habe. und ich habe mich einfach mal so ein bisschen, ja, auch da halt damit auseinandergesetzt. Und der hat ja damals auch Videos gemacht, die ich jetzt nicht schlecht fand, wie er auch gemeint hat, Allah ist ja der Listenschmied und keine Ahnung. Und das hat mich halt schon interessiert. Aber dann erzählt er wieder komische, widersprüchliche Dinge, wo ich mir wiederum denke, das passt jetzt irgendwie gar nicht. Also so total, wie wir Christen, die Gott glauben, das gar nicht so kennen. Ja, man muss für ihn beten. Man muss für ihn beten, dass der Herr mit ihm Gnade hat und ihn da rausholt aus dieser Gesetz-Gnade-Vermischung. Das ist heftig. Denn der Apostel Paulus sagt, ja, lasst euch nicht, lasst euch nicht runtermachen wegen irgendwelchen Festen oder Speisen oder so. Wenn jemand sie nicht hält oder was, das ist ja kein Problem. Denn das ist ja alles in das, was der Herr Jesus Christus für uns ja getan hat. Der Apostel Paulus ist ja klar, im Galaterbrief ist ja, nur geht er darauf ja ein, dass es solche Juden gab, die auf einmal Jesus annahmen, aber wieder zurückgingen zum alten Bund. Und auf einmal anfingen, unser Gesetze zu halten. Und er sagte, ihr seid aus der Gnade geflogen, wenn ihr versucht, da Gesetze zu halten. Denn wenn ihr ein Gesetz nicht hält, so seid ihr schuldig des ganzen Gesetzes. Deswegen sollten wir uns ganz und ganz auf die Gnade des Herrn Jesus Christus verlassen. Denn das Blut des Herrn Jesus Christus ist heilig. Und das, was er vergossen hat für uns, sollte in Ehren geachtet werden und nicht einfach vermischt werden mit irgendwie hier und da mal Sauerteig noch hinzufügen zu dem. Ja, ich habe ihn dann auch ganz explizite Fragen gestellt und da hat man schon gemerkt, es hat mir nicht so gepasst. Ich habe ihn dann wirklich gefragt, so, willst du jetzt damit sagen, dass Christen, die jetzt Schweinfleisch gucken, dass wir jetzt keine richtigen Christen sind oder keine Ahren Christen sind? Ich habe dann schon so sehr direkte Fragen gestellt und es hat ihm natürlich nicht gepasst und dann hat er nur gemeint, ja, ich würde es nicht checken und hat mich dann sofort rausglockiert. Da dachte ich mir auch, also ich war total fassungslos. Das ist schon der Erste, der dann auf einmal die Leute kritisiert, die Heil absprechen oder was. Aber selber sagt er, du gesetzlos, du hast überhaupt kein Heil. Heftig, ne? Das ist ja das Klampe. Und das finde ich halt so schlimm. Die sind lieblos. Ja, was ist denn dann dein Arzt? Ist das nicht lieblos, was du getan hast mit dir zum Beispiel? Also diese Doppelvoral, Doppelstandard, weißt du? Ja, da muss man halt einfach viel klein und klar, wie du schon sagst, man kann eigentlich nur dafür bluten. Aber ich finde es erschreckend, weil, klar, es gibt natürlich unter Christen viele Eurlehrungen für Köln-Jehova oder so, aber ich finde es einfach so erschreckend, weil was sollen denn dann vor allem auch gegen andere Menschen, Atheisten oder Muslime von einem Fall sind? Ja, es ist natürlich schwierig, wenn du neu zum Glauben gekommen bist und dann auf einmal auf ihn stoßt, er sagt hier und da mal die richtigen Sachen, aber dann für mich der viel ist und versteht einiges nicht und verdreht und leugnet einige Sachen, die ihm nicht passen. Das ist das. Also ist es jetzt nicht schlimm, Schweinefleisch zu essen, wobei ich sagen muss, es ist ja wirklich nicht so gesund, aber vielleicht sollte man allgemein mal so ein bisschen mit dem ganzen Fleisch reduzieren, weil es ist ja schon übermäßig, was wir heutzutage an Fleisch essen, nicht jeden Tag. Vielleicht ist es halt nicht so super, aber ich denke jetzt auch nicht, dass Gott jetzt, also dass Jesus jetzt irgendwie darauf fokussiert ist, ja, wie schon Kunst, wie wir essen, sondern wichtig ist, was du vorher auch gesagt hast, was in uns rauskommt, vor allem unsere Gedanken, die wir haben. So kenne ich das auch. Okay, meine Liebe. Ja. Gott segne sich, Marius. Hallo? Ja. Okay, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Oder wolltest du noch was sagen? Natürlich auch. Nee, ich weiß nicht, wie man hier raus kann. Ich schmeiß dich raus. Mach's gut. Okay, danke. Ciao. Ja, wie gesagt, also man sollte sich auf die Gnade des Herrn Jesus Christus verlassen und da nicht Gesetz und Gnade vermischen. Der Apostel Paulus sagt das ja eindeutig, dass wenn ihr zurückgeht zum Gesetz, ihr schuldig seid des ganzen Gesetzes, wenn ihr versucht, da auf einmal etwas zu halten. Deswegen sollten wir uns ganz und gar auf die Gnade des Herrn Jesus Christus verlassen. Denn das Blut, das er vergossen hat, reinigt uns von aller Schuld, die in uns ist. Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und dir? Warum hast du so eine tiefe Stimme? Warum ich so eine tiefe Stimme habe? Ja, bist du erkältet oder ist das deine echte Stimme? Nein, das ist meine echte Stimme. Echte, ich dachte, du bist erkältet. Nein, nein. Du hörst dich ja so an wie so ein Mafia-Boss. Welse Mafia-Wer bin ich, ja. Bitte? Ich sag, welse Mafia-Wer bin ich. Ja, nee, deine Stimme, diese tiefe Stimme. Warte ganz kurz, einen Moment, ich bin sofort wieder da. Einen Moment. Oh Allah, Bruder, ich war gerade trainieren und jetzt bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Möge Gott deinen Weg segnen zur Arbeit und möge der Herr immer deinen Weg segnen, wo auch wo du bist. Allah-Bahamu, Allah-Bahamu. Ja. Dir auch. Ja, danke. Woher kommst du? Ich bin aus Iran. Und du? Bist du konvertiert in den Christentum oder was? Ja, genau, ich bin auf die Suche gegangen nach der Wahrheit und habe die Wahrheit in Jesus Christus gefunden, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Okay, das ist deine Meinung. Das ist deine Meinung. Jeder hat seine eigene Meinung. Ja, ich war verwundert, als ich mich damals damit auseinandergesetzt habe mit Koran und Bibel, habe ich mir gedacht, dass der Allah ja 99 Namen hat und kein normales Geschöpf oder Mensch darf sich ja diese 99 Namen Al-Isma Al-Husna nennen. Das sind ja seine schönsten Namen. Ich will dich, darf ich dich nur eine Frage fragen? Ja, natürlich. Ähm, damals, also wo die, äh, wo die, äh, Jesus gefragt haben, wann der Tag, äh, Tag der jüngsten Gericht ist. Das weiß nicht ich, das wissen nicht die Ecke im Himmel. Warte, 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 jetzt warte doch kurz bitte, bitte. Jetzt warte doch. Ne, wo die den gefragt haben, ne? Da hat er doch gesagt, da hat er gesagt, das weiß nur Gott. Ja genau, das weiß nur der Vater. Nein, nein, er hat gesagt, das weiß nur Gott. Ja, er nennt ja Gott seinen Vater. Okay, also kann er dann nicht Gott sein? Ja, natürlich kann er Gott sein. Weißt du auch, wieso? Wie denn? Das widerspricht sich doch, Ex-Muslim. Nein, das widerspricht sich nicht. Weil du musst die Terminologie und die Theologie der Bibel, du musst die Bibel einmal gelesen haben, damit du verstehst, warum der Herr Jesus Christus in dem Moment als menschliches Wesen gesprochen hat. Hä? Der Herr Jesus Christus ist ja Mensch geworden. Er war schon in Ewigkeit Gott und dann ist er ein Mensch geworden, hat sich selbst entäußert, das heißt seine Allmacht, Allwissenheit abgelegt und kam als ein sterbliches Wesen auf der Erde. Gott kann ja nicht sterben. Aber das hat doch gar keinen Sinn, wenn ihr meint, Jesus ist Gott und wenn man den fragt, wann er tags der jüngsten Gericht ist, wenn er sagt, das weiß nur Gott, wie kann er dann Gott sein? Das verstehe ich nicht, das geht doch gar nicht. Das habe ich doch gerade zu dir gesagt. Der Herr Jesus Christus war schon in Ewigkeit Gott und dann hat er sich selbst geäußert und hat die Form eines Menschen angenommen und das heißt, dass er auch die ganzen Attribute eines Menschen angenommen hat. Das ist doch unglaubwürdig. Aber dass Allah auf einmal in Zuge 8, Vers 65 und 66 die Zukunft nicht kennt, willst du jetzt Allah ablehnen? Wer? Ich lehne niemand Allah ab. Allah in die Zukunft ist gut. Aber Jesus ist nicht Allah. Jesus ist ein Prophet. Er gibt sich aber alle 99 Namen Allahs. Er ist Al-Haq, er ist Al-Hayat, er ist Al-Baif, er ist Malik Al-Muluk. Verstehst du? Habib. Deswegen habe ich ihn gefragt. Ich will auch gar nicht darüber. Ex-Muslim, Ex-Muslim. Guck mal, du hast deine Meinung. Ich respektiere deine Meinung, aber akzeptiere es nicht. Das hat gar keinen Sinn machen. Darüber reden gerade, weil deine Meinung... Aber warte mal, ist das jetzt ein Ausschlusskriterium, Jesus Christus nicht als Gott zu sehen, weil er in dem Moment das nicht wusste, würdest du dann auch Allah als Gott auswählen? Er hat selber gesagt, er hat das Tag in den nächsten Gerichten, nur Gott weiß. Lass mich mal ganz kurz auswählen, Habib. Wenn der das sagt, dann können die Menschen nicht sagen, ey, Jesus Christus ist Gott. Ja, aber lass mich mal ganz kurz auswählen, ist das dann ein Grund, wenn zum Beispiel Allah die Zukunft nicht kennt, dass du ihn ablehnst als Gott? Sorry, ich muss mich raus, ja. Schade. Arnold Schwarzer, Rebecca. Arnold Schwarzer, Rebecca geht jetzt Kamehne tränken mit 78er Bizeps, 72er Trizeps und nacken wie ein Stier und 200 Liter Kamele tränken und nicht gespischen füren als eine Dreijährige mit Männern. I'm powerful today! I'm powerful today! I'm powerful today! Arnold Schwarzer, Rebecca. Das ist der Beste, ey. Muslime sagen, dass Rebecca drei Jahre alt war, haben überhaupt keinen Beweis, keine Zeitangabe innerhalb der Bibel und verstehen nicht, dass eine Dreijährige keine Kamele tränken kann, hin und her laufen kann und Gespräche führen kann mit Männern und zwar richtige Gespräche führen. Wie kann denn eine Dreijährige Kilometer zum Brunnen laufen, dort Wasser schöpfen, Kilometer wieder zurücklaufen, um Kamele zu tränken? Ein Kamel trinkt 200 Liter. Hier, guck, wie viel trinkt ein Kamel? Wie viel trinkt ein Kamel? 200 Liter Wasser. Ein durstiges Kamel kann in nur 15 Minuten 200 Liter Wasser trinken. Dann sagen die Muslime zu mir, Rebecca war drei. Ja, wie viel Power muss sie denn gehabt haben, damit sie dahin läuft zum Brunnen und dem Kamel Wasser gibt? 200 Liter? Ich bitte dich, komm, mach dich nicht lächerlich, Mann. Sie war eine erwachsene Frau. Sie muss mindestens 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein, als Isaac sie zur Frau genommen hat. Ja, in deren Welt geht sowas, ne? In deren Welt geht sowas. Genau wie sie das versuchen mit Maria und Josef. Wir haben gar keine Zeitangaben in der Bibel. Aber weil Mohammed ein kleines Kind von sechs Jahren geheiratet hat und das überhaupt nicht normal war, wollen sie jetzt natürlich versuchen, das Ganze auf die Bibel zu übertragen mit Isaac und Rebecca. Und dann wirst du ganz schnell merken, dass ihre Argumentation total auseinanderfliegt. Denn dieser Rashid, dieser Rabbi Rashid, der das in die Welt gerufen hat, die Muslime missinterpretieren seine Worte. Denn es gibt einige Rabbiner, die darauf schon geantwortet haben und haben gesagt, dass dieser Rabbi Rashid da willkürlich irgendwelche Sachen da analysiert hat und Zeitrechnungen angestellt hat. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und da siehst du, dass die Muslime bereit sind, sich von allen Möglichen zu ernähren, sei es richtig, falsch, ist völlig egal. Hauptsache, man kann irgendwie versuchen, Mohammeds Taten zu rechtfertigen. Als sie ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und mit neun Jahren ihre Unschuld genommen hat. Und das ist ja das Kranke. Und wir wissen ja nach Fatal Bari, Band 10, auf der Seite 544, dass Aisha, als sie in der Schlacht von Tabuk, immer noch mit Puppen gespielt hat und Mohammed zu ihr gesagt hat, was ist das Aisha? Und dann hat Aisha gesagt, ja meine Puppen. Und da war sie zu dem Zeitpunkt 16. Und sie hat immer noch nicht menstruiert gehabt. Mit 16 war sie immer noch unreif. Ja. Und für all diejenigen, die wissen wollen, nach der stärksten Meinung, müssen sie folgendes suchen. Das ist die Fatwa Nummer 328.036. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte der größten Fatwa-Seite im Internet, der sunnitischen Muslime, die eindeutig sagen, dass Aisha 14 Jahre bei der Schlacht von Tabuk war und sie immer noch nicht menstruiert hat. Mohammed hat wirklich ein Kleinkind angefasst, die nicht menstruiert hat. Und wisst ihr, wie viele Muslime aufgrund dieser Tatsachen den Islam verlassen haben? Zig Hunderttausende, weil sie verstanden haben, dass das nicht normal war. Zu keiner Zeit. Denn weder die Apostel, die Jünger, keiner von ihnen hat irgendein Kleinkind geheiratet. Das ist Quatsch. Auch Rebekah war keine drei Jahre alt. Und das ist das. Aber weil man sich in Grund und Boden schämt, versucht man, der Bibel etwas zu unterstellen, was gar nicht ist. Deswegen kann ich es interpretieren. in einer Art. Hallo? Hallo? Guten Segen an mir. Hallo? Ich warte, wie geht es schon deine Familie? Ich auch, mein Lieber. Du, hör mal. Gestern habe ich in einem muslimischen Livestream war ich dabei und sie haben den Psalm 91 genommen und wollten damit verlegen, dass Jesus gerettet worden ist. Kannst du da für mich ein wenig aufteilen? Wäre das möglich? Dass Psalm 91, Jesus gerettet wurde? Ja, genau. Ab Vers 14. Nein. Der Psalm 91, du kannst ja nicht jeden Satz auf einmal darauf verwendet. Nein. Du musst also gucken, wenn der David spricht aus seiner Person und wenn er wieder spricht aus einer messianischen Person, also aus der messianischen Sicht. Okay. Der messianischer Vers ist ein messianischer Vers aus dem Psalm. Du musst also schauen, dass das, was dort gesagt wird, auch messianisch ist. und der Psalm 91, ja, dass der Jesus Christus, da ist auch das berühmte Gespräch mit dem, mit Satan. Ja. Ja, der wird ja deinen, der Herr, der Satan, zitiert ja Psalm 91, als er versucht hat, den Herrn Jesus Christus zu versuchen. Der wird deinetwegen Engel befehlen, dich auf Händen zu tragen, wenn du dich stürzt, ne? Und das wusste der Satan. Und hat Psalm 91 zitiert. Wahnsinn. Ja, ist schon Wahnsinn. Aber eben, die kommen da mit den, mit den nächsten paar Versen und, und dort steht ja, dass er errettet wird und er der Strafe entkommen wird. Ich kann es nicht genau zitieren. Es ist nicht so richtig. Nein, das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Der Herr Jesus Christus. Wir haben doch in den Evangelien alles drin stehen. Und auch die größten Bibelkritiker unserer Zeit, der Bart Ehrmann, den sie so lieben, den, den übelsten Bibelkritiker, der sagt sogar, ja, Jesus Christus wurde gekreuzigt, ihr musst suchen damit. Ja. Was, was wollen die denn jetzt sagen? Wenn sie also Bart Ehrmann sind, hier müssen sie ja zur Kreuzigung sagen. Und da haben wir ein Problem. Deswegen hat der Mohammed Hijab eine riesen Katastrophe angerichtet, als er mit Bart Ehrmann gesprochen hat. Hier, lasst uns das nochmal anhören, ihr Lieben. Schaut euch das mal bitte an. Das ist sehr wichtig. Hier, das berühmte Gespräch. Was bedeutet das, dass es nicht verlieblich sein wird? Muslime glauben, in Jesus Christus. Es gibt ein viel Interesse, ich glaube, in der muslimischen Community. Und viele muslime fühlen, dass deine Schlussfolgerungen, oder historische Schlussfolgerungen, er betrifft Jesus Christus. Also, der sagt zu Bart Ehrmann, wir glauben ja, so wie du das in deinen Büchern so verzeichnet hast, dass deine Sichtweise eher der muslimischen Sichtweise entspricht. Und jetzt guck mal, was da antwortet, der Bart Ehrmann. Es ist mehr commensurant mit der muslimischen Idee, als es mit der christlichen Idee ist. Ich würde nicht sagen, dass sie gut zusammenhängen. Ich würde nicht sagen, dass das mit den muslimischen Schriften übereinstimmt. Guck mal jetzt. Muslim-Vieh. Ich glaube wirklich, dass Jesus Christus gekäufelt wurde und begraben wurde. Guck hier. Ich bin nicht interessiert, ob Jesus der Sonne von Gott sei, weil ich glaube, dass es nicht ein Gott sei. Ich habe herausgefunden, dass er der Sohn Gottes ist und dass er behauptet hat, der Sohn Gottes zu sein. Und aufgrund dieser Tatsache haben sie ihn gekäuzigt. Es ist auch, warum sie ihn gekäuzigt haben, weil er behauptet hat, Gott zu sein. Das war das schlimmste Interview für den Islam. Der Mohammed Hijab hat zum zweiten Mal Mist gebaut. Einmal mit Yasir Qadi hat er tausende von Muslimen zum Wacken gebracht. Sich tausende, hunderttausende weltweit. Er hat den Islam verlassen. Und hier bei dem zweiten Mist, den er gebaut hat, hier mit Bart Ermann. Hör mal, hör mal bitte. Du lachst dich kaputt. I think that that's historically right. Ich glaube, dass das historisch richtig ist. Weiß, 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 so wie verzweifelt die Muslime sind. Sie sind am Ende mit ihrem Latein, weil ihre Religion gerade komplett am auseinanderfliegen ist. Und einige muslimische Gelehrte sogar Predigten hat und sagen, 24 Prozent unserer muslimischen Jugend verlassen alle den Islam, weil sie erkannt haben, dass sie... Pakistanische geistliche Weine im Fernseher sagen, alle verlassen den Islam. Alleluja, zum Glück. Hör mal, hör mal, hör mal. I think all of them think that in some sense Jesus is God. If you think that the Bible and not... Dann sagt er, alle Evangelien sprechen davon, dass Jesus Christus auf einer gewissen Art und Weise Gott ist. Pass mal auf. ...not have any mistakes in it. If you've shown mistake, then you just refuse to admit it's mistake. You think either it can be reconciled in some way or that there's something we just don't understand about it or, you know, we have... And, and... In the Quran it's mentioned, if this book was from other than God, they would have found many complications. If a book is... Da kommt der Mohammed Hijab mit dem Argument, der Allah spricht im Koran und sagt in Surah 4, 82, wenn dieses Buch nicht von Gott wäre, so würdet ihr wahrlich viel Widersprüche finden. Und dann sagt der Bart Ehrmann, ja, mein Telefonbuch hat auch keine, äh, hier, Widersprüche. Ist das jetzt das inspirierte Wort Gottes, oder was? Ja, das ist krass. Der Mohammed Hijab hat gedacht, Ermann voll auf seiner Seite wäre und dann hat er die ganze Zeit wieder auf seine Lippen gebissen. Kennst du so, wenn jemand immer nervöser, nervöser wird und übelst auf seine Lippen beißt und so? Ja, kenn ich, kenn ich. Und war das so unangenehm. Ihm war das so was von unangenehm. Das ist so krass. Ja, den Muslimen ist es allgemein unangenehm, aus ihrem eigenen Buch zu lesen. Die bekommen alle Aggressionen. Aggressionen. Ja, das ist richtig. Das ist so krass. Du, sag mal, Amir, gibt es eine Quelle oder eine Stelle, wo Mohammed selber sagt, dass er ein Prophet ist? Äh, im Koran? Ja, allgemein. Er hat selber gedacht, dass er niemals ein Prophet ist. Walache Ebennaufal und Khadija haben ihn bestätigt, dass er ein Prophet ist. Er hat gedacht, dass er von einem Dämonen gewürgt wurde. Eben. Aber weil... Nein, Mohammed, du bist nicht verrückt. Du bist ein wahrhaftiger Prophet. Ja, genau. Das ist ja das Kranke. Die Frau ist deine große Autorität. Das Heftige ist nicht, dass Gott das ihm bestätigt hat. Nein, das waren einfach zwei Menschen. Zwei Menschen haben gesagt, nein, nein, du bist nicht verrückt. Du bist ein Prophet Gottes. Das ist krass. Ja, ja. Ey, und ich kenne eine Freundin und diese Freundin hat einen muslimischen Freund. Und dieser wurde mal in der Nacht gewürgt. Also, kennst du so, wenn Leute gewürgt wären in der Nacht? Ja, Prophelüse nennt man sowas. Schlafmachstum. Genau. Und dann ist sie mit ihrem Freund zu einem Imam gegangen. Und dieser Imam hat gesagt, das ist der Satan. Der will dich vom Weg abbringen. Ja, siehst du. Aber bei Mohammed war das auf einmal ein Glauben. Genau. Eben, also es gibt kein, weil die Muslime immer sagen, wo ist die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin Gott. Also gibt es auch die Stelle nicht, wo sagt Mohammed, ich bin der Prophet, oder? Ja, wie gesagt, also der Mohammed, der hat ja Selbstmordversuche gestartet. Und weil die göttlichen Inspirationen ja aufgehört haben, weil der Waraka ibn Naufal starb. Weil er so die Inspirative war. Allah war eigentlich Waraka ibn Naufal. Ja, ja, brutal. Ja, deswegen, wir thematisieren das Ganze ja fast täglich, dass der Mohammed sich dann von Gnostikern ernährt dann. Gnostische Schriften, die dort in den Arabischen Halbinseln sehr verbreitet waren. Und Walak ibn Naufal und Bahira und diese ganzen Mönche waren ja so ausgestoßen aus der Kirche. Das waren ja übelste Irrlehrer. Und die haben Mohammed dann den Koran zusammengestellt. Die Koran ist als eine Abspaltung einer christlichen Sekte. Was ist das? Ja, genau. Und letztens, ich habe ja die Psalmenliste mir durchgelesen und es gibt ein paar Psalmen, die sind nicht namentlich beschrieben, dass es jetzt von David ist oder von Asim, sondern ein namenloser Psalm. Und dort in diesem Psalm befindet sich die Zusammenfassung Mose, also von der Tora. Wirklich eine kurze Zusammenfassung. Und dieses ist mir gleich in das Auge gestochen. Diese kleine kurze Zusammenfassung passt genau auf das, was im Koran steht. Und dann denke ich mir, aha, darum sollen auch die Muslime an die Psalmen glauben, weil diese Leute, die hatten eventuell nur so gewisse Schriftstücke, niemals eine komplette Bibel oder Tora in der Hand. Und darum ist es ja auch so ein Chaos, weil die nur stückchenweise von allem etwas hatten. Okay, mein Lieber, Gott sei Dank, und deine Familie. Dich auch, Dich auch. Okay, ciao. Ciao. Es ist so ein cooles Interview. Das ist auf meinem Kanal. Könnt ihr drauf gucken, ne? Habe ich sogar für euch fixiert. Ihr lacht euch kaputt. Teilt das am besten mit anderen, ne? Gottes Segen, Geschwister. Bitte? Gottes Segen, Geschwister. Ah, Gottes Segen, meine Liebe. Gott segne Dich und Deine Familie. Danke euch auch und Dich besonders. Ich war gestern echt sehr geschockt, weil du das Thema hattest mit Aisha und die Ausreden, die sie erfinden. Weißt du, was mich richtig schockt? Immer sind Frauen. Frauen, die sagen, wie gestern Abend bei einer Diskussion mit Urban, die ganz klar gesagt hat, ja, wieso ist es nicht schlimm, wenn der Mann 54 ist, dann gebe ich doch meine Tochter hin, wenn sie gut aufgehoben ist. Das sagen sie so, aber in der Praxis sieht das ganz anders aus, wenn ein alter Sack auf einmal kommt und die Hand ihrer Tochter so mitnimmt. Was meinst du, wenn auf einmal die Tochter so weint? Aber Armin, überleg dir mal, meine kleine Geron spielt mit diesem alten Sack. Ist kein Problem, er wird dich schon gut behandeln. Kein normaler Mensch würde sowas machen, Mann. Aber Armin, überleg dir mal, überleg dir mal, die Pedos gehen jetzt alle, werden jetzt alle Moslem, zu sagen, ja, meinem Glauben ist das erlaubt. Was ist denn dann? Sag ich doch. Was meinst du, wenn ein Sittich herausfindet, dass im Islam legal Kinderheirat ist? Na, warum wollen denn die Grünen das alles legalisieren und hier so viele von den Menschen hier haben? Genau aus dem Grund. Ja, genau, das hilft nicht. Ich gehe mal kurz tanken. Ich gehe mal kurz tanken, ich komme jetzt gleich wieder. Ja, wie du Ihnen schon geschrieben hast, die Grünen sind Kinderschänderpartei, ja, und das ist das Problem und deswegen holen die auch so viele Menschen mit diesem Glauben rein, weil sie es ganz toll finden, ne? Sie legitimieren ja im Endeffekt alles, was damit zu tun hat. Aber ich finde es halt immer erschreckend, ich als Mutter, wenn eine andere Frau mir sagt, naja, ist doch kein Problem, wenn jemand kommt und sagt, ich bin 54, ich habe Lust auf deine Tochter, dann ist alles gut, finde ich ganz schön krank. Das ist nicht normal. Ganz ehrlich, wir müssen Kinder schützen. und sie kommen ja immer mit Rebecca und sie kommen, ach ja, angeblich war ja Maria auch erst sechs Jahre alt und ja, Josef war 99, also diese ganzen Lügen, die betreiben so ein Wort für Bautismus, es ist halt, sie sind einfach aufgeflogen und Mo hat nicht mit dem Internet gerechnet und da so viele aussteigen, so viele aufklären und heute hat jeder die Möglichkeit, sich zu gelesen. Genau, den Mühlenstein, richtig, Matthäus. Ganz genau. Und du siehst ja im Endeffekt alle, die was aufklären, ja, wir lieben ja die Geschwister, auch wenn sie Moslems sind, aber sie sind so voller Hass, ja. Ja, richtig. Amir ist gerade tanken, der kommt gleich wieder. Ja, das ist krank. Aber wie sehr muss man sie schämen? Ich finde, wenn ich doch in, ich versuche es auch immer zu erklären, wenn ich doch in diesem Glauben geboren bin und beschäftige mich mit diesem Glauben und es kommen solche Verse drin vor und solche Geschichten drin vor, dann distanziere ich mich doch davon und rede es nicht schön, oder? Wie seht ihr das? Ja, es fällt schwer, ja, es fällt schwer, aber es gibt welche, da kann ich sagen, begegne ich mit Liebe, natürlich fällt es auch manchmal schwer, aber Gott hat uns in Liebe gebracht und die sollen wir auch weitergeben, auch wenn wir kämpfen müssen und wenn wir beleidigt und bedroht werden. Ja, das stimmt, ja. Christen kennen mittlerweile den Koran besser, weil er eine Gefahr für uns ist und Gott hat ja gesagt, wir sollen die Dunkelheit aufdecken. Richtig. Christlich-Jüdische. Hast du gut getankt, ja. Ich habe hier mal die Leute weiter unterhalten in deinem Namen. Ja, ist so gut. Ich hoffe, du hast keinen Unsinn erzählt oder so. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, ich habe darüber gesprochen, wie krank das ist, dass man das verteidigt, wenn ich in diesem Glauben geboren wäre, so wie du ja im Endeffekt auch, ja, dass du dich damit beschäftigt hast und wenn mir solche Sachen auffallen würden, dass sowas in der Bibel zum Beispiel stehen würde, dann würde ich meinen Glauben verlassen. Das könnte ich doch nicht rechtfertigen. Ja. Das ist das. Jeder muss sich von der Moral, Ethik und, die der Islam dort verzeichnet hat, distanzieren. Das ist keine Moral und Ethik mehr. Deswegen vertreten sie es ja auch, Amir. Deswegen vertreten sie es auch und wollen es nicht wahrhaben. Weißt du, im Endeffekt, ob du das bist oder Urban das ist oder Babylon oder Michael Stürzenberger, ihr zeigt ja nur das, was in ihren Büchern steht und das nennen sie gleich Islam-Hass und keine Ahnung. Nein, das ist doch Aufklärung. Ich muss doch jemanden aufklären und sagen, pass mal auf, guck mal hier, das steht bei dir drin. Ja, die wollen das aber nicht. Das ist das. Sie möchten die ungefilterte Wahrheit nicht haben. Diese unangenehme Wahrheit doch herausfinden. Mein Bruder und ich haben ja gestern hier mit einer sogenannten Muslima auch geredet. Ja. Da hat mein Bruder ihr einige Sachen gesagt. Da hat sie gesagt, ja, was findest du denn so schön als Frau, willst du von einem Mann irgendwann mal wegen Widerspenstigkeit, du weißt schon, ins Ohr 34, da sagt mein Bruder, ja, lies doch nach. Er sagt, nee, brauche ich nicht, ich will da nicht lesen und sowas. So, so verrückt. Ja, ja, richtig. Kennst du, warst du schon mal Muslima bei dir hier im Raum? Ich weiß, ich glaube schon, aber unter einem anderen Account. Boah, die ist auch total durch. Die ist richtig durch und aggressiv umgehend. Die versucht mit allen Mitteln ihr Islam zu verteidigen, aber sie weiß ganz genau, dass doch einige Bestandteile sind, die sie auch selber nicht mit ihrer Moralethik und Anstand vereinbaren kann. Weißt du, ich verstehe halt auch nicht, warum so viele Frauen zum Islam gehen, auch europäische, deutsche Frauen nicht zum Islam gehen. Ich finde, was kriegen die erzählt? Ich finde klar, die lesen auch nicht, die kriegen den Zauberspruch ausgesagt, wenn du enthält, brauchst du nur noch eine App, dann kannst du das automatisch bis zum Islam brennen. Die müssen hier überhaupt nichts lernen, aber die nehmen nichts an. Wie dieser Didi Asad, der total gehirngewaschen ist. Der war ja einmal hier, dieser Deutsche. Und dann habe ich ein bisschen wieder mit dem, also da habe ich ein bisschen reden können, da habe ich ein bisschen sein Gehirn mal wieder auf die richtige Spur gelenkt. Aber dann kamen schon die anderen Muslime und haben da voll ja, geh raus, da, da, da und sowas. Unglaublich. Ja, Charali, du hast recht, weil es ein Trend ist. Ja, das habe ich auch so das Gefühl, das ist so ein Trend. Ich werde Bosnem. Ja, das ist ja kein Problem. Wir, 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 wir werden dagegen wirken und dem Ganzen auch Einheit gebieten. Richtig. Ob sie drohen oder, du siehst ja, nur jemand, der verunsichert ist und nicht die Wahrheit in sich hat, droht die ja und sowas. Das macht ja nur der Teufel. Richtig. Verstehst du? Weil wenn sie die Wahrheit hätten, könnten sie ja jegliche Kritik ja vertragen und alles Mögliche. Warum? Die Christen vertragen ja jegliche Kritik. Sie brauchen Jesus Christus niemals mit Gewalt zu verteidigen. Nie. Nee, unser Gott ist stark. Wir brauchen ja nicht. Die Frage ist genau. Und weißt du, der Unterschied ist ja auch, wir werden Kinder Gottes genannt, die Diener. So sieht es aus. Sklave, Sklave. Sklave-Meister-Verhältnis. Nein. Wir sind Kinder Gottes, die Kinder des Allerhöchsten. So einfach ist das. Richtig. Einfach erklärt. Und die Trinität verstehen sie sowieso nicht. Das kannst du ihnen erklären, wie du willst. Das kannst du ihnen aufmalen. Die können es nicht kapieren. Da reicht der Horizont nicht. Manchmal gebe ich es auf bei manchen Leuten. Da weiß ich einfach, das hat keinen Sinn. Aber ich versuche halt immer mein Bestes und ich bleibe in Liebe. Ja, wunderschön. Okay. Alles klar. Ich muss auch weiterarbeiten. Alles klar. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Die Occe. I stop all today. I stop all today. Stop all today. Doktor Abu Abavorotti. Doktor sich abavorotti. Nee, wer will noch, wer hat noch nicht. Fieger du, Fieger du. Hallo. Hi, hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Danke. Ja. Wie geht's? Ja, mir geht's gut und dir? Ja, ganz gut. Ja, wundervoll. Was kann ich für dich tun? Ja, ich will nicht. Wo drückt denn der Schuh? Wie kann ich dir helfen? Was soll ich für dich tun? Möchtest du ein wenig von Jesus hören? Von Jesus Christus? Ja, bitte. Ja, der Herr Jesus Christus ist derjenige, der uns am meisten liebt. Und aus dieser wundervollen göttlichen Liebe heraus hat er seine Stellung als Gott verlassen und kam als ein sterbliches Wesen auf diese Erde und hat bewiesen, dass er wahrhaftig liebt. Und diese Liebe hat er auch dadurch ausgedrückt, dass er selber für dich bezahlt hat, anstatt du bezahlen müsstest. Er hat den Tod, den du erleiden musst, hat er auf sich genommen, damit du in Ewigkeit leben kannst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hält. Der Herr Jesus Christus ist nicht in die Welt gekommen, dass er die Welt richtet, sondern dass da die Welt durch sich selbst gerettet wird. Dass die Welt durch ihn selbst gerettet wird. Amen. Amen. Der Herr Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und das findest du in 1. Johannes 5,20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Amen. Bruder Amir, ich kenne mich aus. Ja, wessen? Fast. Fast. Fast, ne? Fast, genau. Gott schütze dich, ja? Dich auch, mein Lieber. Möge der Herr deinen Weg immer segnen und immer bei dir sein. Danke, Amen. Amen. Mögest du gestärkt in den Tag gehen. Danke. Siehst du, wenn du Kraft brauchst, kannst du hier auch Kraft tanken. Genau, ja. Bei Dr. Schuchat, bei mir haben wir alles hier. Kraft tanken, über alle möglichen Themen reden, kein Problem. Ich bin für alles da. Okay, mein Lieber. Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao, Toni. Ciao. Oh, danke. Hallo. Hallo, Gottes Segen. Schönen Tag. Da ist ja unsere afghanische Schwester. Ja. Das ist immer schön, gute Laune. Das ist gut. Das ist ja. Gelobt sei Jesus Christus, ne? Ja, Amen. Ja, das ist immer schön, gute Laune. Jeder Mensch wünscht ein guter Segen. Das ist sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Natürlich, wir müssen uns gegenseitig immer den Segen Gottes wünschen. Wir müssen uns immer das Beste wünschen. Wir müssen immer voneinander da sein. Denn daran erkennt man ja, dass wir Christen sind, wenn wir Lieder untereinander haben. Richtig? Ich kann dann nur noch Früchte, gute Früchte tragen, ne? Ja, Früchte tragen, ne? Ja, ich habe auch etwas tragen. Das ist leider nicht gut. Das geht mir auch nicht an. Gott sei Dank, ich habe meine Jesus Christus gefunden. Ich habe die wahre Weg gefunden. Aber das finde ich für die afghanischen, die Adam, die Schwester, die Männer und Frauen, am meisten hat die Glauben über Haft verlassen. Ja, ja. Der Islam ist nicht gut. Ich habe manchmal gesagt, ich bin Christin. Ja, du bist von Bahra. Ich bin gegangen, zum Wasserpark gegangen. Was ist nicht gut? Das ist für die Menschen. Islam ist Lüge, aber Jesus Christus ist der wahre Weg, der wahre. Amen. Danke dir. Okay, mach's gut. Meine Beste, ciao. Danke dir auch. Das ist gut. Das große Rüste muss man die Augen rufen. Okay, ciao. Ciao. Entschuldigung, ich wollte dich nicht noch was. Ja, afghanische Christin, ne? Gottes Segen. Gottes Segen, mein lieber Gott. Segen sich und deine Familie. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, wie geht's dir? Können wir mal zusammen beten? Und dir? Mir geht's gut, danke. Ja. Was können wir zusammen? Beten. Beten, natürlich. Bist es du, oder soll ich beten? Würdest du das bitte übernehmen, ja? Ja, danke. Okay, alles klar. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich lobe, Ehre und preise deinen heiligen Namen, wie immer in meinen Gebeten, Herr Jesus Christus. Und danke dir von ganzem Herzen her, dass du starker Gott, ewig Vater, der du die ganzen Titel besitzt, auf diese mit Blut beladene Erde kamst, um uns elende Sünder zu suchen und zu retten, was verloren ist, Herr Jesus Christus. Amen. Danke dir, Herr, dass du dein Blut, dein heiliges Blut für uns vergossen hast, Herr, dass du uns reinwächst von all unserer Schuld, Herr Jesus Christus, von all unserer Bosheit, von all unseren schwächen, Sünden, Fehler, alles, die wir in unserem Leben begangen haben, Herr Jesus Christus. Amen. Dass du diesen Blut auf dich genommen hast, den wir verdient haben, Herr. Danke für dieses unverdiente Geschenk der Gnade, Herr, und ich bitte dich, dass wir alle dieses Geschenk der Gnade jetzt auch akzeptieren, Herr, weil es diejenigen hier drin sind, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben. Jetzt in diesem Moment, ihre Herzen öffnen es, Herr, und ihnen das gibt es, was sie brauchen, nämlich das ewige Leben. Denn alles hier auf der Welt wird vergehen, Herr, aber dein Wort wird in Ewigkeit bleiben. Deswegen müssen wir ganz nah bei dir sein, Herr, und anstür für den Prost, den du uns jeden Tag schenkst, und deine Liebe und deine Güte und deine Gnade, Herr Jesus Christus. Und in jedem Gebet beten wir auf unsere wundervollen Geschwister in den islamischen Ländern, Herr, die gerade über den schlimmsten, schlimmsten, ja, den schlimmsten Weg gehen müssen. Aber du bist bei ihnen, Herr, und du gibst ihnen wahrhaftig das ewige Leben, Herr Jesus Christus, dass sie nach ihrem Tod direkt bei dir sein dürfen, Herr. Danke für alle, die hier drin sind, egal ob Moslem, unsere Geschwister, egal wer. Danke, Herr Jesus Christus, und darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Dankeschön, ja. Alles Gute, ja. Und Gott segne dich. Gott segne dich. Mach's gut, Gerrit. Ciao, ciao. Ja, möge der Herr uns immer begleiten, behüten, beschützen und die listigen Angriffen des Teufels von uns abwenden, abwehren. Der, der über dich wacht, der schläft nicht. Amen. Ja, möge jeder Einzelne, der hier drin ist, wahrhaftig gerettet sein, ne? Das ist das, was die Christen sich für jeden wünschen, ne? Dankeschön, ihr Lieben. Danke für diese ganzen Likes, Teilen und sowas im Geschenk. Gabrus. Hey, Gottes Segen, Armin. Wie geht's dir, Gab? Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Ja, wundervoll. Dank dem Herrn Jesus Christus. Wenn ich seinen Namen höre, da geht mein Herz immer auf. Mein Herz auf. Amen. Wenn ich meine Geschwister sehe, die immer wieder hier sind und mit mir den guten Kampf kämpfen, dann geht noch heftiger mein Herz auf. Amen, Amen. Ich wollte einen Vers vorlesen, weil ich doch glaube, dass viele Geschwister und Muslime den gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich lese aus 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gespielt hat. Danke, Toni. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Amen. Die Muslimen sagen ja immer, wo steht das Jesus Christus Gottes? Hier steht es ganz klar drin. Ja, wir wollen das von dem Munde Jesu Christi selber hören. Dass Jesus Christus sagt, ich bin Gott, betet mich an. Sie sagen so bewusst, das ist ja ein Dawa-Skript, verstehst du? Weil die Muslime ja Copy-Paste-Leute sind. Sie haben weder einmal die Bibel gelesen, noch sich damit auseinandergesetzt. Das ist ja das Problem. Die Leute bringen ihnen das so bei, dass sie diesen Satz sagen sollen. Wo sagt Jesus, ist Gott? Du hörst es ja immer wieder. Sie wollen das aus seinem eigenen Munde hören. Und der Herr Jesus Christus sagt sehr oft, dass er Gott ist. Allein in Johannes 8, 58, 8, 24, in der Offenbarung 21, 7, Offenbarung 1, 18, 1, 8 und so weiter und so fort. Ja, und zum Beispiel noch Offenbarung 22, 13. Ich bin das Alpha und das Omega, das Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Was heißt das denn, wenn er das sagt? Ja, genau, der sagt, ich bin Allah. Der sagt nichts anderes, als dass er Allah wäre. Ja, genau, der Erste und der Letzte. Ja, ich wollte das nur sagen, dann Gottes Segen an euch alle. Okay, Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Heute ist meine Verbindung aber stabiler, richtig, richtig gut. Vielen Dank, vielen Dank, ihr Lieben. Gott segne euch von der Familie. Wundervoll. J.J. Gar kein Nerv, das war mir ein bisschen zu hektisch da bei denen. Ich habe keine Lust auf diese Hektik jetzt gerade. Danke, 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 danke schön. Ja, manchmal ist das echt heftig, ne? Wenn man so jetzt gerade über einige gewisse Themen jetzt gesprochen hat, gebetet hat und so was, da kommt auf einmal so, weiß ich nicht, Chaos dann rein, dann hat man erstmal keine Lust. Kuffar, da kam die Kuffar rein. Die Kuffarente kommt auch immer rein. Die Kuffarente, unser Maskottchen, die Kuffarente. Die Kuffarente. Die ist immer, die ist immer, die ist immer präsent, die gute alte Kuffarente. Kuffarente, Kuffarente. Immer sag die Kuffarente. Was geht? Danke, Toni. Hallo. Ja. Geht zum Psychiater, Mann. Warum soll ich zum Psychiater gehen? Ich war beim besten Arzt der Welt, und zwar Jesus Christus, der mir aus einem... Matthäus, David, Syphilis, was redest du da die ganze Zeit, irgendwas? Was aber redest du da die ganze Zeit? Was aber redest du da? Geht zum Psychiater, Mann. Geht zum Psychiater, sagt derjenige, der gerade im Bett liegt und auf... Bestimmt wieder an sich rumgespielt hat. Wie ich dich bekomme, hast du gesehen? Ja, du brauchst einen richtigen Psychiater, du musst wegkommen, du musst jetzt anfassen. Du brauchst Psychiater, Mann. Ja, Volltreffer. Hast du gesehen, wie du noch geschmunzelt hast? Du musst Tabletten nehmen. Tabletten nehmen, Psychiose. Du sollst aufhören, mit dir rumzuschwehen, mein Lieber. Der war gut. Habt ihr gesehen, wie der sich ertappt gefühlt hat? Ich wusste das. Ich wusste da, allein von dieser Stimmlage und so. Der war gerade bestimmt richtig zugegangen, dieser kleinen Löwele. Witzig kann ich mir mein Rückgratnenplatz gleich raus. Witzig kann ich mir jetzt aufhören. Ah, Mann, wie ist das denn hier? Geh zum, ey, du sollst zum Badezimmer gehen und dich sauber machen, ey. Geh bitte zum Badezimmer, mach dich sauber. Steh mal auf, geh mal deine Zähne putzen und so, mein Bester, was soll das? Ja, nicht du. Nicht du, nicht du. Ich rede gerade hier mit den Leuten, machst du einen Kommentar. Hallo. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Warum bist du dein Ex? Weil ich den Islam verlassen habe. Kuffar, Kuffar. Weil so viele Kuffar... Bitte? Auch wenn du den Islam verlässt, trotzdem musst du Respekt haben. Du bist ja jetzt ein Christ oder so. Und trotzdem musst du Respekt für andere Religionen haben, oder nicht? Ja, kann ich dir mal ein Beispiel geben? Dann würde ich dich mal fragen, ob du davon Respekt hast. Wenn ich zum Beispiel einer Religion folge, wo drin steht, dass du und deine Familie mir Schutzgeld bezahlen müsstest. Und bei Nichtbezahlung werde ich euch drangsalieren und euch eventuell dann auch in Ewigkeit schicken. Würdest du dann noch Respekt haben vor so einer Religion? Egal was passiert, du musst Respekt haben, weißt du? Kannst du mal mit dem Erwachsenen antworten? Kannst du bitte darauf antworten? Sei mal einmal ein Mann, schalte mal ein bisschen dein Gehirn an und jetzt antworte mal vernünftig. Ich habe nichts mit einem Mann zu tun. Und erst mal, wo hast du sowas gelesen oder gesehen, dass du sowas sagst? Ich habe das im Koran gelesen. Jetzt? Du bist jetzt ein Mann und du wirst mir zeigen, wo das steht. Ja genau, Sura 9, Vers 29. Nein, ich kenne mich ja nicht aus. Du musst es mir zeigen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Sura 9, Vers 29. In deinem Koran ist es vorhanden. Oh, danke schön. Wer hat dir gesagt, dass ich Muslim bin? Ich habe nur gefragt. Zeig mir. Ich will wissen, ob das... Das ist doch kein Problem. Dann gehen wir ja davon rein. Ich mutiere dich aus. Würdest du denn von einer Religion Respekt haben, die dazu aufruft, dich aufgrund deines Glaubens bekämpfen zu müssen und von dir Schutzgeld zu verlangen? Und bei Nichtbezahlung wirst du dann in die Ewigkeit geschickt? Was hältst du von so einer Religion? Sura, ich küsse diese Religion, weißt du? Ich respektiere dann doppelt. Also doch. Du bist also Moslem. Ja, also meine Meinung. Ich respektiere. Du respektierst nicht wegen sowas, oder? Ah, bist du ein Moslem oder was? Willst du mich veräppeln oder was? Also ich bin schon Moslem. Ja, was heißt ich bin schon Moslem? Erklär mir mal bitte. Definier mal richtig. Ich bin Moslem, aber ich bin nicht diese Leute, die ihre Glauben verkaufen wie du. Ja, aber du lebst doch schlimmer als jemand, der den Glauben verkauft. Was hast du mit Islam zu tun? Hast du gar nichts mit Islam zu tun? Nichts? Hör zu. Okay, wir reden mit Respekt erstmal, okay? Ja, hab Respekt, genau. Ich bin erstmal älter als du. Hab Respekt, genau. Du bist ein Ex-Muslim. Du bist ein Ex-Muslim. Das heißt, du musst aufpassen, was du sagst. So. Du musst immer noch Respekt haben. Von egal ob diese... Deine Religion war vorher Moslem. Also, dein Blut ist Moslem. Du kannst ja gar nicht wechseln. Du bist ja so... Du hast nicht kommentiert, aber es bringt nichts, Bro. Ja, mein Blut wurde reingewaschen durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Amen. Geht nicht. Geht nicht. Sowas gibt nicht. Ich akzeptiere nicht. Wenn du jetzt nicht einer hält bist, weil du noch 15 Jahre alt bist. Hat nichts damit zu tun. Hat nichts damit zu tun, Bro. Du bist als Christoph geboren... Anstatt du hier bist, geh mal lieber deiner Mutter helfen oder deinem Vater helfen. Wo sind die? Was suchst du hier auf TikTok? Ich bin grad im Urlaub und meine Mutter ist zu Hause. Und ich bin im Urlaub. Warum sollte ich mal... Ich kann nicht meiner Mutter jetzt helfen, weil ich bin im Urlaub. Im Urlaub? Wo bist du denn? Ich bin im Irak, Bro. Siehst du nicht? Dieser Dach, der ist irakisch. Ich bin im Irak. Du bist in Irak. Du bist Schiite, ne? Ja. Du bist in Irak. Du bist Schiite, ne? Anhand deines Schwertes. Das was du da auf deinem Hals hängst. Mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu. Und... 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 Wie der sich schämte. Wie der sich schämt, dieser kleine Junge. Ja, ich wollte ein bisschen mit ihm spielen. Ich will doch nur spielen. Ich kann mich nicht mehr. Ja, dein Blut ist immer noch muslimisch. Nein, Jesus Christus hat doch mein Blut gereinigt. Mit seinem heiligen Blut, was er verkossen hat. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, die in uns ist. Sein Blut ist so kostbar und heilig. Haben wir mal, Marcel, krass. Ja, was hältst du denn von diesem Schiiten, der... Marcel, krass, was hältst du von diesem Schiiten, der nicht zu seinem Schiitentum gestanden hat? Also, ich finde das gar nicht gut. Damals, als ich den Islam angenommen habe, da habe ich sofort zu meinem Vater gesagt, ich bin Moslem geworden. Und da war eine riesengroße Palawa bei mir zu Hause. Also, ihr könnt euch auch vorstellen. Gut bürgerlich, Vater hat keine Ahnung von Islam, hat nur hier und da in den Medien von Islam, Terror und so gehört. Und dann der Sohn kommt nach Hause und sagt auf einmal, Papa, ich bin Moslem geworden. Ja, und da wisst ihr ganz genau, was dann bei mir zu Hause abgegangen ist. Ach so, okay, danke, Marcel. Das reicht schon. Das reicht schon. Ich kann nicht mehr. Marcel, mach, 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 Marcel. Marcel, ich wünschte, ich könnte mit Marcel mal reden, ne, Marcel, krass. Und mit dem alles durchgehen, was ich so alles herausgefunden habe, ey. Der ist ja so jemand, der so gerne Fragen beantworten möchte, so, ne. Unglaublich. Ja, aber er weiß, dass wir uns extrem mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und er möchte dann einige Dinge, die sehr schwer für den Glauben sein könnten, nicht thematisieren. Damit er weiterhin im Islam drinne bleibt, ne. Deswegen sagt er auch, ich mag das nicht, wie man so über Allah redet. Dass er so Körperteil hat. Wir lassen das dann einfach so stehen. Ja, gut, Allah hat eine Hand, Allah hat einen Fuß, Allah hat ein Schienbein. Dann denken wir darüber nicht weiter nach. Ja, was soll das? Ich dachte, Gott steht über unsere Vorstellungskraft. Und dann sagt Mohammed auf einmal, dass Allah sein Schienbein zeigt. Und sie anbeten vor diesem Schienbein sich niederwerfen, ne. Ja, und dann kommt er in einer zweiten Form. Und dann erkennen die Muslime den. Aber wie haben die Muslime den denn das erste Mal erkannt? Was ist das überhaupt für ein Hadith? Der ergibt von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn. Die Muslime sprechen zu Allah und sagen, du bist nicht unser Herr. Dann sagt Allah, doch, ich bin euer Herr. Dann sagen die, nein, du bist nicht unser Herr. Und dann werden sie das sehen. Das Schienbein, anhand dieses Schienbeins, werden sie Allah erkennen. Sahi Bukhari 7, 4, 3, 9. Das ist ja der Klassiker. Nein, dieser Hadith ist ja schon ein Witz. Dieses Gespräch mit Allah und den Muslimen. Nein, du bist nicht unser Herr. Doch, ich bin euer Herr. Nein, du bist nicht unser Herr. Doch, ich bin euer Herr. Dann zeigt er auf einmal das Zeichen. Dann macht er so seinen Rock oder was auch immer, der da anhat, so ein Jalaber hoch. Und zeigt dann sein Schienbein. Und die Muslime werden sagen, ah, das Schienbein. Und dann werden sie sich anbeten, niederwerfen. Sura 68, Vers 42. Wahnsinn, ne? Ja, er muss ja ein Gewand haben, weil in Sura 47, Vers 23 zieht ja eine Gebärmutter an dem Gewand Allahs. Er trägt ein Gewand. Er hat also Kleider an der Allah. Er hat ein Kleid. Ein Gewand. Also so Jalaber oder so. So wie die Muslime heutzutage rumlaufen. Er muss also irgendwas haben. Da zieht ja die Gebärmutter da dran. Sura 47, Vers 23. Ich darf sie in Ibn Qasih. Ibn Qasih. Ja. Jetzt trägt er eine Awaya. Ja, nee, aber im Koran steht, dass der ein Hijab trägt. Aber die Muslime sagen, sein Hijab ist sein Licht, das Licht. Sein Hijab, also sein Schleier ist das Licht. Ja, toll. Er trägt also ein, ein, eine, eine, so ein Anzug aus Licht, müsst ihr euch vorstellen. So eine Jalaber aus Licht. Wie viele Accounts hast du, Senat? Senat? Ja. Wie viele Accounts hast du, Mann? Ich hab nur, äh, zwei andere wurden gesperrt. Das ist neu. Ja. Ja. Ist das heftig, ne? Dass eine Gebärmutter einen Gewand von Allah zieht. Heftig, ne? Allah hat ein Gewand. Na ja, muss nicht unbedingt, bedeutet ein Gewand. Ein Wand kann auch eine Schleier sein. Sag mal so. Komm, Gewand, verstehen. Was? Gewand bedeutet nicht unbedingt ein, ein Anzug oder ein, ein Hijab oder irgendwas. Was bedeutet denn Gewand? Was den Propheten gefragt hat, wie hast du Allah gesehen? Er sagte, hinter eine Gewand nur und aller nur, Licht über Licht. Ja. Ja, aber wie zeigt er denn dann sein Schienbein? Er hebt ja dann irgendwas hoch und zeigt dann sein Schienbein. In Zei Buchari 7, 4, 3, 9. Ja, aber bitte hör mal zu und muss ehrlich sein. Ja, bin ich doch. Es gibt Überlieferungen. Als man einen Stein genommen hat, man hat in die Höhle reingeworfen, bis es den Boden erreicht hat, hat 70.000 Jahre gedauert. Überleg mal. Warte mal, ganz kurz. Wenn du einen Stein nimmst und verloren, 50 Meter runterlässt, das dauert zwei Sekunden. Wie lange wird es dauern? Man kann 70.000 Jahre einen Stein nur tiefer fallen und am Ende unter dem Boden berühren. Kannst du dir vorstellen, wie tief ist die Hölle? Kannst du dir? Wow. Und jetzt guck mal, Allah wird seinen Fuß da drinnen machen, damit Feuer ausgelicht wird. Das bedeutet, das ist unvorstellbar. Du kannst dir nicht vorstellen. Allah wird sein Fuß, was hast du gesagt, Senat? Allah wird sein Fuß in die Hölle setzen. Hör mal zu, hör mal, du hast gesagt, du bist ehrlich. Das bedeutet, Allah hat das genannt, damit du verstehst, um was es geht. Aber nichts ähnelt Allah. Er hat es für dich als Information genannt, damit du verstehst, über was Allah redet. Aber Allah sagt, nichts und niemand ähnelt ihm. Mein Fuß ähnelt auch nicht, dass eine Ameise es denn hat. Aber Allah sagt, Allah ist nicht materiell. Zum Beispiel, die Zeit, es gibt doch Zeit, oder nicht? Ja. Hast du dir die Zeit vorstellen, wie es auch hier ist? Wenn das nicht materiell ist, ist der Thron Allahs materiell oder nicht? Allah hat den Thron geschaffen, um seine Majestät zu beweisen für uns. Also ist das seine Majestät, der Thron? Damit er seine Macht uns beweist. Ja, was ist denn jetzt der Thron? Ist das ein physischer Stuhl oder ist das seine Macht? Nein, der Thron, ich sag's ja, der Thron ist über unsere Vorstellung. Nicht so, wie wir es denken, so sitzen. Ich sag dir doch, ich habe die Namen... Ich habe hier einen Hadith, einen authentischen Hadith, in dem Imam Al-Hakim sagt, dass Allah sitzt. Aber wie sitzt Allah zum Beispiel? Jeder, guck mal, jeder Gelände, dass das Sitzen Allah zuschreibt, wird abgelehnt. Ja, ihr beteiligt, sagt das doch auch. Nein, guck mal, aber wie sagt er das? Sitzen über unsere Vorstellungskraft, nicht wie du denkst. Ja, okay, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eine Ameise sitzt und dennoch kann eine Ameise sitzen. So, Allah, sitz dich auf dem Stuhl. Guck mal, wir haben die Namen gleich für uns. Die Namen, damit wir verstehen, um was es geht. Aber niemals kannst du dir vorstellen, was das Sitzen auf was ist. Kannst du nicht. Was ist das? Darf ich jetzt eine Frage stellen, Amit? Ja, aber warte mal, Senat. Du siehst doch, wenn du sagst, das kann man mit nichts und niemandem vergleichen. Wie haben denn die Muslime am Tage des jüngsten Gerichts, werden sie Allah fragen. Wir werden uns nicht niederwerfen. Dann wird Allah sagen, doch, werft euch nieder. Ich bin euer Herr. Dann sagen sie, nein, du bist nicht unser Herr. Und dann zeigt Allah sein Schienbein. Und aufgrund dieses physische Schienbeins werden die Muslime sich anbeten, vor dem Schienbein niederwerfen. Sura 68, Vers 42 in Kombination mit Sayyib Bukhari 7, 4, 3, 9. Schlagt das mal bitte auf. In Sura al-Qalam, glaube ich, ist das. In Al-Qalam, Ayah 42. Und manche Schienbeine werden entblößt. Hier redet um manche nicht. Allah sagt nicht und meine. Okay, Senat, wenn ich dir beweise, dass das Allah Schienbein ist, verlässt du den Islam? Verlasse ich den Islam. Aber zeig mir, du bist ein unehrlicher Mensch, du bist. Du lügst mich gerade um die ganzen Leute an. Du sagst, das ist nicht Allahs Bein. Und wenn ich zu dir sage, doch, Senat, das ist Allahs Bein, sagst du, nein, ich verlasse den Islam trotzdem nicht. Siehst du, wie unehrlich du bist? Es ist ein Hadith, ich bin ehrlich. Warum lügst du? Senat, sag, dass du gelogen hast. Sag, ja, Amir, du hast recht, ich bin ein Idiot. Ich habe gelogen über meine eigene Religion. Nein, Amir, schau mal, es gibt ein Hadith. An den Tagen der Aufberstehung werden Menschen gerettet, indem Allah seine Fuß in die Höhle reinmacht, damit ich dich... Nein, das meine ich nicht, das ist ein anderer Hadith. Ich meine, Sayyib Bukhari 7, 4, 3, 9. Schlag mal bitte auf und liest dir mal vor. Guck mal, wie verrückt der Hadith klingt. Was heißt unmanche Schienbeine? Was heißt das? Unmanche Schienbeine werden entblößt. Allah meint damit sein Schienbein. Das sagt jetzt eben Kaseyen. Nein, manche... Senat, willst du helfen, der als Ibn Kassir? Senat, bist du höher als Ibn Kassir? Diese Vers ist eindeutig. Diese Vers ist eindeutig. Und manche kommen von der Mehrheit. Und es gibt nur einen Gott. Senat, bitte. Bist du höher als Ibn Kassir, der uns sagt, Allah zeigt sein Schienbein? Ibn Kassir kann auch Fehler machen. Das ist kein Problem. Ah, ein kleiner TikToker, wie du sagst, zu einem großgelehrten Ibn Kassir kann auch Fehler machen. Also erwarte ich nicht, was er nach Ibn Kassir zeigt. Du, Mann, kannst du den Vers volllegen? Das ist das gerade dein Ernst, Senat? Das ist mein Ernst. Ibn Kassir, ich nicht Fehler kann. Genau wie Hansi. Sobald es problematisch wird, Ibn Kassir ist auf einmal ein Idiot. Merkt ihr das, ihr Lieben? Nein, ich bin nicht Idiot. Er ist nicht Idiot. Okay, du stehst in der Beweist. Ich beweist, Senat, beweist du uns, dass Ibn Kassir ein Idiot in dem Moment war, als er den Tafsir gemacht hat. Bitte. Der Prophet sagt, jedes Kind von Adem kann Fehler machen. Oh, gut, alles klar. Wieso nimmst du dann noch von ihm, wenn er Fehler gemacht hat? Wenn er einmal Fehler macht, bedeutet das nicht, dass er immer Fehler macht. Ja, aber wenn er fehlerhaft ist, dann kann er dich doch in die Irre führen. Deswegen sagt Jesus Christus, kann ein Blinder einen Blinden führen? Nein, beide fallen in die Grube. Wenn er Fehler gemacht hat, dann kann er auch seine Fehler lernen, Amir. Okay, dann bist du der Beweispflicht, um zu zeigen, wo hat er hier einen Fehler gemacht. Los. Lies mal den Vers, dann wirst du verstehen. Senat, beweist mir, wo Ibn Kassir in dem Vers einen Fehler gemacht hat. Weil er zitiert die ganzen Zahava. Hör auf damit, Mann. Hier ist die Rede, und manche Schienbeine werden blöd. Und wenn ihr sagt, Allah, und manche Schienbeine, das bedeutet, warte mal. Wo manch ein Schienbein, so manch ein Schienbein. Nicht manches, so manch, so manch ein Schienbein. Du musst den Text, du verfällst sogar deinen eigenen Koran, Mann. Warte mal, warte mal. Es gibt Sübalee, warum... Das gibst du dich nicht, Senat? Lass mich aufsprechen. Der Prophet sagte, am Yohm al-Qiyamah werden manche Leute knien, beten vor Allah, aber sie können nicht. Und Allah wird... Okay, hab ich's verstanden. Aber jetzt bleiben wir bitte bei Sura 68, Vers 42. Allah wird sein Schienbein zeigen. Ja, zeig mal den Vers, komm. Ich bitte dich, schlag auf. Sura 68, Sura al-Qalam, Vers 42. Ich hole jetzt die Koran. Bleib mal, Mann. Ich bleib hier. Stand by me, stand by me, in the night, let's go. In the land, let's go. Ah, da bist du ja wieder, okay. Ich suche Nummer mal, das ist Al-Qalam, das ist... Al-Alam, Sura 68, Vers 42. Da manch ein Schienbein entblößt wird, und sie auch wollen werden, sich ein Weg lieber zu werfen. Möcht ihr Vers nochmal? Sura 68, Vers 42. Möcht ihr Vers nochmal? Aber hör mal bitte gut zu. Am Tage, wenn die Beine entblößt werden, die Beine... Von wem? Mehrheit. Von wem? Es gibt nirgends Allahs Beine. Nochmal. Am Tage, wenn die Beine entblößt werden, und sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Okay, von wem wirst du dich anbeten, niederwerfen? Warte. Genau, von wem? Richtig. Ja, von wem? Von wem? Aber hier... Von wem wirst du dich anbeten, niederwerfen, Senat? Jetzt hör mal zu. Nur nochmal, ich lese nochmal vor, damit du verstehst. Damit du verstehst. Ja, lass mich zusprechen. Lass mich zusprechen. Von wem aus Allah wirst du dich anbeten, niederwerfen? Aber hör mal zu. Am Tage, wenn die Beine entblößt werden, und sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen, werden sie es nicht können. Ja, genau. Werden sie es nicht können. Genau, und jetzt müssen wir den Tafsir lesen, für die bessere Erklärung. Werden sie, es geht um die Menschen, nicht um Allah. Nein, das ist Allahs Schied, weil alle sagen das. So, es geht um Allahs Schied, Leute, die haben ein riesen Problem mit seinem Islam. Seht ihr, ihr Lieben? Ja, guck mal. Ihre Blicke, hör mal zu. Ihre Blicke werden niedergeschlagen sein, und Schande wird sie bedecken. Hallo. Nein, sie waren bei dem ersten Satz bleiben, da manch ein Schienbein entblößt werden, und sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen. So, für das bessere Verständnis müssen wir jetzt den Tafsir von Ibn Kassir aufschlagen, weil er näher an Mohammed dran war. Was meint denn Allah hier in dem Vers? Guck mal, guck mal. Es geht weiter, denn sie waren vergebens aufgefordert worden, sich anbeten, niederzuwerfen, damals, als sie noch auf die Welt waren. Das bedeutet, die Menschen, die aufgefordert waren, zu kreaten. Der großgelehrte Senat hat gesprochen. Großgelehrter Senat. Ibn Kassir ist ein Idiot im Gegensatz zu Senat. Du manipulierst den Vers. Okay, schlag mal bitte Sayybukhari 7439 auf. Da ist der Kontext der Geschichte. Ich hab Sayybukhari nicht an. Schlag mal bitte Sayybukhari 7439 auf. Bei Allah steht der Tafsir vor. Ich höre, bei Allah steht der Tafsir vor. Ich lüge dich an. Hallo, du hast nicht den arabischen Tafsir, du kannst kein Arabisch. Okay, hör mal zu der Tafsir. Mehr als eine Milliarde Muslime auf dieser Erde werfen, sich vor Allah anbeten, aber viele von Menschen haben es abgelehnt. Es geht um den Menschen. Es geht um den Menschen. Es geht um Allahs Schienenbein. Soll ich das bewaltigen, Senat? Nein. Du kommst um diese Sache nicht herum, Senat. Du kannst noch so sehr deine verfälschte Tafsir da lesen, die dich einlullen und dich anlügen, weil du kein Arabisch sprichst. Für das bessere Verständnis musst du sein falsches Auflagen. Senat, Senat, ein letztes Mal, du raubst mir meine Nerven. Möchtest du den Kontext von Sura 68, Vers 42 wissen? Ja oder nein? Du wolltest jetzt nicht mehr, dass es dein Grund in die Hälfte ist. Senat, du musst ehrlich sein. Du musst ehrlich sein, ehrlich mit deiner Religion umgehen. Es bringt nichts davon. Missinterpretierst, das falsch interpretierst, damit du dich wohlfühlst, um weiter im Islam drinnen zu bleiben. So kannst du doch nicht vorgehen. Ich habe dir das mit Tafsir auch bewiesen, Amin. Nein, du hast überhaupt nichts bewiesen, Mann. Weil der Kontext der Geschichte in Saibuch Ali 7439 ist. Amin, siehst du, es geht um die Menschen und nicht Allahs Schienbein. Es geht um Allahs Schienbein. Sag mal, du jetzt ehrlich, lass ich dir eine Frage stellen. Ja warte, wir sind noch nicht mal fertig mit diesem einen Thema. Du lügst uns die ganze Zeit an. Ich sage zu dir, ein letztes Mal, schlag bitte Saibuch Ali 7439 auf. Komm mir nicht mit diesem Hirn gewaschen Tafsir an. Das ist lächerlich, Mann. Schlag den arabischen Tafsir von Ibn Kassir auf. Dann siehst du, dass Ibn Kassir sagt, ja, Allah hat ein Schienbein. Wir sagen doch, aber in dem Vers geht es nicht um Allahs Schienbein. Doch, es geht um Allahs Schienbein. Die Großgelehrten sagen, ja, Allah hat ein Schienbein. Ja, er zeigt sogar sein Schienbein. Großgelehrte. Eindeutig, eindeutig, am Tage werden die Beine mancher entblüßt werden. Mancher, aber wird nicht mancher. Nicht mancher, sondern manch, ein Zahl. So manch ein Schienbein. Die Beine, nicht der Bein. Die Beine ist mehr. Senat, hör auf damit. Ich bin hier gerade wieder geschlagen worden. Er wartet, der Urbau, Urbau an. Ich bin hier, ich mache jetzt auf, ich mache jetzt auf. Er will das nicht machen, der will es enttäuschen. Ich mache Tafsir auf, ich mache Bukhari auf. Senat, kein Problem, wir bringen dir deine Religion heute bei. Das ist unglaublich, was du machst, Senat. Unglaublich. Unglaublich. Du bist bereit, so zu lügen, nur damit du im Islam drin bist. Das ist geisteskrank, Mann. Amen, nein. Nein, Amen. Natürlich, du bist bereit, für uns allen zu lügen, obwohl wir die Wahrheit kennen. Das ist krank. Nicht umsonst habe ich diese Wahrheit. Jeder zweite Billo kann sich schon ein Wahrheit wachsen lassen, Mann. Meinst du, das habe ich schon im Gelehrten, oder was? Das hat mir auch nicht Spaß gemacht. Ich habe gehört, dass der Prophet sagt, unser Gott, Allah, will, also wird sein Schienbein entblößen, Allah wird sein Schienbein, entblößen und die Gläubigen Menschen und Frauen werden sich anbetend niederwerfen. Die ist durch. Boom. Hast du gesehen, Senat? Wenn dein eigener Prophet das erklärt. Dein eigener Prophet ist ja jetzt auch Unwissen, oder was? Ich habe dir vorhin gesagt, Allah wird sein Fuß in die Hölle reinwerfen. Nein, nicht Fuß. Es geht um das Schienbein, Mann. Senat! Ja, Fuß hat doch ein Schienbein. Fuß hat ein Schienbein. Da oben steht Zuche 68, Vers 42. Bist du wahnsinnig, oder was? Warte mal, warte doch mal, warte mal. Was ist der Kontext der Geschichte zu Zuche 68, Vers 42, Mann? Amir, ich habe dir vorhin gesagt, bevor... Leute, das ist Wahnsinn. Schaut euch das mit einem vor seinen Augen und ihr lügt weiter. Ich lüge nicht. Du verstehst nicht, ich lüge nicht. Ich habe dir vorgelesen aus dem Buch, original. Da ist der Kontext, Mann. Das ist dein Prophet, der redet. Ich habe dir gesagt, Allahs Schienbein ist über unsere Vorstellungskraft. Okay, aber du hast geleugnet, dass Zuche 68, Vers 42, um das Schienbein von Allah geht, du Lügner. Weil Allah die Menschen aus der Hölle rausnehmen... Lass mich aussprechen. Weil Allah die Menschen aus der Hölle holen wird, werden sie sich vor Allah niederwerfen. Aber Allah hat seinen Fuß in die Hölle reingesteckt. Das stimmt. Das ist doch eine ganz andere Geschichte. Das ist Saiburadi 4848, wo Allah seinen Fuß in die Hölle setzt. Das kennen wir alles. Wir konzentrieren dich zum gleichen Thema, Amir. Senat, konzentriere dich bitte auf das Schienbein von Allah zum Kontext in Zuche 68, Vers 42. Du hast gesagt, nein, Allah wird nicht sein Schienbein zeigen. Wir sagen, ja, weil dein Prophet das uns so sagt. Was machen wir jetzt? Senat glauben oder Mohammed? Amir, ich bin mal ehrlich. Ich habe nochmal gesagt, Allah wird seine Fuß in die Hölle rein machen, damit die Menschen... Das habt ihr doch verstanden. Das ist Saiburadi 4848. Okay. Und als Dankeschön werden die Menschen niederfallen vor Allah, als Dankeschön. Aber das verstehst du nicht. Amir, darf ich hier was fragen? Nein, du hast geleugnet, dass Allah ein Schienbein hat, Mann. Nein, ich habe nicht geleugnet. Ich habe gesagt, über deine Vorstellungskraft, Amir. Nein, aber du hast geleugnet, dass das Suche 68, Vers 42 nicht Allah Schienbein ist. Richtig? Ich habe hier gesagt, so manche Leute, es geht um Niederrassen hier. Du siehst du, dein Prophet erklärt es doch gerade. Dein Prophet hat es dir doch gerade erklärt, Mann. Boah. Nein, nein, nein. Amir, darf ich ihm was fragen? Das ist unglaublich, Mann. Senat. Ich lönne dir nicht Allahs Schienbein und so weiter und so fort, aber ich über unsere Vorstellung habe. Okay, aber das ist der Kontext zu Suche 68, Vers 42. Manch ein Schienbein ist Allahs Schienbein. Manch ein Schienbein ist Allahs Schienbein. Manch ein Schienbein ist Allahs Schienbein. Muss ich mich 8 Millionen mal wiederholen, damit das in dein Gehirn reingeht oder was? Was heißt Laysseke Misstehichey? Was heißt das? Okay, haben wir verstanden. Mein Schienbein ist nicht das Schienbein einer Ameise. Mann. Ja, was willst du nicht? Okay, kann mir eine Ameise vorstellen, wie deine Schienbein aussieht? Oh, ey, der ist heftig, der Typ. Senat, mein Schienbein ist nicht wie das Schienbein von einem Elefanten. Okay, das habe ich verstanden. Allahs Schienbein ist nicht so wie unser Schienbein, aber er hat trotzdem ein Schienbein. Und die Muslime werden sich anbeten, vor dem Schienbein niederwerfen. Er hat also ein physisches Schienbein, was die Muslime sehen. Okay. Jesus hat doch auch Schienbeine, die werfen sich vor Jesus nieder. Jetzt kommst du auf einmal mit Jesus. Jesus wurde ein perfekter Mensch. Allah ist ein Lego-Bausatz. Jetzt lass mich dir Fragen stellen. Hast du das jetzt verstanden, Senat? Ich leugne nicht Allahs Schienbein und Allahs Füße. Warum hast du gerade gelogen vor 700 Leuten? Warum lügst du über deine eigene Religion? Warum lügst du über Sura 68, Vers 42? Ich habe auch nicht gelogen, Ado. Du hast gelogen für uns allen. Vor allem bleiben, dass du gelogen. Weil du dich deiner Religion schämst. Amir, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Nein, Amir. Manche Schienbein, damit ist doch nicht Allahs Schienbein gemeint. Auf einmal sein eigener Prophet ist begrebt. Nein, es geht um die Menschen, aber Allah wird seine... Schon wieder, siehst du, der Typ hat das Hose und sagt schon wieder, es geht um die Menschen. Das ist krank. Das ist krank. Das Amir, das ist krank. Egal. Urba, 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 bitte. Sayybukhali 7439, da wird es nochmal gefolgt. Jetzt muss ich Frage stellen. Jetzt muss ich Frage stellen. Warte, bitte. Warte, bitte. Jetzt stelle ich Frage. Warte, ganz kurz. Warte, bitte. Wir müssen dich beim Lügen ertappen zählen. Nein, ich habe nicht gelogen. Bei Allah, ich habe nicht gelogen. Das ist ein Taqiyah-Woll, wir kennen dich. Guck mal, hätte ich gelogen, hätte ich nicht meine Kamera angemacht. Doch, du hast gelogen. Du hast bei Allah nicht gewohnt und gelogen. Bei Allah, ich habe nicht gelogen. Du hast gesagt, das ist nicht Allahs Schienbein. Und wir sehen, das ist Allahs Schienbein. Und im Vers gibt so manche Menschen, die sich niederwerfen wollen, um den Menschen gesetzt. Aber hast du uns allen gesagt, das handelt sich in Allahs Schienbein, Mann. Jetzt warte mal zu. Warum bügst du hier vor uns so vielen Leuten? Nein. Lass mich jetzt aussprechen. Willst du mich aussprechen lassen? Ich will dir auch was fragen. Nein, ob ich das nicht sagen kann. Jetzt ist er rausgegangen. Guck mal da. Mir, Amir, wollte ich ihm was fragen. Weißt du, was ich ihn fragen wollte, Amir? Er hat doch gesagt, Allah setzt seinen Fuß in die Hölle. Und Allah sagt aber auch, er wird die Hölle mit Menschen und Jinn erfüllen. Was ist jetzt sein Fuß? Mensch oder Jinn? Ja, aber ehrlich. Nein, er wird den Fuß über die Hölle setzen. Über die Hölle. Aber er hat ja gesagt, er setzt ja in die Hölle. Egal. Okay, danke dir. Amir, weißt du? Warte mal, Amir, eine Sache. Weißt du, dass das dir überhaupt keinen Sinn macht? Das haben wir ja beide mitgekriegt. Weißt du, wie dieser Hadith Sinn machen würde? Wenn du statt Allah Jesus schreibst. Weil wie werden die Menschen das Bein von Jesus erkennen? Ja, weil das durchstochen ist. Ja, sowieso. Ja gut, nicht das Schienbein, sein Fuß wurde durchstochen. Genau, genau. Er blöste ja sein Bein. Also nur wenn du Jesus schreibst, würde es Sinn machen. Und gestern habe ich in meinem Live den Hadith gezeigt den Leuten, dass man Mohammed liegen gelassen hat, drei Tage, weil man dachte, er wird auferstehen. Kennst du das? Ja, ja, habe ich gesehen. Aber er ist in seinem Grab geblieben. Ja, ja. Genau, und dann hat man gesagt, er ist ja nur ein Prophet wie alle anderen. Aber wenn die nicht an die Kreuzigung von Jesus geglaubt haben, warum haben sie dann gedacht, er wird in drei Tagen wieder auferstehen? Ja, heftig, ne? Ja, weil die erste Generation der Sahaba haben alle an die Kreuzigung geglaubt. Das können wir durch solche Hadithe sehen. Weil sie selber dachten, Mohammed wird nach drei Tagen auferstehen, obwohl angeblich niemand gekreuzigt wurde. Das macht ja alles keinen Sinn. Ja, ja. Na gut. Das sind Hadiths, Leute. Ja, Gottes Segen. Wenn ihr wollt, zeige ich euch später dann. Bis dann. Ciao. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Ey, wie heftig. Vor euren Augen. Ich sage zu ihm, ey, auf zu lügen, Mann. Wieso musst du denn lügen, um deine Religion zu verteidigen? Mit Lügen? Steht dein Prophet, erklärt es doch. Eben Kassir, er zitiert doch deinen Propheten. Eben Kassir kann auch Fehler machen. Genau wie Hansi und diese ganze Bande. Sobald es problematisch wird, Eben Kassir ist ein Idiot. So wie er sagt, dass Frauen Spermien haben. Eben Kassir ist auf einmal ein Idiot. Das macht Fehler. Wahnsinn, ey. Unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Hi, Armin. Hallo, mein Lieben. Über Gott segne dich und deine Familie. Den geht es deinem Bruder Rieser. Den geht es wundervoll. Den geht es in deinem Bruder. Nee, nee, ich gehe nicht persönlich. Achso, ja, okay. Früher war ich 20 Jahre. Ah, wundervoll, sehr gut. Ja, da war er noch auf einer anderen, ganz andere Schiene mit mir zusammen. Ganz andere Schiene, ja. Aber kannst du Arabisch, Armin? Nee, leider nicht. Okay, warum willst du jemanden erklären? Ja, ich kann Arabisch. Warum willst du jemanden erklären, der Arabisch kann und du kannst kein Arabisch und jemanden erklären, was da im Koran steht, wenn ich fragen darf? Der konnte doch gar kein Arabisch, das war ein Roma. Nee, nee, ich rede nicht von dem Vorgänger von mir, sondern ich rede allgemein. Du sprichst ja mit vielen, die Arabisch sprechen können. Ja, ich verlasse mich auf deine Muslime, die die Seiten übersetzen, oder? Oder kann man euch nicht vertrauen? Aber warte mal, wer übersetzt diese Seiten in Deutsch? Das sind Muslime. Ja, warte, ich habe jetzt eine Frage. Was heißt, was heißt Bein auf Arabisch? Sarg. Nein, Raja, Rijal. Ja, aber Schiene, was ist das Schienebein? Nein, ich habe dich gerade gefragt, was heißt Bein? Ja, aber du hast gesagt, was habe ich gesagt, habe ich gefragt nach Schienebein oder Bein? Ist ja kein Problem, was wird dort gesagt, ist das Allahs Bein oder was ist das? Warte, ganz kurz, darf ich erst mal meine Frage, du hast geantwortet, du hast gesagt, sag ist aber Schienebein. Das ist ja Sarg, was bedeutet denn Sarg? Siehst du, jetzt komme ich zur nächsten Frage. Den kannst du bitte antworten, was bedeutet Sarg? Es gibt Wörter, guck mal, es gibt Wörter im Arabischen, die hast du im Deutschen, hast du... Amal, du hast mir bitte antworten, Amal, das bedeutet Sprache. Guck mal, es ist ein Dialog, kein Monolog. Was habe ich gesagt, Sarg, was bedeutet Sarg? Aber ich habe dich gefragt, Bein, du hast gesagt Schienebein. Was bedeutet Sarg in dem Hadith? Nicht in dem Hadith, in dem Ayat al-Quran. Okay, was steht da für ein Wort? Das steht Sarg, genau, richtig. Ja, auf Arabisch, auf Arabisch. Das ist unglaublich. Wahnsinn, ey, das kannst du keinem erzählen. Da habe ich doch gesagt, Sarg bedeutet Bein. Da manch ein Schenkel oder Bein oder was entblößt wird. Ja, und sie aufgefordert werden sich anbieten. Ich habe doch recht. Es ist doch nicht mehr normal, einfach nicht mehr normal. Ich kann das alles nicht mehr. Da will der mir, ich kann nicht mal Arabisch, aber ich kenne das arabische Wort, was im Koran verzeichnet ist. Sarg. Ja, die Gelehrten sind doch auf meiner Seite. Ihr habt ein Problem mit Allah und seiner physischen Form. Ja, und viele Muslime verlassen weltweit den Islam aufgrund dieser ganzen Tatsachen. Das ist ja unglaublich. Mach mal, mach mal bitte. Bitte. Das war zu heftig. Mach mal. Du lachst genau wie dein Bruder. Ja, das ist heftig. Mach mal. Ich sage es dir, Allah benutzt das Wort Sarg. Nein, 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 du hast keine Antwort. Nein, nein, ich habe dich gefragt, was heißt Bein. Mach mal, bitte. Der Allah in dem Vers... Was heißt denn Bein auf Arabisch? Ich weiß nicht, was Bein bedeutet, aber ist das Sarg? Was bedeutet Sarg in dem Vers? Nein, ich habe dir gerade gesagt, was heißt Bein auf Arabisch? Du kannst nicht antworten, also bist du nicht befugt, darüber zu reden. Aber ich habe dir doch gesagt, was der Vers bedeutet. Du hast mich zugestimmt. Nein, meine Frage war was anderes. Du redest über den Vers. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich dir sage... Oma, vor fünf Minuten hast du doch gesagt, dass Sarg wirklich Bein bedeutet. Ich habe dir... Ich habe... Nein, ich habe dir gesagt, was heißt Bein, dann hast du gesagt Sarg. Und das ist falsch. Okay, was bedeutet Sarg? Was bedeutet nochmal Sarg? Ja, aber siehst du, guck mal, du kommst direkt mit einer Gegenfrage. Ich frage dich doch erstmal. Antworte mir doch erstmal meine Frage. Kommst du an, nein? Ich habe dir gesagt, ich weiß nicht genau, was für ein Wort das ist, aber Sarg bedeutet in dem Freas mein Bein. Meine ich Reza, ich wechsle dich mit deinem Bruder. Amir, ist nicht schlimm. Bald kommen sie, ist nicht schlimm. Es gibt so eine Rukia, kennst du Rukia, ne? Ja, lass mich eine Rukia mit dir machen, bitte. Nein, ich mache mit dir Rukia, Amir. Ich habe dir gesagt, ich kannte deinen Bruder vor über 20 Jahren. Ganz ehrlich. Ich mache Rukia mit dir. Nein, lass mich Rukia mit dir machen, auch mal, bitte. Bitte. Ist dein Bruder immer noch viel Mais? Mais? Ja. Ich weiß nicht, ob mein Bruder viel Mais ist. Ja, ja, lach, lach. Du weißt nicht genau, was ich meine. Ich habe keine Ahnung, was du weißt. Amir, guck mal. Amir, guck mal. Du versuchst immer zu hetzen, ne? Nein, der auch. Warum bringst du den Leuten... Warte ganz kurz. Warum bringst du den Leuten nicht deine Kernlehre bei? Mache ich doch die ganze Zeit. Wir reden über alle Themen. Du siehst, wenn Muslime reinkommen, müssen wir halt über diese Themen reden. Amir, ich habe dich, wenn du anfängst, deinen Stream zu machen, ich habe dich beobachtet, ich bin das erste Mal bei dir oben. Du fängst, 95% an, sprichst du über den Islam. Das stimmt nicht. Was heißt das? Das heißt, du... 50-50 immer. Sowohl über den Herrn als auch über den Islam. Amir, 95%, das heißt, du bist in Argumentationsnot, musst von deiner Falschheit ablenken und die Wahrheit bekämpfen. Dankeschön, dann ist Allah in seiner Falschheit bestätigt, weil er redet in fast jedem zweiten Satz im Koran oder jede zweite Seite über die Juden und Christen. Wie schlecht sie sind, was schlechte Geschöpfe sie sind, siehst du, mit deinem eigenen Kriterium, dein eigenes... Aber Amir, Amir, wie kam... Amir, du bist Jesus an, ne? Heftig, mit deinen eigenen Worten hast du deinen eigenen Gott und deine eigene Religion verwendet. Amir, ich habe nichts gesagt, Amir. Fast jede zweite Seite über Juden, Christen und Andersgläubige. Heftig, ne? Warte ganz kurz. Amir, darf ich auch mal was sagen? Guck mal, Amir, du betest Jesus an, ne? Und wir sagen Isa a.s. Du betest Jesus an, ne? Wie kann man Jesus anbeten, der von einer Frau auf die Welt gesetzt wurde? Wie geht das? Ja, wie kannst du Allah anbeten, der auf einem Thron sitzt? Wie ein Mensch? Nein, nein, du musst mir erst mal auf meine Frage antworten. Ja, ich gehe davon aus, bzw. die Heilige Schrift sagt mir, dass Gott, der Allmächtige, Mensch wurde. Und die Jünger in Matthäus 14, 33 warfen sich anbetend vor ihm nieder. In Johannes 20, 28 wirft der Jünger Thomas sich vor ihm nieder und sagt, Mein Herr und mein Gott, wer bin ich als kleiner Mann nach 2000 Jahren, der sich nicht anbetend vor meinem Herrn Jesus Christus niederwerft? Wenn sie ihn als wahrhaftigen Gott erkannt haben und mein Herr Jesus Christus den Tod besiegt hat. Amen. Heftig, ne? Ja, und das heißt, ich könnte ja x beliebige jede Menschen anbeten, weil Jesus war ein Mensch für dich. Oh Mann, bitte, ich kann nicht mehr, ich kann das alles nicht mehr, bitte. Ja, du kannst nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, nein, 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 bitte, ich kann das nicht mehr. Kein. Es ist wieder ein Kuffar, Kuffar! Immer ist ein Kuffar, Kuffar, Kuffar! Immer ist ein Kuffar, ja? Ja, es kann so keine, wird sie. Kuffar, Kuffar! Das ist halt genug. Ach, Trauerfeier, okay. Ja, okay, lass uns mal, wo kann man das denn abspielen, die Trauerfeier? Trauer... Feier... Trauerfeier rufen. SWR Online, okay. Deutschland trauert. Trauert. SWR Online, okay. Trauerfeier rufen. SWR. Vor 42 Minuten. Im Livestream. Und ich bleib in dir, es ist egal, was sich ändert, wir sind immer noch Bier, auch wenn keiner uns findet, bleiben wir, bleiben wir ewig. Ich komm jetzt gleich wieder. Ja, das ist so heftig, wie nett die Menschen zu mir sind, ne? Unglaublich. Ich bemerke das immer und immer wieder, obwohl ich so aussehe wie der letzte Kanake so, ne? Und so. Trotzdem sind die voll liebevoll zu mir, ich weiß nicht. Das ist echt heftig. Wahnsinn. Ich bin immer wieder erstaunt. Natürlich gibt's hier und da mal natürlich negativ Beispiele, aber im Grunde genommen... Vielleicht liegt das an meiner Auge oder sowas. Keine Ahnung. Genau, das kann sein, ja. Mein Essen kann das eventuell sein, ja. Ich glaube aber auch, sobald ich anfange zu reden, die Leute fühlen sich dann direkt vertraut. Die denken so, ah, der ist ja schon ganz lange hier. Also wenn ich meine Augen schließen würde und ihn sprechen höre, dann ist der ist ja deutsch, der Typ. Der ist ja mehr deutsch als wir. Dieser Doktor Scherauami ist ja mehr deutsch als die Deutschen deutsch sein können. Wahnsinn. Möge der Herr der Familie von Hoven Kraft, Trost und Liebe schenken in dieser schwierigen Zeit und sie begleiten. Aber auch die Kinder in Palästina und Israel und auch die Familienangehörige dieser Menschen sollen getröstet werden vom Herrn Jesus Christus und aufgefangen werden in Liebe. Mögen alle Menschen, die unschuldig gestorben sind, aber auch alle Menschen, die sterben. Möge der Herr Jesus Christus uns... Ja, oder möge der Herr Jesus Christus diese Menschen segnen und ihnen helfen bei ihrer schwierigen Zeit. Amen. Hallo, meine liebe Gott segne dich und deine Familie. Ja, Gott segne dich auch, Amir. Ich wollte dir nur sagen, hast du das schon gelesen? Die Nachricht ist ganz neu. Dieser Salafisten-Prediger El Aziz auf TikTok, der mit dem Bart da... Kennst du ihn? Meinst du Abul Bara? Ne, der andere Eban El Azazi. Nicht der Abul Bara? Ja, Abul Bara. Ja, Ibrahim. Ibrahim. Genau, Ibrahim, der ist jetzt in der Welt, also Schlagzeile auf x Twitter, der soll seine Frau vergewaltigt haben, steht jetzt vor Gericht und wird beobachtet. Boah, heftig. Ja, authentischer Moskler, ne? Ja, also man kann's... Ich hab das mal auf meinem Profil gepostet. Es ist echt übel, was die Welt schreibt, was er mit seiner Ehefrau gemacht hat. Also er lehnt ja die Gesetze ab und richtet sich ja nach dem Koran und wenn man da so liest, was er alles gemacht hat mit seiner Frau... Warte mal, lass mich kurz eingeben. Einen Moment, warte mal. Ja, gib mal ein. Ibrahim Azazi, Frau. Ja. Warte mal. Verfassungsschutz, Series oder festliche Netzwerke. Ibrahim Azazi, Abraham, Ibrahim, Biografie. Wie heißt denn die Überschrift davon? Geh mal auf Weltinvestigativ. Also ich weiß nicht, ob du Twitter hast, also x. Da steht der Link bei Tim Rhön. Ja, auf x und dann geh mal auf Tim Rhön. Äh, Tim Rhön? Rhön, Tim und dann RÖHN. Rhön, Tim Rhön, aha. Ja. Tim Rhön. So, dann suchen wir mal. Erzähl. Rhön. Ja, der hat so einen blauen Haken, ne? Genau, das ist der, ähm, Chefreporter von der Welt, aber der recherchiert immer sehr, sehr gut, kann nicht jeden nur empfehlen. Ja, ich hab's nur gesehen. Ja, ja, hier. Salafistenprediger soll seine Ehefrau, Sergei, ja. Und da kann man den Artikel anklicken. Ist echt heftig. Also ich kann's nicht laut vorlesen. Es ist so heftig, was er gemacht hat. Wahnsinn, Salafistenprediger soll seine eigene Ehefrau vergewaltigt haben. Von Ulrich Kretzer. In der Szene der salafistischen Influencer gehört Ibrahim El-Azazi zu den Stars. Auf der Social Media Plattform TikTok zählt der selbsternannte Gelehrte mehr als 100.000 Follower. Die YouTube-Videos des in Gelsenkirchen gemeldeten Mannes erreichten laut Inlandsgeheimdienst mehr als 10 Millionen Aufrufe. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz warnte in einem jüngst erschienen Lagebild Islamismus das extremistisch-salafistische Spektrum den Boden für Radikalisierungsprozesse. Die Szene eröffnet zudem ein Rekrutierungspotenzial für anschlagsbereite dschihadistische Gruppen. Die sozialen Medien spielten bei der Verbreitung salafistischer Botschaften eine zentrale Rolle. El-Azazi gehöre zu den wichtigsten Akteuren der Szene. In seinen Ansprachen fordere er eine Abgrenzung von Muslimen gegenüber den Kuffar-Ungläubigen. Offenbar um neue Anhänger zu gewinnen, pflege er zudem Kontakte zu kriminellen Clanangehörigen. Der baden-wurtenbergische Verfassungsschutz attestiert El-Azazi, das gesamte salafistische Agitationsfeld zu bespielen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau lehne er ebenso ab wie menschengemachte Gesetze. Zur Rolle von Frauen sagt der 27-Jährige in seinen Kurzclips, sie würden im Islam behütet und beschützt. Zu den Pflichten des Ehemanns gehört es, dass, wenn er sie schlägt, dass er sie nicht ins Gesicht schlägt. Nun steht der salafistische Propagandist mit den ägyptischen Wurzeln vor Gericht, wegen Körperverletzung und sexuellen Missbrauchs. Die Essener Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine nach islamischen Ritus angetraute Ehefrau geschlagen und vergewaltigt zu haben. Eine Sprecherin des Landgerichts Essen bestätigte auf Anfrage von Welt, dass El-Azazi die Geschädigte, so heißt es im Amtsdeutsch, im November 2021 mit einem sogenannten Kubotan, einem kurzen als Schlüsselanhänger konzipierten Stock, der üblicherweise als Schlagverstärker eingesetzt wird, an der Hand verletzt haben soll. Bei anderer Gelegenheit habe er sie am Hals gewürgt, sodass sie für circa eine Minute keine Luft mehr bekam. Im Februar 2022 soll El-Azazi gegen den Willen der Frau mit seiner Hand in ihre Vagina eingedrungen sein. Anschließend habe er sie vergewaltigt. Rund zwei Wochen danach entkleidete El-Azazi die Frau laut Anklage gegen ihren Willen und missbrauchte sie erneut. Ein Ermittlungsrichter erkannte in der Sache einen dringenden Tatverdacht. Aufgrund eines Haftbefehls vom 29. Februar kam El-Azazi in Untersuchungshaft. Erst am ersten Verhandlungstag vor dem Landgericht Essen... Deswegen saß der Typ die ganze Zeit in Untersuchungshaft. Ich dachte die ganze Zeit, was ist denn in Untersuchungshaft, Mann? Er hat einfach seine Frau... Unfassbar, ich bin am Ende fix im Pferd. Ja, aber das kennt ihr doch von einer anderen Person, die Safiya auch am gleichen Abend Evis schon was getan hat. Kennt ihr diesen jemanden, der die gesamte Familie dieser Frau weg in die Ewigkeit geschickt hat? Und Abu Ayyub vor dem Zelt warten musste? Während er die Frau... Ihr wisst ganz genau, wer sein Vorbild ist. So sieht's aus. Ja, Amir, ich wollte dir das mal sagen... Oh, Alter, sein Vorbild so was getan hat! Warum sollen die Muslime das nicht selber machen? Amir, weißt du... Amir, weißt du, was ich so schlimm finde? Dass er so viele Follower hat. Ich finde das entsetzlich, ich finde das beängstigend. Das ist der Staat schuld. Der Staat ist daran schuld. Und die hätten sofort dazwischen gehen müssen, dass denen überhaupt alle Accounts, ihre Reichweite überhaupt gar nicht vergrößert werden könnte. Durch TikTok ist das ja alles so passiert. Dass sie immer mehr Menschen erreicht haben und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir den Schlamassel, ja. Also ich finde, sowas müsste jeder... Also diese Schlagzeile müsste jeder auf seinem Profil mal posten. Dass das wirklich die Runde macht, ne? Dass man davor auch warnt. Okay, Amir, ich geh dann mal wieder runter. Ich wünsch dir Gottes Segen. Pass auf dich auf, Amir. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Ja, tschüss. Ja? Moin, moin, meine Schubbläse. Hallo, mein lieber Gott. Segen Sie sich für deine Familie. Alles gut bei dir. Schon du da? Ja. Kannst du mal den Christen sagen, dass du sie liebst in dem Kommentarbereich? Hm. Darf ich das? Ich weiß nicht. Also wir dürfen zu dir sagen, dass wir dich lieben. Ja, ich mag dich auch. Ja, was ist mit meinen Geschwistern hier? Hm, hm. Da musst du überlegen. Da musst du doch überlegen. Ja. Liebst du denn nicht alle Menschen? Nicht alle Menschen. Warum denn nicht? Liebst du dein Sein? Du sollst ja nicht ihre Sünde lieben. Du sollst den Menschen lieben. Liebst du dein Sein? Ja klar. Bitte? Cool. Cool? Yeah. Was hältst du denn von dieser Nachricht, dass der scherende Schwein von Ibrahim seine Frau vergehr? Ja. Ich hab hier echt noch nicht durchgewiesen. Aber wenn es stimmt, dann ist es nicht so gut, ne? Das ist heftig, ne? Aber weißt du was das krasse ist? Jetzt verurteilen die Muslime so ein Verhalten. Aber verstehen dich, dass ihr eigenes Vorbild Saphir am gleichen Abend genauso mit dir gemacht hat? Oh nein. Aber ich hab eine Frage. Was nein? Was nein? Was meinst du mit nein? Ja, ich mein oh nein. Also auf schlimme Basis. Ach so. Oh nein, ja. Ja, ich hab eine Frage. Ja, du bist doch der Moslem. Was hältst du denn von deinem eigenen Vorbild? Ja, das ist nicht mein Vorbild, aber finde ich nicht so gut. Aber ist nicht dein Vorbild? Nein. Also Mohammed ist nicht dein Vorbild? Ach so nein, nein. Nein, ich dachte du meinst diesen... Sag bloß du bist auch im Bett und bist mit dir selbst am Spiel. Nein, nein. Ich dachte du meinst diesen Chef. Das kann ich wahr sein. Die liegen alle im Bett und sind mit sich selbst am Spiel. Das ist unfassbar, Mann. Okay, ich hab eine Frage. Ja. Muss man im Christentum die Person heiraten, die die Frau vergewaltet hat? Nein, kannst du gar nicht. Nein? Du beziehst dich auf einen Text im Alten Testament, dass der, ähm, dass derjenige, der zum Beispiel, der Herr hat ja eine Anordnung angegeben, dass diejenige, die damals von irgendjemandem, hä, bei Beischlaf gewohnt hat, dass die Menschen nicht einfach abhauen und der Typ machen kann, was er will. Der muss dem Vater Entschädigung geben und er muss diese Frau sogar noch heiraten. Verstehst du? Der kann nicht einfach abhauen. Dann geht es nicht um Verge, du weißt schon was. Ja. Denn Unzucht wird ja mit dem Tod bestraft im Alten Testament. Ja. Du darfst nichts aus dem Kontext sein. Du musst die Geschichten so lassen, wie sie sind. Der Herr hat sich ja was dabei gedacht, dass er das so gesagt hat. Ja. Oder beziehungsweise auch im Vater. Aber es kommt jedes Jahr an... Das Problem ist, das Heftige ist, der Allah in Sura 424 erlaubt sogar das Pferd von Frauen. Ja, in Sunan Abida'ud 2150 und 2155 ist der Kontext der Geschichte dort. Denn der Mohammed hat eine Expedition in Richtung Autars geschickt und haben die Feinde in Hunayn besiegt. Und dann haben sie die Frauen gefangen genommen und die Männer waren noch am Leben. Und dann haben sie Rasulallah gefragt, ja Rasulallah, sollen wir uns kastrieren? Wir wollen mit diesen Frauen auch schlafen. Und dann hat Rasulallah gesagt, nein, nein. Und dann kam der Allah mit dem erhabenen Vers. Verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von rechts wegen besitzt. Sie haben die Frauen vor den Ehemännern vergeben. Da siehst du mal das Ding, low class level Moral und Ethik des Gottes des Islams. Das ergibt doch keinen Sinn, weil die Person, die jemanden vergewaltigt, nein, ob ich das heute überhaupt sagen darf, aber die wird doch eigentlich bestraft. Nein, im Islam gibt es keine Bestrafung für ein Vergewalt, du weißt schon. Doch, 16. Nein, ganz und gar nicht. Der Allah erlaubt dir sogar Frauen zu, du weißt schon was, auf den Links zu schicken. Suche 24, Vers 33. Ne, da bin ich zu unwissend, bin ich da ehrlich. Ja, siehst du. Deswegen merkt ihr das, was ich dir gesagt habe. Setz dich mal bitte auseinander mit Suche 24, Vers 33. Das ist der Zuhältervers. Und Suche 4, Vers 24 in Kombination mit Sunan Abu Dawud 21, 55 und 21, 50. Das kann man sich leicht bemerken. Die Verse habe ich schon nicht gelesen, aber schaue ich mir an. Ja, genau. Sobald du dich damit beschäftigst, du wirst Schock bekommen und sagen, der Mohammed ist der Gründer der Vergewalt, du weißt schon was. Aha, okay. Kommt jedes Jahr ein neues Testament? Nein. Der Herr hat die Bibel abgeschlossen und der Herr hat das, was im Neuen Testament offenbart wurde, als die letzte Offenbarung gesprochen. So heißt es ja auch, denn Gott hat in vielerlei Weise und auf verschiedene Art und Weise mit den Menschen gesprochen und in der letzten Zeit, in der letzten Phase durch seinen Sohn, Jesus Christus, der weit überhabener ist als alle anderen, auch über die Engel. Verstehst du? Aber nicht, also alle Testamente sind berichtet über die Bibel. Nein, es gibt ein altes Testament, der alte Bund in Israel und den Völkern der damaligen Zeit. Und dann gibt es einen neuen Bund in den Heidenvölkern, uns allen in Jeremia 31, 31, den der Herr mit allen Heidenvölkern schließt. Und zwar durch sein Blut, das er für viele Menschen vergossen hat. Das findest du zum Beispiel in Matthäus 26. Ach so. Dies ist der neue Bund, den ich einläute. Und mein Blut wird vergossen für die Vergebung der Sünden, sagt der Herr, sinngemäß. Das alte Testament und das neue Testament sind ein perfektes Zahnrad, das in sich hineingreift. Verstehst du, wie sensibel ein Zahnrad ist? Genauso sensibel und perfekt ist das alte und das neue Testament, das miteinander verwurzelt ist. Das alte kann weder ohne das neue, das neue ohne das alte. Sonst verstehst du gar nicht die ganze Zusammenhänge. Was der Herr Jesus sagt, wer der Herr Jesus Christus ist und so weiter und so fort. Die Bibel ist das beste Buch der Welt. Das bestbezeugte Buch der Welt. Das bestüberliefertste Buch der Antike. Kein Buch kommt an das ran, was die Bibel vollbracht hat. Amen. Es transformiert wahnsinnige Menschen zu wundervollen Geschöpfen. 2. Korinther Kapitel 5 Vers 17 Bist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Siehe, das alte ist vergangen und das neue ist geboren. Oh. Ja, ich bin wirklich, ich bin ehrlich, ich bin noch zur Unwissen und zu diskutieren. Ja, merke dir einfach nur die paar Sachen, die ich dir gerade gesagt habe. Sondern Abu Dhabut 21,55 und 21,50 und Surah 4 Vers 24. Da findest du, weißt du ganz genau, was der Islam ist. Noch eine Sache, was du sagen möchtest. Und zwar hast du wahrscheinlich gehört, dass Anas Islam gesagt hat, dass du von ihm abbaust, oder dass du keine Diskussion mit ihm haben willst. Ich weiß nicht, wie oft wir das Thema denn noch durchgehen sollen. Ich habe doch vor 2000 Leuten gesagt, Anas, hör auf zu sagen, dass ich irgendwie Angst hätte oder so. Wenn ich nicht zu dir hinlaufen möchte oder du zu mir kommen willst, dann musst du das doch respektieren. Wenn du mit mir also ein Gespräch führen willst, so kannst du doch einen Livestream machen. Ich komme zu dir in deinen Livestream. Wo ist das Problem? Ja, aber Armin, das habe ich ja auch mit Irrfern gemacht. Es ist doch schön, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sagt, du willst doch mit mir reden, Mann. Oder willst du mit mir, weiß ich nicht, Schmink-Tutorials machen oder was? Oder sollen wir uns gegenseitig die Beine rasieren oder was? Was kannst du keinem erzählen? Ich nehme das gar nicht mehr ernst, Mann. Was willst du daraus machen? Willst du daraus Ex-Muslim trifft auf Muslim oder was? Der benutzt nur dieses Thumbnail von diesem, wie heißt der? Seinen Titel, ne? Von diesem einen, der im Rollstuhl sitzt. Wie heißt der nochmal der Typ? Auf dem Rollstuhl? Der so Millionen von Aufrufen hat und Millionen, der dieses Format gemacht hat. Ah, geil. Wie heißt der Typ nochmal? Der mit... Leeroy, Leeroy, genau. Leeroy Matata, oder wie der da ist. Hakuna Matata. Leeroy Hakuna Matata, genau. Dort ist ein Schaden, ey. Ja, der trägt zwar ein Kreuz, aber redet nie über Jesus. Das ist auch das Schöne. Das ist unglaublich, ey. Ja natürlich, der will ja keine Follower verlieren. Er will ja auch nicht seinen Sponsoren und Investoren, äh, äh, verärgern. Wenn er den Namen Jesus sagt und Jesus rettet. Ja, super, ey. Du bist die Samie. Das ist traurig. Ich hatte Millionen von Abonnenten und sag den Leuten nicht oder steht nicht zu seinem Glauben zu Jesus Christus. Das ist unfassbar. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Okay, Jundullah, merke dir das. Merke ich. Was nochmal? Warte sehen. Wenn was ist, kommst du wieder hoch, ja? Nein, wie heißt nochmal diese Verse? Äh, Sure 4 Vers 24. Ja, okay. Hast du? Ja, ja, hat's. Und schon dann Abu Dawud 21 55 und 21 50. Okay, lese ich mit euch. Okay, ich hoffe, du hast jetzt wirklich aufgeschrieben. Nicht nur einfach sagen, ja, was waren die Verse? Nein, nein. Sure 4 Vers 24 und... Nein, falsch. Sure 4 Vers 24 und das andere war... Abu Dawud 21 55 und 21 50. Okay, habe ich. Dankeschön. Okay, mein Wester. Gott segne dich. Wir lieben dich und wünschen dir natürlich, dass du zum Herrn findest. Ich liebe dich auch. Okay, tschau. So muss man die Muslime... So muss man die Muslime fangen, ne? Nur mit Liebe kommst du weiter. Da 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 da. All you need is love. Lalalala. Danke. Dankeschön. Ab und zu muss ich meine Gesänge machen. Auch wenn das den einen oder anderen nervt. Hallo. 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 Hallo, Gottes Segen, Amja. Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Hallo. Ich habe für dich einen besonderen Gast da. Ja. Es geht um das Thema mit diesem Schienbein, mit diesem einem, der vorhin da war und der das nicht zugeben wollte. Ja. Ja. Warte. Ja. Ja. Hallo ihr Lieben. Gottes Segen. Hier ist Mary. Ah, Mariam. Ja, hi, Amja. Hi, mein Lieber. Wo bist du, ey? Du bist ja verschollen, Mann. Wo warst du die ganze Zeit? Wo war ich die ganze Jahre? Das kann nicht wahr sein. Alle fragen, wo ist eigentlich Mary hin? Wo ist Mariam hin, Mann? Hallo ihr Lieben. Ne, ich habe so eine kleine Auszeit gebraucht, ja. Und viele Sachen haben sich in meinem Leben verändert. Natürlich in dem positiven Sinne und deswegen habe ich gedacht, ja, ich mache eine kleine Pause. Aber ich habe die ganze Zeit im Hintergrund nochmal alles mitverfolgt. Aber heute Morgen vorhin, ne, das hat mich ein bisschen so geärgert, weil ich wollte gerade reingehen und, ja, dich unterstützen dabei, weil ich habe gesehen, die Dreistigkeit von den Muslime, dass sie gesagt haben, dass das Schienbein heißt nicht, das Serg heißt kein Schienbein, ne? Ja, was natürlich auch eine Lüge. Ich kann das auch den Text auf Arabisch nochmal nachlesen, aber ich kenne das sowieso, weil Surat al-Qalam kenne ich ja auswendig, ja, wie meine Hosentasche. Ja, 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 okay. Ich sehe das, ich sehe das, das als Assaak, ja? Er sagt das in Ibel kethil, ja. Das ist auch besonders dieses, äh, das Äh, das hatidee. Man Teess, dass, ja, wenn man sie kchafter an Assaak, und sie unterteilen in der Ssujud, sondern sie nicht ablehren. Ja, ja. Was meinte man hier Assaak? Assaak hier, Assaak hier, Das ist ja, äh, Issaak jönbein. Bein, Schienbein. Aber Al-Qadem, Al-Qadem heißt das Fuss. Fuß. Das sind zwei Wörter, genau. Al-Qaddam heißt das Fuß. Wie der lieber Muslim vorhin, der war da... Ja, der Oma hat versucht mich anzulügen, aber ich habe ihm gesagt, was bedeutet denn Sark? Was bedeutet denn Sark? Hat er gesagt, ja, nein. Habe ich gesagt, danke schön. Ja, am Ende hat er zugegeben, was auch witzig ist. Mama, man muss die schön packen. Packen, packen, packen. Genau, und was ganz, ganz, ganz Besonderes hier ist, Großartiges, dass in diesem Hadith gibt es auch, dass der, wie heißt er nochmal, der An-Ebi Sa'ad Al-Khadri, der sagt... Ja, Abu Said Al-Khadri. Ja, Al-Khadri, genau. Ich habe gehört, dass der Prophet sagt, dass Allah wird an jenem Tag sein Schienbein zeigen und jeder wird von diesem Schienbein niederknien. So sieht es aus. Seht ihr, ihr Lieben? Dr. Cheikh Abu Hamid lügt nicht. Er zeigt alles super screen, damit alle ihr das seht. Diese Leute sind verzweifelt, Mann. Genau, und das ist die Verzweiflung. Die leugnen ihre eigenen Hadithe und die eigenen Tafsire. Ich meine, was heißt das Sark? Das ist doch ganz einfach. Man kann da nicht philosophieren. Zeck heißt das Grünbein, weil Al-Khadri heißt das Fuß. Punkt. Aus. Es gibt da nichts zu philosophieren. Ja, sehr gut. Danke, Maria. Sehr gerne, sehr gerne. Wir kommen demnächst mal wieder online und so. Ja, ja, ich komme wieder online, Amir. Wie geht es dir, mein Bruder? Ja, mir geht es gut. Handel Jesus, mir geht es gut. Und dir? Handel Jesus, mir geht es wunderbar. Ja. Und ja, wir danken halt Gott, dass du da bist, dass du auch immer die Wahrheit zeigst, natürlich. Ja, und das ist wichtig. Bleib immer dabei. Und wenn du mich brauchst, kannst du mich immer bei diesem Account einfach anrufen, ne? Ah, okay. Perfekt, super. Hast du keinen Account mehr? Mein Account habe ich komplett gelöscht, weil ich habe ja da Drohungen bekommen, Amir, wirklich. Und die haben gesagt, wir wissen, wo du wohnst und du bist ja von da und da, gell? Und die waren ja wirklich zu persönlich, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Siehst du, das ist eine Einschüchterungstaktik. Merkt ihr das? Seht ihr? Ja. Also, ich habe es jetzt einfach nur grob gesagt, aber das war schon schlimm, ne? Ja, ich habe ja auch natürlich Familie und meine Kinder sind ja auch das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Natürlich nach Jesus, der Herr Jesus Christus ist für mich Nummer eins, klar. Aber die haben ja keine Grenze, diese Menschen, ne? Ja, genau. Ja, die haben keine Grenzen. Aber wie gesagt, also du kannst mich jederzeit auf diesen Account und wenn du mich brauchst, jederzeit, wegen Arabisch, wegen den Sohren. Super, danke dir, danke dir, Mariam, ja? Ja, das ist natürlich... du weißt ja, wie die immer dann Argumente sind. Du kannst kein Arabisch oder du kannst dies nicht. Ja, ich verlasse mich doch auf die Muslime, die das für mich übersetzen. Kann man euch Muslime überhaupt nicht trauen oder wie? Amir ist normal, weil die praktizieren Taqiyah und Taqiyah ist erlaubt. Ja. Und wenn er dich jetzt richtig genau ins Auge da guckt und sagt, das ist nein, das stimmt nicht, nur eine Lüge. Ähm, also das ist natürlich, das ist Taqiyah. Er muss das machen, ne? Das ist wichtig. Ja. Damit er ja besser durchkommen kann, ne? Sonst ist es ja peinlich für ihn, ne? Wenn er auch sagt, ja stimmt, Amir, du hast recht gehabt. Oh Gott, ja, oh Mann. Du hast recht, Amir, wir müssen dir recht geben, Amir. Ja, wir müssen ja... Guck mal, ich habe es gesehen, der andere mit dem Bart. Das war so peinlich für ihn, ne? Es hat nur noch gefehlt, dass er dir sagt, Amir, stimmt, du hast recht. Ja, ich habe den ja beim Lügen ertappt, der ist ja selber dann rausgegangen, weil er wusste, dass das alles, was ich sage, richtig ist und er falsch liegt. Wie der über seine eigene Religion lügen muss, ist so unglaublich. Sein Prophet erklärt es doch in Zayhi Bukhari 7, 4, 3, 9, 4, 9, 1, 9. Was fehlt denn denn mehr? Dass sein eigener Prophet dann selber keine Ahnung mehr oder wie? Richtig. Und das ist für mich armselig und traurig. Wirklich. Armselig. Ja, das meint die Gelehrten. Das meint die Gelehrten, dass es Muslime gibt, die sich aufgrund des Korans und des Sunnah unglaublich schämen und die Bedeutung verzerren, also die wahre Bedeutung der Verse verzerren wollen, damit sie ihren Launen und Wünschen angepasst werden. Verstehst du? Genau so. Wahnsinn, ne? Er hat gesagt, er kann auch Fehler machen, der... Eben Kassir. Eben Kassir, ja. Eben Kassir, was? Ich konnte nicht durchlaufen. Als wüsste Eben Kassir nicht, was er da aufschreibt. Als wäre er so ein Idiot. Oh mein Gott, wirklich. Ein Alem, ein Alem, ein Alem, einer der höchsten Gelehrten des sunnitischen Israels. Unfassbar. Ja, und er kommt heutzutage ja in 2024 und ja, der hat recht, der weiß besser, wie das Tafsir. Guck mal, so peinlich, dass er wusste nicht, wo Surat al-Qalam, welche Surah war das und welche Aya und hat angefangen, den Koran zu blättern. Und dann hat er auf einmal, hast du gesehen, Tafsir, ein deutscher Tafsir. Wahnsinn, ne? Du musst das Arabische lesen. Die arabischen Tafsir sind die richtigen. Weil du kein Arabisch sprichst, weil er kein Arabisch spricht und lesen kann, können ja mit dem spielen. Das ist ja das Problem, was er nicht versteht. Feinlich, feinlich, mein Gott. Feinlich? Möge der Herr Jesus Christus ihre Augen öffnen, wirklich, für die Wahrheit, weil, wow, es ist schon übertrieben, ne? Es ist heftig übertrieben, wie sie drauf sind, ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Okay, Maria. Gut, mein Lieber. Legnet dich, ja, dann weiß ich bescheiden, ne? Falls was ist, dann, oder, falls du möchtest, das Ganze dann sehr oft wieder reinkommt, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt Wochenende auf jeden Fall. Wenn du wieder online bist, ja, besonders auch Abend, ja. Ok, ok. Ich komm dann, ne? Gottes Segen, ja? Okay, mein Lieber. Gottes Segen an allen hier. Wir haben 500 Leute. Ja. Ja? Ich liebe euch. Der Herr Jesus Christus liebt euch und haltet an ihm fest, ihr Lieben. Gottes Segen. Gottes Segen, Maria. Gottes Segen, mein Lieber. Ciao. Ciao. Ja, wundervoll. Maria ist auch wieder da heftig. Die war ja total verschollen, ne? Man hat gedacht, da ist ja irgendwas passiert. Ja, aber ich hab mir jetzt schon gedacht, dass sie da so ein bisschen Auszeit genommen hat. Aber seht ihr? So sind sie. Sobald sie nicht weiterkommen und man die Wahrheit sagt, bedrohen sie nicht. Wahnsinn, ne? Einfach nur bedrohen. Wenn du darüber weiterredest, dann müssen wir andere Maßnahmen ergreifen. Ja, ich dachte auch, sie kommen nie wieder, aber siehst du mal, der Herr ist groß. Der Herr wird das Ganze immer lenken und leiten, ne? Und die Kinder Gottes immer wieder zusammenführen. Amen. Ja, Salam al-Masiyah. Gott und Segen an alle. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich. Wie geht's dir, alles gut, Amir? Ja, gut, King of Kings. Wie geht's dir, Amir? Alhamdulillah, alles gut. 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 Ich wollte noch mal kurz auf diesen Omer noch was sagen. Und zwar, der meinte irgendwie, der wollte ja auch besser besser tun. Das Wort, er wollte ja das Wort Bein, wollte als Rijjel, wollte er das aussprechen. Weil das ist auch ein Synonym für Bein, das stimmt schon. Aber der sagt Rijjel und Rijel heißt Männer, also die Märzen. Ja genau, Rijel. Weißt du, was ich meine? Also er wollte eigentlich auch schlau tun, aber hat sich selber ins Teil geschossen. Ich glaube, der war Marokkaner war das, ne? Ja, ja, ich glaube, der war Marokkaner. Ja, das kann sein. Aber weißt du, wenn man was sagt, dann sollte man sich vielleicht vorher ein bisschen informieren, um zu gucken, ob man wirklich das Richtige sagt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man schon sozusagen dich verbessern will, dann sollte man gucken, ob man selber was spricht. Aber ich, der nicht mal Arabisch spricht, weiß genau, was Bein bedeutet. Zack, genau, was Allah damit meint. Und die Gelehrten geben mir recht, siehst du? Richtig, ganz genau. Da war der natürlich verwirrt und der dachte so, hä, scheiße, jetzt kann ich ihn nicht so bloßstellen. Ja, ich wollte direkt danach rein, aber ich konnte leider zeitlich nicht. Aber ich wollte das jetzt nochmal, im Nachhinein wollte ich das nochmal klarstellen. Also wenn man schon was sagt, dann sollte man das auch richtig machen. Ja, ein Araber versteht doch ganz genau, was Zack bedeutet. Zack bedeutet Bein. Richtig. Und dann zeigte Allah sein Bein, sein Schiedenbein. Richtig. Okay, Amir, möge der Herr dich segnen und alle hier im Chat und wir hören uns auf jeden Fall. Okay, ging ab, ging's. Wenn die Schwestern wieder da ist, sehr schön. Amen. Aber das sehe ich. Okay, ciao, ciao. Ja, gepriesen und gelobt sei der Herr Jesus Christus, der uns das ermöglicht, sehr viele Menschen zu erreichen, dass auch Muslime, die gerade hier drinnen waren, das Ganze sehen und dann sofort screenshotten, nachforschen und denken, ja, der Armee hat recht gehabt, Mann. Ey, wir sind ein Haufen von Lügnern. Wir müssen lügen, um unsere eigene Religion zu verteidigen. Das ist das Wahnsinn. Sollte man so vorgehen? Bestimmt gab's nur unter diese 700, 800 Muslime, die sich da Gedanken gemacht haben. Glaubt es mir? So wahr ich hier sitze, ihr wisst nicht, wie der Herr das Ganze führt, lenkt und leitet. Aber dass die Muslime bereit sind, zu lügen, nur um weiterhin im Islam zu bleiben. Deswegen hab ich zu Senna ja gesagt, meine ich zu Senna, wenn ich dir beweise, dass es Allahs Schienbein ist, würdest du dann den Islam verlassen und sagst, nein, trotzdem nicht. Siehst du, wie unehrlich? Richtige, unehrliche Menschen. Ja, wenn es die Wahrheit nicht ist oder wenn es wirklich so verzeichnet ist, dass Allah ein Schienbein hat oder Allah ein Schienbein ist, dann muss man das doch akzeptieren dann. Anstatt das so versuchen, irgendwie so runter zu reden und klein zu reden und dass es nicht so wäre und so. So sollte ein Muslim ja nicht vorgehen. Deswegen verlassen aufgrund dieser ganzen Verse aus dem Koran in den Hadithen Millionen von Muslime weltweit den Islam. Weil sie erkannt haben, dass der Islam nicht die Wahrheit ist, dass es Ungereimtheiten gibt, dass sie so einen Gott nicht haben wollen und so weiter und so fort. Ich komme jetzt sofort wieder, ihr Lieben. Sagt nein zum Stein und betet niemals zum Schienbein. Das ist unglaublich, heute ist das echt extrem. Heute schenken die Leute mir extrem viel Liebe. Richtig viel Liebe. Love. Love is in the air. Na 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 na. Immer so Liebe, Liebe, Liebe. Love for everybody. Love for everybody. Aufpassen zu. Dr. Sheikh Abrahman, wir müssen hier fahren, reden, lesen. Alles in eine, das ist unglaublich. Viel Love. Viel Love für euch alle. So, Senat ist wieder da. Senat ist wieder da. Amen. Willst du jetzt zugeben, dass du gelogen hast? Nein, hör mal zu. Warum bist du so unehrlich? Da sagst du zu mir, warum bist du so unehrlich? Schämst du dich nicht? Warte. Guck mal. Du lachst, nur damit es sich so anhört, als ob du recht hast. Senat ist doch der Herr. Hast du überhaupt noch einen Verstand, Senat? Warte, warte mal. Wenn jemand redet, dann musst du ihm zuhören, was er sagt. Ich habe nicht gesagt, ich lehne Allahs Fuß ab oder Allahs Bein. Habe ich das gesagt? Du hast gesagt, in Zuge 68 Vers 42, das ist nicht Allahs Bein. Ich habe gesagt, da manche Beine. Guck mal. Du hast doch ein Tafsil vorgelesen nach dem Motto, siehst du, Allahs Bein. Diese Tafsile lösen dich an. Warte doch mal. Bevor wir den Vers gelesen haben, habe ich nicht gesagt, Allah wird seinen Fuß in die Hülle rein machen. Und weil Allah sich gerettet hat. Habe ich das nicht gesagt? Habe ich doch gesagt? Ist doch kein Problem, das ist ein anderer Hadith. Das ist Sayy al-Bukhari. Sie hat mit ihm auch zu tun. Amen. Aber ich habe eben mal gesagt, es ist über unsere Vorstellungskraft. Das kannst du dir niemals vorstellen. Warum, Amen? Okay, aber du hast trotzdem gelogen, Senat. Du hast gesagt, nein. Ich habe nicht gelogen. Habe ich dir nicht Tafsil vorgelesen? Sennat, ich habe keinen Nerv für diese Lügerei von dir. Warte doch mal. Habe ich dir nicht Tafsil vorgelesen? Alle haben es gehört. Alle haben dich gehört. Du hast gesagt, Sura 68 Vers 42 ist nicht Allahs Bein. Und dann hast du noch ganz selbstsicher, hast du ein Tafsil gelesen und hast gesagt, siehst du, Amir, ist es nicht Allahs Bein. Und dann habe ich dir deinen eigenen Tafsil vorgelesen. Habe ich dir nicht Tafsil vorgelesen? Okay. Ich gebe mit dir mit. Okay. Du sagst, es geht um Allahs Bein. Warum lügst du, Senat? Warum lügst du um den Islam? Ich lüge nicht. Warum soll ich lügen? Ich darf mich dir eine Frage stellen. Du willst nicht darauf eingehen. Siehst du, jetzt schnell ausweichen. Okay. Okay. Ich gebe mit dir mit. Du hast recht. Okay. Du hast recht. Ich liege falsch. Okay. Ich liege falsch. Aber wenn ich jetzt falsch liege, bedeutet das nicht, dass du die Wahrheit hast. Aber du merkst, dass du bereit bist, um deinen Hintern zu retten, zu lügen, um deine Religion zu retten. Nein, Allahs Bein. Du weißt genau das trifft bei uns in meinen Verschiedenheiten. Die sagen, Allahs Bein ist seine Macht. Allah wird seine Macht zeigen. Du bist doch kein Salafi. Du bist doch kein Jahmiah, Mann. Wo bin ich Salafi? Wer sagt, dass ich Salafi bin? Das ist die Ansicht. Folgst du Ibn Taymiah oder wem folgst du? Warte, warte. Ich bin doch Salafi. Ich bin doch Salafi. Ich bin nicht mehr. Als ein sunnitischer Muslim musst du die Hadith von Bukhari akzeptieren. Okay. Ich muss akzeptieren. Ich geh mit dir mit. Allahs Schienbein. Ist okay. Aber über unsere Vorstellungskraft, Amir. Nicht wie wir denken. Okay. Hab ich doch verstanden. Aber warum... Lass mich jetzt hier eine Frage stellen. Okay. Aber warum musst du lügen und so einen auch selbstbewusst machen? Ich habe nicht gelogen. Okay. Es kann sein, ich habe falsch verstanden. Aber du hast sogar... Senat, guck mal, lass mich dich nicht rausschmeißen. Du hast sogar selbst sich ein Tafsid für uns vorgelesen. Hast gesagt, siehst du, Amir? Das ist nicht Allahs Bein. Okay. Siehst du? Was ist das überhaupt für ein Tafsid? Was würde passieren, wenn ich falsch lügen werde? Du hattest in Kassir der Lüge bezichtigt. Weißt du, was das bedeutet? In einer sunnitischen Mehrheitsgesellschaft würden die dich massakrieren für sowas. Ich habe gesagt, Ibn Kassir kann auch falsch liegen, Amir. Nicht, dass er gelogen hat. Aber wenn du zu Ibn Kassir sagst, dass er falsch gelegen hat. Und dann bringe ich einen Beweis, dass er falsch gelegen hat. Anstatt nur zu sagen. Jetzt, sei mal ehrlich, lass mich dir eine Frage stellen. Ja, siehst du, jetzt weißt du schon wieder aus. Weil du weißt, Amir hat recht. Ich habe doch geantwortet. Okay, Allah schiebe mein... Weil du weißt, Senat, weil du weißt, der Amir hat recht. Er weiß mehr über meine eigene Religion als ich selber. Ist ja Wahnsinn. Ja. Du weißt nicht mehr als ich über meine Religion, Amir. Weißt du nicht? Du hast doch gar keine Ahnung. Du bist einer der größten Jahils hier auf TikTok überhaupt. Okay. Du hast recht. Lass mich dir eine Frage stellen. Jahil. Lass mich dann dir eine Frage stellen. Ja, was möchtest du denn? Okay. Und zwar, du hast über meinen Gott gesprochen. Jetzt will ich über deinen Gott was wissen. Jetzt wirst du schnell googeln, ne? Hast du nicht geguckt? Nein. Ich schwöre bei Allah. Nein, was wie... Diese Flagge hat nichts mit Google zu tun. Ihr sagt doch... Nein, du hast mir Google gefragt. Das ist das. Nein, nein. Ich habe immer gesagt über unsere Vorstellungskraft. Jetzt antworte auch du mir was. Und jetzt... Ja, hat Allah zwei rechte Hände, Senat? Allah hat zwei rechte Hände über unsere Vorstellungskraft. Ja, aber wie sieht das denn aus? Sind die so an dem drang gesteckt? Gefahr! Gefahr! Allah hat nicht gesagt, ich habe nur zwei. Ah, der hat mehrere Hände. Allahs Hände bedeutet, dass Allah gerne den Menschen hilft. Wenn ich sage, ich überlasse in deiner Hand etwas. Bedeutet, in deiner Entscheidung. Das ist metaphorisch gemacht. Zeig mir bitte einen zynitischen Gelehrten, der sowas sagt, was du da sagst. Amir, wenn ich sage, es liegt in deiner Hände. Das bedeutet, es liegt in deiner Entscheidung. Aber welcher sunnitische Gelehrte redet so ein Quatsch, wie du den gerade sagst? Diese Quasen sind metaphorisch gemeint. Nicht wortwörtlich. Du bist also die Leute der Metaphorik, ein Jahmir, oder nicht? Nein, nein, Amir. Nein. Das ist metaphorisch gemeint. Als wüsste Rasul Allah und die Sahaba hätten Dinge gekannt. Metaphorik. Hör mal auf mit dem Unsinn. Du sagst doch, du kennst dich gut aus mit dem Islam. Guck mal Senat, nochmal. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn du dich für den Islam schämst, dann geh raus aus dem Islam. Nein. Ich schäme mich nicht für Islam. Ich bin stolzer Muslim. Alhamdulillah. Nein, du bist kein Muslim. Du führst nicht. Guck mal. Allah schreibt dir vor, in Suche 2.216, vorgeschrieben ist dir der Kampf, Senat. Gehst du kämpfen, Senat? Und warte, warte, zu einem anderen Thema. Senat, du bist ein Muslim. 99% der hier lebenden Muslime sind keine Muslime. Sie sind alle mit dem Mund Muslime. Raffst du das jetzt? Ich okay, aber du hast recht. Du hast recht, okay? Jetzt kannst du mal die Frage stellen und hoffentlich nur antworten. Jesus ist doch bei euch Gott, stimmt? Er war immer Gott. Ja, aber auch bei euch. Erstmal, es geht um euch. Das bedeutet, bei uns ist Gott unabhängig. Er braucht niemanden. Er kann alles alleine machen, stimmt? Ja, warum braucht er dann Propheten, wenn er alles alleine machen kann? Ja, damit die Botschaft Allahs... Also braucht er doch. Also braucht dein Gott doch irgendjemanden. Wir reden unabhängig. Hilfe, Hilfe. Weil wenn sich Gott den Menschen zeigt... Wer ist doch nicht so unabhängig! Senat, Mann! Nein. Wenn sich Gott die Menschen zeigt, dann hat sich entschieden. Aber Gott will die Menschen prüfen durch Propheten, ob sie an ihn glauben. Ja, also braucht ihr die Propheten, um seine Botschaft zu bringen. Siehst du, wie du deinen eigenen Gott verpflichtest hast? Er braucht sie nicht. Er prüft. Er prüft uns. Warum benutzt er sie dann? Nein, Gott prüft uns. Gott prüft uns, ob wir an ihn glauben durch Propheten. Ich brauche dann... Deine Hand. Hey. Ich brauche mich nicht! Ich brauche mich nicht! Amir, mach muss mich mal groß, bitte. Die Leute wollen groß. Sei nicht ein Mensch, der zwei Gramm Gehirn in seinem Kopf hat. Nein, du verstehst nicht. Allah prüft uns. Und Prüfung bedeutet Verborgenheit. Ob du an die Verborgenheit glaubst oder nicht. Und Gott ist verborgen. Deswegen hat er sichtbare Menschen geschickt, die Gotteswörter verbreiten. Er braucht niemanden. Bist du dir sicher, dass dein Gott verborgen ist? Bist du dir sicher, dass dein Gott verborgen ist? Oder lebt er in irgendeiner Stadt? Jetzt lass mir die Frage stellen. Warte mal. Du hast gerade gesagt, dass Allah verborgen ist. Ich sage dir, er lebt in einer Stadt. Lass mir die Frage stellen, Armin. Ich habe dir zugehört, dass du gefragt hast. Senat, du hast über deinen eigenen Gott schon wieder gelogen. Was heißt das? Du kannst ja noch nicht mal das Arabisch. Hast du zwei Sätze auswendig gelernt. Wer sagt, dass es nicht Arabisch kann? Warte mal. Willst du mit mir Arabisch sprechen? Du kannst kein Arabisch. Da gucken wir, wer Arabisch kann oder nicht. Du kannst kein Arabisch. Du hast eigentlich meine Sätze auswendig gelernt. Und diejenigen, die an das Verborgene glauben. Haben wir Allah gesehen? Nein. Ja, aber Allah lebt trotzdem in einer Stadt. Soll ich das beweisen? Dein Prophet sagt es. Lass mal die Frage stellen, Armin. Warum weißt du aus? Lass mal gucken. Lass mal gucken, wer mehr Ahnung hat. Okay. Nachdem ich dir die Frage gestellt habe, dann kannst du weiterfragen. Du hast erstens gesagt, ich eine Frage, du eine Frage. Ja, aber du hast ja gelogen über deinen eigenen Gott. Du hast gesagt, er lebt in der Abhobung. Siehst du, Armin. Du unterbrichst die Leute nur, damit du recht hast. Nein. Du lügst über deinen eigenen Gott, weil du keine Ahnung hast. Weil du einfach nur nachplapperst. Weil du dich nicht auskennst mit den Worten von Mohammed. Du weißt nicht, wo was verzeichnet ist. Du kennst dich aus mit Wörtern von Mohammed. Kennst du dich aus? Du wusstest noch nicht, was das Mohammed gesagt hat, dass Allah wirklich sein Schienbein zeigt. Du bist einfach jemand, der gesagt hat, dass Allah wirklich sein Schienbein ist. Nein, das ist nicht Allah. Hat nicht der Prophet gesagt? Ibn Qazid, zitiert doch den Mohammed, Mann. Okay. Hat nicht der Prophet gesagt, alles, was du dir Allah vorstellt, ist es nicht Allah? Und trotzdem hat er ein Schienbein, ein Fügel. Und die Muslime erkennen sein Schienbein. Was heißt Vorstellung, Armin? Was heißt Vorstellung? Senat? Was heißt Vorstellung? Ich habe zu dir gerade eben gesagt, dass wir zusammen diesen Hadith lesen. Der ist nämlich sehr, sehr verrückt. Weil die Muslime sollen sich vor dem Schienbein nicht niederwerfen. Lass mich die Frage stellen. Ein Moment, ein Moment, Senat. Dieser Hadith ist so verrückt, dass der Schreiber oder derjenige, der das erfunden hat. Guck mal, hier sehen die Leute, wie unerlich du bist. Was willst du da nachher sagen? Senat. Also Armin, ich gehe da, du hast bewiesen, dass du unehrlich bist. Du hast wirklich bewiesen, dass du unehrlich bist. Ich bin unehrlich. Ja, natürlich. Ich bin unehrlich. Und wie soll es denn? Und wie soll es denn Maria zu essen gegeben und zu trinken? Hätte Jesus überlebt? Sport bewahrt, ja? Aber wieso hat sie ihn zum Essen gegeben und zu trinken? Äh, 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 Senat, Senat, warum hat denn eine Ziege Allah fertig gemacht? Warte doch mal. Wieso hat dann Maria ihm zu essen und trinken gegeben? Ich habe das beantwortet. Warum hat eine Ziege Allah fertig gemacht, bitte? Warte mal, antwortet doch. Wieso hat Maria ihm Essen und Trinken gegeben? Ja, natürlich, weil er als Baby gekommen ist. Der musste dem Essen und Trinken geben. Aber warum hat eine Ziege Allah fertig gemacht? Achso, musste. Muss. Warum hat eine Ziege Allah fertig gemacht, Senat? Senat, warum hat eine Ziege Allah fertig gemacht? Erzähl uns mal. Jesus ist nicht siege, strahfirullah. Wir reden über Jesus. Ja, wir reden über Allah. Allah ist ein Wichtiges. Warum musste Jesus essen? Warum? Ja, warum musste Allah nicht einen Blitz vom Himmel senden, damit er dieses Schaf zu einem Kripp hat? Keine Gegenfrage. Warum musste Jesus essen? Ja, warum musste Allah eine Ziege über sich gewinnen lassen? Keine Gegenfrage. Warum musste Jesus essen? Ja, ich habe dir gerade geantwortet. Jetzt bin ich dran mit meiner Frage. Okay, aber warum musste Jesus essen? Warum? Du sagst, dass Allah allmächtig ist. Ja, antworte doch. Warum musste Jesus essen? Warum allmächtig eine Ziege über sich gewinnen zu lassen? Antworte an mir. Er ist ein Mensch geworden. Warum musste Jesus essen? Warum musste Allah aus dem Schafen einen Kopf gemacht? Keine Gegenfrage. Warum musste Jesus essen? Was ist das für einer? Du kannst noch dein Bart drei Meter lang wachsen. Du bleibst trotzdem ein Jailan. Und der Arme, na mal ehrlich. Hättest du eine Frau, hättest du mich geheiratet? Nach meinem Bart und so. Ich hätte eine aus vier Frauen. Hör mal jetzt zu. Warum musste Jesus essen? Antworte doch. Warum musst du Jesus essen? Ach, dass du dir Land gibst. Verrückter Typ. Das ist doch unglaublich. Der Herr Jesus Christus, die Engel haben ihn ja beobachtet. Alles. Der Engel kam ja zu Maria, hat er gesagt, das Kind, das du gebärst, ist der Sohn des Allerhöchsten. Denn, ja, die Engel haben ganz genau den Herrn Jesus Christus seit Baby an bis zu seinem Erwachsenenalter begleitet. Deswegen habe ich ihm ja gerade geantwortet. So wie das Gespräch zwischen ihm und Pontius Pilatus. Du hättest über mich keine Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ich hätte meinen Vater gebeten und er hätte Legionen von Engeln gesendet. Ja, um alles zu demolieren. So einfach ist das. Ne, Oma ist wieder da. Der ist da, Oma ist da. Dein Kollege, der ist da. Armee. Ja. Findest du das fair, dass du den rauskickst? Ja, natürlich, wenn er nicht antworten möchte, wenn er meine Antwort nicht gefällt. Hör auf, Gegenfrage zu stellen. Ist das fair? Also warte mal, muss die Antwort ihm gefallen oder ist das eine Schwäche von dir? Nein. Wenn ihm meine Antwort nicht gefällt, dann kann er sagen, okay, deine Antwort gefällt mir nicht. Armee, jetzt kannst du deine nächste Frage stellen. Dann wäre das nicht fair. Nein, 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 du hast ihn immer, ich habe das beobachtet, die ganze Zeit. Du hast ihn direkt nicht ausreden lassen. Du hast ihn immer Gedankenfragen gestellt. Das ist keine faire Debatte. Wenn jemand die ganze Zeit so ins Lächerliche geht, ja gut, dann können wir dieses Spielchen mitspielen. Wenn also Allah allmächtig sein soll, Oma, wenn Allah allmächtig sein soll, wieso konnte er nicht an Sieger auffallen? Guck mal, du fängst wieder an. Guck mal, du fängst wieder an. Wieso, du gehst ja ins Lächerliche, weh? Das ist das Problem. Er hat ja eine Frage gestellt, ganz normal, und du konntest nicht darauf antworten. Armee, 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 ich habe eine Antwort gegeben. Wie lange bist du Muslim gewesen? Wie lange? Ein ganzes Leben lang. Nein, nein, von der Anzahl her, von einem Jahr, meine ich, wie lange? Mein ganzes Leben lang. Okay, dann sag mir mal, was heißt Kawaii Islamen Hamzatou? Willst du mich gerade verarschen, oder was soll ich dir einen arabischen Spruch sagen, obwohl ich nicht mal arabisch kann? Hamzatou bedeutet fünf. Das ist kein arabischer Spruch. Du bist doch Muslim. Fünf. Fünf sollen des Islams, oder was? Man hört dich nicht, du hast keinen Empfang. Ah, siehst du, Armee, du hast als Muslim gebetet, oder? Armee, bitte, was möchtest du von mir? Amir. Ja, ich frage dich, hast du als Muslim gebetet, ja oder nein? Ja, ich habe meine Dua zu Allah gemacht, so wie man zu Gott betet, ja. Nein, ob du deine Pflicht gebetet hast, hast du gebetet? Achso, das heißt, das heißt, wenn jemand die Pflicht gebetet nicht macht, ist er kein Muslim, also 99 Prozent der hier lebenden Muslimen. Ich frage doch dich, ich frage doch dich, ob du gebetet hast, ja oder nein? Ich habe auf meine Art und Weise gebetet, mein Dua habe ich gemacht, ja. Wo ist das Problem? Also hast du nicht die, also hast du keine fünf Pflicht gebetet gemacht? Nein, so wie man die kennt, nein, habe ich nicht gemacht, nein. Okay, aber das Glaubensbekenntnis kannst du, ne, das Glaubensbekenntnis? Ja, die Schahada, ja. Genau, aber wie kannst du dich dann Ex-Muslim nennen, wenn du nicht gebetet hast, zum Beispiel? Das ist doch kein Problem, das spricht dann nicht aus dem Islam, oder? Doch, es gibt Konsens bei den Großgelehrten, dass sie sagen, wenn ich bete, ist Kaffee. Achso, dann kannst du wieder andere Gelehrte sehen, die sagen, nein. Das ist ein großer Kuffer, aber der steht dem aus dem Islam. Nein, 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 wenn du, hast du an das Gebet geglaubt? Ja, natürlich habe ich an das Gebet geglaubt, ich habe ja an Allah gebetet, alles. Also hast du an das Gebet geglaubt, okay, dann bist du kein Kaffee. Wo ist das Problem, wenn man diese auswendig gelernten Sätze denn lernt und dann auf einmal sowas macht? Kann ich das nicht in zwei Sekunden lernen, alles? Mach mich das dann zu einem besseren Muslim, haben meine Beweise dann mehr Gewicht, Omar? Nein, dann nenne dich nicht Ex-Muslim. Achso, dein Prophet hat aber gesagt, alle sind als Muslime geboren worden. Mit der Fitra, mit der natürlichen Veranlagung. Aha, siehst du? Mit der natürlichen Veranlagung, aber... Aha, also sind wir alle Ex-Muslime? Aber warte ganz kurz. Nein, nein, abwarten, nein, für uns ist, guck mal, Muslim heißt Gott ergeben. Mach mal, mach dich lieber. Amir, du, Amir, Amir, guck mal, Amir, wenn du hier dein Content machst, aber bitte sag nicht, dass du ein Ex-Muslim bist, bitte. Natürlich. Das ist nur auf TikTok, du. Weil dein Prophet gesagt hat, wir sind alle Ex-Muslime, ja, wir sind mit der natürlichen Fitra. Nein, 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 nein. Und unsere Eltern machen aus uns Kufahl. Das gibt nur hier auf TikTok, auf der Straße. Okay, wenn ich zum Beispiel, wenn ich die Al-Fatihah kann, bin ich dann ein Moslem? Wieso, es gibt auch welche, die können die Al-Fatihah, ohne dass sie Muslime sind. Es gibt Deutsche, die fasten, das sind keine Muslime. Ja, okay, aber wenn du zum Beispiel die Fatiah kannst, den Tashakhut kannst, alle anderen auch noch kannst, ja, was fehlt denn da noch? Die Überzeugung. Oh, komm, ich danke dir, komm, komm, ich bitte. Hey, Amir, du hast dich gerade in den Tashakhut gemacht. Meint der Wind, du... Raus, du wahnsinniger Raus. Wie die hin- und herspringen, wenn man die immer in die Ecke treibt. Ja. Einmal sagt er, das ist die natürliche Fitra, jeder Mensch ist das Moslem geboren. Andererseits sagt er, nein, wenn du nicht dran glaubst, bist du kein Moslem. Ja, das ist dein Kollege, Misa, das ist dein Kollege, der meint, der war mit dir die ganze Zeit. Wer war mit mir die ganze Zeit? Ja, der Oma. Armin, warum schmeißt du mich raus und lachst uns rein? Ja, das ist doch lächerlich, was du da machst. Guck mal, du gibst da einmal zu und dann sagst du, äh, 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 äh. Du sagst zu mir, grad, wenn man die Fatiah kennt, und dann sag ich dir, es gibt Deutsche, die fasten, obwohl sie keine Muslime sind. Ja, okay, aber die würden doch nicht einfach aus irgendeinem Grund ein Fatiha rezitieren. Was ergibt das denn für einen Sinn, wenn sie Fatiha rezitieren? Aber wenn Deutsche auf einmal fasten, dann ist das eine Art von sich selbst zu reinigen. Ja, was ist denn das Problem? Nein, 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 ich rede von, wenn Deutsche den Ramadan... Aber wenn auf einmal jemand sagt, Bismillahirrahmanirrahim, du sagst, der Juh, der jetzt ist gerade den Koran am rezitieren. Amir, ich rede, wenn Deutsche den Fastenzeitmonat Ramadan fasten. Du kannst doch, du weißt doch nicht, aus welchen Gründen sie fasten. Es gibt Menschen, die fasten, weil sie möchten, die fasten. Amir, Amir, es gibt so viele Leute, die dich sehen, die dich nicht mögen. Aber wenn ich dich in Neues treffe, ich sag dir ehrlich, ich gehe mit dir Kaffee trinken und lache mich über dich kaputt. Welch lacht mich auch über dich kaputt? Und ich, ey, und ich bete zu Allah, dass ich dich in Neues treffe. Ja. Ich bete zu Allah. Ja, siehst du, weil du in die Ecke gedrängt wurdest, hast du gesehen, was da war? Nein, 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 ich weiß, warum. Ich habe das, das ist kein, das war freundlich gemeint. Hör genau zu. Ich habe gesagt, ich rede zu Allah, weil dann will ich mit dir face to face reden und nicht dieses hier Kicken und das und dies. Das ist doch kein Problem. Denkst du, ich habe Angst vor dir oder vor irgendwem? Ha, ha, guck mal, siehst du, du hast schon wieder falsch verstanden. Okay, ich bin 1,90, Alhamdulillah, ne? Da muss man schon ein bisschen Angst haben, ne? Egal ob du 2 Meter bist, das ist mit dem Fall, Mann. Amir, 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 ruhig Blut, ruhig Blut. Ich kenne die Jungs, mit denen du rumhingst, wo du Backpapel kassiert hast. Amir, ruhig, Amir, ruhig Blut, du redest mit einem Mokro, ruhig Blut, ruhig Blut, ruhig Blut, ruhig Blut, ruhig Blut. Amir, anscheinend bist du der Erwachsene, glaube ich, oder? Na, guck mal, wie du redest, du redest wie so ein 16-jähriger kleiner Junge. Wie komm, ah, guck mal, jetzt wirst du beleidigen, siehst du das? Ja, aber so reden doch 16-jährige, äh, Chavos aus der Regen. Die Chavos, die lass dir mal in Ruhe, ne? Die Chavos, mit dir hast du nichts zu tun. Die Chavos lass mal in Ruhe. Die lass dir mal in Ruhe, weil die Chavos, wenn die wüssten, was du hier machst, ne? Die würden sich kaputt lachen. Ah, okay, danke dir auch mal. Möchtest du noch über ein Thema mit mir sprechen? Amir, lass doch die Leute, wenn die dich was fragen, lass die doch, gib denen doch eine Antwort. Du hast denen eben keine Antwort. Nein, 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 meine Antwort nicht gefällt, wo ist das Problem? Du schreist direkt mit Gegenfrage, Allah und Koran und Sunnah und Muhammad und das und das und das. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich muss ja damit argumentieren, oder nicht? Musst du nicht. Wie, ich muss nicht, also wenn sie mit der Bibel argumentieren, soll ich dann nicht mit dem Koran argumentieren? Nein, nein, komm mit deinen Argumenten, mit deiner Kernlehre, antworte aus deiner Lehre. Ja, mach ich doch. Wenn ihm also nicht gefällt, was ich antworte, was kann ich denn denn dafür? Geantwortet habe ich ihm ja. Jetzt bin ich aber dran. Hast du nicht? Ich habe ihm gesagt, wenn du sagst, dass Gott nicht allmächtig ist, also der Jesus, weil er jetzt zum Beispiel als Mensch auf diese Erde kam. Ja, wie erklärst du denn an Allah, der nicht mal in der Lage war, ein Schaf aufzuhalten, das gerade seine Koranverse am Essen ist? Ins Zunan-Ebin-Majah-Hadis 1944. Du kommst immer mit diesen ganzen Sachen, immer mit diesem Dreck gegen Fragen, weil du merkst, weil du merkst, du bist in Argumentationsnot, Amir. Da siehst du, wie du verzweifelt bist. Guck mal, ich bin hier hoch, ich möchte gar nicht mit dir debattieren, weißt du, was ich will? Du kennst doch gar nicht mit dir debattieren, du kennst dich überhaupt gar nicht aus mit Koran. Nein, 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 ich will dir nur sagen, das, was du machst, ist nicht in Ordnung, weil du die Leute nicht ausreden lässt, ne? Ich weiß, Amir, du machst das für Klicks, für Reichweite. Was ist das denn, wie die Klicks machen? Amir, 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 wir haben ein paar Chayas geschrieben, hör auf jetzt, lüge nicht. Okay, dann sollen Chayas geschrieben, ja, dann trifft dich doch mit Chayas. Aber, Amir, kennst du das Wort Chaya oder was wir hier reden? Kennst du das Wort Chayas oder nicht? Mann, Mann, komm raus, Mann, immer auf Sack, Mann. Ganz den Tag, da war der nur Quatsch, ey. Unfassbar, richtig wie Kindergarten mit dem Typen, ey. Danke, danke, großartig. Unglaublich, ich bin in irren Anstalt gelandet, ey. Hallo, ich will kurz diesem Omar was sagen. Omar, du bist wahrscheinlich noch hier drin, der macht es nicht wegen Reichweite, der macht es wegen der Shisha-Bar. Der will eine Shisha-Bar öffnen. Damit ich die heftigste Shisha-Bar öffnen kann. Ja, genau. Hallo. Hallo, Mann, ich will Gott segne dich und deine Familie. Hallo, Herr Rutz. Was möchtest du mir heute sagen? Kennst du mich noch? Ja, klar, von gestern. Deine Liebe hat sehr, sehr in mir Frucht getragen. Ich bin noch sehr lieb zu dir, oder? Ja, ich habe mich sehr gewundert über deine Liebe. Nein, nein, das hat ja nichts damit zu tun. Das hat nur damit was zu tun, halt wegen, guck mal, das ist ja immer das Problem, so Leuten irgendwie scheiße zu erzählen, so. Weißt du, was ich meine? Das gehört sich ja auch, das gehört, guck mal, Armin, sagen wir ehrlich, das gehört sich ja im Endeffekt auch nicht. Und guck mal, ich sage mal als Moslem so, dass jeder sich irgendwie, jede Religion auch akzeptieren sollte und einfach locker bleiben sollte und einfach über seine eigene Bibel, also guck mal. Heute redest du auf einmal total sanft und liebevoll, wie kommt's? Hä, ich bin eigentlich ganz locker, glaub mir, ich kenne mich nur nicht, was ist das Problem? Aber warum hast du so einen Hass in dir? Ich verstehe das nicht. Du hast ja keinen Hass entwickelt. Doch, Mann, ich finde irgendwie, du redest immer so, weiß ich nicht, Islam ist so, Islam ist so, das ist Hass, ich sage dir ehrlich. Ja, was sollen wir denn machen, wenn zum Beispiel diese Religion aufruft, Andersgläubige zu unterdrücken aufgrund dieser Texte, ja, wollen wir das nicht thematisieren? Behalte das für dich, guck mal, eure Bibel ist auch nicht, äh, gerade das, äh, was soll ich dazu sagen, das heilst du irgendwie, wo man sagen kann, so, 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 aber guck mal, ich will dir immer was sagen. Mann, du machst das doch nur, um Follower zu bekommen, oder nicht? Um Follower zu bekommen, genau. Natürlich, Mann, um ein Thema, um Follower zu bekommen. Ja, klar, Mann, ich kenne euch, Mann, ich kenne euch, eure Masche doch, erzähl doch, ich danke dir, Abi, ich danke dir. Ey, warum kippst du mir? Würdest du dein Leben aufs Spiel setzen für 20.000 Follower, oder nicht? Das ist wahnsinnig, das ist wahnsinnig. Das heißt, du hunderttausend Follower, wenn du sagst, sag mal, wenn du was sagst, sag mal. Armin, ich bin gleich in Neuss, Armin, ehrlich, ohne Spaß. Armin, geh doch mal mit ihm einen Kaffee trinken. Aber Armin, ich meine, ey, Armin, sieh das nicht als Drohung, ne? Ich steh das nicht als Drohung, ich lass mich von ihm machen. Ja, mein ich ja nicht, das versteh mich nicht falsch, ne? Nein, der ist ein guter Mockro, der Mann ist ein guter Mockro. Rieser, Rieser, ich kenne dich von früher, Rieser, ganz lacht, bitte, ganz lacht. Nein, ich meine, du meintest nicht böse, der Armin, solltest du es nicht? Weil die meisten hier schreiben in den Kommentaren, was willst du damit sagen, und so. Hier, die Krieger, der Armin hat hier richtige Krieger hinter sich. Armin, irgendwann, Armin, irgendwann mal, gibt es so ein Paket, jemanden ab, das ist ein Bekannter von mir. Und dann kriegst du eine Reklamation. Und dann gucke ich mal, und dann gucke ich mal, ob der Jesus dir hilft, Bruder. Ja, das wird dann eine richtig schöne Paket. Armin, Armin, ganz ehrlich, du musst respektvoller sein gegenüber deinen Leuten, die hochkommen. Aber was hältst du denn von Allah, der uns beleidigt als die schlimmsten Tiere? Armin, guck mal, ich deportiere mit dir nicht, weißt du warum? Weil in erster Linie, in erster Linie kannst du für mich kein Arabisch, in zweiter Linie darfst du gar nicht über die Hadith reden, weil du kein Muslim bist. Ach so, man kann nicht über die Hadith reden, weil man kein Muslim bist. Ach, ach, du redest über Hadith. Da gibt es doch Wissenschaft, klar, an der Universität. Warte, stopp, stopp. Nein, nein, wenn der deportieren möchte, dann soll er deportieren mit jemandem, der der arabischen Sprache mächtig ist. Aber ist er nicht. Er kann nicht arabisch. Das ist schon für mich der größte Fehler, den es gibt. Er interpretiert das einfach nach seiner Lust, nach seiner Schahua auf arabisch. Nein, Omar, ich bitte dich. Armin, Armin. Du weißt doch, wenn ich etwas sage, dann fickere ich ja auch ein Tafsir und so, Mann. Armin, wenn wir beide uns treffen, du kommst mit deinem Tafsir, Ebn-Kathir, Ebn-Tamir, bei mir nicht anhört zu, wenn wir uns treffen, dann deportiere ich mit dir aus dem Kopf und du ohne Handy, ohne nichts. Aber du kennst dich doch gar nicht aus, Omar, Mann. Armin, Armin, ich habe die eben gerade gefragt, du warst du Ex-Muslim, du wusstest nicht mal, was ein Ex-Muslim macht, wie die Gebetswaschung geht. Was er macht, ist so lächelig, du nennst nicht Ex-Muslim. Natürlich. Du hast das doch gar nichts zugegeben. Nein, nein, schreibt doch Ex-Muslim ist so besser. Oh, nein, meiste Muslime, die in Europa leben, die wissen nicht, wie man sich bewegt. Aber, aber Risa, die aber die sind nicht praktizierend, das heißt nicht, dass ich keine Muslime sind. Aber, die sind alle keine Muslime. Nein, 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 nein. Wusstest du Tag 4 machen auf die alle? Nein, mach ich nicht. Nein, mach ich nicht. So lange, Armin hat doch Rieser nicht gerecht. Aber bei Risa, Risa, da bist du nicht gerecht, da bist du nicht gerecht, da bist du nicht gerecht. Das selbe Schablone, die selbe Schablone, was du auf Armin anbindest, wirst du aber nicht auf deinen eigenen Leinslosen zu sein. Nein, nein, du widersprichst gerade den Risa, du widersprichst den Armin. Der Armin hat eben gesagt, es gibt Geletti, die sagen, wenn du an das Gebet glaubst, bist du trotzdem Muslim. Scheich Albani hat das gesagt, er hat gesagt, wenn du an das Gebet glaubst, bist du trotzdem ein Muslim, auch wenn du es nicht tust. Also erzähl nicht den Quatsch, Risa, bitte. Aber andere Gelehrte sagen, nein, wenn du nicht betest und Mohammed sagt, ja, ich bin gekommen und die Leute zu. Da gibt es Meinungsverschiedenheit, ich die Ehre, da gibt es kein Konsens. Siehst du, und du kannst auf einmal sagen, aber vorhin, aber der Armin ist kein Ex-Muslim. Aber du sagst aber vorhin, ja, bei dir, du bist auf gar keinen Fall ein Muslim. Und jetzt sagst du auf einmal, es gibt Meinungsmuslim. Du sagst, du warst noch nie, du hast selber gesagt, du warst noch nie ein Ex-Muslim, das ist nur dein Vorwand, was du hier machst. Ganz ehrlich, weil wenn du ein Ex-Muslim wärst, würdest du die ganzen Praxen kennen. Warum wendest du denn nicht die Schablone, wie mein Bruder gesagt hat, an andere dann? Welche andere denn? Ja, andere muss auch diese Leute. Ja, aber warte, denkst du, ich lauf jetzt, warte mal ganz kurz, denkst du, ich lauf jetzt auf der Straße, das ist meine Aufgabe und sage, betest du oder betest du nicht? Ja, aber Alter, so, wie du den Armin geprüft hast, musst du auch die Armin gucken, genau so. Nein, der Armin, der Armin, der Armin, der Armin, öffentlich auf TikTok, der bietet das an. Ja, aber die anderen sagen, öffentlich, ich bin Muslim, öffentlich, so alt, ich bin Muslim, da musst du sagen, ah, 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 ah. Machen die aber nicht, Reza, ey. Betest du und dann wirst du sehen, 99% von den Leuten aus dem Umlauf, von der Sache, und sagt, nein, ich bete nicht. Ey, Reza, was ist mit dir passiert, Alter, hat er ein IQ nachgelassen, sei ehrlich, ganz ehrlich, das ist was, tschüss, Alter. Meist du, ich bin im Aufkana, ich kenne dich nicht beten. Meist du, ich bin im Aufkana, ich kenne dich nicht beten, oh man. Ja, aber trotzdem, kannst du sie aus dem Islam schließen? Nein, kannst du nicht, du selber. Aha, siehst du? Ja, aber du sagst, ich bin aus dem Ausgeschlossen, gewesen. Aber du sagst, ich bin ex-Muslim, du sagst, ich bin ex-Muslim. Das kann nicht wahr sein, du sagst, ich bin ex-Muslim. Hey, guck mal, Armin, Armin, lass mal jeder, ihr lässt bei der Sache nicht einen ausreden. Guck mal, Armin, du sagst, ich bin ex-Muslim. Aber die Marokkaner, die du erwähnst, die erwähnt, sagst du gerade, die beten nicht. Ja, genau, sind sie aber morgen wieder beten, was machst du dann? Sind sie keine Muslime? Was machst du dann, wenn sie morgen wieder beten, sind sie keine Muslime? Lass mich doch mal, lass mich doch mal ausreden. Was machst du, wenn sie morgen wieder beten? Dann hast du ein Problem. Dann sind sie auf einmal wieder muslime. Das ist ja unglaublich. Nein, nein, du hast gerichtet. Nein, 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 du hast gerichtet. Möchtest du, möchtest du, dass ich dir das Gebet in zwei Minuten lerne, Omar? Ja, okay, dann sag mir, wie die Gebietswaschung geht. Komm, eine Minute. Gebietswaschung? Das ist also ein Problem für dich, Gebietswaschung? Nein, nein, sag mir, wie die Gebietswaschung geht. Ich habe auch das letzte Mal zum Beispiel Google gemacht, wo ich 13 war. Ich kann mich gar nicht mehr verreden. Ey, das ABC hast du einmal gelernt, hast du immer im Kopf. Reza, erzähl nicht so ein Bullshit, ey. Das ABC hast du einmal gelernt, hast du immer im Kopf. Was heißt, arberst du da? Nein, nein. Wenn du früher aus dem Islam auch gehst, wie ich zum Beispiel in 14 Jahren, dann hast du alles vergessen. Ich bin jetzt schon fast 49. Hast du das ABC vergessen? Hast du das ABC vergessen? Man kann fast alles vergessen. Es ist so. Es ist so. Muss ich sagen. Ich kannte alles. Ich konnte es über den Koran rezitieren. In der Schule konnte ich schon viele, viele Vers auswendig, aber die habe ich alle vermisst. Das geht, wenn das Kurzzeitgedächtnis dann, wenn du es nicht gebrauchst, über eine ganz ganz lange Zeit, dann verschwindet das Ganze. Nein, ich bin nicht am Buche. Ich bin nicht am Buche. Auch kannte ich den Voodoo, ich habe ja sehr oft gebetet, auch als Kind damals. Natürlich wusste ich auch, wie Voodoo geht, aber wenn du mich heute fragst, ich kann mich gar nicht mehr in den Fass erinnern. Welche Reihenfolge? Hände, dann runter zu den Armen, dann runter zu dem Gesicht. Aber Reza, Reza, ich habe eine Frage. Reza, ich habe eine Frage. Das Alphabet hast du auch nicht vergessen, oder? Ne, das ist was anderes. Diese Ritur, diese Ritur kann man vergessen. Ja, aber Omar, das ist doch Quatsch. Amir, 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 Amir. Das ist doch kein Kriterium, um Muslim zu sein. Amir, du musstest lachen. Amir, du musstest lachen. Du musstest lachen. Was ist mein Mann, was rede ich überhaupt noch mit den Mann? Der kann gar nichts machen. Nix! Richtig wahnsinniger Typ. Der Muhammad sagt, du musst das akzeptieren, wenn sie die Schahada vor dir aussprechen und sie als Muslime akzeptieren, dann kommt er und sagt, kannst du das Alphabet? weiß, wie man sich wächt. Das ist Wahnsinn, Mann. Ja, der eine weiß nicht, was Islam ist, der andere auch nicht weiß, was Islam ist. Es sind 1,8 Milliarden Muslime, die nicht wissen, was Islam ist. Wann man Muslim wird, wann man kein Muslim mehr ist. Keiner weiß das. Der eine Gelehrte so, der andere so. Ein riesen Theater, ein riesen Ischwasch. Ja, genau. Und dann bringen sie sich gegenseitig um, er hilft sich. Hauptsache, Allah haben wir nicht den Muslim. Aber keiner weiß, ist der Muslim, ist ja kein Muslim. Nach Surah 51 sagt Allah, wenn ihr die Ungläubigen zu Freunden und zu Beschüttern nehmt, seid ihr raus. Da haben die ganzen Marokkaner hier ungläubige Freunde und Beschützer die deutsche Polizei. Also sind die alle raus. Also sind die alle raus. Nach sich selber sind die nicht raus. Nach Gelehrten sind die raus. Nach den anderen Gelehrten sind die nicht raus. So ein Wahnsinn ist da los. Keiner ist ein Muslim. Ja, für die Salafisten ist der Oma hier kein Muslim. Weil er nicht mit Jalabiya ruhlos und sein Bad nicht eine bestimmte Länge hat. Und, 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 und. Dann für die eine IS-Gruppe ist dann die Jabatan Nusra nicht richtig Muslime. Ja, der Islam ist komplett aus dem Ruder gelaufen, der Islam. Wahnsinn. Das war schon immer schon so. Warum hat der Mohamed denn nicht alles geordnet nach seinem Tod? Gesagt er, das, so, das, 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 das und nur daran sollt ihr euch halt nichts. Der hat einfach ein offenes System hinterlassen, wo jeder sich bedienen kann und ein riesen Chaos entstehen kann und die Leute sich gegenseitig hassen. Das hat er hinterlassen, das ist sein Vermächtnis. Nur nicht mal einen Koran hat er hinterlassen. Ja, Abu Bakr und Omar haben die erste Kopie des Korans gesammelt. Ja, ja. Aber das weiß der Oma natürlich nicht. Der denkt, den Koran, den er in der Hand hält, wäre der Koran von Mohamed. Glaub dir, wenn du den fragst, den Koran, den du in deiner Hand hältst, ist der von Mohamed? Der würde sagen, ja, natürlich. Weil er nie Sahih Buhradi gelesen hat, nie. Unglaublich. Ja, nochmal zurück zu der Frage von dem vorherigen Redner, der oben war. Und er meinte, wieso hat Maria, dein Gott, ernährt mit Essen? Ja, man muss natürlich verstehen, dass der Herr Jesus, der Mensch wurde wie wir, ein normaler Mensch aus Fleisch und Blut. Somit auch unseren Schwachheiten gleichgemacht. Er wurde ein ganz normaler Mensch, abhängig. Ja, deswegen musste er auch ernährt werden von seiner Mutter und, und, und. Und deswegen musste er auch beschnitten werden am achten Tag, um das jüdische Gesetz perfekt zu halten. Ja, also ganz normaler Mensch, ein ganz, ganz normaler Mensch, außer Sünde. Deswegen heißt er in Hebräer Kapitel 4, Vers 15, er, Christus, ist geworden wie unser, in all unseren Schwachheiten gleich, damit er uns nachempfinden kann als Mensch, aber ohne Sünde. Der einzige Unterschied ist zwischen Jesus Christus und uns Menschen, dass er nicht von Sünde weiß, er ist absolut rein. Aber alles andere ist menschlich. Alles andere. Ja. 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 Er musste essen, der war müde. Ja. Johannes 4, zum Beispiel, wo er sich hinsetzt, müde an dem Brunnen. Er musste schlafen. Er wurde ein ganz normaler Mensch. Wie sie nicht lustig hatten, die sagen, nein, Jesus Christus hat so ein Scheinleib angenommen. Und er ist nicht ein wahrer Mensch geworden. Im Gegensatz Römer 1, nein. Christus ist ein ganz normaler Mensch aus dem Stamm David. Nachfolger des Stammes Davids. Aus dem Fleische heraus. Also nach dem menschlichen Dasein ist er ein Nachfacher von König David. Ein Mensch. Und nicht so ein göttliches, komisches Wesen, das von Himmel herunter kommt und so ein komisches Scheinleib kein menschliches Leib hat, sondern so ein, das erscheint uns nur so wie so ein Mensch. Nein. Das ist gegen die Schrift. Also Hebräer 4, Vers 15 ist die Antwort. In all unseren Schwachheiten uns gleich außer der Sünde, damit er uns nachempfinden kann. Ja. Das ist die Antwort darauf. Und Philippa 2, Vers 5 und folgende, was du immer wieder zitierst. Christus wurde ein Mensch schwach und hat sein Leib, also seine Gottheit entäußert, abgelegt und wurde wie ein Mensch. So hat Christus zwei Naturen lehnt. Als Mensch schwach, blutend, sterblich, als Gott unsterblich, allmächtig, allwissend. Ja, deswegen habe ich Senat gesagt, ja, du siehst ja, dass der Gott Mensch wurde und er unabhängig war, aber dennoch die Engel auf ihn aufpassen, dass wenn irgendwas ist, dass die Engel darin eingreifen können. Ja, aber gut, aber du hast ihm jetzt erzählt, ja, Maria musste das Baby ernähren, weil er ein normaler Mensch wurde. Ja, habe ich doch gesagt, ist ja kein Problem. Aber der meinte, hätte er sie nicht genährt, dann wäre er gestorben. Nein, die Engel hätten doch eingegriffen. Die Engel hätten doch direkt irgendwas getan. Deswegen habe ich das Beispiel des Pilates. Ja, genau, was wäre, wenn. Aber dieses was wäre, wenn ist manchmal auch sehr dumm. Was wäre, wenn jetzt der Senat ich wäre? Was wäre, wenn ich ein Auspuff wäre vom Motorrad? Man kann auch dumme Fragen was wäre, wenn stellen. Man kann auch dumme Fragen stellen. Es gibt intelligente Fragen, es gibt dumme Fragen. Es sind Fragen. Eine dumme Frage ist immer noch eine Frage, aber zufüllt nichts. Ja, hallo. Hallo. Ich habe eine Frage. Und zwar ist es ein ... Du hast keinen Empfang, Mann. Deine Empfang ist schlecht, Mann. Erstmal sehen wir, wenn man Aildis Karte hat. Für 2,99 Euro, 5 Gigabyte im Monat. Ja. Ja, der Mohammed hat ja gesagt, jeder der die Schahade ausspricht, du musst das akzeptieren erstmal, dass er Muslim ist. Heftig. Ja. Und da kommt ein Marokkaner 2024 und sagt, du bist kein Muslim. Das ist richtig gut. Aber siehst du, du hast absolut recht gehabt. Also mit den Kriterien, was er an mir anbietet, er muss ja an seinen eigenen Landsleuten ja anwenden. Da sind 99,99 Prozent der Muslime, die in Europa leben, beten nicht fünfmal am Tag. Das ist per Definition, seine eigene Definition. Ja, kein Muslim, was er auf dich angewendet hat. Genau. Die glauben nur an Allah und an Mohammed. Fertig aus. Was? Ich hab doch selber einen Marokkaner. Was machen die nix? Ich hab doch selber Marokkanische Kollegen gehabt. Die haben alle gar nicht gebeten, nie irgendetwas gemacht, gar nix. Die waren den ganzen Tag nur Tahshisham verkaufen. Nur diese Abul Barra und diese Rechtgläubigen, die sind ein bisschen salafistisch angehofen, die sind natürlich ein bisschen mehr praktiziert. Aber sonst, die Masse der Muslime da draußen, die weißt du nicht mal, was ein Gebet ist oder wie ein Voodoo macht. Ja. So, ich hab ne Frage an euch. Hallo? Ja, ja, bitte. Ich hab ne Frage an euch. Wer hat das bestimmt, dass Gott, dass Jesus auf die Welt kommt und sozusagen stirbt am Kreuz? Von wem kam dieser Plan? Von dem dreieinigen Gott. Der Vater hat die Pläne erfasst und der Sohn hat die Pläne ausgeführt. Okay, siehst du, Dankeschön. Der Vater hat die Pläne erfasst, richtig? Ja, fast sagen wir mal. Ja. Okay. Also der Vater hat den Plan gehabt und der Vater ist auch der Urquelle. Ist auch die Urquelle, richtig? Nein, ist nicht die Urquelle. Doch, dann redest du gegen, du bist, du machst hier, ist sie? Nein. Natürlich. Der Vater ist die Urquelle, der Sohn ist die Urquelle und der Heilige Geist ist die Urquelle. Alle drei sind die Urquelle. Aber der Sohn, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber der Sohn ist vom Vater ausgegangen, nicht der Vater vom Sohn. Also ist der Vater die Urquelle? Nein, das ist eine falsche Lehre. Nein, das ist eine falsche Lehre. In Johannes steht, dass der Sohn vom Vater ausgegangen ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ewig, er hat keinen Anfang. Johannes Vers 1, Vers 1, das Wort Gottes, Jesus Christus ist ewig, ist Gott selbst. Apostelgeschichte 5, der Heilige Geist. Bleiben wir bei einem Vers, bitte. Reza, bleiben wir bei einem Vers, bitte. Ja, aber ich muss hier mehrere Versen nennen. Nein, nein, wir bleiben bei einem Vers. Ich weiß, dass du ja die Wahrheit suchst, du hast sie gerade aufgeschrieben. Ich gebe dir noch eins. Johannes 1,1. Können wir bei Johannes 1,1 erstmal bleiben? Ja, okay. Hiob 33, Vers 4, da sehen wir, dass der Heilige Geist auch der Schöpfer ist. Dass der Heilige Geist der Schöpfer ist. Bleiben wir jetzt bei einem Vers, oder was machen wir jetzt? Bestimmst du? Hiob 33, Vers 4, da ist der Heilige Geist der Schöpfer. Hallo, hallo. Nicht nur Johannes 1,1, der Herr Jesus der Schöpfer. Hallo. Kolosser 1, Vers 16. Du wirst einfach irgendwelche Versen. So, du siehst, dass der Vater und der Sohn und der Heilige Geist alle drei Schöpfer sind. Nein, geht nicht, weil der Vater, guck mal. Dann gib mir ein Vers. Keine Ruhequelle, keine falsche Lehre der Orthodoxie. Okay, okay, okay. Dann gib mir bitte ein Vers. Wir wissen, dass der Sohn abhängig ist vom Vater, der Heilige Geist auch. Aber gib mir bitte ein Vers. Der Vater ist auch abhängig vom Sohn. Du lässt mich nicht ausreden. Oder unabhängig voneinander. Ihr habt beide Angst gegen mich. Guck mal, ihr habt beide Angst, sonst würdest du mich ausreden lassen. Ich rede sachlich, versprochen. Ich schwöre bei Allah, ich bleib sachlich. Ja, aber du sollst nicht durch andere Mal reden. Ich muss dich sofort korrigieren. Okay, du darfst dich danach korrigieren, versprochen. Gib mir bitte einen einzigen Vers, wo der Vater abhängig ist vom Sohn. Weil wir lesen überall im Neuen Testament, dass der Sohn und der Heilige Geist abhängig ist vom Vater und vom Vater ausgegangen ist. Das hat mit Abhängigkeit nicht zu tun. Der Herr Jesus ist als Sohn Gottes abhängig geworden, als Mensch. Nicht als Sohn Gottes Gott. Richtig. Also war aber Jesus, als er auf dieser Welt war. Reza, wir reden wirklich mit Respekt. Weil ich glaube, mit dir kann man sehr, sehr sachlich reden. Das gefällt dir bei dir. Aber du wirst mich nicht verstehen. Du wirst tausend Fragen stellen. Ich werde die Antworten und du wirst sagen, ja, auf dem Ding kann man reden. Nein, nein, guck mal, 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 guck mal. Wenn Jesus als Mensch abhängig war von Gott Vater, sag ich mal. Ja. Dann ist dieser wie Jesus, aber nicht Gott. Warum? Weil Gott ist nicht abhängig. Gott ist unabhängig von allem. Um Himmels Willen. Aber gibt es ein Vers, wo der Vater... Bist du ein Moslem oder bist du ein Orthodoxer? Bitte? Bist du ein Moslem oder ein Orthodoxer? Ich bin ein Muslim, Alhamdulillah. Ja, aber die Orthodoxen haben da Recht. Die Orthodoxen haben da Recht. Da siehst du, ihr Muslime und die Orthodoxen habt denselben Geist. Deswegen könnt ihr eigentlich in eure Kirchen und Moscheen rein miteinander beten. Also die Orthodoxen und die Muslime haben denselben Geist. Deswegen sagst du, ich und Orthodoxe sind uns einig. Nein, 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 wir sind uns nicht einig. Und das ist eine Schelte für alle Orthodoxen, die hier drin. Reza, Reza, hallo. Da habt ihr es gerade. Ja, dass ein Moslem mit euch geistig eins ist. Hallo. Da habt ihr es. Also beleidigst du alle Orthodoxen? Das ist keine Beleidigung. Das ist eine Tatsache-Feststellung. Also sind Orthodoxen für dich Ungläubige? Mit Muslimen ein Geist, genau. Wir haben eine falsche Trinität. Wir haben beispielsweise gar keine Trinität. Okay, dann erkennen wir dir die Trinität. Ich möchte deine Trinität. Reza, Reza. Wir haben eine islamische Version der Trinität. Ja, bitte. Sufjan, Sufjan. Gibt es eine Dreieinigkeit im Koran? Allah sagt nicht drei. Aber gibt es eine Dreieinigkeit? Nein, Allah sagt nicht drei. Es ist besser für euch. Okay, von wem hat denn Allah auf einmal die Lehre, dass Maria ein Teil der Dreieinigkeit ist? Okay, darf ich darauf antworten, bitte? Ja, bitte. Okay, darf ich darauf bitte antworten? Bitte. Okay, sehr schön. Also, das ist ein falsches Verständnis von dir, Ex-Muslim. Also, Amir, ich nenne dich mal so, weil ich möchte dich nicht Ex-Muslimen, weil wir wissen beide, dass du eigentlich nennen musst. Rede einfach mal. Okay, ich rede einfach mal. Okay, ich rede einfach mal. Okay, ich rede einfach mal. Hör ganz kurz zu. Allah sagt im Koran, sozusagen, oh Isa, habe ich sozusagen, dass er Götter neben, mit seiner Mutter, neben Allah ist. Erstens, seit wann besteht die Trinität aus seiner Binität? Weil hier steht außer Allah. Erstens das, zweitens. Ja genau, von wem kam denn überhaupt diese Lehre? Der Allah hat noch nicht kurz in der Einigkeit verstanden. Du lässt mich nicht ausleeren, bitte. Du lässt mich nicht ausleeren. Das zeigt, du hast Angst. Das zeigt nicht die Trinität auch. Aber es ist einfach Quatsch, Mann. Woher hat denn Allah diese Unmutzung vereidigkeit? Ex-Muslim. Gibt es Katholiken, die Maria vergöttern und Mutter Gottes nennen sie? Aber sie sehen sie nicht als Teil der Trinität, so wie dein Gott das sagt. Das geht dann nicht. In diesem Vers geht es nicht um die Trinität. Wer hat das nicht um die Trinität? Nein, geht es nicht. Du hast Angst, du möchtest dein Bruder retten. Du hast Angst, du möchtest dein Bruder retten. Schaut mal, wie er seinen Bruder retten möchte. Du möchtest dein Bruder retten? Mein Bruder rettet mich jetzt mal wieder raus. Er möchte seinen Bruder retten. Ganz kurz. Was für ein Kapital, Mensch. Nicht flüchten, Amir. Hör auf zu flüchten. In diesem Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Hört ganz konstruiert dazu. Und lasst mich aussprechen, ansonsten habt ihr beide Angst. In diesem Vers sagt Allah nicht, dass es die Trinität ist. Warum? Warum sagt er da nicht, dass es die Trinität ist? Das andere Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt im Koran, wo sagt nicht drei, es ist besser für euch, Allah ist ein einziger Gott. Dieses sagt nicht drei, beinhaltet alle Arten von Trinität. Ich gebe dir ein Beispiel, okay? Dieser Vers im Koran, wo es gab damals, es gibt auch heutige verschiedene Arten von der Trinität. Es gibt Modalisten, die sagen, der Vater ist der Sohn. Der Sohn und der Heilige Geist und Jesus sind alle drei in einer Person drin. Dann gibt es zum Beispiel, es gibt dann die Trinität, woran ihr glaubt. Der Vater ist eine Person, der Heilige Geist ist eine Person und der Sohn ist eine Person. Aber der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist. Und in diesem Vers sagt Allah zu Issa, habe ich gesagt, du lässt dich nicht ausreden. Im Kreis nicht zu drehen. Nein, du lässt dich nicht ausreden. Okay, schlag den Vers auf. Okay, schlag den Vers auf. Wir lesen zusammen den Vers. Er bin ja Maria Sophia. Weil Maria angebetet wird. Weil Maria angebetet wird. Okay, ich helfe dir. Ich helfe dir auf die Sprünge, okay? Du kannst dir nicht mal selber helfen. Ich helfe dir auf die Sprünge. In diesem Vers geht es um die Trinität. Wird Maria angebetet. Sei ehrlich, ihr als Christen, ihr sagt sogar Heiligenverehrung ist verboten bei euch. Laut eurer Doktrin von euch beiden. Aber kein Katholik würde Maria als Teil der Trinität sehen. Da geht es nicht um die Trinität. Es geht nicht um ein Teil der Trinität. Es geht nicht um ein Teil der Trinität. In diesem Vers, wir können gerne aufhauen. Es gibt keinen Christen, der je gesagt hat, dass man Maria als Nebenbrot zu Jesus und dem Vater nehmen sollte, man. In dem Vers, Amir, Amir. Du hast es abgelenkt. Sein Gehirn ist auf Autopilot. Wieso habt ihr Angst? Ich bin doch ganz alleine. Ich verstehe das nicht, was du willst, Amir. Ich bin doch ganz alleine. Bleib doch einfach hier. Vielleicht versteht ihr das besser, wenn du ihm das erklärst. Okay, wir bleiben dabei. Sein Gehirn ist auf Autopilot. Den kannst du nicht mehr. Ich kenn die Bibel besser als ihr. Okay, Sofian. Sofian, wenn ich dir zeige, dass Allah, Mohammed und Jibril als Trinität sieht, würdest du den Islam verlassen? Das ist dein. Okay, zeig bitte. Ich lach mich ein bisschen tot. Okay. Aber du hast abgelenkt. Nein, ich hab mich abgelenkt. Wenn ich dir also zeige, das Allah, wenn ich dir also zeige, Sofian, Sofian, bitte. Wir kommen gerne zum Islam. Wir kommen gerne zum Islam. Jetzt hast du Angst, ne? Du hast Angst. Amir, du hast Angst. Du wolltest deinen Bruder retten. Sofian, hallo. Kann ich dir etwas zeigen, was du eventuell nicht wusstest, Sofian? Die Leute sind nicht dumm. Du wolltest retten. Sofian, du hast vergessen zu antworten. Denn das Problem ist, dass alle mit einer falschen Trinität ist. Hör bitte zu und lerne etwas. Und wer von die Jarl, soll ich was lernen? Ja, bitte. Nicht böse gemeint. In diesem Vers geht es nicht um die Trinität. Erwählt eine Dreieinigkeit, soll ich dir noch eine Dreieinigkeit zeigen? Okay. Was ist eure Trinität? Erklär mir bitte deine Trinität. Und dann gehen wir zu diesem Vers, wo Allah sagt, was Maria ist. Der Heilige Geist wird alle drei ewig sind. Sich alle drei diesen einen Wesen teilen, nämlich Gott. War aber Jesus ewig. Natürlich war der Herr Jebus. Okay, wo ist Jesus ewig? Zeig mir, dass Jesus ewig ist. Johannes 1 Vers 1. Okay, bleiben wir bei Johannes 1. Und danach können wir gerne zum Islam kommen. Ich habe keine Angst vor meinen Büchern. Aber reich jetzt nicht aus. Sofian, Sofian, warte ganz kurz. Wir wollen dir etwas zeigen. Ich will dir etwas zeigen, dass ich im Koran... Ich sag Feiglinge. Ich sag Feiglinge. Danach können wir gerne auf das Thema zurückkommen. Danach können wir direkt wieder auf das Thema zurückkommen. Schlag mal bitte mit mir Sura 2 Vers 1 auf. Lies vor. Ja, ich bin gerade am fahren. Lies mal bitte vor. Du bist zu Hause. Lies du vor. Ich habe nichts da. Du hast doch den Koran vor dir mal an. Nein, ich rede mit euch. Ich habe den Koran im Kopf. Ich kenne die Hadith aus dem Kopf. Ich rede mit euch aus dem Kopf und widerlege euch. Das ist kein Problem für mich. Ich brauche keine Bücher. Ich rede aus dem Kopf mit euch. Sofian, hör auf dich aufzuspielen. Lies Sofian. Wie hoch würde ich denn? Sofian, hör auf dich aufzuspielen. Hol deinen Koran raus und lies bitte vor. Lies bitte vor. Ihr habt beide Angst vor mir. Guck mal, wie der entflügt dieser Typ, Mann. Schlag doch deinen Koran auf, Mann. Resa, lies vor. Guck mal, ich helfe dir. Wir sind am fahren, du wahnsinniger Mann. Schlag doch deinen Koran auf. Resa, lies vor, Resa. Lies vor, Resa. Guck mal, wie der Ex noch mal sich den rauswerfe, der Typ. Guck mal, wie der Ex noch mal sagt. Guck mal, ihr habt Angst, ihr habt Angst vor mir. Lies vor, Resa. Wir bleiben. Sofian, du bist zu Hause, Sofian. Ich bin nicht zu Hause, aber lies vor. Wir sind am fahren. Ich kann auch gerade nichts vorlesen. Ich kann, ich lese einfach vor, was du wollt. Aber wenn ihr den Vers nicht vorlesen könnt, bleiben wir bei dem Thema Ist Maria ein Teil der Trinität? Sofian, hast du Angst, Sofian? Jetzt hast du nichts zu machen, Sofian. Du pflichtest. Ich weiß, ihr habt Angst vor mir. Sofian, pflichtest du? Pflichtest du für Kinder hier? Sofian? Sofian? Hör zu, ganz kurz. Bitte hör zu. Hast du schon was Wertvolles geliefert? Ganz kurz. Das du und die Orthodoxen, die selbe Konzept von Gott haben. Hallo. Wieso seid ihr denn beide so ängstlich? Das war für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich bin doch alleine. Ich rede doch alleine. Dass du und die Orthodoxen das selbe Konzept von Gott haben. Okay. Und das wollte ich schon immer den Leuten sagen. Und du hast es nicht gesagt. Weil die Leute, wenn ich das sage, die glauben nicht. Die sagen, der Reza sagt die orthodoxen Sinn und so und so. Aber du hast uns eine. Okay, okay, okay. Stopp, 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 stopp. Okay, okay. Tamam, tamam. Hattest du ganz kurz. Du sagst. Lass uns wirklich bitte sachlich bleiben und ausgehen lassen. Das ist das gute von dir heute. Der Rest ist Kameleurin. Aber das war uns so. Reza, Reza, Reza. Bitte bleib doch jetzt mal ganz kurz. Deswegen ist auch streng ungläubig der Daniel abgefallen. Weil er ein Problem hat mit der Trinität. Wieso lässt er mich für dich kurz ausreden? Das ist wirklich Wahnsinn. Das zeigt, dass sie wirklich Angst haben. Wir reden doch ganz normal. Und so weiter Moslem gewohnt. Okay, warte ganz gut. Was ist der Grund? Aber Reza, da hat Daniel recht. Warum? Kannst du mir, guck mal, ich fordere euch heraus. Gib mir einen einzigen Vers im Neuen Testament, wo der Vater abhängig ist vom Sohn. Da hat Daniel recht. Hörst du, Amir? Amir, siehst du, da ist eins im Geist mit Daniel. Ganz kurz bitte. Da hat Daniel recht. Wir lesen überall, dass der Sohn und der Heilige Geist ausgegangen sind vom Vater. Das bedeutet, dass der Vater ist die Urquelle und vom Vater ist... Siehst du? Wer sagt das denn so was, Amir? Amir, wer sagt das? Welche Glaubensgemeinschaft sagt, der Vater ist die Urquelle? Okay, die Orthodoxen sagen das. Die Katholiken sagen das auch. Ja, das siehst du. Da siehst du, dass sie nicht die Trinität haben. Ganz kurz. Er nimmt das als Beweis? Er nimmt also die Orthodoxen als Beweis gegen uns? Ja, bei der Angst. Ja, bei der Angst. Hättet ihr ohne die Katholiken eine Bibel heute, ja oder nein? Hättest du ohne Abu Bakr und Oman eine Bibel, einen Koran? Nein, deswegen ja, Alhamdulillah. Aber guck mal, wie Angst hat. Guck mal, wie sie flüchtet. Aber wir brauchen weder katholische Kirche noch irgendjemand anderen, weil der Heilige Geist aufmacht. Hättet ihr ohne die Katholiken eine Bibel heute? Verstehst du jetzt? Du hast doch nicht mal den Koran von Usman in deiner Hand. Weißt du, wie heftig das ist. Doch, der Koran, die Manuskripte sind in Türkei sogar. Aber das kennst du noch nicht mal. Das stimmt aber nicht mit deiner heutigen Übersetzung überein, he? Natürlich. Geh mal hin, zu 99,8 Prozent ist das direkt erhalten. Du flüchtest. Aber Allah sagt sogar... Okay, wenn ich dir das beweise, verlässt du den Islam? Okay. Darf ich antworten? Darf ich antworten, bitte? Okay, wenn ich dir das beweise, dass Allah, Mohammed und Jibril eins sind, verlässt du den Islam? Nein. Okay, ganz kurz. Stopp. Stopp. Ganz kurz. Lach doch nicht so. Weißt du, warum ich lachen muss? Ich gebe dir ein Beispiel. Prüf dein Schrankpunkt, Amir. Amir, ich gebe dir ein Beispiel, damit du etwas verstehst. Okay, prüf dein Schrankpunkt, Amir. Warum sagst du das denn nicht? Du hast Angst, Bro. Du hast Angst. Du hast richtig Paras, dass ich dir das zeige, ne? Du sagst, ganz kurz. Wenn, ich gebe dir sogar, ich helfe dir sogar und komme dir entgegen und sage, stell dir mal bitte vor, Allah sagt, Jibril Alayhisselam und unser Prophet sind eins mit Allah. Bitte hör genau zu. Wenn sie eins wären. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast ein falsches Verständnis. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Fußballmannschaft besteht aus elf Leuten. Richtig? Ja, richtig. Heute zum Beispiel fängt die EM an. Die Fußballmannschaft kann eins sein. In was sind sie eins? Sind sie eins in einem Wesen, woran wir glauben an eine Trinität? Wie zum Beispiel Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ist der Vater in Jesus drin? Allah hat neben sich niemanden. Er ist der Einzige und neben sich ist keiner. Was für ein blödsinn der Schwester. Also wenn Muhammad und Shibir in einem Satz erwähnt werden, dann sind sie ihm gleich. Schaffst du das jetzt? Wenn also Vater, Sohn, Heiliger Geist in einem erwähnt werden, dann sind alle drei ein. Habst du das jetzt? Darf ich bitte? Darf ich bitte? Darf ich bitte? Ich habe dir erstmal ein Beispiel. Amir, damit du... Guck mal, ich habe... Du laberst einfach Schrott, was du in deiner Theologie übereinstimmt. Das ist nämlich deine Philosophie, die du da reinpackst. Darf ich doch mal jetzt bitte reden? Ansonsten gehe ich raus. Ansonsten gehe ich raus. Das ist ungerecht. Du willst ja noch nicht mal irgendwie... Du willst ja noch nicht mal prüfen. Du bist zu Hause, hast den Koran vor dir und willst du nicht... Nein, ich rede mit euch aus dem Kopf. Ich rede mit euch, mit den Quellen, die ich mir gemerkt habe. Hör bitte zu. Nein, ich muss mich nicht schämen. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Du musst dich schämen. Du musst dich schämen. Ich bin nicht zu Hause, was bist du denn für ein Mensch... Ich schwöre auf Allah, dass du keine Möglichkeit hast, den Koran aufzuschlagen. Amir, Amir, ich habe keine Möglichkeit aufzuschlagen. Amir, ich habe keine Möglichkeit aufzuschlagen. Amir, ich habe keine Möglichkeit aufzuschlagen. Wieso hast du denn Angst? Wieso möchtest du denn jetzt... Ich bin doch jetzt nicht... Amir, bitte wein nicht. Abus Sophia, ein letztes Mal. Du wein. Wieso würdest du ablenken? Bitte. Alle Leute... Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? 700 Leute sind Zeug, dass du Angst hast. Auf Allah schwörst? Es sagt Täuscher. 700 Leute sind Zeug, dass du Angst hast. Raus! Raus! Habt ihr gesehen, was das für einen Lügner, Täuscher, ist? Weil er weiß ganz genau, wo die Reise gleich hingeht. Weil er ganz genau weiß, wo die Reise gleich hingeht. Willst du kein Hasanat sammeln für Allah? Jeder Muslim würde sagen, natürlich warte, ich schlag den Koran auf. Was willst du mir zeigen, Amir? Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, dann schwöre auf Allah, dass du nicht die Möglichkeit hast, gerade den Koran aufzuschlagen. So ist das. Sind alle gleich, alle gleich diese Täuscher. Alle gleich. Ein Haufen von Nichtsnutzen und Täuschern. Der denkt, der hätte den Koran von Osman in der Hand. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Muslime haben einfach nur eine Abschrift von 1924, einen standardisierten Druck von der Al-Azhar-Universität. Der Topkapi und Samarkand und alle Manuskripte widersprechen dem heutigen Koran. Wisst ihr, was das für ein Desaster ist für Muslime? Er weiß das ganz genau. Und sein Koran wurde von zwei Lügnern und Betrügern überliefert, nämlich von Hafs und Asin, die als Lügner und Betrüger gelten, die Hadith erdichtet haben, Lügengeschichten erzählt haben über Mohammed. Der würde niemals akzeptieren, von einem Lügner, der über Mohammed Lügen erzählt, von ihm irgendwas zu nehmen. Aber weil auf einmal Hafs in der Überlieferungskette kommt, sagt er, ja gut, der ist aber stark im Koran. Der ist ein Hafs, obwohl das nicht stimmt. So kaputt ist diese Gemeinde. So kaputt ist diese Gemeinde. So kaputt. So kaputt ist fertig ist diese Gemeinde. Ich habe eine Frage. Und zwei. Wie dein Gott denkt, er schickt Propheten, okay? Sie werden umgebracht. Und danach denkt er sich, jetzt komme ich selber runter und dann wird er auch umgebracht. Was ist das für ein Gott? Erklär mir. Da verstehst du die Liebe Gottes nicht. Liebe Gottes, das verstehe ich nicht. Der behindert sich, schickt Propheten und die sterben und dann schickt er sich selbst und dann stirbt er auch. Was ist mit ihm? Das Problem ist dein falsches Verständnis. Der Herr Jesus Christus hat... Alles klar, mein falsches Verständnis. Du möchtest, du möchtest, du willst du noch mal reden oder willst du so im Kindergarten Kamelurin an den Tag legen? Kamelurin bei dir rein, Junge? Warum schreist du denn nicht? Kamelurin bei dir rein, genau bei dir rein. Weil dein Prophet gesagt, du sollst Kamelurin trinken. Wer hat denn nicht? Der hat denn nicht. Der hat denn nicht. Der hat gesagt, du kannst es als Clipton Eis, der Erfrischungsgetränk, zu dir nehmen. Ach so, okay. Sei mal ein echter Muslim und trink mal ein bisschen Kamelpisse. Dein Gott, ja. Er kommt auch runter und runter. Merkst du jetzt, wo dieses Niveau hingeht? Nö, dein Niveau. Dein Niveau fängt ja schon bei dir an. Du kommst also raus, die ganze Zeit. Guck mal, dein Gott, er schickt Propheten, sie werden umgebracht und danach komm, ich komm jetzt selber runter. Er wird auch umgebracht. Ist das nicht peinlich? Ist das nicht peinlich, dass dein Prophet ein 6-jähriges Kind geheiratet hat und mit 9 Jahren... Ah, jetzt vergleichst du meinen Propheten mit deinem Gott. Ja, das ist dein Video. Ist das nicht ein bisschen peinlich? Ich kann unseren Propheten mit deinem Gott vergleichen. Na? Guck mal, er schickt Propheten... ...heraus, jetzt ist es nur zwei Jahre. Da hat er eigentlich eine gute Frage gestellt, ja. Warum schickt Gott Propheten zuletzt seinen Sohn und die töten alle sogar seinen Sohn? Das hat der Herr Jesus ja auch gesagt in den Evangelien, ja. Und das ist eben in Israel, weil dieses Volk nicht hört und sich nicht bekehren will. Und deswegen wird dieses Volk eben zur Rechenschaft gezogen werden vom Gott, demnächst auch in den Ransa-Zeiten. Weil sie eben die Gesandten Gottes immer wieder schlecht behandelt, tötet und nicht annimmt. Das war schon immer das Ding. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum auch Josef zum Beispiel getötet wurde von seinen elf Geschwistern. Sinnbildlich in die Grube geschickt wurde. Und er ist dann auferstanden und zu späterer Zeitpunkt als König über Israel gesandt, also gesetzt wurde in Ägypten. Und die elf Brüder mussten schmerzlich erkennen, dass der Josef als König über sie gesetzt wurde. Den, den sie fast totgeschlagen haben, wo sie gedacht haben, dass er tot ist. Aber der ist auferstanden und als König über sie gesetzt. Hallo. Hallo. Dein bester Freund ist wieder da, der sagt. Ey, Armee. Ja, Habib. Fandst du das jetzt fair, dass du den Sufien so behandelt hast? Ist das fair gewesen von dir? Ja, wenn er nicht hören will und nicht hören will, dann muss er fühlen. Was ist denn das? Okay, okay, ich habe eine andere Frage. Was ist mit morgen? Kommen ein paar Chayas? Ich will auch kommen. Okay, kein Problem. Du kannst gerne... Ja oder nein? Du kannst gerne Suche 33 bis 50 aufregen. Nein, nein, ich frage dich. Ach, ich verschwinde. Was für Chayas? Was meint der? Keine Ahnung, der meint Chayetrick. Ach so. Komm, oh, Chaya. Ich habe mit einer Frau, was meint der? Und das ist auch das Thema mit Hebräer Kapitel 1. Gott hat auf vielfältige Art und Weise zu den Menschen gesprochen, durch Propheten und zuletzt, zu allerletzt, durch seinen Sohn. Und das endet auch die Sache. Gott ist Segen. Ich wollte nur fragen, also euer Gott ist ein Jahel im Alten Testament. Er weiß nicht. Dein Gott ist sowieso ein Jahel im Sohach. Ich habe keinen Gott. Im Alten Testament, wo er mit Abraham redet. Wegen Sodom. Ich verstehe mir was. He he he. Keinen Nerv. Abi hat schon seine Nerven verloren. Er hat überhaupt keine Nerven mehr. Er hat keine Nerven mehr. Er schießt wie John Wayne jetzt. Aus der Hüfte. Alle bam, 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 bam. So. So was brauchst du Nerven aus? So was brauchst du Nerven aus Stahl. Einer Wahnsinn. Ex-Muslim. Ich habe eine Frage. Kennst du noch Ali Diabetes und Adam Dalaun? Ja. Hä? Wer ist Ali Diabetes? Ah, ich habe Ali Diabetes verstanden. Kennst du eine? Der so heißt. Ali Diabetes. John X. John Wayne. Das ist der Spitzname von Amir. Der schießt mit dem Colt direkt von der Hüfte. Exakt. John X. Wayne. So. Ist da jetzt nicht niemand mehr, wo man mal ein vernünftiges theologisches Gespräch führen kann. Damit man dem auch ein bisschen auf die Sprüche hält. Ja, es ist traurig. Es ist einfach nur traurig. Ich wollte den Sofjan beim Schopfen packen. Weißt du? Weil ich gesagt habe, dass der gerne sein Koran aufschlägt und mir einiges gerade vorliest. Weil der Allah nimmt sich ja keine Partner durch, sozusagen. Allah ist ja ein einziger Gott und neben ihm darf ja niemand sein. Mohammed ist ja sein Prophet und der Jibril ist ja nur so ein Übermittler. Aber sie in einem Namen zu erwähnen, Allah, Mohammed und Jibril, das stellt ja Mohammed und Jibril auf Allahs Stufe ja gleich. Deswegen kann ein Muslim... Ein zumindest Alif Lahmim? Ja, richtig, genau. Alif Lahmim, sehr gut. Was sagen denn die Gelehrten mit dem Tafsierer zu dem Vers? Ja, die sagen Alif Lahmim. Ibn Abbas sagt zum Beispiel, dass Alif Lahmim bedeutet Allah, Mohammed und Jibril. Ah, okay. Wahnsinn. Was ist denn eigentlich bei mir da? Ja, kopieren, kopieren. Und ein Muslim, ein Muslim könnte niemals sagen im Namen Allahs, Mohammeds und Jibril. Denn was würde dann daraus entstehen? Dann würde man diese Leute zu einem Gott machen beziehungsweise gleichstellen. Verstehst du? Ja, gleichstellen auf seiner Höhe, ja. Ja. Da sagt er, wir haben Manuskripte, Lisa. Da sagt er, ja klar, wir haben das aus Türkei. Lisa, aus Türkei. Topkapi Museum, Lisa. Das Topkapi ist doch viel, viel später als das Osmanen, oder nicht? So sieht's aus. Das stimmt nicht mit unseren heutigen Koranen überein, das, was im Topkapi Museum steht. Wahnsinn, ne? Ja. Eins der ältesten Manuskripte, selbst das Sana-Manuskript von Jemen, stimmt nicht mit dem heutigen Koran überein. Ein Fünftel des Korans muss nochmal neu gelesen, neu interpretiert werden, weil es damals ja noch keine Satzzeichen, Konsonanten, das war ja nur ein Skelett, der Rasen. Und die Leute haben dann willkürlich Satzzeichen gesetzt und haben dem Koran dann ihre Bedeutung gegeben. Heftig, nicht alles da? Der Koran ist eigentlich ein unverständliches Buch. Wahnsinn, das ist krank. Da sieht man auch einfach nur, dass der Koran einfach eine Sammlung von verschiedenen kleinen Hadithen sind eigentlich. Das hat überhaupt keine Struktur, von Anfang bis zum Ende, so wie das in der Bibel ist. Es beginnt im Anfang schon Gott, Himmel und Erde. Im Koran sind ja die chronologischen Abfolgen gar nicht beachtet, sondern es ist ein Durcheinander. Ja, richtig. Ein Vers hat manchmal mit dem nächsten Vers nichts zu tun. Es gibt manchmal sehr oft im Koran keinen Kontext. Dass einzelne Vers einfach hintereinander geklatscht wurden. Wie geht's euch? Hallo mein lieber Gott, segne dich. Armin, ich wollte dir sagen, nach meinem Livestream von gestern, ne? Ja. Einige haben ja den Livestream gesehen. Ich wollte mich erst mal bei den Leuten bedanken, also für die schönen Sätze und schönen Wörter. Weil viele haben mich angeschrieben, haben mir gesagt, hab Kraft. Und das war wirklich sehr schön, weißt du? Also die Leute, die hier im Livestream drin waren, zugeschaut haben. Ich wollte mich eigentlich für euch allen bedanken. Vielen Dank. Das war wirklich sehr schön von euch. Ja, wundervoll. Gott segne dich und deine Familie, mein Liefer. Merci, dass du da nachkommst. Das war es ja eigentlich auch schon. Ich wollte halt noch was zum Mo sagen, also der vorhin hier drin war. Also wenn Islam wirklich so friedlich ist, dann warum beleidigt mich hier da? Also warum sind die so aggressiv gegenüber zu mir? Weil ich bin hier aus dem Islam rausgetreten. Und ich wollte dich mal fragen, falls er hier zuschaut. Dann sollen wir das mal beantworten. Warum werde ich jeden Tag beleidigt? Warum kriege ich Nachrichten hier? Es gibt ein Kuffar, ein Käfer. Es gibt ein Ungläubiger. Wenn du den Islam verlässt, dann wirst du verhastet. Ja. So, dass du dir richtig bist. Okay, das war es eigentlich auch schon. Ich bin auf Arbeit wieder mal. Rodafis. Merci, dass du dich. Das ist deinem Rodafis. Rodafis. Kosinos, hast du eine Anfrage geschickt, oder was? Okay, soll ich es raustun? Okay, soll ich es raustun? Okay, soll ich es raustun? Okay, da hast du aus Versehen, dass du es gemacht hast. Ja, aber es ist schon heftig, dass die Dreieinigkeit, wie man das dann auch auslögt. Nein, der dreieinige Gott, der Vater, sowohl der allein wahre Gott, als auch der Herr Jesus und der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt sogar Befehle im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 13, 2. Der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist der Herr Jesus Christus in 1. Johannes 25 und Johannes 17, 5. Und ist das Wort Gottes, das Gott selbst ist. Nimmt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8, heißt es, Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Alle drei teilen sich den gleich ewigen Wesen. Sie sind im Buchen, alle drei, ewig, allmächtig, allweise, allwissend. Nur der Sohn Gottes kam auf die Erde, hat den Auftrag des Vaters erfüllt. Fertig aus. Der Vater sendet den Sohn und der Heilige Geist ist da als die Kraft. Ja, das machen wir sehen. Aber sie alle drei sind von Ewigkeit zu Ewigkeit, agieren immer miteinander. Und das sehen wir schon im Schöpfungsbericht. Lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bilde. Und Gott sprach, durch sein Wort hat er alles erschaffen und der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser. Du hast also einmal das Wort, das Wort und der Heilige Geist. Alle drei sind beim Schöpfungsakt dabei. Der Herr Jesus Christus wird ja als Schöpfergott vom Apostel Paulus geschrieben in Kolosser, Kapitel 2, Vers 9. Denn für Christus und durch Christus ist alles entstanden, was oben und was unten ist. Durch ihn sind alle Galaxien entstanden. Jesus Christus ist der Schöpfergott des Universums. Sowohl der 2 ist die Urquelle als auch der Vater ist die Urquelle, weil sie alle drei bei der Urquelle des eigenen Wesens sind. Wesens 1. Wenn es keine Antwort gibt, dann sind wir alle drei ewig. So sieht es aus. Nur, wie gesagt, alle drei interagieren miteinander. Bei der Schöpfung, ja, der Herr Jesus macht die Schöpfung ausführen, der Heilige Geist ist die treibende Kraft. Und der Vater ist der Plan. Und die sind aber trotzdem ewig, alle drei. Deswegen gibt es nicht, der Vater ist höher als der Heilige Geist, der Heilige Geist ist höher als der Herr Jesus, als Gott, der Sohn. Wir haben keine Höhe und weniger, der Chef, Unterchef. Wie das so ein bisschen in der orthodoxen Lehre durchguckt. Der Vater ist der Chef und so was. Nein. Gebrüft. Ohne Anfang, ewig. Das muss man so bestehen lassen. Aber weil der Mensch das nicht vergreifen kann, in seinem Verstand versuchte, da zu trinsten. Versuchte er sich irgendwas zusammenzuschustern, was er so mit seinem beschränkten Verstand verstehen will. Er will mit seinem beschränkten Verstand einen unbeschränkten Gott verstehen in der Natur, in seiner Natur. Anstatt die Dinge erstmal so stehen lassen. Du verstehst ja auch nicht den Triebwerk eines Flugzeugs, wenn du nach Mallorca fliegst, oder? Trotzdem verlässt du dich darauf, dass das schon funktioniert. Ja. Oder sagst du, nein, ich muss das verstehen logisch, den Triebwerk von dem Flugzeug, sonst fliege ich nicht damit. Ja. Das stimmt nicht. Alle fliegen, auch die Marokkaner hier, die heute mal, die verstehen den Triebwerk nicht und trotzdem fliegen die nach Nador. Das ist nicht eure Sache. Das ist nicht eure Sache, das Triebwerk des Flugzeuges zu verstehen. Eure Sache ist, einfach den Mund zu halten und in den Flugzeug zu steigen. Das funktioniert schon. Ein anderer, der höher ist als ihr, hat dieses Triebwerk konzipiert. Also still sein, dumm bleiben und einfach fliegen. Ja. Das ist aber, wie unehrlich sie sind. Ja. Und wenn du wissen willst, wie ein Triebwerk funktioniert, dann lies die Karte dazu. Dann weißt du ungefähr, was dieser Insuliker gemacht hat. Ja. Genau. Dann musst du mal oben hören, gehen zu einer Prediger reden lassen. Und dann los geht's. Du wirst auch erst mal, wenn du die ganze Sache liest, dass du den Bahnhof verstehen. Aber nach ein paar Jahren immer wieder studieren, studieren. schon hier, schon weißt du, welche Schraube musst du wo hin. Schon weißt du, was ein Drehmoment ist. Kraft, Hebelarm und so weiter. Kriegfestigkeit, Kriegefestigkeit. Hallo, Amir. Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Hallo, Gott segne dich auch. Ich hab noch eine Frage an dich oder deinen Bruder. Und zwar, ich hab letztens geguckt auf Google, ob ich was finde zwischen Allah ist ein Schiebenbein laut dem Koran. Und dann wurde gesagt, dass anhand dieser Sura man den Islam nicht, also, weil er meinte so, ja, kann man den Islam deswegen dann widerlegen. Und die meinten so, nein, kannst du mir vielleicht das erklären mit dem Schienbein? Der Allah sagt von sich selbst aus in Sura 68 Vers 42, dass am Tage des jüngsten Gerichts manch ein Schenkel geoffenbart wird und sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Und der Mohammed erklärt das ja in Sahih Bukhari 4919, dass damit Allahs Schienbein gemeint ist und die Menschen aufgefordert werden, sich anbeten, vor dem Schienbein niederzuwerfen. Muslime weltweit haben ein riesen Problem, dass Gott einfach so sein Schienbein zeigt. Du siehst ja, dass das ein riesen, riesen Problem innerhalb des Islams ist, dass sie zwar sagen, dass Allah mit nichts und niemandem zu vergleichen ist und dennoch hat er ein physisches Schienbein, woran die Muslimen ja erkennen. Weil es geht ja noch weiter in Sahih Bukhari 7439 geht der Mohammed ja näher drauf ein und sagt, dass die Muslime am Tage der Auferstehung Allah nicht erkennen und dann wird er sein Erkennungszeichen zeigen, sein Erkennungsmerkmal, und das ist ein Schienbein und anhand dieses Schienbeins werden die Muslime das Anbeten niederwerfen. Es ist also irgendwas physisches. Das ist ja das Kranke. Okay. Und wenn ich den Muslimen das sage, betiteln die mich als Hetzer und Lügner, obwohl ich tief in der Theologie reingehe und denen das zeige und sage, Leute, guckt euch das mal bitte an. Wer kann das denn überhaupt ernst nehmen? Seid ihr des Wahnsinns oder was? Allah zeigt die Jairn Mondo sein sexy Schienbein oder was? Da wurde gesagt, dass halt das nicht deswegen Allah bezogen ist, sondern halt, dass jedes Knie sich vor Allah beugen wird und so wurde da gesagt als Interpretation zu Schienbein. Aber krass, dass sie einfach an einen Schienbein-Gott glauben. Na ja. Okay, mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Ich gehe dann wieder raus, mache Platz frei. Die Entschuldigung, ich musste gerade was machen. Ach so, nee, weil ich habe nur gesagt, dass halt es dann interpretiert wurde als die Leute werden sich vor Allah hinterknien. Deswegen heißt es Schienbein und so. Ja, nein, das ist das Problem. Sie schämen sich und missinterpretieren das selbst. Weil wer erklärt den Koran denn besser? Mohammed doch selbst. Ja. Ja, also, da müssen wir doch die Bukhari aufschlagen und Mohammed zu dem Thema befragen. Was meinst du denn, Mohammed? Meint Allah sein Schienbein oder ist das unser Schienbein von wem? Und dann sagt er nein. Nein, meine lieben Muslime, nein, das ist Allahs Schienbein. Ich habe auch gehört, dass es schlimmer ist, wenn man Mohammed beleidigt als Allah. Denn dann wird man direkt Nackentherapiert, wenn man Mohammed beleidigt. So sieht es aus. Denn das Prinzip ist so. Wenn du Allah beleidigst, hast du drei Tage Zeit, deine Aussage zurückzuziehen und dir wird vergehen. Solltest du Mohammed beleidigen, musst du Nackentherapiert werden, auch wenn du bereust. Häftig. Echt jetzt? Ja, natürlich. Mohammed ist der Gott der Muslime. Okay. Das weiß ich doch. Das ist locker schon so. Ich muss mir vorstellen, der Schöpfer des Universums laut Muslime, der Allah, der schwört auf seinen eigenen Propheten, weil er höher ist als Allah. Okay. Die Muslime schwören nur bei Allah, weil der Allah ihnen sagt, sie sollen nur bei ihm schwören und der Allah hört noch nichtmals auf sich selber, weil es ja nichts Höheres gibt als er selbst. Müsst eigentlich nur bei sich selbst schwören. Nein. Er schwört bei einem höheren Wesen, nämlich Mohammed. Also ich habe auch gesehen, dass viele, er nennen nur Mohammed und so, die benennen nur Mohammed und die reden gar nicht über Allah. Letztlich habe ich wieder mit einem Muslim geredet, er wollte nämlich nur über Mohammed mit mir reden, als ob Mohammed deren Gott wäre. Ja, genau. Es ist eigentlich ein versteckter Personenkult, der Islam. Ja, ist doch so. Die verehren eigentlich den Mohammed und der Allah ist einfach nur ein Helfer von ihm. Ja, aber ich sage das immer noch so, bis zu meinem letzten Atemzug, ihr zwei seid ein Grund und auch Pavlos, warum ich nicht zum Islam kommentiert bin. Ich wollte zum Islam gehen, eine Zeit lang und dann bin ich auf euch gestoßen und dann habe ich eure Livestreams geguckt und seitdem weiß ich, was das überhaupt für eine Religion ist. Ja, wunderbar. Wunderbar. Danke dem Herrn Jesus Christus, dass er deine Augen geöffnet hat und dich bewahrt hat, wo etwas schlifft. Ja, also ihr macht ganz tolle Arbeit. Danke dem Herrn Jesus Christus, dass er dich bewahrt hat. Wunderbar. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich gehe dann wieder runter, okay? Gott segne dich. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, wunderbar. Wunderbar. Frohe Nachrichten. Und deswegen seht ihr, wie wichtig diese Arbeit ist. Jetzt nicht nur, dass der Armee diese Arbeit macht, sondern auch jeder von euch möglich in den kleinen Rahmen, wo ihr gesetzt ist, ob Mann oder Frau für ein wenig Aufklärung habt, keine Angst, fürchtet euch nicht. Ja, der Satan hat zum Beispiel durch diesen Angriff da von Mannheim wieder den Christen Angst eingehört, dass sie das nicht machen sollen, diese Islamaufklärung. Aber ihr dürft euch nicht von Satan beängstigen lassen. Ihr müsst die Wahrheit verkünden, auch wenn der Satan droht mit eurem Leben. Ja, diese Aufklärungsarbeit rettet Menschen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt einen Menschen sogar davor bewahren, wenn er zum Islam konvertiert und dann eine Woche später in Irak oder Syrien oder Afghanistan ist und schlimme Sachen macht. Versteht ihr? Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ihr könnt wirklich Leben retten. Das ist eine gute Sache. Und daher zeigt es euch auch anhand des Beispiels, dass immer wieder Menschen durch die Arbeit von Bruder Amir oder Bruder Pavlos bewahrt werden, aus dem Islam entweder auszusteigen oder gar nicht Muslim zu werden. Der Herr zeigt es euch, damit ihr halt gestärkt werdet. Ja, und das auch zu tun, um eben dem Herrn zu dienen, das Gute zu vollbringen. Und wenn sie dann nicht Muslim werden und sich selbst und andere Leute nicht wehtun werden, dann gehen die auf die Suche nach dem Gott und dann finden sie dann den Friede first in Herrn Jesus Christus und werden dann in Ruhe gehen. Dann finden sie Ruhe und dann werden sie auch friedlich. Dann ist die Sache vorbei. Da hat der Satan ausgedient. Das ist ganz, ganz wichtig. Ob ihr jetzt Islamaufklärung betreibt oder irgendwas anderes oder über den Buddhismus oder Hinduismus oder Atheismus. So irgendetwas hat der Herr Jesus jeden von uns eingesetzt. Jeden. Jeder von uns hat ein Charisma. Und das müsst ihr nutzen. Die Talente, die versteckten Talente. Deswegen denkt dran, ihr Lieben, der Herr Jesus meint das ernst. Matthäus 25 mit den versteckten Talente. Der eine, der ein Talent bekommt, der geht es hin und begrabt es und handelt nicht damit mit seinem Talent. Dann sagt er, ja, ich hab einfach so das behalten. Einfach das Talent einmal begraben. Ich hab's nicht eingesetzt. Und dann wird der Herr es auch nicht. Das ist immerhin. Ganz, ganz wichtig. Was passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Nächstes wäre das nette Mädchen, die nette Frau, die meinte, dass sie kurz davor war zum Islam zu gehen, aber durch die Arbeit von dir, von Bruder Pavlos und so in seiner Leistung wurde sie bewahrt. Jawohl. Danke dir, Herr Jesus Christus. Danke. Das war nicht umsonst. Ja, ja, ja. Also sie ist alles, hat seine, wenn man sät, wird man auch ernten. Amen. Danke dir, danke, meine Herren. Dankeschön. Danke. Ja, auch ein großes Dank immer an den Geschwistern, die ja, den Mitstreiter im Herrn, die das teilen, den Leichen, dass man immer viele Menschen erreichen kann. Vielen, vielen Dank, auch an euch. Und die Wiedergeborenen werden automatisch durch die Werke, durch die Glauben Werke vollbringen. Armin zum Beispiel wusste gar nichts von dem Gleichnis von dem versteckten Talent. Das ist der erste Matthäus, am Ende, 25, als er zum Herrn kam, da fing er schon dann an, das Evangelium zu verkünden. Versteht ihr? Das geht automatisch bei den Wiedergeborenen. Aber wenn jemand Zweifel hat an sich, dass er keine Talente bekommen hat, dann muss er sich bekehren. Er muss Bustetun und Wiedergeboren werden, mit dem Heiligen Geist versiegelt werden und dann kommen die Werke automatisch durch den Heiligen Geist. Das ist die Reihenfolge. Ganz, ganz wichtig. Und wir steuern auf das Ende zu, das heißt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Herr Jesus kann jede Sekunde uns durch die Entrückung wegnehmen von der Erde und dann war es das. Das sind die letzten Minuten, Sekunden, ich weiß nicht, wie lange wir die noch haben. Aber wir wissen ganz genau, jeder von uns spürt, irgendwas passiert gerade mit der Welt. Wir steuern auf etwas zu. Die Ereignisse haben sich einfach beschleunigt. sie spitzen sich zu. Und zwar immer in kürzeren Abständen. Steht ihr? Deswegen, jede Seele zu retten oder ihn davor zu bewahren, aus dem Feuer zu ziehen, ist ganz, ganz wichtige Arbeit. Gerade in diesen letzten Stunden. Darum geht es. Erst selbst wiedergeboren werden und anderen Menschen auch zur Wiedergeburt verhelfen, damit die errettet werden. Und dann werden wir alle entrückt werden und dann beginnt die Apokalypse auf der Erde. Ja, das ist die Sache. Zeig den Menschen, zeig den Muslimen die ganzen Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Zeig ihnen die Kreuzigung des Herrn im Alten Testament vorhergesagt. Dann kommen die langsam zum Glauben. Tut etwas. Tut irgendetwas. Sprich mit den Atheisten. Sprich mit euren Eltern, Familien. Was weiß ich, was tut etwas. So gut wie ihr könnt. Amen, Amen, Amen. Heute war ich die Frau von den Polizisten. Heute? Ja, heute war die Trauerfall. Ja, okay. Ja, eine traurige Seele. Zwei Menschen wurden eigentlich durch Islam, hast du gesehen, zwei Seelen vernichtet. Einmal der Attentäter, der sein Leben verlor. Der ist der Familienvater der Suleiman. Das heißt, er verhinterlässt, wenn ihm auch noch was passiert durch den Schuss. Ja? Wenn ihm was passiert, dann, äh... man hört nichts mehr über den Attentäter, nichts mehr. Der ist verschollen, ist er? Ja, das ist das Problem. Das ist irgendwas... Aber ist egal. Ja, der Islam... da sieht man eben die Früchte des Islam, was der Islam mit dem Mann gemacht hat, mit dem Suleiman. Er hat sein Leben, ja, sozusagen zerstört, das Leben seiner Familie. Er muss, wenn er überhaupt das überlebt, dann muss er hinter Gittern, lebenslang, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Hört ihr mich, ihr Lieben? Ist alles so leise geworden, plötzlich. Hört ihr mich hören? Hallo? Hört ihr mich hören? Ihr Lieben? Ja, okay, alles klar. Na klar. Ja, da sieht ihr mal, dass er, der Mensch, der Suleiman eben durch die islamische Denkweise, durch den islamischen Glauben einem anderen Menschen das Leben genommen hat. Zwei Menschen leben zerstört. Für nichts. Für gar nichts. Und da sieht man eben, wie gefährlich Ideologien sein können, wenn du mit der falschen Ideologie in Berührung kommst. Da bist du selbst für dich selbst eine Gefahr für deine Familie, für deine Mitmenschen. Da bist du für alle eine Gefahr. Was ist das Problem? Aber ich würde gerne zum Beispiel, dass ein Bruder zu dem Suleiman hingeht und ihm das Evangelium verkündet. Sogar der Armir. Ich würde sogar dem Armir empfehlen, dass er mal da hingeht. ich weiß aber nicht, ob die das jetzt erlauben, die Polizei, dass man mit ihm ein Gespräch führt und ihm von der Liebe und Gnade des Herrn Jesus erzählt, sodass er umkehren kann. Amen. Vielleicht könntest du das mal in Angriff und ich würde auch mitkommen. Ich wollte auch damals in Raph sein, der mich ja ermorden wollte. Da wollte ich auch mit ihm reden, aber das ging nicht. Die Polizei oder beziehungsweise Staatsforsitzende. Das ist das Problem. Das heißt, die können auch nicht das Evangelium hören. Man könnte vielleicht eine Bibel zukommen lassen. Ja, das wäre sehr, sehr gut. Ja, das müsste man mal in Erfahrung bringen, ob man dem Attentäter Suleiman eine Bibel geben kann. Aber so müssen seine zwei Kinder und seine zwei Kinder haben hier. Ja, er hat das Leben von einem Polizisten ausgelöscht, fast Michael Sturzenberger umgebracht und sein eigenes Leben. Und das Leben von seiner Kinder und Frau. Die müssen jetzt ohne Vater aufwachsen, die Frau auf sich alleine gestellt. Wahnsinn, nur weil er nicht, weil irgendwo steht, dass man Mohammed so verteidigen muss mit Gewalt und nichts. Nüftig, obwohl dieser Mann noch nie existiert hat, Reza. Die Beweise für seine Nicht-Existenz ist so gewaltig, dass ich nur weinen Reza. Aber selbst wenn er existiert hat, ist egal, wir haben ja jetzt diese Religion. Ja. Trotzdem, dass man nicht hingeht und sagt, meine Herren, da verlangt jemand jetzt von mir, dass ich meine Mitmenschen töte. warum werden diese Leute nicht hellhörig und denken darüber nochmal nach, bevor man jemanden tötet, weil die müssen es so wissen, in dem Gewissen, töten ist böse. Das darf nur Gott. Gott hat das Recht, das Leben zu nehmen. Gott ist der Geber des Lebens und der Nehmer des Lebens. Was ist, wenn du was Falsches tust? Und das ist die höchste, das ist die schlimmste Sünde, die es gibt, wenn du einen Menschen ermordest. Das ist nicht eine Kleinigkeit, wo du einfach mal hingehst und sagst, jetzt mach ich das. Ein Mr. A hat zu mir gesagt, geh Menschen töten, da mach ich das. Nein. Das ist doch keine kleine Bagatell-Sache. Ja. Grüß Gott. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Euch auch. Gottes Segen über euch. Gottes Segen. Ich wollte nur was zu dem, was vor einer Minute gesagt wurde über Mohammed. Nach frischen Aufzeichnungen aus deiner Epoche, also, er hat doch gelebt, also, das hat der heilige Johannes von Damasku 675 bis 750 der, man nannte ihn den, den, den Krieger gegen Maritäern, Estoriana, Jakovita und Bildes, Bildanbeter. Der hat dann gesagt, dieser Mann Mohammed, wo er das alte und neue Testament von sich verstoßen hat, schaut so aus, dass er mit einem arianischen Priester kommuniziert hat. Der Koran ist ja nichts anderes als eine gnostische Lehre, irgend so eine arianische Sekte, die damals in der arabischen Halbwinsle sich umgekummelt hat, hat den Islam ins Leben gerufen. Genau, das hat sogar der Theodor Abu Kulach 750 829 der haranische Bischof geschrieben hat, der schreibt so, Sarazenen, also Muslime, die sind gedacht, dass sie das göttliche verleugnen und das Wort Gottes verleugnen, die tun sich, wie sagt man, sammeln, um gegen das zu kämpfen, so weiter und so weiter. Also das ist schön, sogar der Konstantin Porifuginat im 14. Kapitel hat es auch geschrieben, dass Mohammed in der Deresie verfallen ist wegen arianischen Tristern, die damals von der Kirche ausgestoßen wurden. Sozusagen Mohammed war ein Christ vorher. Ja, deswegen war die Kaaba ja auch ein christliches Haus. Da war die Statue von Maria und Jesus und so säftig weil es kann nur ein Christ in Heresie verfallen der getauft wurde, nicht Christ ist kann nicht in Heresie verfallen. Okay, das war schon von meiner Seite, also schönen Tag wo ich noch muss kochen weiter Servus. Okay, Gott segne dich tschau. Tschau. Ui. Entschuldigung, ich wollte dich nicht so schnell raus. Ja, das ist das. Das ist einfach nur eine arianische Sekte, die sich in der damaligen Zeit in der arabischen Halbinsel rumgetrieben hat und der Islam dann entstanden ist durch Gnostiker. Selbst diese Idee, dass Judas anstelle vom Herrn Jesus gekreuzigt wurde und es erschien ihm so, dass es einfach, die Gnostiker haben daran geglaubt. Ja, genau. Judas Evangelium. Ja. Thomas Evangelium. Ja. Ja, ist das nicht heftig, Liza? Ich wünsche dir, wir könnten die Massenmedien mal dazu auffordern, das Ganze zu thematisieren und den Koran zu entkräften, Liza. Ja, da wirst du lange warten, dass der Satan durch seine Massenmedien dir hilft, den Muslimen die Augen zu öffnen. Schade, 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 schade. Mit dem zweiten sieht man besser, da kannst du ganz lange warten, dass sie dir helfen, Amir. Ach man, das ist so traurig. CTF mit der Ein-Auge-Geste. Das ist so traurig, das ist so traurig. Das kannst du vergessen. Diese Möglichkeit, diese kleine Kraft, die wir haben hier mit uns, die der Herr uns eröffnet hat in den Social-Medien, Social-Media, das Wort Gottes zu verkünden und für Aufklärung zu sorgen, das ist schon eine gute, geöffnete Tür vom Herrn. Mehr können wir nicht erwarten. Wir wissen nur, dass der Satan die Welt besitzt, dass er dieses System beherrscht. Und dass wir trotzdem in seinem System noch so viel ihn angreifen können, ihn entlarven können, das ist nur mit der Kraft Gottes möglich. Also aus unserer Kraft heraus können wir ja sowas nicht auf die Beine stellen. Weil wir sind ja in seinem Machtbereich, des Teufels, der kann uns schnell, der kann uns direkt beseitigen. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns selbst mit Wissen versorgen. Ganz, ganz wichtig, dass wir uns verstärken mit Erkenntnis, durch Bibellesen, Wissen, aber auch uns durch anderweitige Literatur weiterentwickeln. Zum Beispiel sich mit dem Islam auseinanderzusetzen, sich mit anderen Weltanschauungen auseinanderzusetzen. Um dann, wenn jemand da in dieser Weltanschauung oder Glaubensrichtung gefangen ist, dass man ihn dann rausholen kann. Aber wenn du da gar nicht mitreden kannst, dann wirst du ganz schnell aussortiert. Aber gut, ihr könnt doch einfach, das Evangelium ist sowieso das Beste, ohne Diskussionen zu führen, einfach das Wort Gottes verkünden. Das ist sowieso das Beste, was sie eben tun können. Oder dann, was wir tun können. Ohne jetzt intellektuell zu sein. Einfach das Wort Gottes verkünden. In Gottes Segen, Bruder. Hey, Bruder, warum was? Wie geht es dir eigentlich? Ja, Stück für Stück immer besser. Morgen bin ich bereit zu predigen. Oh, der Herr in der Karte. Dann muss TikTok mich wieder ertragen, Bruder. Oh, Mann. Oh, Mann. Und ich habe mich gefreut, noch ein paar Tage Ruhe zu haben. Aber anscheinend geht es heute wieder weiter. Morgen geht es wieder ab. Der zweite Hetzer kommt auf. Morgen wird direkt geschossen. Sofort aufgedeckt die Finsternis. Ohne wenn, ohne aber. Die lauwarmen können sich warm anziehen. Die lauwarmen können sich lauwarm anziehen. Genau, nicht heiß. Die können sich lauwarm alle anziehen hier. Jeder einzelne, der über uns geredet hat. Da hole ich den ein oder anderen Päckchen jetzt raus. Klar wird es noch jedenfalls weggemacht. Aber, oder? Aber es ist schön, dass du mit der Kraft auskommst. Das Ding ist, bist du morgen auch dabei? So Gott will. So Gott will. Dann werden wir mal schauen, wie wir das machen. Und dann, so Gott will die Uhrzeit, muss ich auch noch hier gucken, wie das wird. Und dann, ich glaube so morgensbereich, so mittags, so zwölf Uhr ungefähr. Zwölf, dreizehn Uhr. Ja, das ist eine gute Zeit, ein bisschen zu früh. Da wache ich gerade auf, aus meinem Koma. Ob das noch kein Ohr. Aber, aber es okay. Nein, Quatsch da. Da wache ich gerade auf, aus meinem Schönheitsschlaf. Aber Bruder, hast du gehört, was passiert ist? Darüber wirst du morgen auch reden. Nachdem ich, glaube ich, morgen als Hintergrund bet. Was ist passiert? Ja, ist passiert, gegen Matubala und so weiter. Achso, ja, das heißt, genau. Ja, 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 der Druck erhöht sich jetzt auf die Muslime. Was meinte ich damit? Der Druck wird sich jetzt auf die Muslime erhöhen und der Druck wird auch gleichzeitig auf die Gesellschaft erhöht. Das heißt, beide Seiten werden jetzt so gepiesackt vom Satan. Damit sie so viel Wut und Hass bekommen, damit die aufeinander losgehen. Ja, ja. Das ist ja, also Hetze gegenseitig. Nenn das Ding, hast du es richtig bekommen. Ja, das stimmt. Aber wie das passiert ist, ne? Urplötzlich, Englisch, Zagratien. Ja, urplötzlich, eigentlich wussten wir, dass der Druck auf die Muslime erhöht wird. Das habe ich ja immer wieder gesagt. Seit einem Jahr sage ich das. Der Druck wird auf die Muslime so erhöht, dass sie ausflippen und um sich schlagen werden. Ja, das werden wir bekommen bald. Da ist der andere Hetzer jetzt. Was geht doch? Da ist er doch. Mit der vier, Bruder, Armin. Der vier. Der vier. Der hilft immer weiter und der Kleck, oder? Ja. 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 Das Beste. Mach mal schreien. Ja, Marlon. Ja, Marlon. Du, was du tun musst. Ja, der macht jetzt was Neues, ne? Der hat sich geupdatet. Jetzt sagt er immer so, irgendwie so macht er jetzt. Der fällt, Bruder, Armin. Ist das der, der immer hochkommt und dann immer so blöd zu machen und wieder runtergeht? Ja, ja. Bruder, Armin, ich konnte noch deine Meinung noch nicht dazu hören, weil ich immer arbeiten war. Hast du gehört hier richtig? Wird es ja passiert? Die ganzen Moschee ist geschlossen, die ganzen anderen mit festgenommen. Ja, die sind festgenommen. Ja, die sind festgenommen. Ich habe noch weitere Berichte gelegt. Die sind alle festgenommen, weil die Geld in Syrien geschickt haben, wo mit Waffenlieferungen zu tun hat. Da so mit DS-Unterstützung. Das war unfassbar. So, sowas habe ich da gelesen. Tagesschau, wie hat Allah heißt. Ne, Welt und so weiter. Welt online. Die haben Geld da auf jeden Fall gegeben. Und dann, durch die Razzia, haben die 15.000 Euro da gesehen in der Moschee drinnen und haben die auch gebeten. Razzia, die Muslime machen Plakate, Razzia. Jesus fiel auf sein Angesicht und betet zu Gott. Nimm dir Jesus zum Vorbild und werde Muslim. Razzia. Razzia. Ein riesen Plakat. Wahnsinn. Habe ich gesehen. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Ja, da muss man nur die eigenen Plakate daneben machen. Kann man auch bezahlen. Zu seinem Geld tun. Mit den Buddhisten, die auf ihr Angesicht beten. Dann sagen, hier, die Buddhisten beten, liebe Muslim, die Buddhisten beten, genau, die sind noch älter als ihr. Werde Buddhist. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Das hat sich dann erledigt. Und Jesus nennt Gott seinen Vater. Ist Allah der Vater? Nein, danke schön. Jesus war kein Muslim. Dankeschön. Jesus war kein Muslim. Heftig. Hey, hast du noch was gesehen, Bruder? Ja, Bruder Reza, bitte. Nein, nein, alles gut. Sag es. Guck, ich wollte noch einen Satz sagen. Hier, der Liebes, so was weiß ich, ne? Der hat auch ein Video, habe ich jetzt gesehen, da hat er so auf einmal gesagt, wenn er so ein Baby hätte, Prophet Mohammed, will den, hätte er bereit gemacht für die Heirat. Was hat das denn für eine kranken Vorstellung? Ein Baby? Ja, das ist ja. Wir haben A gesagt, es müssen auch B sein. Egal, wie verrückt das sich alles anhört. Ja, das ist nicht. Sonst wären die Verräter. Sonst wären die Verräter, ja. Das ist das. Einfach ein Baby und dann für die Heiratbereitung. Ein Baby, das kannst du keinem. Das zieht ihr auch in eurem Fläschchen, oder? Habt ihr das gesehen, was ich in meinem WhatsApp-Kanal gepostet habe, ne? Leza. Ja. Bieten. Leza haben eine Verlieferung, wie Haar Al Anwar, dass, wenn du in Wassermelonen reinweist, der Allah dir 70.000 gute Taten aufschreibt und 70.000 Taten fiegt. Leza, durch Wassermelonen. Leza, durch Wassermelonen. Leza, durch Wassermelonen. Ja. Armin, das bietet sich jetzt an. Ja, genau. Like guys in the sunshine. Like watermelonen. Leza, die Sunnis, die kaufen sich Wassermelonen, um sich ihre Begierden zu erleichtern. Dann haben wir die eine Fraktion des Wahnsinns. Und dann haben wir die andere Fraktion des Wahnsinns, die schieten, die in Wassermelonen weißen und denken, dass Gott ihnen 70.000 gute Taten aufschreibt und 70.000 Taten tegt. Leza. Ja, weil das sehr schwer ist, Wassermelonen zu beißen. Dieses Süße, ich halte. Das ist so schwer. Das hat was mit Aufrauben, warum sie tut. Du opferst dich. Ist das cool. Ich kann nicht mal bitte. Ja, die Menschheit. Die ganze Menschheit ist so. Kann das alles nicht mehr. Ich flippe irgendwann mal aus. Und dann die Atheisten, die in Debatten reingehen, um dir zu beweisen, dass ihr Urgroßeltern Affen wart. Die sagen, ey, wenn du dir sagst, nein, du bist kein Affe, du kommst nicht von deinem Affen. Ey, ey, ey. Ich sag, ich komme von deinem Affen. Amir, der will es dir richtig beweisen und du willst ihn dir davon bewahren. Und du sagst, nein. Das ist unglaublich. Hör auf mich zu beleidigen, ich komme von deinem Affen. Wahnsinn. Wahnsinn, einfach nur der Wahner. Das sind ja die Atheisten. Das sind ja die Atheisten. Ja, und der Rest ist auch. Die Buddhisten sind, oder die Buddhisten, die hier, die Buddhisten und die Hindus sind ja auch beschäftigt mit ihrer Meditation. Ach, Bruder Reza, das hast du, glaube ich, noch nicht richtig mitbekommen. Und jetzt geht das hier richtig ab, ne, in TikTok. Jeder will Astralreisen machen. Ja, heift sich. Sogar die Muslime. Ja, esoterisch. Warte, warte, jetzt noch eine nächste Frage, Bruder Reza. Guck mal jetzt, da hat ein Muslim gefragt, eine richtige Doktor-Schick-Ibrahim-Frage. Der hat gefragt, wenn ich Astralreise mache nach Mekka und Hatsch mache mit Astralreisen, ist das erlaubt? Ist das gültig? Werden die Hatsch akzeptiert? Werden die Hatsch akzeptiert? Das ist eine gute Frage. Das muss nach Antworten. Ich stelle dir mal vor, ich mache einen Astralreisen in Allahs Himmelreich, um mir das mal anzugucken, wie es da aussieht. Reza, mit dieser 100 Millionen von Bruder Reza. Ami, ich stelle mal vor, du kommst da hoch und dann lächeln die dich alle an, so diese Digger. Da bist du schwach, oder? Und dann machen die Shakey, Shakey, Ami. Shakey, Shakey, bauch das. Hey, mein Shakey, Shakey, ich zick jetzt ab. Dann kannst du jetzt die ganze Zeit singen, Shakey, that, and for me. Shakey, that, and for me. Oh Gott. Ja, der beste Schwach ist einmal. Reza, Reza, reza. Sante Allah sagte, Sallallahu alaihi wa sallam. Wer 100 Mal am Tag sagt, Subhanallah, dem werden alle... ...der Groß wären wie der Schaum des Meeres. Reza, du brauchst nur ein Zauberspiel zu sagen und schon vergibt dir Allah alles. Du kannst der letzte auf dem Dreck sein. Aber das kommt aus der Magie, das erinnert mich doch. Ja, das ist doch mit der Magie, mit diesem einen Zauberspruch und dann verschwindet so eine Hase. So eine Hase im Hut. Das ist auch dasselbe. Mit so einem Spruch zu sagen und dann verschwindet deine schlechten Zeit. Was meinst du, wenn jetzt ein Muslim kommt und... Reza, Reza, was meinst du, wenn jetzt ein Muslim kommt und uns auslacht und sagt, Du glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist, jetzt bist du sündenfrei. Was meinst du, wenn auf einmal die ganzen Leute herausfinden, dass der eigener Prophet gesagt hat, wenn du einen Zauberspruch sagst, werden alle deine Sünden vergehen, auch wenn sie so groß sind, wie der Schaum auf dem Meer, Reza. Und du weißt, wie reichheitlich der Schaum auf dem Meer ist, Reza. Und stell dir mal vor, du rißt noch eine Melone dabei, dann ist auch der Schaum weg vom Meer. Dann hast du komplette, komplette... Da hast du doppelte Vergebung, das ist schon... Hier. Dann bist du auf der sicheren Seite, Reza. Da brauchst du keinen Schaum mehr vom Schaum auf. Da ist der Schaum direkt... Das befindet sich in Sayy al-Bukhari 6405. Der Islam ist komplett ruiniert worden. Sobald Muslime kommen, sofort zeigen, sagen, Du kommst zu Christus. Du willst mir also sagen, dass ein Zauberspruch alle deine Sünden vergibt. Und dann hast du ein Problem damit, dass Jesus Christus für meine Schuld bezahlt hat, aber hast kein Problem, einen Zauberspruch zu sagen. Und dann werden dir all deine Sünden vergibt. Viele sind wie die Schaum am Meer. Das war's, mein lieber Muslim. Das war's. Das war's. Dein Konzept des Islam geht nicht auf. Das war's. Komm weg von was war's. Komm zum das war's. Geh weg von was war's. Von was war's des Teufels. Was war's. Das ist traurig. Das ist traurig. Einfach nur traurig. Verstehst du das? Die lehnen das Konzept Begegnung im Christentum ab und erkennen nicht die Liebe Gottes, dass der Herr selber stellvertretend den höchsten Preis bezahlt hat, nämlich sein kostbares Leben, sein Blut vergossen hat für unsere Schuld. Aber akzeptieren dann Allah, der sagt, du brauchst nur einen Zauberspruch zu sagen und dann werden dir all deine Sünden vergeben. Ich komm später mal dazu, nein, ich muss weitermachen. Gottes Segen. Okay, Gott segne dich, du Ablass. Gottes Segen, Bruder. Gott segne euch. Gottes Segen, mein lieber. Alles gut bei euch. Alles zu viel. Fuck, fuck. 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 Das sind viele muslimische Brüder unterwegs, ne? Was sagst du? Das sind viele muslimische Brüder unterwegs. Das ist dir kein einziges Wort. Das sind viele muslimische Brüder unterwegs. Das ist der Prozess von Ibrahim Al-Azazi. Da müssen wir gucken. Okay, mein lieber Gott segne euch. Das ist meine Familie. Wer ist das? Ja, Sheikh Ibrahim, der hat seine Frau vergebildet. Nein, auf jetzt. Ja, natürlich, der wurde deswegen angeklagt. Sheikh Ibrahim, der Ferrari, äh, Sheikh Seinfurt. Ja, er saß im Untersuchungsamt. Das kann doch nicht wahr sein. Reza. Ja. Hier, hör dir das an. Pass mal auf. Zeig mal. Friediger soll seine Ehefrau vergewaltigt haben. Von Ulrich Kritzer. In der Szene der salafistischen Influencer gehört Ibrahim Al-Azazi zu den Stars. Auf der Social-Media-Plattform TikTok zählt der selbsternannte Gelehrte mehr als 100.000 Follower. Die YouTube... Hallo. Hi. Hi, ex-Muslim. Hallo, meine liebe Gott segne euch. Mir wurde gerade dein Live geteilt und, ähm, ja, ich würde fragen, ob ich meine Geschichte erzählen darf. Ja, natürlich, gerne. Okay, ähm, also ich bin die Angelina Lamastra und, äh, hab zwei entführte Kinder im Libanon. Mein Ex-Mann, äh, war Libanese oder ist Libanese. Sitzt aktuell, äh, hier in Deutschland im Gefängnis und meine Kinder sind im Libanon im Kriegsgebiet. Und das alles durch Versagen der deutschen, ja, ich sag mal, der deutschen Behörden. Wir haben ihm viel zu viel Glauben geschätzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das, äh, größte Problem ist dann, hält jetzt die Scharia im Libanon, ja. Das heißt, wenn ich da einreise, werde ich erstmal verhaftet wegen Ungehorsamkeit der Ehefrau. Islamisch bin ich dort noch verheiratet. Da haben wir es, habt ihr es gehört? Habt ihr das gehört, was es heißt auf einmal Scharia, ja? Ob die Frau dann nochmal Rechte bekommt? Hier in Deutschland kriegst du eine Gehirnwäsche, die Frau. Aber in den islamischen Ländern sehen wir die Realität, wie Frauen behandelt werden. Habt ihr es gerade gehört? Hä? So sieht es aus. Erzählen wir uns weiter. Tut mir leid. Nee, alles gut. Nee, es ist ja, es ist ja wirklich so. Also ob meiner, ja, aber Libanon ist halb christlich. Ja, das stimmt, halb, halb. Aber Libanon hat keine Regierung, ihr Lieben. Ganz genau. Libanon hat keine Regierung. Warum ich am Libanesen geheiratet habe? Guckt mal, Leute, ich war sehr, sehr jung. Und ich war 18, total naiv. Er war am Anfang total lieb. Hat gemeint, er hätte kein Problem damit, dass ich Christin bin. Ich könnte frei leben, so wie bisher. Und nach einer Zeit wurde der dann immer strenger und hat mir immer mehr Verbote erteilt. Ding dann an, auch gewalttätig zu werden. Und ich hatte Angst, Angst, mich zu trennen, Leute. Einfach Angst, weil ich nicht wusste, bringt dieser Mensch nicht um. Versteht ihr? Und wir müssen, wir müssen, wir müssen echt aufpassen. Sorry, dass ich das so sage. Ehrlich, es gibt auch gute... Sunniter oder Schiite? Ist das Sunni oder Schiach? Sunniter. Ah, Sunniter. Aber wir müssen, wir müssen hier echt aufpassen, dass hier in Deutschland das nicht irgendwann genauso kommt. Ja, weil ich sehe immer mehr Hass und immer mehr Gewaltverbrechen hier einfach. Wir müssen so vorsichtig sein und einfach füreinander da sein. Und ich persönlich habe mich getrennt, ja, bin ja geschieden. Das war ja dann doch die Rache von ihm, mir die Kinder zu verschleppen. Ich habe meine Kinder vier Jahre nicht gesehen. Vier Jahre weiß ich nicht, wie es dem geht. Er sitzt hier im Gefängnis, der ist so knallhart, dieser Mensch. Für mich kein Vater, kein Mann und nichts. Der sagt, lieber verrecken die Kinder elendig im Krieg, bevor ich sie wieder in die Hände kriege. Und er hat eineinhalb Jahre Haft bekommen, sitzt hier in Mainz im Klas. Und kannst du nicht deine Kinder irgendwie kontaktieren, irgendwie mit ihnen Kontakt aufnehmen oder irgendwas? Ja, ich habe es versucht über seine Familie. Die haben mich dann alle beleidigt. Ja, ich bin eine Scharnuta, das heißt sowas wie Schafe und was weiß ich nicht alles, ja. Und sowas wie, du musst deine Kinder nie wiedersehen. Die deutschen Behörden können auch nichts machen, weil Libanon oder auch viele arabische Länder oder muslimische Länder haben kein Abkommen mit Europa. Und meine Kinder haben leider beide Staatsbürgerschaft, deutsch und libanesisch. Das heißt, solange die Kinder nicht zur deutschen Botschaft gebracht werden, habe ich keine Chance, die rauszubekommen. Es sei denn, ich würde jetzt ein Privatdetektiv einschalten. Es gibt eine Organisation in Holland, die würden das machen. Aber, halte ich fest, Bruder, 29.500 für ein Kind. Und das läuft alles nur mit Schmiergeldern. Das hat nichts mit Religion in meinen Augen zu tun. Das ist einfach reiner Terror. Reiner Hass. Ich habe zwar ein Spendenkonto gemacht, aber ich kenne nicht genug Leute. Ich habe gerade mal 200 Euro gesammelt von 50.000. Du brauchst kein Spendenkonto. Du musst dich ganz auf den Herrn Jesus verlassen. Verlass dich nicht auf Geld und Spendenkonto. Du musst beten heute gleich. Wir werden auch für dich beten, aber auch du selber beten zum Herrn Jesus. Herr Jesus. Bist du überhaupt gläubig? Ich bin gar nichts mehr. Also ich habe von Religion komplett den Abstand genommen. Also ich bete auf jeden Fall. Aber ich tue mich nicht mehr so irgendwie festlegen, weißt du, weil ich so enttäuscht wurde. Okay, das ist eine gute Ausgangssituation. Kein Problem. Heute gleich, wenn du den Stream beendet hast, gehst du ins Gebet und sagst, Jesus Christus, wenn du der wahrhaftige Gott bist, bringe mir meine Kinder zurück. Und ich werde mein Leben dir geben und dir nachfolgen. An dem Zeitpunkt. Mohammed, ich habe das auf meinem Profil. Da siehst du es in meiner Bio. Und da ist auch von RTL noch die Nachricht. Also ich war ja in den Nachrichten gewesen. Da hat er auch noch mal Morddrohungen ausgesprochen gehabt gegen meine Kinder. Und er hat auch das Scharia durchgesetzt im Libanon. Und das wurde dann hier auch erwähnt. Und uns sind hier die Hände vollkommen gebunden. Vollkommen. Ja, natürlich müsste man auch wissen, wie du dich verhalten hast in der Ehe und so weiter. Wir hören ja nur jetzt nur die eine Seite von dir. Naja, wie habe ich mich verhalten? Wie habe ich mich verhalten? Ich war ja Christin gewesen. Er hatte am Anfang kein Problem damit. Dann hieß es immer mehr, ja, ich soll nicht so kurze Sachen tragen. Meine Klamotten wurden immer länger. Irgendwann hieß es, ja, ich will, dass du mit mir ins Paradies kommst und du musst konvertieren. Er hat mich dann in die Moschee gebracht. Er hat mir dann gezeigt, wie herzlich die Menschen dort sind. Ich habe mich dann darauf eingelassen. Ich bin damals zum Islam konvertiert. Ich habe Kopftuch getragen. Ich habe wirklich alles getan, um ihn zu Fäden zu stellen. Ich habe mich dabei selbst verloren. Ich habe mich einfach selbst verloren und vergessen. Und das ist das, wenn die Frauen aus einer dummen Entscheidung, eine Entscheidung für den Islam treffen aufgrund ihres Mannes, wie oft, wie oft das passiert ist. Ja, aber das ist das, weil die gute Dame hier die Bibel nicht gelesen hat. 2. Korinther 6, Vers 14, ganz wichtiger Vers. Sieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Das heißt, du darfst nicht als Christin einen Moslem heiraten. Du hättest einen Christen heiraten dürfen, aber weil du diesen Vers nicht gekannt hast. Lisa, ich bin eigentlich, sagen wir mal so, meine Eltern sind zwar Italiener, aber wir sind doch sehr religionsfrei groß geworden. Ja, das meine ich ja damit. Das ist das, ja. Ich war immer sehr verbunden, ich war immer die Einzige, die gebetet hat. Aber ich sage dir ehrlich, ich habe nie die Bibel gelesen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe die Bibel gelesen. Verstehst du? Ja, das ist das Problem. Das ist halt, was ich immer wieder sage. Die meisten Christen sind mehr oder weniger nur so Larifari, oberflächlich, auf dem Papier. Im Pass stehen Christen. Aber die haben keine lebendige Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Sie haben keine lebendige Beziehung zur Bibel. Und deswegen passieren die solche Sachen. Sonst hättest du die Bibel gelesen, 2. Korinther 6, Vers 4. Da warnt dich ja Gott, ziehe nicht in einem fremden Joch mit einem Ungläubigen. Da wärst du bewahrt gewesen. Hättest du natürlich dein Glauben auch wahrhaftig gelebt, wärst du davor bewahrt gewesen. Aber weil du eben das Wort Gottes nicht geachtet hast, bist du dann total da hineingeschlittert in dein Unglück. Ja, kann man so sagen, kann man so sagen, auf jeden Fall. Ich gebe dir auch recht, ja, natürlich hätte ich mehr gelesen oder wäre ich anders aufgewachsen, sagen wir es mal so. Aber wir waren sehr, sehr offen gewesen. Jetzt ist das Kind schon im Grunde gefallen. Jetzt ist das Kind schon im Grunde gefallen. Jetzt hat mein Bruder dir eine Lösung, einen guten Ausgangspunkt gegeben. Der Herr Jesus Christus sagt, die Macht deine Kinder hier nach Deutschland wiederzuholen. Bete heute zum Herrn Jesus Christus und bitte ihn. Herr, wenn du dir, erst mal entschuldigst du dich, Herr Jesus Christus, sagst du ihm, es tut mir leid, Herr, dass ich nicht deinem Wort geglaubt habe, nie deinem gelesen habe, mich entfernt habe von dir, einen Mann über dich gestellt habe, Herr, dass du nicht die Nummer eins in meinem Leben warst. Ich weiß, dass du mich gezüchtigt hast. Aber weil du mich liebst, bitte ich dich innigst darum, Herr, meine Kinder hier hinzuholen, Herr Jesus. Wenn du der wahrhaftige Gott bist, bitte bring mir meine Kinder zurück, ich gebe mein Leben dir, Herr. Mach das. Danke. Mach das. Und die Geschwister sollen auch für dich beten. Ich werde für dich beten. Danke, danke. Ja, wie gesagt, ich dachte, ich erzähle dir mal was. Verlass dich nur auf den Herrn. Vergesst diese Spendenkontosache. Vergesst komplett diese Spendenkontosache. Tu das weg. Verlass dich ganz und gar nur auf den Herrn Jesus Christus. Aber guck mal, ich bin, wie gesagt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich denke, wenn wir dann Christen sind, ja, dann gibt es ja eine Gemeinschaft. Und ich denke, es ist nicht verwerflich, jemanden um Rat zu bitten oder um Hilfe zu bitten, wenn es keine Ahnung gibt. Der Herr ist deine Rat. Der Herr ist deine Hilfe. Nicht der Mensch. Wir Menschen können nichts tun. Nichts. Nachher spenden die Geschwister dir und das Geld gibst du dir in Holland und die hauen damit ab mit dem Geld. Weil du dich nicht wieder auf den Menschen verlassen hast. Nein, nein, das auch nicht. Also dieser Holländer, der war ja auf RTL zu sehen, der nimmt seit 24 Jahren in die Politik. Oder die gehen pleite. Ich will damit sagen, auf den Mensch kannst du dich nicht verlassen. Du kannst dich nur auf den Herrn Gott verlassen. Er weiß, was Sache ist. Er hat die Macht. Wir Menschen haben nur eine beschränkte Macht. Ne, die Kinder sind noch nicht da, aber mein Ex-Mann wurde mittlerweile verhaftet. Der hatte ja auch Passbetrug gemacht, ja, und wurde mit einem falschen Pass erwischt. Und trotzdem hat er nur eineinhalb Jahre Haft bekommen. Und jetzt wurde der Krieg ausgebrochen. Wie heißt denn dein Fall, bitte? Wie heißt denn dein Fall? Wenn du auf meine Seite gehst, ist das erste Video. Ansonsten kannst du schreiben... Ja, bestimmt schon bei Google. Jetzt kann man ja schon bei Google bestimmt schon finden. Ja, ja, wenn du meinen Namen eingibst, Angelina Lamastra. Also Angelina wie Angelina Jolie. Ja. Und dann Lamastra, L-A, neues Wort, M-A-S-T-R-A. Da ist ein Zeitungsartikel, aber auf meinem Profil siehst du dann auch von RTL.8 den Bericht. Du musst das machen, was ich dir gesagt habe, wie ich assistiere, empfohlen. Du darfst dich nicht davon ablenken, was ich dir gesagt habe. Liebe Angelina, verlass dich nur auf den Herrn. Ja, hier ist das eine Hilfe an der Rückführung meiner entführten Kinder. Der Herr wird, wenn es in seinem Ermessen ist, deine Kinder zurückbringen zu dir. Wenn er das für richtig hält. Aber du musst erst mal die Beziehung zwischen dir und dem Herrn Jesus in Ordnung bringen. Schösslich. Aber meint ihr nicht, man sollte sich auch ein bisschen auf die Menschen verlassen und nicht nur auf Gott? Ich meine, ein friedliches Miteinander haben? Ja, das ist was anderes, ein friedliches Miteinander haben. Das ist eine ganz andere Sache, wie ich brauche Hilfe und zwar die Hilfe von Gott. Denn nur Gott allein ist derjenige, der dir hilft, der dich rettet, der dein Rat ist. Und deswegen ist er gekommen, um dir das alles zu erfüllen. Denn der Herr sagt, wenn ihr mich bittet, ganz innig, so werde ich es euch geben, euch tun. Verstehst du? Du hast doch noch niemals den Herrn um etwas getan, oder? Ex-Muslim, ich sage dir, wenn es eines gibt, was ich bereue, dann ist es wirklich, dass ich diesen Menschen überhaupt kennengelernt habe und überhaupt Kinder mit ihm gekriegt habe. Ich weiß doch, meine Liebe. Dass ich überhaupt damals aus Liebe, noch nicht mal aus Überzeugung, zum Islam konvertiert bin. Dass ich so viel habe mit mir machen lassen, so viel ertragen musste und immer noch ertragen muss. Ja, das ist echt, also ich sehe es als riesengroßer Fehler, ein riesen Tritt in eine Grube. Also ich habe mir selbst das Grab gegraben. Ja, ja. Und ich weiß, ich weiß, dass viele mir hier Sachen an den Kopf werfen, wie selber Schuld und ja, Rabenmutter, wie konntest du mit so einem Menschen überhaupt Kinder zeugen? Ja, Leute, ihr habt recht, ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann doch jetzt nur zurückkehren und um Verzeihung bitten. Mehr kann ich doch noch machen. Und hoffen und beten, dass ich meine Kinder da rauskriege, bevor der Krieg da komplett ausbricht. Und natürlich, ihr müsst mich verstehen, auch mit diesem Spendenkonto. Es ist die Angst, ja, irgendwie auch, okay, es kann jeden Moment so krass eskalieren. Meine Tochter wird zum Beispiel 14 im August. Der Neffe war der Einzige, der ist ausgestoßen worden, weil er irgendwie trinkt und raucht, keine Ahnung. Aber der war der Einzige, der mit mir gesprochen hat, hat gesagt, Angelina, ich sage dir eins. Deine Tochter wird mit 14 zwangsverheiratet, dann kriegt ihr eine Grenzsperre gesetzt und du siehst deine Tochter gar nicht mehr. Und wenn man den Bericht von RTL sieht, der hat die ganze Zeit nur von meinem Sohn geredet. Ja, mein Sohn, wenn er 16 ist, will er hierher kommen zum Studieren. Kein Wort von meiner Tochter. Kein Wort von meiner Tochter, weil ihr Schicksal schon geschrieben ist von seiner Seite, ja, von meinem Ex-Mann seiner Seite. Er hat schon alles geplant. Deshalb habe ich diesen Druck und diese Ängste und diese, oh mein Gott, ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt irgendwie mir Hilfe holen von Mitmenschen, von Gläubigen, egal ob es jetzt Christen sind oder einfach nur Menschen, auch ohne Religion, die einfach nur menschlich sind. Weißt du, Ex-Mann? Nein, nein, du musst dich auf Gott verlassen. Angelina, ich wiederhole mich. Verlasse dich nur auf Gott, bete nur zu ihm. Der Herr wird es gut machen. Die Menschen können dir nicht helfen. Oder wenn es der Wille des Herrn ist, dann wird er einen Menschen einsetzen, der dir hilft. Aber du musst dich nur an ihn wenden. Der will das, der Herr, dass du dich nur an ihn wendest. Dass du dich nur auf ihn verlässt. Wenn du das tust, wenn das Ende... Reza, ich verstehe das, natürlich, klar. Jesus... Gehe nicht einen anderen Weg. Jesus ist die Rettung, das weiß ich, ja. Aber ihr müsst mich auch verstehen. Ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter. Dass ich emotional bin, ja, müsst ihr auch verstehen. Ja, ich verstehe das, aber man darf ja nicht in einer emotionalen Art einfach so um sich schlagen. Das ist doch nicht vernünftig. Ich versuche nicht vernünftig. Weil es auch nicht mehr in deiner Hand ist. Du siehst das, dass es nicht in deiner Macht ist. Und es ist nicht in der Macht von den Geschwistern hier, oder in deiner Macht, oder in der Macht deiner Eltern, oder irgendjemand. Es ist einzig und allein in der Macht des Herrn, dir diese Situation wieder gut zu machen. Nur in seiner Macht. Und er wartet darauf, dass du ihn wieder darum bittest und dass du ihm, also sozusagen deine Beziehung mit ihm in Ordnung bringst. Und er wird es gut machen, der Herr. Und bete auch für deinen Mann, dass er auch errettet wird, dass er auch sich ändert. Mein Ex-Mann ist Muslime. Ja, und? Ja, aber wo kannst du ihm beten? Wo kannst du ihm beten, dass der Herr sein Herz und sein Geist öffnet? Okay, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen gestört oder so. Aber ein Mensch, der meine Kinder so zerstört hat und mich, ich kann für den nicht beten. Also klingt jetzt echt krass. Ja, das ist ein Problem. Klingt jetzt echt krass, aber ich kann das nicht verzeihen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und das ist das Problem. Du musst deine Beziehung zum Herrn Jesus erstmal in Ordnung bringen. Ja, zu Jesus in Ordnung, aber ein Mensch, der radikal ist und ekelhaft, warum soll ich ihn verzeihen? Weil der Herr Jesus auch dir verzeihen muss für deine ekelhaften Sachen, die du in deinem Leben machst. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich bin ja nicht Gott, verstehst du? Trotzdem hast du die Pflicht zu vergeben. Oh je, da bin ich noch ganz weit hinten, da sage ich dir das ganz ehrlich. Ja, aber heute ist der Tag, wo du den Anfang machen kannst. Du musst erst mal zum Herrn Jesus kommen. Aber Risa, wie kann, na klar, natürlich, natürlich habe ich einen Glauben. Gut, da musst du aber deine Beziehung in Ordnung bringen mit dem Herrn. Du musst selber erstmal das, was du gegenüber dem Herrn, alles an ekelhaften Sachen in deinem Leben getan hast, vor dem Herrn Jesus bereuen, umkehren, absterben, dem Bösen, den Sünden, dem, was du getan hast und dich selber erstmal in Ordnung bringen und dann kannst du auch erwarten, dass der Herr auch deinen Mann in Ordnung bringt, dass er dein Leben in Ordnung bringt. Aber du bist selber im Chaos und verlangst, dass jemand das ordnet. Okay. Nein, der bringt erstmal dich selber in Ordnung, genau, in Ordnung, deine Beziehung und dann gehst du natürlich zum nächsten Schritt. Und Vertrau auf den Herrn. Es ist alles in seiner Hand. Alles ist in seiner Hand. Alles. Auch, dass deine Kinder da drüben sind, ist in seiner Hand. Und er wartet von dir, dass du zu ihm kommst und deine Beziehung mit ihm aufrechterhältst. Vertrau mir, was ich dir sage. Ich denke, der erste Schritt in die richtige Richtung ist tatsächlich, ja, zurückzufinden, wie ihr sagt, zu Jesus zu beten und Verzeihung zu bitten. Aber ich glaube, ich brauche da echt Zeit zum Heilen. Ich glaube, ich brauche Zeit zum Heilen, damit ich meinem Ex-Mann vergeben kann. Weißt du, was ich meine? Ja, bis dahin nimmst du heute, wenn du gleich weggehst von diesem Stream, fängst an Matthäus' Evangelium und schaust, was der Herr Jesus dir zu sagen hat. Ich glaube, da muss ich erstmal in die Bücherei mir eine Bibel kaufen, ehrlich gesagt. Kannst du auch online, es gibt auch online. Sehr religionsfach aufgebaut. Einfach Bibel online, kannst du direkt loslegen, Matthäus, Kapitel 1. Und dann fängst du an zu lesen. Ah ja, okay. Ist es egal, welche Webseite, weil ich habe gehört, es gibt auch welche... Du kannst Schlachter 2000. Du gehst auf Schlachter 2000, das ist eine gute Übersetzung von der Bibel. Ja. Und dann fängst du an, Matthäus' Evangelium. Das Neuteste, beginn mit dem Matthäus' Evangelium. Und lässt dich von dem Herrn Jesus Christus in Ordnung bringen, langsam. Bibel-App, okay. Oder Bibel-App. Schlachter 2000-Version. Und beide, also es gibt ja Altes und Neues Testament, ja. Nein, Altes Testament, lass das mal beiseite kommen. Muss deine Beziehung mit dem Herrn Jesus in Ordnung bringen. Also Neues Testament. Beginnst mit dem Matthäus' Evangelium. Habe ich auch, das war nach 16 Jahren. Ja, ich lese mir hier noch die Kommentare zwischendurch. Ja, ich schlage mir das runter, diese Google-App auf jeden Fall. Ja, mach das auf jeden Fall, meine Lieblings. Bring erst mal deine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Das ist das Wichtigste jetzt. Und dann gehst du tief ins Gebet und bittest den Herrn, dass er dir hilft. Und der Herr wird dir helfen. Wir werden auch zu bespäten und das Ganze wird sich schon lösen. Aber darf ich euch... Wie lange sind Sie denn jetzt weg? Bitte? Wie lange sind Sie denn jetzt weg? Vier Jahre oder was? Vier Jahre. Vier Jahre sind die Kinder. Ja. Mit dir gibt es bestimmt noch ganz andere Fälle. Das ist heftig. Ja, ja. Ich habe mehrere Frauen kennengelernt, die im selben Leid sind. Auch selber, ich sag mal, Landsfrauen selber aus diesem Land, die sowas erleiden müssen. Und die sich auch immer mehr distanzieren und sagen, boah, nee. Diese Religion ist einfach nur Hass und Kontrolle über die Frauen, ja. Und wir distanzieren uns alle. Wir distanzieren uns alle. Und es ist echt krass mit dem Scharia, was da herrscht. Und man hat einfach keine Rechte daran als Frau. Ich meine, ich habe meine Kinder an die Welt gesetzt. Ich will die auch aufwachsen sehen. Zumindest mal wissen, wie geht es dir? Hallo, wie geht es dir? Geht ihr zur Schule? Braucht ihr was? Noch nicht über das habe ich. Ja, ich weiß. Das ist echt. Ja, gut. Okay, meine Liebe. Ja, Dankeschön für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Ja, ich habe auch. Ich habe auch zu danken, dass ich hier sein durfte, ja. Gottes Segen, meine Liebe. Danke schön. Wir bringen erst mal die Beziehung zu Jesus in Ordnung. Und dann... Ja, ich lade mir auf jeden Fall die App runter. Gottes Segen. Und du sagst bei Matthäus, Reza, ja, Anfang. Matthäus, genau. Da fängt das Neue Testament an. Matthäus. Okay, dann fange ich da an. Vielen, vielen Dank. Gottes Segen dir und deine Familie und deine Kinder. Wir werden auch für dich spät. Dankeschön. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bis nächstes. Schauen geht's. Aber wenn was ist, kannst du mal wieder reinkommen. Ja. Da seht ihr, ihr Lieben, wie so ein Vers, 2. Korinther 6, Vers 14, lebensentscheidend ist. Ja, die Leute denken, der Stütter zieht nicht in einem fremden Joch mit Unglöp. Ach komm, das ist nicht so gemeint. Ist nicht so gemeint. Aber, da seht ihr eben, wie praktisch diese Versen sind, um dein Leben vor Schaden zu bewahren. Da sieht man, dass man sich auf den Herrn verlassen muss, auf seine Worte hören soll, anstatt auf sich selber. Der Herr meint es gut mit einem. Gott meint es gut mit dir. Er will dir nichts Schlechtes. Daher verlasst euch ganz auf den Herrn und nicht auf euch selbst und auf eurem Verstand. Ihr Verstand, ich kann sie verstehen natürlich. In dieser Sekunde ist sie natürlich voller Panik. Und wir irgendwie etwas, woran sie sich festhalten kann. Aber das funktioniert so nicht. Der Herr sagt, verlass dich auf mich und nicht auf Menschen. Und die gute Angelina muss lernen, sich auf Gott zu verlassen. Weil Gott ist der Allmächtige, nicht wir. Denn Gott hat Wege und Möglichkeiten, die wir uns niemals enträumen können. Und das ist eine Prüfung für Sie, für jeden von uns. In so einer Situation, wo wir in Panik geraten und uns an etwas festhalten, null. Und da sagt der Herr, nein, lass los, komm zu mir. So wie bei Petrus, ja. Der hat sich in einem Moment auf dem See auf sich selbst verlassen. Da hat er Zweifel bekommen. Hat sie nicht mehr auf den Herrn geschaut und ist untergegangen. Und dann sagt der Herr tadelnd zu Petrus, du Kleingläubiger. Warum hast du gezweifelt? Ja. Wir müssen nur auf den Herrn schauen. Keine Sorgen haben. Der Herr hat uns diese Prüfungen gestellt. Und der Herr wird auch den Ausweg schaffen. Alles ist in seiner Hand. Alles ist in den Händen des Herrn Jesus Christus. 5. Mose 18, Vers 13 war das, glaube ich. Amir, bist du da? Ja, ich bin dran. Ja. Kannst du kurz, 5. Mose 18, Vers 13. Du aber, Mensch, sollst dich ganz an den Herrn, deinen Gott halten. Ganz. Das heißt 100%. Nicht 99% und 1% auf die Menschen verlassen. Nein. Ganz auf den Herrn, dein Gott. Der Herr hat sie in diese prekäre Situation gebracht, damit sie endlich zurückkehrt, zum Herrn Jesus zurückkehrt, ihre Beziehung in Ordnung bringt. Betet und dann bin ich guter Dinge, dass der Herr dann diese Dinge aufwirkt. Und möge der Herr Jesus Christus auch dem Mann, dem Ex-Mann von mir, dem Libanesen, der jetzt im Gefängnis sitzt, segnen, ihm das Herz öffnen und sein Geist öffnen, sodass er auch die Herrlichkeit des Herrn Jesus erkennt, Buße tut, umkehrt und in Liebe wandelt und in Eheblut. Das sollte auch für euch Mädels oder auch, ist egal, für die Geschwister jetzt, eine Lehre sein, was es bedeutet, einen Nicht-Christen zu heiraten. Habt ihr es jetzt gerade gesehen, was passieren kann, wenn man nicht auf die Worte des Herrn hört? Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was hat Licht mit Finsternis Gemeinschaft? Das ist ernst gemeint. Da seht ihr im praktischen Leben die Auswirkungen solch eines Verses. Was passieren kann? Ja, aber wer auf sich selber sich verlässt und sagt, ja, der Herr meint das nicht so, ich gehe schon den Weg mit einem Ungläubigen, ja, dann musst du auch die Konsequenzen tragen. Das ist leider so. Und dann später, wenn alles zerstört ist, muss derjenige zugeben, Herr, du und dein Wort seid die Wahrheit. Ich habe mich auf mich verlassen und bin den Weg des Irrtums gegangen. Nun sehe ich ein, dass dein Wort die Wahrheit ist und mich bewahren sollte, hätte bewahren sollen. Aber ich habe mich nur auf mich verlassen. Ich habe nicht auf dich gehören, auf deinen Wort. Schmerzlich muss der Mensch immer erfahren, wenn er die Gebote Gottes einfach so übergeht. Schmerzlich muss er die Konsequenzen tragen. Und der Herr hätte ihn einbewahrt. Ja, möge der Herr Jesus Christus auch die Angelina segnen, sodass sie auch wirklich zum wahrhaftigen Glauben zurückfindet und ihre Beziehung in Ordnung bringt mit dem Herrn Jesus Christus. Und dann auch ein gutes Ende hat alles. Hallo. Hi. Mit wem spreche ich eigentlich gerade? Arnie oder mit Dresa? Nein. Ach so, mit beiden. Ja, cool. Das gilt natürlich auch mit Freundschaften. Ja, also ihr dürft nicht als wiedergeborene Gläubige mit Ungläubigen eine tiefe Freundschaft haben. Das geht nicht. Ihr sollt freundlich sein zu allen Menschen, aber nicht Freundschaft, eine Beziehung haben mit Ungläubigen. Das geht nicht, weil die Ungläubigen fangen an, dreckige Wörter zu reden. Ich kenne doch die Leute da drauf. Die reißen Witze, dreckige Witze. Und das ist für uns Wiedergeborene, die wir in der Heiligkeit wandeln, nicht schön. Das wird den Geist in uns dämpfen. Das ist praktisch damit gemeint. Ja, bitte, Paul. Hallo, Leute. Also, Reza, mit dir habe ich ja noch nie gesprochen. Bei Amir war ich jetzt schon ein paar Mal oben im Live. Du bist der Bruder von Amir? Ja, leid. Ja, kann ich nachvollziehen. Nein. Klarer Spaß. Ich habe auch einen Bruder, fast gleichaltrig. Kann ich also verstehen. Hör mal, mir hat gestern ein Bruder geschrieben, privat. Da haben wir halt über Christentum, über TikToker geredet. Und dann kam halt eure Namen, also deiner von Amir und Flex und Mensa, kennt ihr bestimmt auch, ne? Ja. Ja, ein wenig. Darf ich fragen, wie bitte? Ja, ein wenig. Okay. Darf ich fragen, wie er zu denen steht? Weil der hat mir ein bisschen was angedeutet, was ich jetzt irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Weil wir sind ja alles Brüder im Glauben und Christen. Nee, das geht leider nicht. Alles Brüder einfach so in einen Topf schmeißen. Das geht nicht. Wir dürfen uns nicht eins machen mit allen Lehren und allen Denominationen, die da draußen existieren. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 16 sagt der Paulus, habe Acht auf dich und auf die Lehre einzahlen. Die Lehre. Ich habe Acht auf dich und auf die verschiedenen Lehren, die dich retten werden. Das sagt der Paulus nicht. Er sagt, aber Acht auf dich und auf die eine Lehre, die dich rettet und die, die auf dich hören. Und somit müssen wir herausfinden, welche Lehre die wahrhaftige ist, damit wir nicht uns mit Ehelehren eins machen, damit wir auf dem richtigen Weg bleiben. Okay, verstehe. Du machst dich ja auch nicht mit der Lehre der Zeugen Jehovas 1, richtig? Nee, natürlich nicht. Nimm mich mal an. Siehst du, sie haben eine andere Lehre. Deswegen kannst du sie nicht als Geschwister nennen. Ja, aber die haben natürlich schon eine ganz krass andere Lehre. Also wie gesagt, es gibt ja Sachen, die kann man, wie soll ich sagen, da kann man sich drüber streiten. Aber bei so Zeugen Jehovas, da kann man sich nicht mehr drüber streiten. Das ist einfach eine komplett heftige Irrlehre und fertig. Ja gut, das war ein Beispiel, dass eine falsche Lehre du dich als Geschwister ansehen darfst. Zum Beispiel Apostel Paulus im Galaterbrief Kapitel 2 sagt eben, dass eben etliche falsche Juden sich in die Gemeinde hineingeschwischt haben, die uns unsere Freiheit in Christus auskundenschaften wollten, uns wegbringen wollten in Freiheit in Christus und uns wieder unter dem Joch des Gesetzes des Mose bringen wollten. Ja, das steht daran. Da haben wir die nächste, wieder die nächste Warnung. Das heißt, wir dürfen uns auch nicht mit den Judaisierern einzuschauen. Nein. Kennst du MCM? Ja, genau. Den Inside-Reporter, hör mal, der hat mich rausgeschmissen und mich verflucht, als ich ihm gesagt habe, hör mal, im Galater 3 steht drin, dass, ohne Witz, der hat mich geblockt. Ey, der hat mich sogar geblockt. Der ist so doppelmoralist, der Typ, ne? Ey, der hat mich sogar geblockt. Die sprechen dir das dein Heil ab, aber selber, wenn du einmal etwas sagst gegen den, oh, du, ohne Witz. Oh, das ist so, ahhh. Ey, aber guck mal, der hätte ja trotzdem noch freundlich sagen können, hör mal, nee, ich bin anderer Meinung. Ey, der hat mich verflucht. Ne, der hat mir gesagt, ich habe das Mahlzeichen an der Hand oder so ähnlich. Und, äh, dann hat er mich geblockt. Ey, überleg mal. Heftig, obwohl es ein Galaterbrief ja sowas von einfach ist. Da hast du nichts von auch. Ja, weiß ich, weiß ich. Also, wie gesagt, ich habe mir früher, ganz, ganz früher, so seine YouTube-Videos angeschaut und fand ich schon interessant, nette, interessante Stimme auch und so, ne? Ja, aber du siehst, ja. Du siehst, er redet auch von Jesus und Jesus. Boah, voll krass. Ja, und viele Leute sagen, ja, das ist ein Bruder. Richtig krass. Ja, und er leugnet die Kritik. Ja. Und dann siehst du, dass anhand der Lehre, man die Menschen aussortieren muss. Egal, ob die sagen, Jesus, Jesus. Ja, ich weiß, ich weiß, bestimmt schon. Verstehst du? Und ich muss sagen, also Mensa kenne ich ein wenig. Ein paar Videos, von denen wir sehen, der macht, weil ich nicht normale Arbeit. Also, der bezeugt auch, dass er Jesus Gott ist. Mehr weiß ich von ihm nicht. Ich habe aber gehört, dass er wohl gegen uns so ein bisschen geschossen hat. Aber das weiß ich nicht. Das kann ich nicht prüfen. Ja, also, das habe ich jetzt auch nicht gehört. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Nein, der hält sich dann auch auf dem Haus aus dem Platz. Der macht da seine Aufklärung und will da am liebsten alle zusammen. Das geht nicht. Aber das geht nicht. Wir können nicht alle zusammen eins werden. Das geht nicht. Die haben verschiedene Lehren. Und wir müssen uns auf die eine Lehre berufen. Und wenn jemand diese eine Lehre befolgt... Er ist auf jeden Fall ein guter. Er ist kein Schlechter oder so. Ja, ich kenne ihn nicht. Also, wie gesagt, ich habe keine Meinung zum Mensa. Aber bei Flex habe ich schon mehrmals ein paar Sachen gehört, die absolut gar nicht gehen. Er macht sich auch eins mit allem. Mit allem, was da rumfleucht und kreuscht. Ach so, das meinst du. Ja, okay, dann kann ich jetzt verstehen, worauf du hinaus willst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann kann ich nicht mit dem, der mit der Chor geht. Ich muss sagen, guck mal, das Heil absprechen würde ich mir jetzt niemals erlauben. Auch wenn einer jetzt sagt, er ist katholisch, weil ich natürlich weiß, dass die Lehre falsch ist. Jeder, der die Bibel liest, weiß das. Aber ich würde mir trotzdem nicht zumuten, zu sagen, du bist nicht errettet. Das entscheidet dann am Ende Gott. Ja gut, aber der Heilige Geist ist ja in uns. Und wir können durch den Heiligen Geist erkennen, was richtige Lehre ist und was andere Lehre ist. Also, wir können urteilen. Wir können sagen zu einem Zeugen Jehova, du bist nicht errettet. Auch wenn du den ganzen Tag Bibel liest. Du gehst in die Hölle. Auch wenn er von sich selber der Meinung ist, dass er errettet ist. Ja, eigentlich muss ich dir da ziemlich recht geben. Wenn man das nicht tut, dann verführt man die sogar noch weiter in ihrem religiösen Handeln zu leben. Da hast du recht. In Ezekiel Kapitel 3 sagt er, der Herr, wenn du den Gottlosen nicht warnst und ihn von seinem Weg abbringst, so wird der Gottlose... Ja, da bin ich auch zu lieb, muss ich sagen. Da muss man ihn auch aus dem Feuer ziehen, indem man ihm sagt, du bist nicht errettet. Du bist in einer falschen Lehre. Ja, ja, man muss... Gerade die Katholiken und Orthodoxen und Leute, die müssen verstehen, dass sie in einer Religion gefangen sind. Das ist nicht die Religion, die einen rettet. Die Religion ist ganz gefährlich, weil die gibt euch den Anschein, gläubig zu sein und errettet zu sein. Aber das ist nur ein Stempel, mehr nicht. Die Flasche ist leer. Kein Inhalt. Oh Mann, ja gut. Weiß ich Bescheid, du meinst. Okay Leute, Gottes Segen euch beiden, macht weiter so. Gottes Segen, mein Lieber. Ciao, ciao. Gottes Segen, ciao. Ja, wir müssen Acht geben auf die Lehre. Es geht ja nicht darum, die Menschen zu verurteilen oder was auch immer. Es geht darum, die Lehre zu verteidigen und die Lehre auch dementsprechend den Menschen auch mitzugeben. Ja, mein Bruder hat seinen Standpunkt sehr oft vertreten. Wenn die Menschen das hören und seinen Standpunkt der Bibel mit dem zu konform sind, dann Amen. Verstehst du, wenn es andere gibt, die auf einmal diese Lehre vertreten, ja, dann musst du da hingehen. Dann musst du am Ende, aber wenn die Schnitter kommen und der Herr die da hinschickt, um Ernte zu machen, dann brauchst du dich aber auch nicht zu wundern, wenn auf einmal Spreu vom Weizen getrennt ist. Der Herr lässt uns alle zusammen wachsen. Ja, das macht der Herr. Und am Ende kommt die Schnitter und Bärden schneiden und den Spreu vom Weizen trennen. So sieht es aus. Ja, genau. Bist du mit meinem Bruder in der Theologie konform, ist doch kein Problem. Du musst ihn ja nicht persönlich angreifen oder sagen, oh, guck mal, was der für Sünden gemacht hat. Aber du bist doch selber ein Sünder. Willst du jetzt die Sünden von einem anderen da aufdecken oder was? Du bist doch selber ein Hochgrad-Sünder. Das verstehen die Leute nicht. Selber sind sie ohne Ende Sünder, aber dann sagt die, oh, guck mal, zeig dir mit dem Finger auf dich, du hast gesündigt. So ist das, besser. Anstatt theologisch hinzugehen und zu sagen, ja, warte mal, wir prüfen die Geister, ob sie aus Gott sind. Ein häkischer Geist, der bekennt, dass Christus ins Gleichgekommen ist, ist aus Gott gebogen. So, und dann geht man hin, an was glaubst du, ne, und ist dann, man muss ja darüber reden. Genau, man prüft jemanden anhand der Lehre, nicht anhand seines Sünden. Wenn jemand, jetzt, wenn hier jemand hören würde, dass zum Beispiel ein Bruder im Herrn, um mit der Frau eines Bruders zu schlafen, den Bruder um die Ecke gebracht hat. Was würden die sagen? Boah, so einer kann niemals errettet sein. Aber David hat es gemacht. Der hat so eine böse Tat gemacht. Und trotzdem ist er errettet. Das kapieren müssen die Menschen, kapieren. Dass unsere Errettung nicht aufgrund unserer Werke geschieht, sondern aufgrund unseres Glaubens. Was ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wir alle sind Sünder. Wären wir aufgrund unserer Werke gerecht, dann wären wir alle verloren. Weil keiner von uns tut die guten Werke, die wir sollen. Und keiner von uns lässt die schlechten Werke, die wir lassen sollen. Also wer die Errettung aufgrund unserer Werke, ob gut oder schlecht, wenn wir alle verloren, war vor Gottes Maßstab, können wir nicht bestehen. Der verlangt 24 Stunden Gutes und der verlangt 24 Stunden, dass du keine Sünde begehst. Ja, versuch das mal in deinen Werken. Versuch mal. Einen Tag. Versuch mal einen Tag nur ein Gebot von dem Herrn zu halten. Du sollst nicht lügen. Versuch das mal einen Tag. Da werdet ihr sehen. Oh, ihr könnt das ja gar nicht. Man kann es gar nicht halten. Ich bin ein Lügner. Ich lüge. Oh, der Herr müsste mich jetzt verurteilen. Ich bin verurteilt. Ich bin ein Lügner. Und so geht es ab. So kommt das dann. Die Erkenntnis. Und dann kommt noch 600 weitere Gebote. Du kannst du nicht mal einmal, du sollst nicht lügen halten. Einen Tag. Geschweigen in dein ganzes Leben. Und dann kommen da noch 600 Gebote, noch zusätzlich, die du halten solltest. Und kannst du nicht mal einmal halten. Das siehst du, dass die Mathematik ganz klar ist. Du gehst in die Hölle. Der Herr muss dich in die Hölle werfen, weil du bösartig bist. Du lügst, du stielst, du mordest, du guckst lüstern auf die Frauen anderer Männer. Du begehrst, du besitzt andere Leute. Alles, was böse ist, was der Gott nicht mag, machst du. Den ganzen Tag. Ja, wäre unsere Erlösung aufgrund unserer Wandelwerke, wären wir alle verloren. Deswegen muss die Erlösung allein auf Glaubensgerechtigkeit basieren. Allein auf Glauben. Das ist das, was wir tun können. Wir können glauben. Sonst sind wir nur Nichtskönner, Nichtschecker, Nichtskaffer. Machen den ganzen Tag nur Mühe. Aber das, was sie können, das ist für die Ewigkeit Glauben an den Herrn Jesus Christus. An Gott Glauben. Und zwar wahrhaftiger Glauben, der uns zu Reue und Buße ansetzt. So ein Glauben rettet. Und nicht, ja, der Jesus war schon in Ordnung. Er war ein netter Mann. So ein Glaube rettet dich nicht. Ja, ich glaube an Jesus, der hat es gegeben in Palästina. So ein Glaube rettet dich nicht. Sondern ein Glaube, der dich zu Gott führt und deine Beziehung mit ihm in Ordnung bringt. Sodass Gott in dir wohnt. Dass du in Gott bist und Gott in dir. Das ist der wahre Glaube. Amen. Der Rettet. Amen. Mit dem Pfandbrief, ne, als heiliger Geist in dir das an, ne? Ja, genau. Was Siegeln. Was Siegeln. Ja, genau. Amen. Das ist der Glaube der Rettet. Nicht so ein Glaube. Die Zeugen Jehovas haben ein Glaube. Die Muslimen haben ein Glaube. Die Hindus haben ein Glaube. Die glauben an Shiva. Rettet das? Nein. Das rettet nicht. Alle haben ein Glauben. Die Atheisten glauben, dass es keinen Gott gibt. Auch das sind Gläubige. Auch die Atheisten sind Gläubige. Mit Sicherheit kann man nicht sagen, dass es keinen Gott gibt. Weil da würde ich sagen, okay, der Gott versteckt sich hinter dem Planet Mars. Und da müsste der Atheist mir sagen, ja, ne, der versteckt sich nicht hinter dem Mars. Den gibt es nicht. Ne, kann er nicht sagen. Weil er nicht weiß, was hinter dem Planet Mars ist. Der muss da hingehen, um da zu gucken, ob der Gott sich dahinter versteckt. Aber weil er das nicht kann, muss er das offen lassen. Muss er sagen, kann sein. Kann sein. Ich kann das da nicht sehen. Ich kann da nicht dahin gehen. Da könnte es sein, dass er sich versteckt. Also ein Atheist glaubt daran, dass es keinen Gott gibt. Er weiß es nicht. Er kann es nicht mit Sicherheit beweisen. Ich rede jetzt von einem Astagnostiker. Oder wie die Frau da bei Stürzenberger gesagt hat, was sind Sie? Astosniker. Astosniker. Astosniker, ja. Was ist ein Astosniker? Also Astosniker sind schon ein bisschen besser als Atheisten. Astosniker sind sich darüber bewusst, dass sie nicht mit Sicherheit sagen können, ob Gott gibt oder nicht. Die halten das noch ein bisschen offen. Das ist wissenschaftlich. Die sind wissenschaftlicher als Atheisten. Ja. Atheisten sind komplett unwissenschaftlich. Die haben einen unwissenschaftlichen Geist. Das ist so, wenn ein Wissenschaftler bei seiner Untersuchung schon vorher weiß, was hinten rauskommt bei seiner Untersuchung später. Was ist das denn für ein Wissenschaftler? Der ist ja oft, der Wissenschaftler. Der nimmt dann ein Reagenzglas da. Der mischt sich zusammen, um das Ergebnis herauszufinden. Das ist der weiß das Ergebnis nicht. Der ist am, sozusagen, experimentieren. So einen blöden Wissenschaftler gibt es gar nicht. Der von vorne weiß bei seiner wissenschaftlichen Studie, was hinten rauskommt. Das ist kein Wissenschaftler. Ein Wissenschaftler ist jemand, der offen experimentiert, um zu schauen, was hinten rauskommt. Weil er es nicht weiß. Deswegen studiert er, weil er Wissen haben will. So muss man offen sein. Deswegen ist ein Astrosniker, genau, ein Astrosniker, schon mal höher als ein Atheist. Das hört sich an wie Ricola. So. Okay. Ich komme gleich wieder. Schalom, ihre Lieben. Schalom, schalom, meine Lieben. Wie geht das euch? Danke dem Herr Jesus. Das ist gut und ihr? Ja, danke. Danke, Jesus. Mir geht es auch gut. Schweiz, Schweizer. Die Schweizer, ha. Genau. Ich erinnere mich, dass ich Hochdeutsch spreche, weil ich kann nicht so. Hochdeutsch, aber ja. Ich habe noch vorher noch gehörte Oma, wo da mit dem Bruder Amir noch diskutiert hat und mit dir auch. Und er war dann vor bei einem anderen Bruder. Ja, das war ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Krieg. Er will sich so lächerlich machen über die Christen und weil die zwei Christen, also ich war vorher live, die haben miteinander gestritten, was die Wahrheit ist, oder? Und er hat von gelachen und dann hat er genau gleich wie so bei Amir, Bruder, gemacht hat und bei dir. Er geht einfach überall in TikTok einfach die Christen lächerlich machen und er sagt, ja, aber du kannst ja nicht Arabisch. Du kannst doch nicht Muslimaner sein. Also genau gleich hat er auch von dem Bruder Amir auch noch diese Frage gestellt. Ja, die Hälfte der Muslime, mindestens kennt kein Arabisch. Was ist mit diesen chinesischen Muslime, was ist mit den iranischen Muslime? Was sind die europäischen Muslime, die kein Arabisch können? Sind das keine Muslime? Nur mal, die kein Arabisch können? Nein, das ist einfach nur eine Ausrede. Wenn du musst Arabisch können, um die in Islam zu verstehen. Nein, das ist völlig falsch. Aber ist das doch nicht der, das hat ja unsere himmlische Vater ja verschiedene Sprache gegeben, stimmt ja, oder Arabisch auch? Ja, genau. Und muss es jetzt nicht, genau, muss es jetzt nicht sein, wenn jemand nicht Arabisch kann, dann ist er kein Muslim, oder was? Ja, also er wollte diese Ausrede bringen, der wollte uns ja mundtot machen, damit wir den Islam nicht kritisieren, weil wir ja kein Arabisch können. Der wollte uns einfach nur mit einer Ausrede, dass man nur den Arabisch kennen muss, um den Islam in der Tiefe zu verstehen, um dann den Islam zu widerlegen. Und er wollte mit diesem Versuch, die Islamkritik so mundtot zu machen, aber das funktioniert so nicht. Zum Beispiel haben wir hier den Pierre Vogel, der ist ein Deutscher und der spricht ja perfekt Arabisch. Ja, und er ist trotzdem, er sagt dasselbe wie Amir oder wie ich und wie alle anderen auch. Es gibt ja nur die Verse, die sind gleich, wie er das auf Arabisch liest und auf Deutsch. Es ist unglaublich und ja, was ich wollte, genau, was ich wollte, Bruder Reza, weil der Bruder Amir ist nicht da, hat doch nicht gesagt, Johannes, nein, Entschuldigung, der unser Herr Jesus, für den Apostel gesagt, wo wir ihn gesendet haben, wo er ja zu Himmel gegangen ist, zu unserem himmlischen Vater. Oder? Danach hat er ja gesagt, wir sollen, also er hat gesagt, ihr werdet in meinem Namen Dämonen austreiben, ihr werdet ja die Kranken heilen und so weiter. Was hat er damit gemeint? Kann man, kann, heilt heute der Herr Jesus nicht die Menschen oder Dämonen oder? Aber der Herr Jesus, aber die apostolische Vollmacht in der Wunder- und Zeichenzeit von damals ist vorüber, ist vorbei. Das ist der Herr Jesus, wird wieder Wunder tun, jetzt auch, aber nicht mehr durch uns. Ja, dass wir zum Beispiel jetzt, so wie die Apostel, Hände auflegen und Menschen erwecken vom Tod. Oder sie durch Hände auflegen, plötzlich heilen von einer Krebskrankheit. Nein, diese Zeiten sind vorbei, die sind apostolisch, die sind beendet. Die haben ein Anfang und ein Ende, diese Zeit, der Wunder und Zeichen. So wie in 1. Korinther 13 auch heißt, dass die Sprachen reden, aufhören werden, etc. Ja, das heißt, sie werden aufhören mit dem Tod des letzten Apostels. So hat doch die apostolische Zeit ein Ende. Deswegen gibt es doch keinen neuen Apostel mehr. Und jeder, der sich jetzt noch Apostel nennt, ist ein falscher Apostel, ein Betrüger. Und das sind wir dann heutige Tage, wo wir jetzt Jesus angenommen haben und seinen Geist und so weiter. Also getauft und so. Genau, wiedergeboren, ganz normale Menschen, die im Glauben sind. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir jetzt aber hingehen und diese charismatischen Bewegungen angehören und anfangen, dann rumzuzappeln und schabat schiefe, schabat 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 zu reden. So ein Nonsens, so ein Kauderwelsch, was der selber nicht versteht und alle anderen auch nicht verstehen. Dann hat der nicht den heiligen Geist. Der hat sich einen anderen Geist sozusagen auch eingefangen. Einen dämonisch, unreinen Geist. Also heißt es dem Fall nicht, es gibt ja keine Zungen-Sprache, wo man die Empfang hat, oder? Diese Zungen-Sprache, was wir heute haben, in dieser charismatischen Gemeindenbewegung, ist alles von Dämonen. Das ist nicht diese ursprüngliche Sprache aus Apostelgeschichte 2, denn das waren ja wirkliche Sprachen. Arabisch, Griechisch und so weiter. Das steht in der Apostelgeschichte, also die Sprachen in Sprachen. Da sagen die Menschen, oh, wir hören diese Menschen in unseren Sprachen reden, die wir von Mutterbeinen an kennen. Arabisch, Griechisch. Nicht irgend so, schabat 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 schabat. Ja, das ist nicht diese Sprachenrede. Das ist Quatsch. Das ist von unreinen Geistern ausgelöst. Okay, krass. Ja. Das ist die traurige Bilanz über die charismatische Bewegung. Der Herr Jesus sagt dem Matthäus, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Prophezeiungen ausgegeben? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder und Zeichen getan? Und dann sagt der Herr, Jesus, ich werde sagen, ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist der Urteil, das Urteil des Herrn Jesus Christus über die charismatische Bewegung. Und was ist dann diejenige, wo sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist? Das sind ganz normale Gläubige. Im Demut, im Glauben, in der richtigen Lehre, nach 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 16, wandeln. Wiedergeburt, Johannes 3, Vers 3, Versiegelung mit dem Heiligen Geist, Epheser 1, Vers 13, Epheser 4, Vers 30. Und Nachfolge des Herrn Jesus Christus, also in der praktischen Heiligung. Hebräer 12, Vers 14. Das ist, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Also, ich kann da jetzt irgendwie verstehen, dass der Herr Jesus uns nicht die Vollmacht gegeben hat. Er hat nur damals für diejenige gegeben. Und wir heute müssen wir neu geboren sein, Jesus annehmen und glauben und weiter evangelisieren. Nichts anderes. Ja, genau, das ist Evangelium verkünden. Ja, genau. Evangelium verkünden, beten, Bibel lesen, mit den Geschwistern Gemeinschaft haben. Mehr ist es nicht. Die Wunder und Zeichen haben aufgehört. Und diese ganzen Leute, die jetzt in der charismatischen Bewegung, sind alles Scharlatane. Und wenn du da hingehst und eventuell nicht versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, wenn du so wissen willst, was da los ist, da kannst du dir sogar an einen Dämonen einfangen. Weil die tummeln, die Dämonen tummeln bei diesen Charismatikern in ihren Gemeinden. Da gehst du als Mensch dahin und denkst, ich gucke mir das mal an Christen. Da ist so eine Gemeinde bei mir um die Ecke. Ich gehe mal gucken, was da ist. Und du bist nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt. Auf einmal fängst du dir einen Dämon ein in der Gemeinde. Das ist hochgefährlich. Ich kenne eine Frau zum Beispiel. Ja, die war gläubig, aber nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was war? Die ist so ein Charismatiker-Typ. Ich will seinen Namen nicht nennen, ist egal jetzt. Der hat gebetet, die ist auf den Boden gefallen, hinten. Und seitdem hat die psychischen Probleme. Hat sich der Geist eingefangen. Ja, ich bin überraschend, wenn er etwas anderes sagt. Auf jeden Fall. Der fragte den Herrn Jesus. Frag den Herrn. Frag den Herrn. Der Herr Jesus, der eine sagt so, der Rese sagt so. Wer hat recht, damit ich weiß, was, damit ich Sicherheit habe. Nein, weißt du, Bruder, es geht nicht. Wer hat recht, wer hat nicht recht. Recht hat immer unser Herr Jesus. Aber wir müssen ihn natürlich auch verstehen. Dass wir können richtig verstehen durch seinen Geist. Wenn die Wahrheit Geist ist, wenn man den Fangen hat, also kann ich mal sagen, jetzt wie neu geboren, oder wenn jemand nicht neu geboren, der Sünde begehen und so weiter, dann hat man den Geist nicht erfangen. Dann ist man nicht gerettet. So, habe ich so verstanden. So, und ich war damals auch eine Ex-Muslimanerin, so quasi wie eine Ex-Muslimanerin, aber ich wusste nicht, dass es so grauhaft so steht in dem Koran. Das habe ich alles von unserem Bruder Almir. Ich kenne ihn seit jetzt gute drei, vier Jahren. Ja, ja. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich dann auch weiter noch zu meiner Familie, da sind noch Muslime da stecken geblieben. Und ich höre mich, dass vielmals, was er sagt, auf die Ferse gibt er aus, ich tue die immer wieder aufschreiben. Ja. Es ist schlimmer, dass man, wenn man die Wahrheit gibt, zu den Muslimen, sage ich mal jetzt auch zu meiner Familie, die nehmen das nicht an. Da sagt er, ja, was sagst du da? Das stimmt ja gar nicht. Jetzt steht ja geschrieben so. Eure Koran seid ja so. Eure Mohammed seid so. Ich nicht selber. Und es kann doch nicht möglich sein, dass ihr irgendwie in eine Gott glauben, wo eigentlich nicht die Wahrheit ist. Ja. Und ich sage Gott sei Dank, ich danke meinem Jesus, dass der Almir, der Herr, ihm so wirklich so Kraft gibt. Und dass er ihm auch dienen tut. Und dass auch viele Menschen zu Jesus gefunden haben, durch natürlich unseren Bruder Almir, was er alles da macht. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich auch auf ihm gestoßen bin, damit ich das alles mitbekomme. Wirklich. Genau. Ja, wie gesagt, du musst auch wirklich die Bibel lesen beten, dass der Herr Jesus dir auch die Augen öffnet für die richtige Lehre. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 16 oder Römer Kapitel 16, Vers 17 und 18. Da spricht der Herr von einer Lehre, nicht von verschiedenen Lehren, sondern von der einen Lehre. Eine Lehre ist richtig. Und jetzt musst du herausfinden, welche Lehre. Haben die Katholiken recht? Haben die Evangelikalen recht? Die evangelische Kirche recht? Die Zeugen Jehovas recht? Die solche Brüder wie ich recht? Wer hat denn jetzt recht? Die eine Lehre muss ja jemanden haben. Ja. Jetzt musst du den Herrn Jesus fragen. Also ich bin neugeboren seit 10 Jahren. Ich wandere mit Jesus. Und ich sehe das alles, was er alles in meinem Leben verändert hat. Ich bin sehr dankbar. Und ich mache das genau gleich so, wie der Herr gesagt hat. Ich bringe auch viele Menschen zum Jesus, dass sie annehmen, der Jesus. Und es sind viele Menschen. Natürlich, er benützt mich, damit die Menschen auch gerettet sind. Weil der Herr liebt ja alle Menschen. Er will ja, dass alle Menschen gerettet sind. Amen. Amen. Genau. Aber du musst selber auch errettet sein, wahrhaftig schon in der richtigen Lehre sein. Damit, wenn du Menschen errettest, der Herr durch dich Menschen errettet, damit du auch diesen Menschen sagen kannst, so, diese Lehre ist die einzig wahre Lehre. Ihr dürft nicht davon abdriften. Ihr dürft nicht davon abkommen. Und in die Ehelehre reinzukommen. Dann seid ihr verloren. Da ist die Bekehrung nicht richtig gewesen. Dazu musstest du die Lehre erst mal kennen, damit du die Menschen auch führst. Oder du musst sie zu Menschen führen, die die Lehre kennen. Genau. Aber es steht ja geschrieben, oder? Wenn jemand neu geboren ist, oder es stattgeschrieben ist, weiß ich nicht, dass das auswendig ist. Ich kenne mich nicht so gut aus, wie die Bibel. Aber wenn jemand Jesus annimmt, und er bekennt seine Sünde, und er sagt, dass Jesus das ihn vergibt, und so weiter. Das ist eine Sünde. Da wird er ja neu geboren. Er fängt erst seinen Geist. Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber wie wissen wir, wir haben viele Scharlatane, die ihn nicht mit dem Herzen, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand Buße getan haben. Der eine, der eine, näheste Jünger des Herrn, Judas, der war ganz nah beim Herrn, und trotzdem war er mit seinem Herz nicht dabei. Ja. Wir müssen aufpassen. Der Herr Jesus hat uns gewarnt. Achtung, es werden zu euch kommen, Wölfe im Schafspelz. Wenn wir diese Warnung nicht hätten, würde ich sagen, ach komm, alles, was Jesus sagt, komm her damit. Komm, Bruder und Schwester. Ja. Aber die Realität spricht eine andere Sprache. Die Realität ist ganz anders, als das, was Hygiene hätte. Es sind viele Menschen unterwegs, die es nicht ernst meinen, mit dem Herrn Jesus Christus. Aber die haben sich hineingeschlichen. So wie im Judasbrief es heißt. Es haben sich etliche hineingeschlichen, die aber schon längst zum Gericht aufbewahrt sind. Gottlose, die die Gnade unseres Herrn, in Zügellosigkeit verkehren. Das heißt, ja, das Wort Gottes warnt von uns, dass Menschen sich hineinschleichen, oder in Galater Kapitel 2, wenn der Apostel Paulus spricht, es haben sich Menschen hineingeschlichen, um uns wieder unter den Joch Knechtschaft des Gesetzes Mose zu bringen. Das ist nicht alles Jesus, Jesus, Bruder, Schwester, Bruder, Bruder, Bruder. Leider ist es nicht so. Ich wünschte auch, es wäre alles Gold, was glänzt. Aber es ist nicht so. Leider. Deswegen müssen wir prüfen, rausschmeißen, prüfen, rausschmeißen. Das ist die traurige Bilanz. Das ist so, ja. Okay, meine Liege, ich muss jetzt weitermachen. Alles gut. Danke vielmals. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag noch und der Herr Schiedsrund. Danke dir. Alles klar, meine Liebe, dich auch, deine Familie. Ciao, ciao. Danke, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Servus. Hallo, ich habe gehört, du bist an der Cover unterwegs. Ja, Bruder. Aber ich bin Christ, wollte ich sagen, erst mal, von vorn ab. Du bist Christ? Ja, wundervoll. Aber auch wenn du ein Muslim wärst, hätte ich gesagt, herzlich willkommen. Gott segne dich und deine Frau. Ja, klar. Nein, Bruder, ich habe auch nichts gegen Muslime. Ich habe auch sehr viele muslimische Freunde und hatte auch und so, aber ja gut, die glauben halt nicht an den Herrn Jesus. Ja. Das ist halt das Problem. Wie kann ich dir helfen, mein Bester? Ich weiß nicht, ich würde einfach mal so ein bisschen live mit dir quatschen, weil ich bin manchmal bei dir drinnen und so. Ja, lass uns mal einen Smalltalk füllen. Über was möchtest du denn reden? Du bist Iraner, ne? Ich bin Iraner. Wie hast du zum Glauben nochmal gefunden? Ich habe mir mal deine Videos damals angeschaut. Ja. Danke. Ich glaube, das war irgendwie mit so einer Kassette, ne? Du hast irgendwie so eine Kassette oder so eine CD gefunden. Ja, genau. Und auf der Weg zum Reisen los, oder? Ja, genau. Von Mohammed zu Jesus Christus, das Lebenszeugnis eines Imams. Hat mich geahmert. Wahnsinn, ne? Ja. Ich habe noch viel... Und mein Kollege, mit dem ich da saß, der wusste selber gar nicht, wie die CD da reingekommen ist. Das musst du dir mal vorstellen, wie heftig. Ihr habt mich bestimmt so gegenseitig so voll Ding so, verblüfft so angeschaut, ne? Natürlich, der ist ja Kurde gewesen, der hat überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Ja, krass. Der ist Kurde, ich weiß nicht, wie diese CD da reinkommen ist. Du willst mich doch verarschen? Nein, was habe ich mit Jesus zu tun? Was für von Mohammed zu Jesus war? Ich beschäftige mich die ganze Zeit so, damit auf einmal kommt diese CD da hin. Das ist so krank. Ja, das ist krass. Ja. Du bist oft live, ne? Jeden Tag, oder? Ja, so gut es geht, bin ich jeden Tag live, damit ich hier mit den Leuten ein bisschen Gemeinschaft habe. Der Podcast von Dr. Sheikh, Abu Amir und Co. Tun dich, schreiben Privat an und so? Bitte? Schreiben dich eigentlich so viele Muslime privat an auch? Äh, für's hält sich in Grenzen mittlerweile. Hm, okay. Natürlich gibt's hier und da Drogen und alles mögliche, aber letztes Mal fand ich das sehr heftig. Da kam einer, hat mir geschrieben, meinte, wenn ich dich sehe, dann werde ich dich so, ne? so ein Dings, dich, das. Und dann habe ich angenommen, habe ich ihm zurückgeschrieben, meine ich so, Gott segne dich und deine Familie, ich liebe dich. Da hat er auf einmal zurückgeschrieben, es tut mir leid, ich liebe dich auch. Häftig, ne? Ja, klar. Wahnsinn, ne? Was hat er dir aufgelöst? Ich habe mal mit einem Kollegen geredet, ne? ähm, der ist Watslem und ich wollte ein bisschen so über den Herrn Jesus, ähm, über den Herrn Jesus so, äh, reden und so. Und dann ist er mir gleich nicht mit Ding Religion gekommen, sondern eher so richtig mit Nationalstolz und, weißt du, was ich meine? Das ist so, das kommt für den gar nicht in Frage und so, weißt du? Aufgrund seiner Herkunft allein so. Das habe ich halt traurig gefunden, weißt du? Weil dieser Stolz, dieser Stolz, was die haben, ich habe auch sehr viel Stolz, ne? Ich finde Stolz, also zu viel über, so überstolz zu sein ist. Wir kriegen keinen Stolz in uns haben. Stolz kommt ja vom Satan, sowas. Ja, ja, klar, klar. Du weißt aber, wozu falscher Stolz dich auf einmal hinführen? Ja, genau, genau. Dieser falsche Stolz, dieser falsche Stolz ist nicht gut, aber ich finde, so ein bisschen Stolz auf sein, zum Beispiel, ein bisschen Stolz auf seine Herkunft, auf sein Glauben und sowas. Das darf man schon sein. Ja, genau. Man kann sich Stolz befreien von diesem Stolz und... Genau, genau. Aber manche verstehen das falsch. Nein, hast du dich gesehen, ne? Ja, genau. Aber manche verstehen das falsch. Die denken dann, du darfst als Christ auf gar nichts stolz sein oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, wir können auf das stolz sein, was der Herr Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Darauf bin ich stolz. Genau, genau, genau. Auf meinen Herrn Jesus Christus. Ja. Ja. Arbeitest du, wenn du rumfährst, so, wenn du live gehst? Ja, ich arbeite ja, natürlich, ich bin ja Hezologe. Hezologe? Hezologe, ja, ich habe Hezologie studiert. Ich bin ein studierter Hezologe, ja, ich habe einen Doktortitel in Hezologie. Ja, krass. Und der Staatsschutz und Verfassungsschutz hat mir ein Hetzmobil zur Verfügung gestellt und ja, ich arbeite dann halt für den Mossad dann. Ja, so sagen die Leute, so denken die Leute. Glauben nicht. Ja, das denken die, aber nein, ich glaube dir schon wirklich, dass du das alles ernst gemeint hast. Wenn man, wenn man sich deine YouTube-Videos, wenn man sich deine YouTube-Videos ansieht, ne, und sieht, was du da für Arbeit, Arbeit reingesteckt hast, ne, und ein, zwei, drei Stunden manche Videos und so, dann erkennt man schon, dass du das ernst meinst. Das ist nicht ein gelaberst. Du meinst es todernst? Natürlich, was denkst du denn? Ja, natürlich, das ist das nicht. Ich mache das auch Spaß, dass mir mein Leben gedroht wird oder was ist das? Ja, ich erkenne sowas, auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall kein Lügner und so. Ja. Das ist halt schon echt heftig, was du zeigst. Tja. Ja, ich halte ja richtige PowerPoint-Präsentationen, sodass die Menschen noch diskutieren und lernen können. Ja, möge der Herr Jesus Christus das Ganze gebrauchen und viele Menschen die Augen öffnen, ne? Darum geht's ja. Den Menschen ein wenig die Augen zu öffnen. Und Kraft des Heiligen Geistes überwinden wir, ne? Aber es kommen auch viele Leute rein, ne? Hab ich gesehen, bei dir und auch bei dem hier und so, ne? Bei diesen ganzen Leuten, bei Pavlos. Und dann redet man mit denen und man versucht denen so Sachen zu erklären, aber die wollen das nicht verstehen. Ja. Die haben so ihre Sichtweise, ihr Denken, ihr Weltbild, ihr Religionsbild, sag ich mal. Ja. Und die wollen daran einfach nichts verändern, so. Nö. Auch schon so, wie ich lebe. Ich wünsche mir alles so passen. Es steht ja... Das hinterfragen, dann läuft ja dann auch seine Sicht ja dann auch zu verändern. Keiner möchte so gerne an sich sein. Und dieses, es steht schon alles geschrieben, das ist auch sehr gefährlich. Weil dann denkt man sich, ja, es ist was, ich kann ja eh nichts dran ändern. Es ist ja schon alles Ding. Weißt du, was ich meine? Das ist diese falsche... Es gibt jemandem ein falsches Gefühl von Sicherheit, denke ich. Guck mal, was der hier schreibt. Amir, ich will ein vollgeschwitztes T-Shirt von dir. Oh mein Gott. Hör auf mit diesem Dreck, sonst werde ich nicht stummen, Mann. Zakaria, Amir, please, brother. Ich kann nicht. Du hast keine genügenden Follower. Du hast nicht genügenden Follower, mein Lieber. Bro, ich bin das erste Mal live gegangen, ne? Ich wusste gar nicht, dass ich live gehen konnte, weil ich zu wenig Abonnenten oder Jungen hatte. Und ich bin dann irgendwie einfach so bei dem Danny, ne? In seinem Live bin ich auf einmal hochgekommen. So, und jetzt komme ich öfters hoch und quatsche ein bisschen so. Achso, Amir, please, entblock. Oh Mann, nein. Der macht mir Kopfschmerzen, der Junge. Reicht. Ich habe den sechs Mal hochgeholt, oder was? Ich dachte, man kann mit dem normal vernünftig reden, aber das geht ja ins Kindergarten, also Kindergarten-mäßig. Habe ich keine Nerven. Der hat mich angerufen. Ja, was soll ich dir? Ja, und? Der solle seinen Anruf machen? Wer? Wer ist das? Keine Ahnung. Irgend so ein Junge, der gerade hier drin war, mit uns geredet hat und seine komischen Ansichten näher gebracht hat und dann auf einmal diese noch komischeren, kindischeren Sachen dann gebracht hat und irgendwann habe ich gesagt, okay, das reicht jetzt. Das ist auch gut. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao, ciao. Du machst ja auch Spaß. Ja, okay, aber ich habe ja versucht, mit ihm ein vernünftiges Gespräch zu führen, Zakaria. Und da siehst du, da kommst du ja nicht durch. Die Sachen, die er erwähnt, der kannst du ja auf jeden Einzelnen anwenden. Ja, du warst die Mosdew. Ja, dein Prophet sagt doch, dass wir alle mit der natürlichen Fitna geboren wurden, dass wir alles Muslime waren. Und ich bin in einer islamischen Familie geboren, meine Mutter hat mir alles als kleines Kind beigebracht, nur irgendwann mal mit der Zeit hat man gar nichts mehr mit seiner Religion zu tun. So, wie oft soll ich mich denn noch erklären? Und dann irgendwann mal im gewissen Alter willst du raus aus dieser Cahiliya-Zeit und dann willst du dich damit beschäftigen. So, und ich wollte das auch tun. Nur habe ich mich anders beschäftigt. Verstehst du? Ich bin, ich habe immer schon einen kritischen Geist gehabt und habe den Koran auf einen, auf den Prüfstand gestellt, ob er überhaupt diesen kritischen Punkten standhält. Das ist der Unterschied. Lass mal das mit dieser Cahiliya, ist euch völlig egal. Es geht darum, um seine Art und Weise. Mann. Entweder man kann mit jemandem ein vernünftiges Gespräch führen oder man lässt es sein. Und dann noch so dieses unterschwellige Drohnen und sowas. Was soll das? Ich glaube sogar selber, dass du das bist. Ich glaube sogar selber, dass du das bist. Er hat dir nie gedroht, Bro. Doch. Unterschwellig hat er schon gedroht. Wenn ich dich sehe, dann lass uns mal einen Kaffee trinken und dann von Angesicht zu Angesicht reden. Ich weiß, was das bedeutet. Unterschwellig. Er ist natürlich hier öffentlich in diesem Raum und wenn er dann auf einmal wirklich Drohungen ausspricht, dann hat das kein rechtsfreier Raum ist und dann wird er natürlich dafür belangt. Servus. Hallo, mein lieber Gott. Segnet dich und deine Familie. Ja, dir. Alles gut bei dir. Gut, sie. Hey, ja. Was ist der nächste so, du? Hä? Der nächste so den ganzen Tag hier auf TikTok. Wo ist die? Hä? Sag immer. Der wächst da in deinem Zimmerchen, du. Hör mal. Er kann doch nicht wahr sein in seinem Deutschland-Trikot da. Mensch, Manni, komm doch mal raus da aus einem Film. Ah, ich verstehe, Warno. Mensch, Pampfred, komm doch mal raus aus deinem Film da, wo du da drin bist. Was denn für ein Film? Ja, in deinem Film da. Schau dir das mal an. Wo bist denn du überhaupt? Ich dachte, wir treffen uns heute zum Kegeln, du. Manni. Ja, man denkt, wir saufen heute. Ja, klar, ich mir auch. Was ist denn mit den Leuten? Ich dachte, heute stammt dich. Heute ist der Freitag. Ja, komm mal jetzt. Dann saufen wir endlich. Ja, komm mal hinter. Dann sauen wir einen. Lassen wir die richtig hier die Jucke volllaufen, du. Na, weil? Ja. Komm, da holen wir sogar die Ewa rein. Ewa. Ewa. Vielleicht will ich auch noch einen mitsuppeln. Ewa. Ja, was hältst du denn davon? Ewa. Ewa. Wenn du dich mitgesetzt hier zum Stammtich von dem Dr. Sheikh Abouamir. Ja, ha, ha. Ewa. 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 Manchmal bin ich auch der Manfred. Was ist denn der Jürgen? Manchmal bin ich Marcel Gras. Manchmal bin ich Manfred. Manchmal der Doktor Theologe. Von allem etwas. Integration fehlgeschlagen. Ja, genau. So, ihr Lieben, ich verlasse euch mal. Möge der Jesus Christus euch segnen. Wenn ihr Zeit habt, liest das Evangelium und rettet eure Seelen. Gott segne euch. Dr. Sheikh Abouamir. Ja, genau. Mein Name ist Horst. Horst. Horstie. You have nice Borstie. Er wollte dir was zeige. Was will ihr mir jetzt hin? Ach, Dunja. Ach, Dunja. Ach, Dunja. Wie geht's dir, Dunja? Bitte keine Match. Keine Match. Keine Match. Keine Match, Dunja. Talking about? Siehst du, kein Mensch und sofort geht sie raus. Ach, Dunja. Ach, Dunja. Hallo. Ja, hallo. Ich glaube, du bist ein Muslim des islamischen Staates. Ich habe eine Frage an dich. Bist du es oder bist du es nicht? Ich bin islamischer Staates. Was? Was sagst du? Ja, ich weiß das. Ich spüre das. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Amir al-Bubbinin. Mein Name ist Amir. Was? Mein Name ist Amir, oder? Mein Name ist Amir al-Bubbinin. Genau, der Prinz der Gläubigen. Nein, dein Name ist ganz normal Amir. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Mein Name ist ganz normal Amir. Amir, und dein Name ist? Ich bin, mein Name ist Abdurrahman. Abdurrahman? Ja, Abdurrahman. Ah, okay. Also der Diener der Barmherzigkeit. Ich wollte noch mal ganz kurz nach deinem Namen fragen. Das war sein. Ach, das war sein. Ja, ich wollte dir eigentlich sagen, dass ich dich liebe, ne? Okay, tschüss. Liebst du mich auch? Ja, ja. Aber tschüss. Wie, ja, ja. Ich muss sagen, ja, Dr. Cheikh Abouam, ich liebe dich auch. Was für Cheikh? Du bist kein Cheikh. Ich bin Cheikh. Nein. Ja, natürlich. Dein Name ist ein Ex-Muslim. Wie kannst du ein Cheikh sagen? Mein Name ist ein Ex-Muslim. Hast du für mich ein Schlauchboot? Ich höre dich gut, ja. Nein, hast du für mich ein Schlauchboot? Ein Schlauchboot, damit du wegfliegen, äh, wegschwimmen kannst? Ja, genau. Am besten mit dem Sie, damit ich nicht stehen segeln muss. Damit du segeln kannst? Nein, also mit Motor. Ach, mit Motor. Also du willst ein knallrotes Gummiboot mit Motor, ne? Nein, ganz normal. Damit ich nicht zu meinem Land gehen kann. Ja, aber ich möchte dir gerne ein knallrotes Gummiboot schenken. Nein, Bro, ich habe doch gesagt, ich bin ein ganz normales Schlauchboot. Ja, aber ich möchte dir gerne ein rotes schenken, mein Lieber. Ein rotes, das sieht sehr, sehr schön an dir aus. Ja, das wird sehr schön, das sehe ich. Ich gebe jetzt nicht. Ihr habt ein knallrotes Gummiboot mit Gummiboot Das ist dein Song dann, wenn du da hängst. Ach, wie geil. Dieser Song wird dann abgespielt, wenn ich dir ein knallrotes Gummiboot gebe. Nein, ich mache das nicht an. Hey, du machst das nicht an. Nein, gewittert. Ich mache das für dich an. Das wird integriert in diesen Schlauchboot. Ja, wegen dieser komischen Ding werde ich ertrinken oder so. Nein, ich werde schon dafür sorgen, dass du wohlbehütet ankommst, wo auch immer du möchtest. Ja, okay. Das wird total runter, nicht sein. Nicht sein. Hör doch mal, guck mal, das ist der Song. Er hat ein knallrotes Gummiboot mit Gummiboot Abdullachman, wo bist du hin? Abdullachman, hallo, bleib hier. Abdullachman, ich wollte dir doch nur dein Lied zeigen. Ach, Abdullachman. Mensch, bleib doch hier, mein Bester. Hallo? Also, er ist noch nicht da. Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich, mein Bester. Ich wollte nur was sagen, und zwar, ich weiß nicht, ob du schon wusste es mal hier. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, mein Bester? Irgendwie ist alles ein bisschen leise. Jetzt ist gut, jetzt ist gut, ja. Und zwar, sagt ja Jesus, wenn ihr mich erhöhen werdet, dann werdet ihr sehen, wer ich bin. Bitte nochmal, wenn ihr mich erhöht, genau, wenn ihr mich erhöhen werdet, dann werdet ihr sehen, wer ich bin. Wo steht sowas? Steht halt in der Bibel, ich weiß nicht mehr genau, wo. Ja, dann musst du richtig, dann musst du bitte den Vers nennen, damit wir das so lesen können. Nicht einfach, ich weiß nicht, wo das steht, irgendwo in der Bibel. Ach so. Ähm, soll ich dann kurz gucken jetzt, oder? Ja genau, guck mal, was du überhaupt meinst. Was ist denn dein Punkt, was du überhaupt bringen möchtest? Worauf willst du denn hinaus? in dem Neuen Testament, wenn ihr mich erhöhen werdet, dann werdet ihr sehen, wer ich bin. Ich glaube, du zitierst das falsch. Denn der Herr Jesus Christus sagt selber, der Sohn des Menschen wird erhöht werden. Meinst du das? Und er wird kommen in seiner Herrlichkeit, mit seinen Engeln, samt den Engeln. Du hast ja irgendwie gesagt, wenn ihr mich erhöhen werdet, dann werdet ihr sehen, wer ich bin. Aber gut, lassen wir das Bösen schauen. Ich, ja, ist ein bisschen schlechter geworden. Okay, ich habe jetzt Kopfhörer dran gemacht. Ja, ist ein bisschen dumpf geworden, aber okay. Okay, so besser? Ja, ist besser. Weil ich habe jetzt, ich spreche jetzt ins Mikro. Ja, okay. Auf jeden Fall, habe ich das so in Erinnerung, auf jeden Fall hat ja, ähm, dann, als er gekreuzigt wurde, hat ja Pilatus geschrieben, Jesus der Nazarener, König der Juden. Ja, ja. Und, äh, vor vielen Jahren hatten wir einen Bruder, und zwar Bruder Pedro, Pedro. Kenntest du Pedro, der Kollege auch von Ali? Äh, ne, wer ist das? Keine Ahnung. Früher, der halb Grieche, halb Spanier. Achso, ich glaube, der ist so Missionar, hier kann er sein. Genau, genau. Und wir haben das auch früher zusammen gemacht und so. Und, ähm, er hat mir das erzählt. Und er meinte halt, dass der Herr dann gesagt hat, äh, wenn ihr mich erhöhen werdet, werdet ihr sehen, wer ich bin und so. Und, Pilatus hat ja gesagt, ich habe geschrieben, was ich geschrieben habe. Und er hat geschrieben, Jesus, der Nazarener, König der Juden. Und auf Hebräisch heißt das, äh, Jeshua, Hanosri, Yahweh. Genau. Jeshua, Hanosri, Wemelech, Hayehudim. Amen. Amen. Jesus Christus, Gott, der König der Juden. Genau. Und, äh, Jeshua, Hanosri, Wemelech, Hayehudim halt die Anfangsbruchstaben. Ja, genau. J-H-W-H. Genau. J-H-W-H. Oder Y. Man kann das irgendwie mit J oder mit Y. Genau. Oder Y. Ja, genau. Ja, das kommt immer drauf an. Genau. Und das wollte ich nur sagen, weil das halt voll cool ist. Ja, wundervoll. Sehr gut. Das war's auch schon, Brudi. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen, behüten und beschützen, K7. Euch alle. Dankeschön. Danke dir. Tschau. Tschau. Ja. Ihr habt gedacht, das wäre ein Moslem, ne? Ihr habt alle gedacht, das ist ein Moslem, ne? Ihr sollt doch keine vorschlüssigen, äh, wie sagt man das? Ihr sollt nicht, äh, äh, jetzt hab ich's vergessen. Scheiße. Richtig gebärbockt. Voreilige Schlüsse ziehen, genau. Voreilige Schlüsse ziehen. Ja. Kein Urteiltreffen. Vorwürfel. Nein. Voreilige, nein. Nein, ich hab's gerade eben gesagt. Aber das mit Gummiboot war schon gut, ne? So. Hast du Migräne, was? Boah, hab ich Migräne heute. Ich dachte, du wüsst nicht mehr. Alle direkt drauf. Das ist das heftig, ey. Direkt zerfleischen. Ah. Es geht nicht anders. Welch eine Ruhe. 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 Ruhe, Ruhe, Ruhe. Der Deutsche sieht aus wie ein Moslem vor mir. Ich wünsche das da aber einmal jetzt. Kommt. Ich muss jetzt schnell irgendwas in meine Hand nehmen. Der wartet. Der wartet. Manchmal denke ich mir so, hätte ich mir doch lieber irgendwas mitgenommen, damit ich mich so schnell selbst verteidige. Kennt ihr? Nein, aber das liegt alles in der Hand des Herrn, ne? Wir dürfen da nicht irgendwie... Ja. So, einen Moment. Okay. Danke, Johan, Johan, okay. So, nächster. Hallo, Armin, wie geht's dir? Hallo, mein Lieber. Alles fit? Alles fit, ja. Und bei dir? Passt, passt. Armin, ich frage mich echt, wie man einem pädophilen Massenmörder namens Mohamed folgen kann. Ich verstehe das echt nicht. Und er wird noch als der beste Mensch der Welt bezeichnet. Ja, es ist traurig, ist das, ne? Ja, es sind keine schönen Wörter, aber wie willst du das denn sonst ausdrücken? Wie soll ich das denn ausdrücken? Pädus, Pädus. Ja, es sind keine schönen Wörter, aber wenn jemand ein sechsjähriges Kind heiratet und mit neun Jahren die Unschuld von ihnen nimmt und einen jüdischen Stamm, der Banu Kureyser, 600 bis 900 Juden, Nacken therapiert, ja. Ich weiß nicht, ob man sowas den besten Menschen nennen kann, ne? Ich meine, der Dachsch, der IS, hat das gemacht, was Mohamed gemacht hat. Da gibt's keinen Unterschied eigentlich. Wirklich. Deswegen habe ich gesagt, bring mir einen Beweis, dass der islamische Staat nicht genauso handelt, wie Mohamed in der Sida gehandelt hat. Können sie nicht, können sie nicht. Und die schämen sich auch. Das ist das Problem bei denen. Die versuchen immer abzulenken. Ja, also wie gesagt, lieber bin ich Atheist, anstatt Mohamed zu folgen, bin ich ehrlich. Ja, natürlich, alles ist besser, als Mohamed zu folgen und dem Islam. Ja, klar. Aber der Herr Jesus Christus ist sowieso der allerbeste, der allerschönste, der aller... Ja, ich finde, Jesus ist sympathisch. Jesus ist sympathisch. Das ist halt... Man muss ihm ja nicht folgen, aber wenn man sich mit seiner Lehre beschäftigt, mit seinem Leben, ist halt sympathischer. Kein Gewalt, weiß was ich meine, als das zumindest auf der Welt war. So sieht es aus. Deswegen, der Herr Jesus Christus hat die Messlatte der Moral, Ethik und Anstand so hoch gesetzt, dass niemand da rankommt. Allein schon, dass er am Kreuz, die Leute, die ihn gekreuzigt haben, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, was das heißt? Dass diese Leute, die ihn gerade am Kreuzigen sind, so am Bespucken, am Beleidigen, am Schlagen und trotzdem sagt der Herr Jesus, Vater, rechne ihnen die Sünde nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Ja, nee, also... Mal schauen, die Zukunft ist halt düster. Du weißt ja, was alles, was heute passiert ist. Mannheim ist erst der Anfang, was Stützenberger vor Jahren vorausgesagt hat. Ich weiß, das ist jetzt so ein Startschuss auch für die, man merkt das. Also, dass der Suleiman diese Tat getan hat, war so mehr oder weniger so ein Startschuss für all diejenigen, die jetzt auf einmal denken, ja, jetzt geht's los, jetzt müssen wir da was machen. Der hat's vorgemacht, Leute, komm, jetzt müssen wir auch was machen, so nach dem Motto. Amir, weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, du weißt, die unterschätzen halt den Westen, wenn die Europäer jetzt aufstehen oder die Deutschen und was machen, dann heißt es wieder die bösen Deutschen, die bösen Europäer. Dabei sind die doch, die sind doch der Grund, warum es dann so einen Hass gibt. Weißt du, was ich meine, warum es dann so eine Spaltung in der Gesellschaft gibt? Ja, das ist, ja, der Herr hat das schon bestimmt, dass das so kommt, ne? Du musst dich ein bisschen mit der Bibel beschäftigen, um herauszufinden, was der Herr bald vorhat mit dieser abgefallenen Christenheit hier in Europa. Ja, hätten die Europäer wirklich an das Christentum festgehalten, dann wäre der Islam nicht so stark gewesen. Genau, wenn du den Herrn Jesus Christus verlässt, dann werden sich andere Religionen breit machen und dann hast du den Salat. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, das ist, ja, traurig, aber was soll man machen, Amir? Ja, das ist ja eigentlich so Jesus Christus finden und seine Seele retten. Ja, ich werde mich mal so, ich bin ja Jesidier, vielleicht sagt das ja was. Natürlich sagt mir das was. Man hört das auch direkt raus, dass du Jesidier bist. Ich wollte dir gerade sagen, du bist Jesidier. Ja, wir wissen, also wir haben genug Erfahrung mit der Religion. Ja, deswegen kann ich das nicht verstehen, wenn zum Beispiel an Jesidier reinkommt und auf einmal anfängt, den Islam irgendwie in Schutz zu nehmen oder, weiß ich nicht, die komischsten, irrsinnigsten Dinge davon sich zu geben. Also dann heißt es für mich, dass dieserjenige sich nie mit der Thematik auseinandergesetzt hat, ne? Das ist das. Ja, das sind halt, ja, unerfahrene Leute, sag ich jetzt mal, oder A-Pum-Pum-Pum-Kriecher. Ja. Nein, Amir, schönen Tag, ich wünsche einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Ja, möge der Herr dir wirklich dein Herz für die Wahrheit ö spät für dich, mein Bester. das kannst du wirklich keinem erzählen ja eben das wird immer noch schlimmer und schlimmer das artet eines tages richtig aus es braucht nur der stilman art natürlich den funken gesetzt er hat den funken gesetzt und jetzt hörst du fast jeden tag irgendwie messer hier messer da hallo ich liebe deine bruder ja ich liebe meine bruder wer ist ein sehr gesegneter bruder ich bin hier mitten auf straße und schrei rum damit ich noch eher eher sehen das ist das wir dürfen keine angst haben das ist der herr wird das immer lenken leiten und wenn es so sein soll dann ist es halt so was willst du machen aber aufgeklärt haben wir also von daher du hast nie muslim plan du bist du bist der einzige muslim du bist der einzige muslim amir war jude ja genau ich war yahudi ja genau ich war yahudi eine yahudi ich glaube sogar die leute würden tag viel auf ihn selber machen die leute erklären ja schon die dings wie sagt man muslime die jetzt im gebet etwas vergessen machen die schon taqwir auf die und mohammed hat er selber im gebet dinge vergessen heftig ne der hat im fajr gebet hat er nicht wudu gemacht der hat mitten im gebet hat er sag mal schnell ein rakat vergessen zu beten und so ne unglaublich und hier machen die muslime sich gedanken um wie du deine fußspitze setzt glaub mir wer hätte mohammed vor ihnen gebeten die haben gesagt hey mohammed was machst du denn da du musst das so machen die korrigieren sie würden sogar noch ihren eigenen propheten korrigieren der gründer ihrer eigenen religion du hältst die hände falsch die leute wissen noch nicht mal wie sie ihre hände halten sollen das müsst ihr euch mal geben es gibt meinungsverschiedenheiten wo die hand gehalten wird entweder hier entweder hier oder da oben versteht ihr deswegen sagen die rechtschulen die rechtschulen sind sich untereinander uneinig wo der wo der muslim seine hand platzieren soll das ist das geisteskrank über was die so reden was gott so interessiert wie du deine hand hältst als würde gott das interessieren wie du deine hand hältst im gebet die muslime machen das ist heftig für mich das ist absolut krass wäre jesus christus ein moslem hätten wir doch diese gebets folge oder was hätten wir doch anhand der bibel doch gesehen wenn der wenn der jesus ein moslem wäre er hätte auch gebetet wie ein moslem nur weil sich jemand mit dem angesicht zum boden fällt weiß es doch noch lange nicht dass er ein muslim ist was ist denn mit den ganzen anderen sachen hier mit assalamu alaikum assalamu alaikum was ist damit wo finden wir denn das wo macht der jesus denn sowas oder auzu billah minis shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin und so weiter und so fort wo macht der jesus christus das denn wie macht er das denn und wie hat er allah auch mal gemacht dann geht er in die gebetshaltung und so wo steht sowas in der bibel wenn er ein muslim war wo gibt es sowas wie verrückt ist das denn bitte man es kann ja nicht normal sein hallo mein lieber gott segne ich mich in deiner familie wie geht's dir geht's gut ja und dir alles gut gebucht jachwe genau das blachen gott jachwe jachwe ja wer ist denn jachwe ist das jesus jachwe ist jachwe ja wer ist denn jetzt jachwe jachwe ist gott ja also ist jachwe jesus ja jachwe ist jesus ah ok dann ist gut er muss ja mal fragen nein das ist gut bruder was kann ich für dich tun das ist gut ich habe da hochgekommen auf jeden fall du hast ja gerade das mit dem gebet angesprochen bruder auf jeden fall dass Jesus mit der Stirn auf den Boden gegangen ist das ist ein absolut irrelevantes argument von den muslimen das hat christus vor muhammed gemacht auf jeden fall dass es keinem weiß dass christus ein muslim war ja genau ok mein lieber gott segne dich und deine familie alles gut mach's gut ciao hallo hallo mein lieber gott segne dich und deine familie ja ex muslim ja ich heiße amir ja ich wollte dich was fragen weil du also ich finde einfach dass du einfach sehr schlau in dieser thematik bist und da wollte ich deine meinung zu wissen ähm bin ich auch konvertiert du bist konvertiert genau zum christentum ja hast du zu meinem jesus christus gefunden oder bist du einfach in einer religion hinein konvertiert nein 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 jesus christus keine konfession keine kirche nichts ja ok zumindest noch nicht aber also ich glaube auch nie ich hab da jetzt nichts das ist für mich ein bisschen mehr politik als glaube aber das darum soll es nicht gehen ähm ich wollte dich was anderes fragen nämlich bevor ich konvertiert bin habe ich eigentlich die wahrheit im islam gesucht ja auch durch objektive quellen nicht weil mir selber aufgefallen wenn ich subjektive schiitische quellen nehme oder sunnitische also wer nicht blöd ist sieht dass da einfach nur wort also dass sich jeder das aus wie er will ähm da wollte ich dich fragen denkst du dass sunniten eher die richtigen moslems sind oder die schiiten also ich falls du nicht drauf eingehen willst verstehe ich das auch aber für mich war es historisch gesehen wenn mein prophet wenn ich jetzt muslim wäre und mein prophet gesagt hat die ahlulbayt sollen meinen glauben weiterführen dann hätte ich das auch für wahrgenommen weißt du schon ja der mohammed sagt ja in sayy al bukhari ich lasse euch zwei schwerwiegende dinge hinterlasse ich euch denen ihr folgen sollt einmal ist es der koran und dann äh ahlulbayt also seiner familie familienbande der hadith ist halt da ne und darüber hinaus äh äh spricht er auch sehr in hohen tönen über ali ne dass man ali halt folgen sollte auch in den sunnitischen quellen dass wer ali einmal zuwider handelt handelt eigentlich muhammed zuwider weißt du und die hadith sind halt da wenn das also der fall ist wenn jemand ali widerspricht oder zuwider handelt da muss ja eine wirklich äh eine nichtgläubige frau gewesen sein weil sie mit ali diesen krieg geführt hat verstehst du ja ich bin auch alevitisch aufgewachsen ähm und aber ich war selbst kritisch wäre ich nicht selbstkritisch wäre ich nicht zum christentum noch konvertiert und da ich auch du weißt ja selber die welt ist äh also die sunniten sind sehr laut auch online wie offline ja genau äh und wie viel wenn du sagst du also früher jetzt in dem fall wenn du sagst du bist alevite dann warst du wie hund für die ähm also habe ich mich damit selbstkritisch damals befasst und kam zu dem äh entschluss schiitentum und alevitentum ist richtig aber dann natürlich durch noch weiter hinterfragen kam ich zum christentum äh ich sag ehrlich wenn jemand selbstkritisch ist kann er zum christentum finden die meisten kommen hier einfach rein und wollen dich einfach nur pöbeln hier rumpöbeln und da mein internet hat das gesagt also spreche ich ihm nach die meisten sind einfach zeitlich aber warum sagen die nicht die doktor hat mir das gesagt die können viel mehr von mir lernen als von ihren eigenen imam und ja ich wollte dir noch mal danken für die aufklärung du hast diga ich liebe dich kuss auf dein Auge diga ja gott lass dich meistens nicht provozieren manche sind im herz verschlossen da kannst du nichts mehr machen ja ja man versucht diese leute halt immer wieder hoch zu holen weil man immer wieder so so die hoffnung nicht verlieren will in diesen menschen aber jedes mal wenn die wieder hoch kommt immer wieder der gleiche ja aber jesus war moslem diga vergiss das nicht genau jesus war moslem und hat mutter ehe begangen ja sehr gut ich will dich nicht länger aufhalten dort segne dich schon deine familiar mein lieber zschau ramin zschau tschau tschau Mir, mein Freund, wie geht's? Ja, gut. Und dir, Gott, segne dich und deine Familie. Jetzt fangen wir an, auf einmal Karaoke zu machen. Von allem etwas. Falscher Chat. Falscher Chat, genau. Wir müssen in den Karaoke-Raum gehen. Oder wie geht's dir überhaupt? Ja, mir geht's ganz gut. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Ich lebe, kann hiermit noch mit euch reden, lachen, maßhafte. Oder Gottes Segen. Gottes Segen. Aber mir eine Frage. Kennst du mich eigentlich privat? Ob ich dich privat kenne? Wo bist du denn? Wer bist du? Nein. Bruder, ich will das jetzt nicht sagen, im Live. Aber wir kennen uns so ein bisschen. Du kennst andere Leute von meinen Freunden und so. Ach so, okay. Ich sag nur, einmal habe ich dich, du warst einmal auf Hochzeit von meiner Cousine gewesen. Da hatte ich dich wohl gegrüßt gehabt am Tisch. Aber seid ihr auch nie wieder gesehen oder geschrieben. Okay. Aber du kennst, wenn ich dir privat schreiben würde und sage, wer ich bin, dann weißt du genau, wer ich bin ungefähr. Ach so, ja, okay, cool. Aber ich wollte dir noch einmal Hallo sagen, weil ich habe, glaube ich, noch nie mit dir geschrieben oder geredet, kann das sein? Wir haben noch nie miteinander geredet, nein. Ja, dann hatte ich dich privat angeschrieben und dann hast du gesagt, komm live und dann habe ich Anfrage gemacht, Anfrage gemacht. Aber da waren so viele Leute so. Keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall, ich wollte dich jetzt nicht stören. Ich wollte nur echt einmal mit dir reden, ne? Ja, schön. Gott segne dich und deine Familie für glät. Danke, ich finde ich stark, was du machst, Bruder, echt. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Gottes Segen, Fikri. Gottes Segen, bis bald. Hallo, Anruhe, Gottes Segen. Danke. Hi, mein lieber Gott segne dich von deiner Familie. Ich habe eine Frage, du sagst, du hast manchmal gesagt, alle Krim, Bitch, was ist das? Ja, die Muslime wissen ganz genau, was ich meine, wenn ich sage, alle Krim, Bitch. Ich wusste das mal, aber ich habe vergessen. Ja, das ist eine islamische Maßnahme oder Hilfsmaßnahme, die man nehmen kann, um sich da der Begierde zu erleichtern, also um sich selbst zu erleichtern als Frau. Du kannst also so eine Gurke nehmen oder ein Lederteil, das so geformt ist wie ein PENIS und dann kannst du das in dich dann einführen, mäßig. Scheiße, wie wird das geschrieben? Also A, L und dann... Also A, L und dann I, K, L, I, B, I und dann J am Ende. A, L und dann, die Krim, Bitch. Oh, dann habe ich jetzt mal so ins Chat geschrieben. Okay, danke, Amir. Okay, Gottes Segen. Ciao, Amir. Gottsegen. Oh, wie geht's? Danke. Ja, ich schicke dich raus. Oh, guck mal, ich hab genau auf dich gewartet. Wie geht's dir? Ja, Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut, gut, nicht schlecht. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du lebst. Schön, dass du Freude hast. Alhamdulillah, Bruder. Freitag immer gut. Freitag immer gut. Nee, aber in der islamischen Welt ist die islamische Welt immer am Brennen. Freitag nicht immer gut. Nein, Bruder, das, was brennt, das interessiert mich nicht. Das, was gut ist, das, was positiv ist, das interessiert mich. Ja, ich weiß, aber du weißt ja, nach diesen Freitagspredigten, die ganzen Muslime sind ja total aufgebracht. Verstehst du? Also ich sag so, in Deutschland, ich lebe ja in der Schweiz, in Deutschland ist es so, dass die Imame und dass die, dass die bisschen so hardcore sind. Die sind, wie sagt man den? Also in der Schweiz ist es nicht so, dass die Imame so predigen, so, komm, wir gehen jetzt kriegen. Ja, dufst ja auch nicht. Also, verstehst du? Ja, die werden ja direkt verhaftet. Aber ich habe eine Frage an dich, Bruder. Ja, bitte. Warum wirst du so gehasst, nur weil du deinen Glauben gewechselt hast? Warum? Ja, das ist, das ist tief verwurzelt im Islam. Die Muslime sind sehr, sehr komisch drauf, ne? Nein, ich bin auch Muslim, weil, weißt du, ich sag so, die heutigen Muslime, trinken, kiffen, guxen, äh... Darfst du diese Begriffe nicht sein? Nicht, nicht alles, TikTok-sportlich, äh, also wirklich, es gibt, es gibt so viele, äh, Muslims von meinen, von meinen Leuten, die so viel Scheiße machen, und dann regen sie sich auch, wenn jemand den Glauben wechselt. Ja, aber ich habe den Glauben ja nicht gewechselt, weil die Muslime Scheiße machen. Nein, nein, das ist, das ist, ich meine, weil du gewechselt hast, sind sie, hassen sie dich jetzt. Ja, aber sie mögen sich nicht. Du weißt ja, dass die meisten Muslime ja selber nichts mit dem Islam zu tun haben, aber den Islam, obwohl der Islam sie selber umlegen würde, das ist ja das Kranke. Ja, äh, ja, genau. Die beidigen also ihren eigenen Untergang, so kannst du es sehen. Ja, das ist so. Wollen wir ein Mädchen oder ein Mädchen? Nein, ich spiele hier keinen. Ah, okay. Cool, cool. Ja, und sonst, wie geht's dir? Alles super, ja, dem Herrn Nieres Christus. Ja, und bei dir? Ja, gut, gut. Elhamdulillah, mir geht es sehr gut. Ja, das ist krass. Ich bin aber auch, wenn... Ja. Ich habe damals, als ich mich so damit auseinandergesetzt habe, bin ich auf Zuge 33, Vers 50 gestoßen und der Allah macht sich Gedanken um die Lust von Mohammed. Also der darf mit so vielen Frauen schlafen, vorausgesetzt, dass er es möchte. Heftig, ne? Und nur er. Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das musst du nochmal sagen. Also, der Allah hat einen Vers offenbart in Zuge 33, Vers 50, in dem er seinen Propheten erlaubt, mit allen Frauen einen Verkehr zu haben, vorausgesetzt, dass er es will. Also, er hat so multiple choice. Er hat also die Qual der Wahl. Er kann sich so... Die kam dann in so Scharen zu ihm, hat er sie so ausgewählt. Ach, du siehst gut aus, komm hier zu mir. Nee, du bist hässlich, geh mal weg. Also, er hatte so die Qual der Wahl. Bist du dir sicher, dass das so ist? Ja, ja, Zuge 33, Vers 50. Also, ich... Ja, man kann es so verstehen, wie es du jetzt gerade gesagt hast, aber ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Ja, doch, das steht eindeutig dort. Und dann, wenn du auf einmal ein Tafsir aufschlägst, nimmt die Katastrophe noch größere Ausmaß an. Denn zum Beispiel, der Al-Khutubi sagt, im 10. Punkt, in seinem Buch, auf der Seite 423, da sagt er, Mohammed wurde bevorzugt über alle anderen Geschöpfe. Und wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen, muss der Mann sich scheiden lassen, damit Mohammed sie in Ruhe punktpunten kann. Ach, für Allah. Also, das muss ich gucken, ob das stimmt oder nicht. Ja, prüft das mal, Salah, prüft das mal, das ist der Wahnsinn. Prüft das mal, Salah. Ja, das hört sich ein bisschen unlogisch an, Bruder. Sag dir ehrlich. Das ist heftig. Stell dir mal vor, deine geliebte Frau, mit der du Kinder hast, die du über alles liebst, die du niemanden an sich ranlassen würdest, auf einmal kommt Mohammed, der guckt deine Frau an, sagt, lass dich mal scheiden, nimm mal her, deine Frau. Tö. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor. Krass, ja. Das ist heftig. Ja, aber ich sag so, Ex-Muslim, es gibt auch bei den Christen und auch bei den christlichen Versen, so, wie sagt man dem? Also ich bin, ich sag so, ich weiß, aber ich bin nicht so einer, mit dem du diskutieren kannst über den Glauben. Ich sage dir ja ein paar Dinge, die du selber nachprüfen kannst. Du musst dir deinen Verstand benutzen, den der Herr dir ja gegeben hat. Gott hat dir einen Verstand benutzt. Ja, Alhamdulillah, das mache ich jeden Tag. Ja, das ist so. Das ist das. Stell dir mal vor, der Allah sagt, dass die Erde auf dem Rücken eines Wales ist, in Zora 68, Vers 1. Heftig, was sich in diesem Buch befindet. Bist du sicher, Bruder? Ja, ja, der Imam Ataba, die sagt das auch in Band 2 auf der Seite 218. Krass. Ja. Aber weißt du, was ich noch krass finde? Dass du, dass du wirklich noch viel weißt, für das, dass du, also, also viel weißt, dass du dich engagierst, 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 engagierst. Ja, genau, für diese Sache, auch für, du warst ja Muslim und jetzt bist du auf der anderen Seite, was kein Problem ist. Jeder Mensch soll das machen. Jeder Mensch, ich sage dir mal was. Ich bin Türke, in Istanbul, ich lebe in Istanbul seit, wir sind familiär, seit 70 Jahren von Erzurum nach Istanbul gekommen. In der Türkei sagt man 99,9% sind Muslims. Ey Bruder, wenn man in Istanbul geht, wenn man zehn Leute fragt, sagt man Fatiha, oder zehn Leute fragt, bist du Muslim? Die sagen, ich sage vier von, nein, fünf oder vier von zehn Leuten sagen, nein, ich bin kein Muslim. Nicht, nicht von zehn Leuten, einer sagt nein. Von zehn Leuten sagen vier oder fünf Leute sagen, ich bin kein Muslim. Weißt du, war mal ne, wundervoll, heftig. Ja, das ist so. Also das ist, weil wir keinen Lust auf Islam haben. Einfach gelogen, dass das alles Muslime sind, das ist so ein Scheiß und dass der Erdogan ein Diktator ist, das ist noch ein größerer Scheiß. Wäre er ein Diktator, würde er die Schwulen vernichten, die glauben, andere würde er vernichten. Er würde alles machen, aber er ist kein Diktator. Kann nie im Leben sein. Erdogan gehört ja zur Elite. Der Erdogan ist ja nicht irgendein Präsident, der das machen kann, was er möchte. Nein, er ist einfach ein Glück von den Unwichtigkeiten. Und er muss das befolgen, was die anderen ihm auch sagen. Genau. Denn wie heißt es hin? Vor der sichtbaren Regierung verbirgt sich eine unsichtbare Regierung, die im Hintergrund agiert. So ist das. Ja. Ja, das ist meistens. Nein, der Erdogan, ach nein, das kommt euch nur so vor, der Erdogan ist für eine Säkularisierung. Denn deswegen hassen die Muslime den auch und machen Taqfir auf ihn. Ja. Ja, ja, nein, nein, aber in Ausland, so Schweiz, Deutschland, ja, der ist Diktator, ja, der ist gegen Kurden, der macht da, der macht das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Seine Frau ist doch Kurdin. Seine Frau Emine, oder wie heißt die? Ja, ist Kurdin, Bruder. Mein Vater ist Kurde. Meine Mutter ist Türkin. Was soll ich machen? Die Muttersprache ist türkisch, ist nicht kurdisch. Aber was soll ich machen? Ich kann mir das nicht aussuchen. Wir können aber nicht, wir können aber nicht, wie sagt man, wir können das aber nicht leugnen, dass die Kurden sehr benachteiligt werden in Türkei. Das kannst du ja nicht sagen. Ja, Bruder, ich schwör dir, ich schwör dir, ich geb dir recht, also 100 Prozent, das stimmt auch. Aber, jetzt komme ich wieder zu dem Thema zurück, die, die, die nicht Moslems sind, sage ich jetzt mal, oder die so richtig diese türkische Schiene fahren. So Türken, 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 außer Türken gibt es keine Freunde, wegen denen haben wir Stress und können wir den Kurden oder unseren Leuten dort nicht so viel machen, weil die wollen das nicht. Die wollen, ich sage, ich gebe dir ein Beispiel. Es kommt jemand, macht Reportage bei dir in Iran. Du bist Iraner, gell? Ja, genau. Sagen wir irgendwo in Teheran. Da kommt er zu dir und da sagt er dir, ja, du bist Kurde, aber du bist Iraner. Da kommt er mit dem Mikrofon und sagt, hey, bist du Kurde, also bist du Türkei? Ja, der andere sagt, nein, ich bin Kurde, aber ich kann türkisch. Nein, du lebst, du bist Türke, sagt er, der Moderator. Hey, mein Freund, wie kannst du jemandem sagen, der Kurde ist, du bist Türkei, ja? Das passiert in der Türkei. Da sagt man den Leuten, obwohl sie Kurden, Syrer, Arameer, Arameer, kennst du ja auch, oder? Natürlich. Ja, Arameer, denen sagen die auch, die sind Türken, das sage ich, die sind nicht von uns. Das sind Araber, der ist Kurde, der ist Armenier. Ein eigenes Volk, die Arameer sind ein eigenes Volk. Genau, genau. Die Arameer gehören ja auch mit zu den ältesten Völkern, selbst dahinter. Die ältesten, ja, ja, ich weiß, ich weiß schon, ich weiß schon. Nein, ist gut, Ex-Muslims gehen, ich gehe mal weiter, Bruder. Ich wünsche dir ein ganz herzliches Volk mit dir. Danke schön für das Gespräch. Ciao, Bruder, ciao, ciao. Ja, darunter gibt es dann auch diese normalen, vernünftigen, die mehr oder weniger ein normales Gespräch führen, nicht sofort die Konfrontation suchen. Ich hoffe, dass er sich damit auseinandersetzt, weil ich dem gerade eben gesagt habe, dass er das Ganze prüft mit Surah 33, Vers 50, Tafsid al-Khurtubi auf der Seite 423. Punkt 10. Wenn die Augen von Mohammed auf eine verheiratete Frau fallen, so ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Ehemanns, sich von ihrer Frau scheiden zu lassen, damit Mohammed sie in Ruhe punktpumpen kann. Amir Sheikh Schweinfurt hat seine Frau verheiratet. Ja, haben wir schon heute thematisiert, mein Lieber, Jan der Alemann. Haben wir alles heute thematisiert. Danke. Alles thematisiert. Der saß ja auch in Untersuchungshaft, der Sheikh Ibrahim. Deswegen muss man mal gucken, was da abgeht. Warte ganz kurz. Was ist denn jetzt die aktuelle, aktuelle Lage? Aktuelle Lage. Vor sieben Stunden ist immer noch, ist noch nicht aktualisiert worden. Die Welt. Ja, da muss man abwarten, was da noch alles rauskommt. Er soll angeblich seine Frau verheiratet. Also die Frau hat, glaube ich, Anzeige erstattet oder was. Er war deswegen in Untersuchungshaft und so. Hallo. Hallo. Ne, ich will dich was fragen. Okay. Du warst ja mal Muslim, oder? Ja. Ja. Was hat dich dazu bewegt? Oder was hat dich überzeugt? Was mich von Jesus Christus überzeugt hat? Soll ich dir das mal vorlesen, was mich von Jesus Christus überzeugt hat? Also was hat dich überzeugt, so einen großen Schritt zu machen, um den Christentum anzunehmen? Ich meine, das ist ja keine Überlegung von zwei Tagen, sage ich mal. Ja, es war die Kreuzung und Auferstunde in Jesus Christus, die Debatte, die geführt wurde zwischen Josh McDowell und Ahmad Dedat. Was Jesus Christ crucified? Und dann wurde Jesus Christus gekreuzigt. Das ist ja der Mainpunkt. Und dann haben die sich getroffen in einem Stadion von 5000 Menschen, haben darüber diskutiert und debattiert. Und dann siehst du auf einmal die islamische Sichtweise, wie verrückt das eigentlich klingt. Dass Allah einfach wie so ein Zauberer jemanden ähnliches wie Jesus ans Kreuz schlagen lässt. Die ganzen Leute an der Kreuzung betrügt und belügt und es so aussehen lässt, als würde Jesus da hängen. Später wartet er auf einmal 600 Jahre, lässt er so die Zeit so vorbeistreichen. Und dann bestraft er die Menschen für etwas, was er selber angerichtet hat. Das muss ich mir vorstellen. Er lässt also das gesamte Christentum entstehen mit Dreieinigkeit, dass die Christen in den Tod gehen für ihren Glauben, was sie da gesehen haben und so. Und dann 600 Jahre kommt er auf einmal mit einem Propheten, der ein neues Buch bringt, wo ein Vers in diesem Buch steht, der Jesus Christus wurde nie gekreuzigt und es erschien ihn nur viel mehr so. Und dann denkt man, wir haben historische Beweise, historische Fakten. Die Bibel spricht darüber, das Wort Gottes im Alten Testament haben wir eindeutige Parallelen zu der Kreuzigung. Der David spricht darüber in Psalm 22, der Leidensweg des Messias. In Jesaja 53 haben wir auch die komplette, den Leidensweg des Messias und so weiter und so fort. Also das entbehrt jegliche Logik, was der Allah da macht. Und daran merkst du, dass derjenige, der den Koran in die Welt gerufen hat, dich wegholen will von deiner einzigen Rettung und zwar in Jesus Christus. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die Menschen, die aber daran glauben, es ist eine Gotteskraft. Verstehst du? Aber glaubst du wirklich daran, dass Allah, wie du sagst, dass Allah den Jesus gekreuzigt hat? Ja, ja, die Auslegern sagen, dass Judas anstelle von Jesus gekreuzigt wurde. Und wo kennen wir das? Aus so Pseudo-Evangelien, die sich damals rumtummelten, Fälschungen, die in der arabischen Halbinsel so ihre Worte hatten. Und das Ganze wurde dann verbreitet, verstehst du? Der Braum hat sich dann von so gnostischen Lehren ernährt. Daher kommt das Ganze. Und was genau hat dich überzeugt, den Glauben zu wechseln? Scheiße! Was ist das denn im Hintergrund, ey? Keine Ahnung. Der spielt da Playstation, keine Ahnung, was er da hat. Ja, wie gesagt, es war die Kreuzigung, Auferstehung, die Debatte. Hast du die Bibel komplett lesen? Ja. Ich habe auch einen Freund von mir, der hat die Torah gelesen, den Koran gelesen und die Bibel, der hat sich fürs Christenhofer entschieden. Also er hat gesagt, für ihn war die Bibel am realistischen. Also irgendwie hat sie ihn angesprochen. Ja. Und er war auch Muslim, ne? Ja. Siehst du, wundervoll. Hat sie die Wahrheit erkannt. Seit wie lange bist du im Christentum konversiert? Also bist du zum Christentum gewechselt? Zu Christus gefunden. Von Herrn Jesus Christus. Zu Christus gefunden, sorry. Seit über zehn Jahren. Und bist du glücklich so? Ohne Ende. Also fühlst du dich gut? Beste Entscheidung meines Lebens. Ja, das ist das Wichtigste, was man sich wohlfühlt. Und deine Familie, du kommst ja aus dem Iran, ne? Mhm. Deine Familie, sind die muslimische Anlage, oder? Ja, die Familie ist halt mal so mit diesem muslimischen Kopf, ja. Genau, liebe Familie. Möbelst du auch eines Tages den Glauben finden? Ich schau mal. Schau mal. Ja, mach dir Gedanken um deine Eglischkeit, wenn eines Tages gehst du ja in den Tod, und dann ist es seine Reise und Rückkehr. Lass dich zu, dass du ohne Jesus in den Gurt gehst, mal wieder. Also ich finde, man sollte einfach ein sauberes Herz haben. Kannst du nicht haben, aber du kannst es mal trotzdem versuchen. Du kannst versuchen, versuchen, aber du wirst scheitern. Du brauchst jemanden, der perfekt ist, mit deiner reinen Weste, der für dich bezahlt. Weil du nicht perfekt bist, weiß der Herr das, und deswegen ist er gekommen. Deswegen sagt der Kommite her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich bin der Spur schock. Wenn du also Ruhe suchst, du dein Herz, du deine Seele... Meinst du, der kommt, ja? Ja, natürlich. Meinst du, der kommt und bezahlt für unsere Sünden? Er ist schon gekommen und hat bezahlt. Jeder, der es für sich beansprucht, wird gerettet werden. Hoffen wir mal. Ja. Okay, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Schönen Tag. Ciao. Ja, ciao. Gott segne dich und deine Familie. Siehst du, wenn man ihm sagt, Gott segne dich und deine Familie direkt. Tschüss. Oh, es geht. Was ist da los? Bist du am Duschen oder was? Ich mach mir grad Essen. Was soll? Amir, was gibt's denn zu essen? Was? Was gibt's denn zu essen? Lachs. Für die Gains. Sehr, sehr, sehr gut an. Lachs ist immer größer. Ja, Lachs mit Zwiebeln und gekochten Dings. Kartoffeln. Und auch eine Dähsauce. Ja, ne? Ja, was? Sag, warum frage ich dich überhaupt? Jetzt mach ich mir so selber mal. Amir, ich wollte dich fragen. Ich hab dir ja mal erzählt. Ich hab einen Kollegen, der ist auch wieder geborener Chris. Aber er hat mittlerweile eine Freundin und er sagt, es ist nicht schlimm, wenn man mit der Freundin unehnlichen Geweichung hat. Doch, wir müssen das absolut beim Namen nennen. Alles, was außerhalb der Ehe ist, ist natürlich Sünde. Wenn der ein oder andere Bruder aus Schwachheit oder eine oder andere Schwester oder Bruder aus Schwachheit im Fleisch fällt, dann muss er das Kind beim Namen nennen. Dann ist das eine Sünde. Aber zu sagen, die Bibel sagt, dass wir das machen dürfen, das ist Quatsch. Völliger Blödsinn. Nein, wir müssen die Sünde beim Namen nennen. Wenn es also Menschen gibt, die aus Schwachheit fallen und in Unzucht fallen, dann ist das so. Dann ist das ein Fleisch, das gedrückt hat. Ja, dann ist das halt so. Aber zu sagen, nein, das ist vollkommen in Ordnung, das ist das, bösartig ist das. Verstehst du? Kannst du mir vielleicht nennen, wo genau das ist? Du hast mir gesagt, das steht überall. Aber kannst du mir vielleicht genau... Ja, der Herr sagt auch durch den Apostel Petrus, Paulus, entfliegt der Unzucht. Warte mal, warte, lass mich das aufschreiben, wo genau. Ich frage mich, ob der jemals die Bibel gelesen hat, der Typ. Doch, der ist wirklich, der ist wirklich eigentlich religiös so. Also da wird man sein Leben auch für Religion. Ja, aber das ist doch Quatsch, Mann. Deswegen habe ich noch gerade eben geklärt. Alles außer der... Deswegen sagt der Herr doch, daher verlässt der Mann seine Familie und hängt seiner Frau an. Und sie beide werden ein Fleischfrau, nicht Freundin oder sowas. Nein, sie müssen heiraten. Der Herr erwähnt doch die Ehe. Er erwähnt, er sagt auch, ja, es wird erwähnt, aber es wird nicht erwähnt. Das ist exakt... Der kennt es wirklich aus. Dass es exakt so ist, dass man vor der Ehe nicht haben darf. Das kannst du doch in fünf Minuten selber googeln, dass die Bibel absolut klar das als Sünde betitelt, alles was außerhalb der Ehe ist. Deswegen habe ich dir gerade erklärt, wenn es Christen gibt, die aus Schwachheit fallen, dann nennt man das, dass das Fleisch schwach war, verstehst du? Aber hinzugehen als Christus sagt, nee, das ist vollkommen in Ordnung, ist vollkommen normal. Das ist Blödsinn. Das ist absolut bösartig, sowas. Er sagt nur, wenn man eine Freundin hat und vorhat, die hat zu heiraten, dann ist das okay. Nein, 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 das ist Blödsinn. Nein, das ist Quatsch. Okay, hast du irgendeine Dinge, die ich ihm direkt zeigen kann? Du kannst einfach googeln, das ist egal, kein Problem. Ich google sofort für dich, entfliegt dir Unzucht. Hier entfliegt der Unzucht. Erste Korinther 6, 18. Meidet die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der versündigt sich gegen den eigenen Leib. Siehst du? Alles außerhalb der Unzucht ist Sünde. Erste Korinther 16, ne? Erste Korinther 6, 18. Das ist ja Verdrehung des Wortes Gottes, nur damit man sich wohlfühlt. Das ist ja Quatsch. Sünde ist Sünde. Und ich hab ihm dir gezeigt, ne? Ich hab ihm gesagt, also dass du auch erzählst, dass er sagt, es gibt viele neugeborene Christen, die labern nur rum, aber die erfüllen das wirklich, also die sind halt keine richtigen neugeborenen Christen. Sünde ist halt eine Handvoll, sagt er. Aber da hat er noch gesagt, dass die meisten auch in die Kirche gehen und so, ne, er geht nicht in die Kirche. Und er sagt, dass hier, dass Jesus gezeigt wird in der Kirche und sowas, dass das kompletter Schwachsinn ist und so. Er so, ja, aber du musst beachten, dass Jesus auch beschrieben wurde als ein bisschen kleinerer Mann mit längeren Haaren und mit längerem Bart. Und er hat mir gesagt, Jesus war, also ein kleiner Mann, also wirklich klein und er so schwächlich, also sah schwächlich aus wie so eine höhere Bestimmung. Wir haben keine Beschreibung vom Herrn. Es gibt kein Bild vom Herrn Jesus Christus. Das, was wir heutzutage in den Kirchen so sehen, ist nicht der Herr Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus war ein Jude. Und du weißt, wie Juden aussehen. Sie sehen aus wie Palästinenser. Es gibt ja fast keinen Unterschied zwischen ihnen. So, der Herr Jesus Christus war also kein blonder Mann mit blauen Augen, nur damit die Europäer sich wohlfühlen, damit die sich einen europäischen Jesus zurecht gebastelt haben. Verstehst du? Ja, aber wir haben kein Bild vom Herrn. Wir können, wir sollen uns auch kein Bild vom Herrn Jesus Christus machen. Wir müssen das einfach so lassen. Das Werk, was er für uns am Kreuz getan hat, ist genug für uns. Das reicht uns vollkommen aus. Wir müssen nicht wissen, wie der Herr aussieht. Denn die Liebe hat er ja bewiesen. Da brauche ich nicht sein Aussehen. Die Taten sollen sprechen und nicht das Aussehen. Er hat ja auch gesagt, deswegen kam er eher als schwächerer Typ und kleinerer Typ. Nein. Da siehst du mal, was dann auch rauskommt. Wenn er schon sagt, dass das erlaubt ist, so einfach total normale Beziehungen zu haben und hier und da zu machen, ist das Blödsinn. Dann kommt die eine Kacke nach der anderen. Entschuldigung. Nein. Deswegen habe ich dir gerade erklärt, wenn du in deiner Schwachheit fällst, weil der Mensch ist ja schwach. Der Herr kennt uns ja. Der Herr sagt ja in Hebräer 4, Vers 19. Ich kenne euch. Ihr seid schwach. Und ihr seid Sünder. Aber ich bin ohne Sünde. Guck hier. Ich lese das Thema vor. Guck mal her. Hebräer Brief, Kapitel 4. Sehr wichtiger Kapitel. Hier. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist. Wir werden ja versucht, wir Menschen. Verstehst du? Manche Menschen sind so fleischlich oder auch, beziehungsweise auch Christen sind fleischlich, lassen sich verführen und sowas. Dann kommt das. Dann fallen sie. Aber das heißt nicht, dass sie nicht gerettet sind. Deswegen stehen sie wieder auf und nehmen ihr Kreuz wieder auf sich und folgen dem Herrn Jesus. Jesus, achte, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus Christus konnte ja alles aushalten. Wir nicht. Der kannte ja die Sünde gar nicht, der Herr Jesus. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Amen. Verstehst du? Deswegen gehe ich auch niemals hin, wenn ein Bruder oder eine Schwester im Fleische gefallen ist und sage, so verstehst du, wie die Leute sind. Die zeigen ja mit dem Finger auf den anderen, aber sie sind selber voll mit Sünde. Voll verrückt. Aber Armin, findest du, ich weiß nicht, wie das geregelt wird. Man sagt ja auch irgendwie, also er hat mir das gesagt, dass Gott keine Enkelkinder hat. Was meint er damit? Gott keine Enkelkinder? Ja, er hat Kinder, aber keine Enkelkinder. Was ist das überhaupt für eine Frage? Der Herr, jeder, der sich zum Herrn Jesus Christus bekennt, sagt der Herr, denen gab er das Anrecht, sich Kinder Gottes zu nennen, die ihn aufnehmen, den Herrn Jesus Christus aufnehmen. Oder, wenn du den Herrn Jesus ablehnst, dann bist du ein Kind des Zorns und der Zorn Gottes bleibt auf dir. Ich meine, er hört dich nicht mehr. Ach, äh, ich hab gesagt, ähm, aber, oh fuck, das soll ich fragen. Oh fuck. Bis dann, jetzt, dann kommt man später nochmal, wenn ich nenne. Komm mal, ich komm mal später. Wort segne dich, ich bete immer für dich, dass du zum Glauben findest, da fehlt nicht mehr viel. Das wollte ich auch sagen, Armin, ähm, Dings. Danke schön. Ich wollte gestern rein, weil ich war gestern Abend mit dem, wir haben geredet, so, äh, abends, so war es Deep Talks und so, und da haben wir darüber geredet und ich hab ihm gesagt, ey, bete immer für mich, dass ich den Grabenweg finde, also, dass ich das wahre finde. Ob ich schlammere, ob ich selber, dass ich den wahren Weg finde. Und ich wollte dann abends reinkommen, oder weil ich hatte Feuer in mir, wollte ich reinkommen, zu dir, aber du warst nicht live, dann wolltest du den Leuten sagen, was sie für mich beten sollen, dass ich das wahre finden soll. Alle Neue. Komm, wir beten zusammen, Genaro. Ich bin, ich werde für dich beten. Aber bitte, bitte, bitte Neutral, dass das für Islam als auch für Dings gilt. Ja, natürlich, bitte für dich und auch die ganzen anderen Muslime. Herr Jesus Christus, mein Herr, mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Genaro hier hingebracht hast, Herr Jesus, dass wir immer wieder ihm deine Botschaft der Liebe weitergeben können, Herr Jesus Christus. Und wir bitten dich auch für noch ganz, ganz viele Muslime, dass sie dein wahres Licht erkennen, Herr, dass du das Licht der Welt bist, dass du hier in diese finsteren, finsteren Welt gekommen bist, um uns zu zeigen, was es heißt, in Liebe zu wandeln, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ihn segnest, ihn behütest und beschützt, Herr, dass du ihn wirklich zu dir führst und dass du sein Herr und sein Gott wirst, Herr, dass er dich anbetet und dass er dich eines Tages erkennt und Buße tut vor dir, Herr Jesus. Und so bitte ich auch für alle andere Muslime, die hier reinkommen und das gerade hören, dass du ihnen die Augen öffnest, Herr, dass sie die Religion des Islams beiseite legen und zu dir finden, den behaftigen Gott und das ewige Leben, Herr. Denn deine Liebe und deine Gnade hast du ja bewiesen, Herr. Du hast nicht nur geredet, sondern es wirklich bewiesen. Du hast Taten sprechen lassen, Herr. Du hast nicht nur mit Worten geliebt, sondern auch Taten sprechen lassen. Und das ist das Wundervolle, Herr. Die Schmerzen, die wir eigentlich erleiden müssten, hast du auf dich genommen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Güte, Liebe und Gnade, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst in unserer Mission und dass wir auch bereit sind, allen Menschen von dir zu erzählen, koste es, was es wolle, Herr Jesus Christus, denn du bist so wunderschön und mit nichts zu ersetzen, Herr. Hab Dank für jeden Einzelnen, der hier drin ist, Herr. Segne Güte und beschütze sie hier drin, Herr. Und all diejenigen, die das noch hören werden, Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, lasse Gnade walten, Herr. Habe Gnade an ihnen und hilf ihnen, zu dir zu finden, Herr. Und auch in jedem Gebet vergessen wir niemals unsere Geschwister, die gerade in den islamischen Ländern den Wahnsinn wieder durchmachen, Herr. Und ich bitte dich, dass du da Trost, Liebe und Gnade schenkst, Herr, dass die Menschen, die dir folgen, nicht allzu sehr leidend werden, sondern, ja, falls sie in die Ewigkeit nicht schütteln, dass du sie aufmacht, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. 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 Genaro, da fehlt nicht viel. Ich weiß, dass du bist ein kluger Junge. Du wirst das packen. Ich hoffe, dass das unser Jenseits, alles auf dieser Welt ist vergänglich. Unser Jenseits ist... Okay, aber ich küss sein Herz. Dankeschön, ne? Ja, ja. Gott segne dich in deine Familie, Genaro. Ja, dann. Tschüss, tschüss. Alles Gute. Hallo, Amir. Hallo, mein lieber Gott segne dich in deine Familie. Danke, dich auch. Hör mal, Amir, weißt du, ich bin ja eigentlich so Atheist, ne? Aber ich habe trotzdem ein paar Mal versucht, ne? Weißt du, ich diskutiere mit vielen Christen auch so persönlich, ne? Die mir dann sagen, sprich zu Jesus und so weiter, ne? Aber ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Ich meine, ein Versuch ist ja wert, aber es kommt einfach nichts. Ja, du darfst das nicht erzwingen. Du musst den Herrn Jesus Christus, ne? Wenn du das schon ausgesprochen hast, dann musst du aber auch die Zeichen wahrnehmen, die der Herr Jesus Christus dir gibt. Du siehst ja, dass du auch mit Christen die ganze Zeit am Reden bist und die die ganze Zeit sagen, mein lieber, grüße vor dem Herrn Jesus Christus. Wenn du ihn doch schon gefragt hast und der Herr dich die ganze Zeit mit Christen reden lässt und du gerade mein Gebet hörst, du hier drinnen bist und vom Herrn, da musst du eigentlich ja klick machen hier oben und sagen, ja, warte mal, ich habe da vor ein paar Tagen zum Herrn gerufen, da betet der Arme jetzt und ich höre das, jetzt musst du doch klick machen bei mir, verstehst du? Irgendwann, was brauchst du denn noch? Ja, aber es macht keinen klick, das ist der Punkt. Das ist, dann ist das deine eigene Schuld, dass du dann das Ganze dann beiseite lässt und sagst, ich habe von dir gar keine Zeichen bekommen, obwohl du der Herr dir die ganze Zeit Zeichen gibt, durch Evangelisten, durch andere Geschwister, die mit dir reden, um dich von der Wahrheit zu überzeugen und dass der Name des Herrn Jesus Christus immer wieder fällt, verstehst du? Ja, verstehe, verstehe. Also du musst schon die Zeichen wahrnehmen. Ja, also du meinst, es ist ein Zeichen, dass ich mit Christen auch rede, persönlich. Natürlich, unter anderem, aber siehst du doch, du bist gerade hier, ich bete gerade, dass diejenigen, die noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, dass du Gnade mit ihnen hast, du hörst das, eigentlich muss das sofort in deinem Herzen wirken und sagen, wow, ich habe ein paar Tagen gebetet, dass der Herr sich offenbart und dann betet auf einmal jemand für mich. Ist das nicht wundervoll? Ja, klar, aber ich glaube, das kann man nicht steuern, weißt du, was das Herz fühlt, oder? Ja, gut, aber du musst ja die Zeichen wahrnehmen. Wenn du nach Zeichen fragst oder wenn du sagst, Herr, wenn es dich gibt, zeig dich mir, dann wird der Herr dich, der Herr wird ja nicht zu dir kommen und sagen, hier bin ich mein Kind, verstehst du? Ja, verstehe, verstehe. Vielleicht macht es irgendwann Klick. Es kann sein, dass du noch ein bisschen Zeit brauchst, es kann sein, dass du noch hier und da dieses gewisse Etwas brauchst, aber lass das nicht, schieb deine Bekehrung nicht vor dir hinaus. Aber sollte man sich da nach dem Neuen Testament halten oder nach der Alten Bibel? Ja, du hast nichts mit dem Alten Bund zu tun. Natürlich solltest du das Alte Testament auch lesen, damit du überhaupt verstehst, was der Herr Jesus Christus redet im Neuen Testament. Der nimmt ja immer Bezug nehmend auf das Alte Testament, um den Leuten zu verklickern, wer er eigentlich ist. Verstehst du? Okay. Alte Testament und Neues Testament ist ein sensibles Zahnrad, das in sich hineingreift. Ganz sensibel, ganz perfekt. Verstehst du? Okay, verstehe, verstehe. Ja, da muss ich das mehrmals noch mal probieren. Also ich bin ja offen für alles, weißt du? Und dann muss man halt schauen halt, ne? Ich werde für dich dennoch immer noch beten, mein Lieber. Ich bin kein Moslem. Er sagt, dass ich Moslem bin. Lass mal bitte jetzt die Kommentare beiseite, egal was du jetzt bist. Ich bitte dich, wenn du gefragt hast nach dem Herrn, dann nimm auch ein Zeichen, wann der Herr Jesus Christus es dir gibt. Ja, also ich kann es mal versuchen, ne? Ja, wenn du mit ihm geredet hast, dann wird der Herr sich schon dir offenbaren. Mach dir keine Sorgen. Und zwar durch viele, viele Christen und viele, viele Zeichen, ne? Ja, verstehe. Eine andere Frage an mir. Seit dem Fall mit Stürzenberger, kriegst du jetzt mehr Bedrohungen oder ist es alles gleich geblieben? Das hält sich in Grenzen, sowohl als auch. Es ist immer gleich. Es ist so ein kontinuierlicher, wie eine Mutterfarm, die sich da durchzieht, ne? Also. Aber ich hoffe, dass du im Gegensatz zum Stürzenberger auch was mithast zur Selbsterteidigung. Oh nein. Es liegt alles in der Hand des Herrn Jesus Christus. Achso, okay, verstehe. Ja, alles klar, das war es dann so. Das waren meine Fragen so, ne? Dann sehen wir uns, ne? Danke, dich auch. Mach's gut. Ja. Hallo, Amir. Gottes Segen, dir und deine Familie. Das wünsche ich dir auch. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen. Amen. Danke. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich vorhin bei dir im Live gesehen, wo dein Bruder da war. Ja, und da war die Angelina, ja, die die Kinder da in Libanon hatte, ja? Und ich habe geschrieben, ich wollte wissen, was sagst du denn zum Jakobus 2, Vers 15 bis 16? Da steht ja drin, dass wir uns gegenseitig helfen sollen. Natürlich, klar. Denn mein Bruder hat das ja noch betont. Der Herr kann ja natürlich durch verschiedene Menschen sie benutzen, um dein Kind hier zu holen. Aber du sollst erst mal die Beziehung zu Christus wieder richtig hinkriegen. Das ist das. Mein Bruder hat das ja nicht ausgeschlossen, dass Menschen dir auf einmal helfen. Das ist gar kein Problem. Bring erst mal deine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Naja, das ist so richtig so. Da hast du vollkommen recht. Das ist das. Mein Bruder hat das ja nicht ausgeschlossen. Das kann ja sein. Aber trotz allem denke ich mir, dass wir ein Licht sein sollen in der Welt. Natürlich. Und wir sollten dann auch erst mal bereit sein, auch gleichzeitig, wenn die, die kam ja an, weil sie Hilfe brauchte. Ja, natürlich. Ist ja kein Problem. Fragt mal die Leute, wärt ihr bereit, jemandem zu helfen? Ich wäre sofort bereit. Natürlich, die alle wären bereit. Aber erst mal, wir haben ja mit dir geredet, bring erst mal deine Beziehung zu Gott in Ordnung. Bitte den Herrn um Hilfe, weil er ist dein Retter. Er ist dein Rat. Er ist alles, was du brauchst in deinem Leben. Gehe erst mal zu ihm, weil er kann alles lösen. Dann schickt er dir Menschen, verstehst du, die dir helfen und dein Kind auf einmal zurückbringen. Verstehst du das jetzt? Ich verstehe das. Ich verstehe das. Ja, wie gesagt, ich verstehe das vollkommen. Wie gesagt, ich habe mit Jakobus geschrieben, da hat er nicht darauf geantwortet. Weil ich denke mir, wir sollen ja auch in Liebe wandern, wie der Herr Jesus Christus gewandert ist. Ja, und er hat uns ja gezeigt, aus Liebe sind wir errettet. Mein Lieber, frag mal die Leute, ob sie aus Liebe heraus helfen würden. Jeder würde aus Liebe heraus helfen. Ja, aber warum machen wir das denn nicht? Ja, können wir ja machen, ist ja kein Problem. Aber erst mal seine Beziehung mit Gott erst mal in Einklang bringen oder in Ordnung bringen. Das ist wichtiger erst mal für Sie. So, erst mal die Beziehung zu Gott wieder aufbauen. Seine Schuld vor ihm bereuen, dass du weggekommen bist und nicht auf mein Wort gehört hast. Sie muss erst mal Bewusstsein tun, dass sie überhaupt einen Muslim geheiratet hat. Das ist ja das Schlamassel, was sie nicht auf den Herrn gehört hat. Und das ist ihre Züchtigung. Und dann wird der Herr Jesus Christus Stück für Stück das Ganze dann für Sie in Ordnung bringen. Aber sie soll zu ihrem Schöpfer kommen. Ja, das ist vollkommen recht. Genau, das ist vollkommen recht. Aber trotzdem denke ich mir, dass wir auch bereit sein sollen zu helfen. Ja, und ich dachte zum Beispiel jetzt, es gibt ja, wenn die Videos macht, vielleicht, dass wir dir helfen, dass die Videos viral gehen, dass jeder das irgendwie liked und teilt und dass dadurch auch vielleicht Geld verdienen könnte, um sowas zu machen, was sie vorhatte. Beispiel ist das jetzt. Aber stell dir mal vor, der Herr Jesus, nein, stell dir mal vor, der Herr Jesus möchte, aber dass diese Frau erst mal zu ihm kommt, ihre Schuld bereut, alles, was sie getan hat, vor dem Herrn Jesus Christus bringt, von Neuem geboren wird und ihm erst mal nachfolgt und eine richtige Beziehung zu ihm aufbaut. Und der Herr wird das dann Stück für Stück für sie machen. Ja, aber guck mal, wenn du zum Beispiel krank bist, ja, und du gehst zum Arzt, ja, dann sagst du auch, ich bin krank, ich suche mir jetzt mal einen Arzt. Und dann bete ich zwar, aber trotzdem gehst du zum Arzt und lässt du dich ja auch von dem Arzt helfen, ne? Ja, der Herr Jesus Christus hat ja auch Ärzte eingesetzt, das ist ja gar kein Problem. Ja, genau, das ist so. Aber die Geschichte von ihr ist schon mal etwas sehr problematisch. So wie sie es uns geschildert hat, muss sie erst mal ihre Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen. Das ist das Wichtigste, was sie jetzt tun sollte erst mal. Und dann sollte sie den Herrn Jesus Christus bitten, Herr, wenn du der Wahrhaftige bist, ich komme heute zu dir, bitte hilf mir, meine Kinder wieder hier nach Deutschland zu bringen. So, dann hat sie das erst mal gesprochen, das ist gut. Der Herr wird dann Stück für Stück ihr Anliegen erfüllen und das Ganze dann in Ordnung bringen. Glaubt mir. Ja, pass auf, guck mal, ich habe jetzt für sie gebetet, ja, weil mir das wirklich an Herzen jetzt leid getan hat, wie sie jetzt so viele Jahre ohne die Kinder jetzt auskommen musste. Und ich gehe, ehrlich gesagt, nicht oft in den Chat rein und rede mit Leuten, aber mir war jetzt ein Bedürfnis vom Herrn, hat mir gegeben, ich soll zu dir reinkommen und mit dir dann nochmal drüber sprechen, weißt du, was ich meine. Ja, und ich denke mal, dass wir wirklich auch als Licht wirklich in dieser Welt sein sollen. Und natürlich hast du vollkommen recht, dass die zum Herrn wieder finden soll, das alles besprechen soll, aber wir sollen auch bereit sein, ihr zu helfen, damit ihr erkennt, dass wir Christen in Liebe wandern und ihr helfen. Natürlich, wenn jeder von uns die Möglichkeit hätte, ihr zu helfen, meinst du, irgendeiner würde sagen, nein, wir helfen dir nicht? Jeder von uns würde helfen. Ja, warum machen wir das für nicht? Habe ich doch gerade zu dir gesagt. Der Herr Jesus kann uns natürlich benutzen, aber sie soll doch erstmal ihre Beziehung in Ordnung bringen. Du hörst mir nicht zu. Ich habe gesagt, Step one, Step two, immer Step by Step. Amir, ich höre dir zu. Ja, ich frage ja nur, warum wir das nicht machen. Du hast vollkommen recht, dass die erstmal zum Herrn kommen sollen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich zeige dir Bibelstellen, du kennst sie bestimmt auch. Ja, also da gibt es auch viele Stellen, wo die Menschen wirklich einfach reagiert haben und den Menschen geholfen haben gegenseitig. Ja, und das ist ja das Wichtige. Da habe ich dir gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, ihr zu helfen, ich bin der Erste, der hilft. Ich bin der Erste. Ich stehe direkt in der ersten Reihe und helfe. Okay, gut. Gut, ich wollte das dir sagen. Wie gesagt, ich war ein Gebet. Normalerweise gehe ich nicht so oft rein. Ja, und mir war jetzt Bedürfnis, mit dir zu sprechen, weil hier hast du viele Leute. Und ich denke mir, irgendwie sollten wir auf eine Art und Weise jeder gucken, dass er ihr mir beisteht. Ja, und natürlich soll die ins Gebet gehen und zum Herrn finden. Ganz klar, ja, das war er als erstes. Aber trotzdem sollten wir auch bereit sein, ihr zu helfen. Ja, natürlich, klar. Also ich bin der Erste, der sofort handeln würde, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber ich bitte Sie von ganzem Herzen, haben wir erst mal Sie gebeten, dann bringe erst mal deine Beziehung zu Gott erst mal in Ordnung. Denn du hast nicht auf sein Wort gehört. Deswegen bist du in dieses Schlamassel gekommen. Weil du nicht auf das Wort Gottes gehört hast, bist du gerade in dieser Situation. Willst du aber rauskommen aus der Situation, musst du wieder zum Ursprung, nämlich zu deinem Schöpfer und erst mal deine Beziehung zu ihm wieder gut machen. Ja. So einfach ist das. Als wären wir nicht bereit, irgendjemandem zu helfen. Ich bin doch der Erste, der an der ersten Reihe wäre, wenn ich die Möglichkeit habe, ihr zu helfen. Okay, gut. Wie gesagt, ich wollte das nur sagen, ich gehe nicht oft rein. Und ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Ich habe mir angeboten, komm immer wieder rein und berichte uns, was da los ist und so. Ja, weil es ist schon sehr, sehr traurig. Natürlich ist das traurig. Wir können uns gar nicht hineinversetzen in eine Frau, die ein Kind geboren hat und auf einmal ihr Kind nicht mehr bei ihr ist. Ja. Also ich bin ja ein Mann. Ich habe ja kein Kind zur Welt gesetzt. Aber für eine Frau ist es noch mal ein ganz anderer Akt, wenn du auf einmal ein Kind zur Welt bringst und diese Muttergefühle dann in dir hast. Und dein Kind ist dann auf einmal nicht mehr bei dir. Für eine Mutter ist es noch mal was ganz anderes. Weil Frauen ja sowieso schon emotional sind, ist diese Bindung zu diesem Kind noch mal was ganz ultraheftiges. Da kannst du fragen, die Mütter, die hier drin sind, die hier Kinder haben. Keiner von denen wird das aushalten. Das ist heftig, von seinem Kind getrennt zu sein. Das ist ja so ein Fleisch und Blut. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schlimm. Und deswegen, die weiß ja gar nicht, wie es denn geht. Und sie sagt auch, dass ihr Tochter da verheiratet werden soll mit 14 oder so. Und deswegen ist sie so verzweifelt, was man auch gut nachvollziehen kann. Ja, wie gesagt, ich habe gebetet und mir war jetzt danach ein Bedürfnis, noch mal mit ihr zu reden hier. Weil ich habe vorher mit deinem Bruder da angeschrieben, wegen Jakobus. Aber wenn sie zu den Herren wiederfindet, das wäre natürlich sehr schön. Ich würde mich für sie sehr freuen. Und wenn sie natürlich die Kinder noch mal zurückbekommen, das wäre natürlich das Schönste. Natürlich, erst mal auf jeden Fall. Ich wünsche mir von Herzen, dass sie von Neuem geboren wird und eine wiedergeborene Christin ist und dann die Beziehung zum Herrn wieder in Ordnung bringt und der Herr sie dann dementsprechend führt, lenkt und leitet und das alles in Ordnung bringt und sich damit sogar noch verherrlicht. Was meinst du, was das dann auslöst in den Leuten? Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre Wahnsinn. Dass wenn noch mehr Leute das erkennen und finden, das würde ich wieder haben. Vielleicht hat der Herr etwas vor mit ihr. Wer weiß, dass sie hier bei uns drin war, vor so vielen Menschen, dass wir mit ihr geredet haben. Sie Buße tut, den Herrn bittet, uns dann eines Tages die Geschichte erzählt, wie der Herr Jesus Christus diese Kinder hier hingebracht hat. Jetzt habe ich Gänsehaut. Boah. Du auch? Boah. Ami, hast du jetzt auch Gänsehaut? Was, Alter, das wäre krass, ne? Ja, oder? Ja, natürlich. Was meinst du, der Herr Jesus Christus sich verherrlicht? Ja, das wäre wirklich ein Traum. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für Sie. Oh, siehst du. Und das ist das, was wir uns wünschen. Bring erst mal deine Beziehung zu Gott in Einklang und bereue deine Schuld und kehre um und dann siehst du, beschäftige dich auch mit dem Wort Gottes, bete zu deinem Schöpfer und dein Schöpfer wird dir nach und nach alles gewähren. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Amen, sage ich da nur. Okay, Bruder, ich danke dir, dass du erst mal dazugehört hast. Ja. Und gut, jetzt lege nochmal dir und deine Familie, ja? Ja, Amen. Dir auch. Danke. Tschüss. Ja, das ist natürlich heftig. Das wäre ein riesen Zeug. Angelina, kommt zum Glauben, bereut ihre Schuld vor dem Herrn Jesus Christus, betet, dass der Herr ihr hilft, ihre Kinder nach Deutschland zu holen und der Herr ermöglicht das durch verschiedene Leute, die Kinder hier hinzuholen. Wie krass. Ja, da hast du natürlich hier solche Leute mit null Gänsehaut und so. Unglaublich. Aber bei Alek Klimbic hat man dann auf einmal Gänsehaut, ne, meine Liebe? Unglaublich. Ja klar, das versetzt dich dann schön in Gänsehaut, wenn du dir einen islamischen DILDO da reinhämmern darfst. Das gibt natürlich gut Gänsehaut. Aber dass sich Gott durch so eine Tat verherrlicht, das ist keine, keine, äh, 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 keine Gänsehaut, ja. Alek Klimbic, euch alle. Ich kann nicht, ey. Alek Klimbic. El Presidente. Oh, Mann. Oh, Jesus Christus, steh uns bei, ey. Das ist unglaublich. Du hast keine Verbindung, Diana. Haben hier Frisur? Ja, meine Frisur sitzt nicht egal. Ich, vollkommen egal. Wir achten jetzt nicht aufs Aussehen. Wir sind hier nicht auf einer Modenschau. Da soll ich anfangen, wie Isa Heisenberg, mich vor den Spiegel zu stellen und mir eine Zahnbürste zu nehmen, wie ich meine Augenbrauen nach vorne, nach vorne hochziehe. Das ist unglaublich. Und soll ich auch so ein Video machen, wie ich meine Augen... Unfassbar, ey. Das ist bloß aus den Männern geworden, ey. Damals sind sie noch jagen gegangen. Heute benutzen sie Zahnbürsten, um ihre Augenbrauen zu riechen. Ich kann nicht mehr, das ist so heftig. Aber ich mag den Isa. Der ist wenigstens noch so etwas gediegener als die anderen. Irgendwo mag ich den Typen. Ich weiß auch nicht, der hat irgendwas. Ich mag den irgendwie. Amir, was sagst du zu der Serie The Chosen? Hör auf mit The Chosen. Lies bitte die Bibel, da hast du die wahre Geschichte. Da brauchst du nicht so Netflix-Zeugs, die dich auch noch in das Licht führen. Sonst hole ich die Zahnbürste gleich raus. Wahnsinn, ey. Unglaublich. Ich kann nicht mehr. Amir, was hat das eigentlich auf sich mit den Posaunen, die in Deutschland gehört haben? Ja, habe ich auch gesehen, ein paar Videos, ne. Da kam auf einmal Posaunenschall, aber weiß man nicht, ob das echt ist oder hinzugefügt, ne. Weiß man nicht. Aber diese Videos kenne ich auch. Das ist heftig. Einige von ihnen sind sehr, sehr, kommen sehr authentisch rüber. Ist das echt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, nein. Es gibt Leute, die wollen natürlich durch solche Videos eine Reichweite generieren, ne. Die versuchen alles, um Reichweite zu generieren. Aber dass es die Posaunenschall gibt, ne, das wird auf jeden Fall so sein. Wenn die Engel in die Posaune schallen, ne. Und dann die Rückkehr des Herrn Jesus Christus eingeleitet wird. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 16. Das kannst du lesen. Alles Blut sehen. Ah, genau. Blut, Blut. Nicht blöd, Blut. Alles Blut. Unglaublich. Es kommen dann ja die vier apokalyptischen Reiter. Das wird alles danach kommen, ja. Ah, mir, wo steht das? Allah lächelt. In Tafsiratabari, Band 15, auf der Seite 504. Tafsiratabari, Band 15, Seite 504. Dürfen Muslime auch Army-Urin trinken? Okay, es war Füßer, aber muss das sein. Nein, um Gottes Willen, ey. Position ungenau. Suche Satelliten. Okay. Aber es gibt ja Muslime, die den Urin und den Code ihrer Imamen und auch von Mohammed total verherrlichen, ne. Da gibt es eine Geschichte, wie Mohammed in den Brunnen so uriniert hat und die Muslime, also die Sahaba, immer mit einem Becher so reingetunkt haben und einen köstlichen Schluck getrunken haben. Und ein Sahabi meinte, ich habe in meinem Leben noch nie so ein süßes und köstliches und frisches, kühles Wasser in meinem Leben getrunken. Ja, ehrlich. Ihr glaubt mir nicht, guck hier. Glaubt ihr nicht? Guck hier. Da verherrlichen die sogar die Pipi von ihm. Das ist so unglaublich, ne. Bismillah heißt es, kein anderer Mensch in der Geschichte hat so viele Segnungen erhalten, wie was, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala unserem geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewährt hat. Wenn die Kuffar auch nur einen winzigen Bruchteil, also ihr, davon kennen würden, würden sie ihre Sturheit aufgeben und den Islam von ganzem Herzen annehmen. Nehmen wir zum Beispiel den Fall, in dem eine Gefährtin des Propheten seinen gesegneten Urin trinkt, nur um festzustellen, dass die nun vollständig vor dem Höllenfeuer gestützt ist. Also das Urin von Mohammed schützt dich vor dem Höllenfeuer. Schau dir das an. Imam Suyuti gibt einen authentischen Bericht in seinem Al-Khassas Al-Kubra Band 2 Seite 253 veröffentlicht von Dar al-Kutub Al-Arabiyah. Einige andere Online-Ausgaben enthalten diesen Bericht in Band 2 Seite 441. Und Tabarani und Bayhaqi berichteten in einer authentischen Überlieferungskette von Hukayma, der Tochter von Umayma, von ihrer Mutter Umayma, dass der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Frieden eine Holzschüssel hatte, in der er zu urinieren pflegte. Diese stand unter seinem Bett. Eines Nachts suchte er danach, fand sie aber nicht und fragte danach, wo ist die Schüssel? Die Mitglieder des Hauses antworteten, Barah, die Sklavin von Umayma hat daraus getrunken. Barah war mit Umayma aus Habas gekommen. Habas gekommen. Der Prophet antwortete, sicherlich hat sie sich mit einer großen Mauer vor dem Höllenfeuer geschützt. Also die Pipi von Mohammed schützt dich vor dem Höllenfeuer. Schau dir das an. Und diese Sklavin trinkt die Pipi von Mohammed und anstatt der Mohammed sagt, bist du wahnsinnig, was trinkst du meine Pipi? Da sagt er, sie hat sich wahrlich vor dem Höllenfeuer geschützt. Da siehst du mal der Personenkult. Wahnsinn, ne? Hinweis, diese Erzählung findet sich auch in Majma al-Sawait von Imam Haithami und in anderen Büchern. Eine detaillierte Analyse der Quellen dieses Hadiths und in seiner Authentifizierung durch die Gelehrten unserer Oma finden sie im folgenden Beitrag von Bruder Munabwar Rizvi. Also der hat das auch nochmal für die Leute bestens dargestellt. So, Imam Abu Nuiyam berichtete über die Praxis von Anas mit seiner Kette. Der sagte, der Gesandte Allahs pflegte das Salahgebet in seinem Haus zu verrichten und es langte zu beten. Einmal sah er, wie er in den Brunnen urinierte. Jetzt kommt's. Der sich im Haus befand, also im Haus befand sich so ein Brunnen. Anas sagte, es gab in Medina keinen Brunnen, der kühler und süßer schmeckte als dieser. Er sagte, wenn die Sahaba zu mir nach Hause kommen, serviere ich ihnen das süße Wasser dieses Brunnens. In der Ära der Jahiliah war er als Al-Barud bekannt, der kühle Brunnen. Wahnsinn, der Mohammed pinkelt da rein und die Sahaba trinken davon. Ist das zu fassen? Das süße Wasser, köstlich. Wie glücklich und gesegnet waren die Gefährten des Propheten, die sich ihren Platz im Himmel sichern konnten, indem sie den gesegneten Urin unseres Propheten tranken. Leute, das ist geisteskrank. Tatsächlich heißt es im glorreichen Koran, welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr denn leugnen? Surah Al-Rahman. Unsere Oma ist also ohne Zweifel in völliger Übereinstimmung mit der Aussage von Said Mohammed Al-Jakobi, der vor einigen Jahren in London erklärte, ich wünschte, ich wäre sein Urin, der aus ihm herauskam, Rein und Heilung, Rein und eine Heilung. Zum Abschluss möchte ich Ihnen diese Aussage des gelehrten Mystikers und Exegeten Ismail Haqq al-Baruzi mit auf den Weg geben, der in seiner Koran-Exegese mit dem Titel Ru' al-Bayan sagt, Sein edles Haar stammt aus der Vegetation des Paradieses, sein Speichel ist aus dem Honig des Paradieses und sein Urin ist, wie einige unserer Weisen sagen, das Wasser des Paradieses. Habt ihr etwas Verstörenderes als das gesehen? Hört euch bitte nochmal diese Aussage an. Pass auf. Sein edles Haar stammt von der Vegetation des Paradieses, sein Speichel ist wie Honig aus dem Paradies, sein Speichel ist aus dem Honig des Paradieses und sein Urin ist, wie einige unserer Weisen sagen, das Wasser des Paradieses. Also die Muslime trinken eigentlich da oben die Pipi von Mohammed. Hello darkness my friend. Könnt ihr das? Was müsst ihr jetzt gemacht? Hello darkness my friend. Unglaublich. Heftig, heftig. Hallo ex-Muslim. Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut und yeah. Auch gut. Weißt du, wer ich bin? Das interessiert mich nicht, wer du bist. Aber du bist eine kostbare Seele, die eventuell zum Herrn Jesus Christus finden kann. Ich habe eine Frage und zwar ich gehöre zu keiner Religion und ich wollte fragen, ob jetzt, wenn ich im Christentum bin, ob das okay ist, wenn ich auf Männer stehe? Ja, das ist nicht okay, wenn du auf Männer stehst, aber du sollst das auf jeden Fall unter Kontrolle halten, mein Lieber. Komm, komme ich dann in die Hölle? Wenn du deine Neigung unter Kontrolle hältst, dann kann der Herr Jesus Christus dir alles vergeben. Nein, eben nicht. Ich kann ja meine... Okay, ich danke dir für das Rumtrollen. Vielen, vielen Dank. Komm, ich bitte dich. Unglaublich. Ex-Muslim, du Drecksack. Ja, Schabab, wem willst du bekehren? Dich erstmal selber, du Hund. Gott segne dich und deine Familie. Halt deine Fresse. Guck mal, wie deine Haare aussehen. Wie Schamare sieht denn das aus? Ja, aber ich hab ja wenigstens Haare auf den Kopf. Zeig mal deine Haare. Ich? Ich bin ein Glatzkopf. Ich geh kaputt, ey. Diese Leute sind so fix und fertig, ey, das ist unfassbar. Gott segne ihn und seine Familie, ehrlich. Johan, bitte ändere dein Bild, Johan. Sonst hole ich dich nicht hoch. Wir wissen, dass Mohammed sehr heftige Dinge getan hat, aber dieses Bild ist nicht schön. Hast du gehört, Johan? Ändere das Bild. Nein, solange er so ein Bild hat, hole ich ihn nicht hoch. Sura Mariam Vers 33, Sura 19 Vers 33, kennst du? Ja, genau. Änder dein Bild, Johan. Amir, ich hab gestern geträumt, dass Jesus Christus wiederkommt, ohne Witz. Hammer. Ja, er kommt auch wieder. Dein Traum wird bald in Erfüllung gehen. Davon kannst du ausgehen. Hundertprozentig. Federt bitte, hör auf, hier rumzutrollen. So, ihr Lieben, ich glaube, ich mach jetzt mal ein bisschen, wir beenden jetzt mal diesen Stream und dann gucke ich, dass ich später nochmal live komme, ja. Ich geh jetzt ein paar Sachen erledigen und dann hören wir uns dann so Gott will dann später, ja. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart, ihr Lieben. Vielen Dank für die ganzen Likes, Teilungen und Geschenke und alles mögliche. Dankeschön. Wir haben heute wieder vieles gerissen, wir haben heute wieder Gutes, Gutes geschafft. Möge der Herr unser Anliegen immer segnen und uns stärken in unserer weiteren Nachfolge und uns helfen bei all unseren Angelegenheiten. Amen. Wenn ihr Bibel lesen könnt, dann geht die Bibel lesen und holt ein wenig und lasst ein wenig das Wort Gottes in euch wirken. Ja, bitte. Johan. So, Armin, gefällt dir das Bild besser? Ja, genau, das ist schon viel, viel besser. Wir wissen ja, dass Herr Mohammed diese ganzen Sachen getan hat, aber es ist kein schönes Bild. Es ist nur ein kleiner Scherz gewesen, weißt du noch. Wie weiß ich, wie viele Dinge reagieren? Ja, ich wollte ein Thema ansprechen und zwar, was ist das, ist das ein Omen oder so, weiß ich nicht. Zum Beispiel, ich habe manchmal Träume, ne, und in Träumen da halt, sterbe ich halt. Das ist ein Zeichen oder was, wie soll ich das deuten? Wenn du in deinem Träumen stirbst, ich bin kein Traumdeuter, aber wenn du das jedes Mal träumst, dann ist es schon heftig, ne? Was ist das zweite Mal? Innerhalb von drei Monaten, ne? Naja, also wie gesagt, also ich kenne mich nicht aus mit Traumdeutung und sowas, aber wenn du die ganze Zeit habe ich mir nichts gefunden, gegen sowas. Hast du, hast du Schlafparalyse gehabt, oder was war das? Nein, nein, du weißt, aber manchmal träumt man von irgendwas und mein Traum sterbe ich, hatte ich keine Ahnung, wie ich das halt deuten soll, ne? Hm, hm. Ja, das ist das zweite Mal schon. Innerhalb von drei Monaten. Ja, also ich kenne mich nicht aus mit Traumdeutung und sowas, ne? Wenn du da in deinen Träumen dann halt stirbst, es kann alles möglich sein, aber deswegen sollst du dich auch nicht auf den Traum jetzt, ähm, so fixieren oder was auch dich da verrückt machen oder was, ne? Ja, ich schreibe, da bist du wiedergeworfen. Ja, natürlich. Das ist für eine Frage. Ja, dann ist doch gut, dann hast du dich schon mal, du weißt doch, Christus ist dein Leben und Sterben ist ein Gewinn. So, verstehst du? Ja, aber ich habe auch keine Angst vor dem Tod an mir. Wenn ich jetzt von jemandem auf der Straße jetzt, irgendwie was passieren soll, dann danke ich denen halt, ne, da komme ich sofort zum Herrn. Ist doch kacke. Ja, siehst du, der Jesus Christus hat ja dem Apostel Paulus, das ja für uns mitgegeben, ne, in Philippa 1, 21. Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Ein Gewinn, so ist das. Ja. Wenn ich halt Angst habe vor dem Tod, dann ist nach meinem, ist nach meiner Auffassung halt nicht wiedergeboren, ne? Ja, also die Liebe ist noch nicht vollkommen in dir, ne? Du sollst die, du sollst deine Angst ja überwinden, ne? Aber alle hier haben keine Angst vor dem Tod, weil sie wissen, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. 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 Weißt du, was das für eine lebendige Hoffnung ist? Ja, natürlich. Dass du Gott vertrauen kannst. Wir haben ja Vertrauen zu Gott. Muslime haben gar kein Vertrauen zu Gott. Das ist das. Mohammed wusste selber nicht, was nach dem Tod passiert und wenn er Hunger hat. Und deswegen hatte ich ja gesagt, wie kann ein Blinder einen Blinden führen? Beide fallen in die Grube. Wir brauchen den Herrn Jesus Christus, dem wir folgen sollen. Was ist das? Deswegen an alle Geschwister, wenn ihr den Herrn folgt, wenn ihr, ihr müsst keine Angst vor gar nichts haben, ihr wisst, ihr habt die Garantie, dass ihr in den Himmel kommt, ne? Amen. Okay, Armin, ich guck mal, vielleicht bin ich aus irgendwas in der Bibel. Und jetzt noch der und dann. Oh, Salam, Hobi. Ja, mehr ist die Vorhinein. Wie geht's dir? Ich kann es nicht in meiner Familie. Kannst du mal bitte aufhören zu essen und zu reden? Mann, Mann, Mann. Das Unerträgliche. Da kamen schon einige Schmatzer bei uns rein, ne? Die kommen dann und füllen mit den Diskussionen und sind da dabei, die haben richtig am Schmatzen und am Machen und am Tun. Und ich bin den ganzen Tag nichts am Essen und bin nur am Reden, ey. Oh, warte. Das ist heftig, ey. Ja, bei Dennis ist das auch so eine Sache. Ja, gut, aber egal, ja. Deswegen sollte er, äh, der Danny dann so, äh, den Stream auf lautlos machen, essen und dann wieder reinkommen, ne? Solange können sie ja die anderen sicher unterhalten und jemanden, äh, die als Moderator die Erlaubnis geben, falls jemand aus der Reihe tanzt, rauszuwerfen, hinzuzufügen und sowas, ne? Naja. Aber möge der Herr jeden Einzelnen von euch segnen, auch den Bruder Danny und alle anderen auch, ne? Möge der Herr euch segnen, ihr Lieben. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Ihr wisst ja, kein Mensch ist perfekt. Nur der Herr. Der Herr allein hat alles vollbracht. Guffa, Guffa, Guffa. Danke. Der Herr allein hat alles vollbracht und wir dürfen uns nach unserem Tod dann freuen, dass wir bei ihm sind, ne? Da, wo er ist, werden wir auch sein. Wundervoll. Ihr Lieben, Dankeschön für alles. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und haltet einmal am Herrn Jesus Christus fest. Ob ich da bin, weg bin. Führt immer diese, diese, Aufklärungsarbeit fort, ne? Macht's gut, ihr Lieben. Gottes Segen. Ciao.